Ich erinnere mich noch an die Zeit, in der Paul Bernheim versprach, ein Genie zu werden. Er war der Enkel eines Pferdehändlers, der ein kleines Vermögen erspart hatte, der nicht mehr zu sparen verstand, aber vom Glück begünstigt wurde. Pauls Vater, Herr Felix Bernheim, trug ein sorgloses und hochmütiges Angesicht durch die Welt und hatte viele Feinde, obgleich ihn ein normaler Grad von Torheit befähigt hätte, von seinen Mitbürgern geschätzt zu werden. Sein ungewöhnliches Glück erweckte ihr Neid. Als hätte es das Schicksal darauf abgesehen, sie vollends zur Verzweiflung zu bringen, bescherte es ihnen eines Tages einen Haupttreffer. Einen Haupttreffer pflegen die meisten geheim zu halten, wie einen Schandfleck in der Familie. Herr Bernheim aber, als hätte er Angst, man würde sein Glück nicht mit der nötigen Gehässigkeit zur Kenntnis nehmen, verdoppelte seine demonstrative Geringschätzung für die Mitwelt, verringerte die ohnehin kleine Zahl der Grüße, die er täglich auszuteilen pflegte, begann jenen, die ihn grüßten, mit verletzender und gleichgültiger Zerstreutheit zu erwidern. Nicht genug an all dem ging er, der bis jetzt nur die Menschen herausgefordert hatte, auch daran, die Natur herauszufordern. Er bewohnte das geräumige Haus seines Vaters, nicht weit von der Stadt an der großen Landstraße, die zum Tannenwald führte. Mitten in einem alten Garten lag das Haus zwischen Obstbäumen, Eichen und Linden, gelb gestrichen mit einem steilen roten Dach und von einer mannshohen grauen Mauer umgeben. Die Bäume, die am Rande des Gartens standen, überragten die Mauer und ihre Kronen überwölbten die Landstraße bis zur Mitte. Seit alten Zeiten lehnten an der Mauer zwei breite grüne Bänke, auf denen die Müden rasten konnten. Schwalben nisterten im Hause, in dem Laub der Bäume zwitscherte es an Sommerabenden, und die lange Mauer, die Bäume und die Bänke waren im heißen Staub der sommerlichen Straße ein guter und kühler Trost und versprachen an bitteren Wintertagen zumindest eine menschliche Nähe. Eines Tages im Sommer verschwanden die grünen Bänke. Entlang der Mauer und Höhe als diese erhob sich ein nacktes Holzgerüst. Im Garten wurden die alten Bäume umgelegt. Man hörte, wie sie splitterten und krachten, und wie ihre Kronen zum letzten Mal rauschten, indem sie zum ersten Mal die Erde berührten. Die Mauer fiel, und durch die Löcher und Sparren des hölzenden Gerüsts sahen die Leute den kahl gewordenen Garten der Bernheims, das gelbe Haus der brütenden Leere preisgegeben, und ein Unmut erfasste sie, als wäre es ihr Haus und ihre Mauer und ihre Bäume gewesen. Einige Monate später stand an der Stelle des alten, gelben, giebeligen Hauses ein neues, weißes, strahlendes, mit einem steinernen Balkon, den ein Atlas aus Kalk auf seinen Schultern trug, mit einem flachen Dach, das an den Süden erinnern sollte, mit modischem Verputz zwischen den Fenstern, Engelsköpfchen und Teufelsfratzen abwechselnd unter dem First und einer geradezu pompösen Rampe, die würdig gewesen wäre, zu einem Oberlandesgericht, einem Parlament, einer Hochschule hinanzuführen. Statt der steinernen Mauer erhob ein dichtes Gitter aus weißlich-grauem Eisendraht, scharf geschliffene Zinken gegen den Himmel, die Vögel und die Diebe. Langweilige, runde und herzförmige Bete sah man im Garten, künstliche Rasen von einem dichten, kurzen, beinahe blauen Gras und dünne, hinfällige Rosenstöckchen, gestützt von hölzernen Latten. In der Mitte der Bete standen Zwerge aus gemaltem Ton mit rötlichen Kapuzen, lächelnden Gesichtern, weißen Barten, Spaten, Schaufeln, Hämmern, Gießkannen in den winzigen Händchen, ein ganzes Sagenvolk aus der Fabrik Grütze und Kompanie. Kunstvoll verschlungene Pfade ringelten sich wie Schlangen zwischen den Beeten, Kies bestreut und schon beim Anblick knisternd. Keine Bank weit und breit. Und obwohl man ohnehin draußen stand, wurde man in den Beinen müde vom Anblick dieser rastlosen Pracht, als wäre man stundenlang in ihr herumgewandert. Umsonst lächelten die Zwerge, die dünnen Rosenstöckchen zitterten, die Stiefmütterchen sahen aus wie gemaltes Porzellan. Und selbst wenn der lange Schlauch des Gärtners zartes Wasser zerstäubte, verspürte man keine Kühlung, sondern wurde eher an die feinen und schwülen Flüssigkeiten erinnert, die der Abiliteur im Kino über die entblößten Köpfe der Zuschauer rieseln lässt. Über dem Balkon ließ Herr Bernheim in goldenen, zackigen und schwer leserlichen Buchstaben die Worte »Sansansi« anbringen. An manchen Nachmittagen sah man Herrn Bernheim zwischen den Beeten herumgehen und gemeinsam mit dem Gärtner die Natur vergewaltigen. Dann hörte man das Zischen der Schnappen der Gartenschere und das Krachen der kleinen Hecken, die frisch gepflanzt und kaum, dass sie zu wachsen begannen, schon ihr Dienstreglément kennenlernten. Niemals standen die Fenster des Hauses offen. Meist waren sie verhängt. An manchen Abenden sah man durch die gelben, dichten Vorhänge wankelnde und sitzende Schatten von Menschen die Umrisse und die Lichtknoten eines Kronleuchters und man ahnte, dass im Hause Bernheim ein Fest gefeiert wurde. Die Feste der Bernheims verliefen in einer gewissen kühlen Würde. Der Wein, den man in ihrem Hause trank, verfehlte seine Wirkung, obwohl er von ausgewählter Herkunft war. Man trank ihn und wurde nöchtern. Herr Bernheim lud mit Vorliebe Gutsbesitzer aus der Umgebung ein, einige Herren vom Militär, immer Leute mit einem feudalen Einschlag und sehr gewählte Mitglieder der Industrie und der Finanz. Der Respekt vor seinen Gästen und die Angst, Haltung zu verlieren, hinderten ihn, fröhlich zu sein. Seine Gäste fühlten die Befangenheit ihres Wirts und blieben den ganzen Abend, was sie beim Eintritt gewesen waren, nämlich korrekt. Frau Bernheim verstand Situationswitze nicht und fand Anekdoten nicht witzig. Sie war übrigens jüdischer Herkunft und da die meisten Anekdoten, die unter ihren Gästen kursierten, mit den Worten begannen, ein Jude saß einmal in der Eisenbahn, fühlte sich Frau Bernheim auch verletzt und sie geriet, sobald jemand Anstalten machte, eine kleine Geschichte zu erzählen, in ein trübes und verwirrtes Schweigen, aus Furcht, es könnte die Rede auf einen Juden kommen. Von seinen Geschäften mit den Gästen zu sprechen, hielt Herr Bernheim für unpassend. Sie widerhielten es für überflüssig, ihm von der Landwirtschaft, dem Militär, den Pferden zu berichten. Manchmal spielte Bertha, die einzige Tochter des Hauses und eine gute Partie, Chopin auf dem Klavier, mit der üblichen Virtuosität eines besser erzogenen Fräuleins. Manchmal tanzte man im Hause Bernheim. Eine Stunde nach Mitternacht gingen die Gäste nach Hause. Hinter den Fenstern die Lichter erloschen. Alles schlief. Nur der Wächter, der Hund und die Zwerge im Garten blieben wach. Paul Bernheim ging, wie es in Häusern mit guten Kinderstuben üblich war, um neun Uhr abends schlafen. Mit seinem jüngeren Bruder Theodor teilte er das Zimmer. Paul blieb länger wach. Er schlief erst ein, als es im ganzen Hause still geworden war. Er war ein empfindsamer Junge. Man nannte ihn ein nervöses Kind und schloss aus seiner Sensibilität auf seine besondere Begabung. Diese zu zeigen, bemühte er sich in jungen Jahren. Als der Haupttreffer zu den Bernheims kam, war Paul, der Zwölfjährige, mit dem Verstand eines 18-Jährigen ausgestattet. Die rapide Verwandlung des gutbürgerlichen Hauses in ein reiches mit feudalen Aspirationen erhöhte seinen natürlichen Ehrgeiz. Er wusste, dass Reichtum und gesellschaftliche Geltung des Vaters den Sohn zu einer mächtigen Position führen können. Er ahmte den Hochmut seines Vaters nach. Er forderte Kollegen und leere heraus. Er hatte weiche Hüften, langsame Bewegungen, einen vollen roten, halboffenen Mund und weiße kleine Zähne, eine grünlich schimmernde Haut, helle und leere Augen, beschattet von langen, tiefschwarzen Wimpern und lange, aufreizende, sanfte Haare. Lässig zerstreut, lächelnd, saß er in der Bank. Seine Haltung verriet den ständig wachen Gedanken. Mein Vater kann die ganze Schule kaufen. Ohnmächtig und klein standen die anderen da, der Übermacht der Schule ausgeliefert. Er allein setzte ihr die Macht seines Vaters entgegen, seines Zimmers, seines angelsächsischen Frühstücks, des Ham and Eggs mit ausgelöffelten Orangen, seines Hauslehrers, des Nachhilfestunden er jeden Nachmittag zugleich mit Schokolade und Kekseinnahm, seines Weinkellers, seines Wagens, seines Gartens und seiner Zwerge. Er roch nach Milch, Wärme, Seife, Bädern, Zimmergymnastik, Hausarzt und Dienstmädchen. Es schien, dass die Schule und ihre Aufgaben nur einen unwichtigen Teil seines Tages einnahmen. Mit einem Fuß stand er schon in der Welt. Das Echo ihrer Stimmen im Ohr saß er wie ein Gast in der Klasse. Er war kein ganzer Kamerad. Manchmal holte ihn sein Vater ab, im Wagen und eine Stunde vor Schulschluss. Am nächsten Tag brachte Paul ein Zeugnis vom Hausarzt. Dennoch sah es manchmal so aus, als sehnte er sich nach einem Freund. Aber er fand keinen Weg. Immer stand sein Reichtum zwischen ihm und den anderen. Komm heute Nachmittag zu mir, wenn mein Hauslehrer da ist und er macht uns beiden die Arbeit, konnte er manchmal sagen. Aber nur selten kam einer. Er hatte mein Hauslehrer betont. Er lernte leicht und er riet vieles. Er las fleißig. Sein Vater hatte ihm eine Bibliothek eingerichtet. Er sagte manchmal, wenn es überflüssig war, die Bibliothek meines Sohnes oder zum Dienstmädchen, Anna, gehen Sie in die Bibliothek meines Sohnes, obwohl es im Haus keine andere gab. Eines Tages versuchte Paul, seinen Vater nach einer Fotografie zu zeichnen. Mein Sohn hat ein frappierendes Talent, sagte der alte Bernheim, und er kaufte Skizzierbücher, Farbenstifte, Leinwände, Pinsel und Öl, nahm einen Zeichenlehrer auf und begann, einen Teil des Dachbodens in ein Atelier umzubauen. Zweimal in der Woche, am Vorabend von fünf bis sieben, übte Paul mit seiner Schwester auf dem Klavier. Man hörte sie vierhändig spielen, immer wieder Tchaikovsky, wenn man am Haus vorbeiging. Manchmal sagte ihm einer am nächsten Tag, ich habe dich gestern vierhändig spielen gehört. Ja, mit meiner Schwester, sie spielt noch viel besser als ich. Und alle ärgerten sich über das kleine Wörtchen noch. Die Eltern nahmen ihn in Konzerte mit. Er summte dann Melodien, nannte Werke, Komponisten, Konzertsäle und die Dirigenten, die er nachzuahmen liebte. In den Sommerferien fuhr er in die weite Welt, damit er nichts verlerne, mit einem Hofmeister. Er fuhr in Berge, über Meere, an wildfremde Küsten, kam schweigsam und stolz zurück und begnügte sich mit hochmütigen Andeutungen, als setzte er die Kenntnis der Welt bei allen anderen voraus. Er hatte Erfahrungen. Alles, was er las und hörte, hatte er schon gesehen. Nützliche Assoziationen schuf sein flinkes Gehirn. Aus seiner Bibliothek bezog er überflüssige Details, mit denen er blendete. Sein Zettel mit Privatlektüre war der ausführlichste. Seine Lässigkeit wurde ihm nachgesehen. Sie warf keinen Schatten auf sein sittliches Betragen. Es wurde angenommen, dass ein Haus wie das Bernheimische eine genügende Gewehr für gute Sitterböte. Widerspenstige Lehrer zähmte der Vater Pauls durch Einladungen zu einem bescheidenen Abendessen. Eingeschüchtert durch den Anblick des Parketts, der Bilder, des Dienstpersonals und der hübschen Tochter kehrten sie zurück in ihre kargen Behausungen. Die Mädchen konnten Paul Bernheim keineswegs einschüchtern. Er wurde mit der Zeit ein flotter Tänzer, ein angenehmer Plauderer, ein wohldressierter Sportsmann. Im Laufe der Monate und Jahre wechselten seine Neigungen und seine Talente. Ein halbes Jahr galt seine Leidenschaft der Musik, einen Monat dem Fechten, ein Jahr dem Zeichnen, ein Jahr der Literatur und schließlich der jungen Frau eines Bezirksrichters, deren Bedarf an Jünglingen in dieser nur mittelgroßen Stadt kaum gedeckt werden konnte. In der Liebe zu ihr vereinigte er alle seine Talente und Leidenschaften. Für sie malte er Landschaften und weiße Kühe. Für sie focht er, komponierte er, dichtete er Lieder über die Natur. Schließlich wandte sie sich einem Fähnrich zu und Paul versenkte sich, um sie zu vergessen, in die Kunstgeschichte. Ihr beschloss er nun, sein Leben zu widmen. Er konnte bald keinen Menschen sehen, keine Straße, kein Stückchen Feld, ohne einen berühmten Maler und ein bekanntes Bild zu zitieren. In der Unfähigkeit, etwas unmittelbar aufzunehmen und einfach zu bezeichnen, übertrafe schon in jungen Jahren alle Kunsthistoriker von Rahn. Aber auch diese Leidenschaft erlosch. Sie machte einem gesellschaftlichen Ehrgeiz Platz. Sie hatte vielleicht nur zu diesem übergeleitet. Sie war die Hilfswissenschaft einer gesellschaftlichen Karriere. Einen gewissen, selig-naiven, charmanten und fragenden Augenaufschlag mochte Paul Bernheim ganz bestimmten heiligen Bildern abgeschaut haben. Es war ein Blick, der halb den Menschen traf und ein wenig den Himmel streifte. Die Augen Pauls schienen das Licht des Himmels durch ihre langen Wimpern zu filtrieren. Mit derlei Reizen ausgestattet, mit einem an der Kunst und ihren Kommentaren geschulten Geschmack, stürzte er sich in das gesellige Leben der Stadt, das in der Hauptsache aus den Bemühungen der Mütter bestand, ihre heranwachsenden Töchter zu verheiraten. In allen Häusern, in denen Mädchen lebten, war Paul gerne gesehen. Er konnte jeden Ton anstimmen, der gerade verlangt wurde. Er glich einem Musikanten, der alle Instrumente des Orchesters beherrscht und der es versteht, mit Anmut falsch zu spielen. Eine Stunde lang konnte er gescheite, erdachte unerlesene, Dinge sagen. Eine Stunde später zeigte er einen warmen, lächelnden Plaudereifer, trug er zum zehnten Mal eine platte Anekdote vor, stattete sie immer wieder mit einem neuen Zug aus, liebkoste er mit der Zunge einen banalen Aphorismus, hielt ihn noch eine Weile zwischen den Zähnen, schmeckte ihn mit den Lippen nach. Brachte er mit leichtem Gewissen Witze vor, die anderen gelungen waren, machte er sich schamlos lustig über abwesende Altersgenossen. Und die Mädchen kicherten, ein nacktes Kichern. Sie entblößten nur ihre Zähne, aber es war, als enthüllten sie ihre jungen Brüste. Sie schlugen nur die Hände zusammen, aber es war, als spreizten sie die Beine. Sie zeigten ihm Bücher, Bilder und Notenhefte, aber es war, als schlügen sie ihre Betten auf. Sie richteten sich das Haar, aber es war, als lösten sie es. Um jene Zeit fing Paul an, ins Bordell zu gehen, zweimal in der Woche, mit der Regelmäßigkeit eines alternden Beamten, um dann von der Köstlichkeit erfundener Mädchenkörper zu erzählen, die er natürlich mit berühmten Bildern verglich. Er berichtete Geheimnisse von der und jener Haustochter und beschrieb Brüste, die er gesehen und gefühlt haben wollte. Immer noch malte, zeichnete, komponierte und dichtete er. Als seine Schwester sich verlobte, mit einem Rittmeister übrigens, machte er ein längeres Gelegenheitsgedicht, vertonte, spielte und sang es. Später, weil sein Schwager Interesse für Maschinen hatte, begann auch Paul, sich für die Technik zu interessieren und den Motor seines Autos, es war eines der ersten in der Stadt, eigenhändig zu zerteilen. Schließlich nahm er Reitstunden, um seinen Schwager in der Reitallee im Tannenwäldchen zu begleiten. Die Bürger der Stadt fingen an, nachsichtiger mit dem alten Bernheim gegenüber zu werden, weil es ihm gelungen war, der Heimat ein Genie zu schenken. Manch einer von den Feinden Bernheims, der sich lange Zeit verletzt gefühlt hatte, begann, weil in seiner Familie indessen eine heiratsfähige Tochter heranwuchs, Felix Bernheim wieder untertänig zu grüßen. Um jene Zeit verbreitete sich das Gerücht, dass Herrn Bernheim eine große Auszeichnung bevorstehe. Einige sprachen von einer Erhebung in den Adelsstand. Es war lehrreich zu beobachten, wie diese Aussicht auf den Adel Bernheims die Gehässigkeit seiner Gegner beruhigte. Der zukünftige Adel Bernheims erschienen als eine ausreichende Erklärung für den Hochmut der Bürgerlichen. Man kannte nunmehr die wissenschaftliche Grundlage seines Stolzes und fand ihn also berechtigt. Denn nach der Meinung der Stadt war die Arroganz die Zierde des Adligen, des Geadelten und sogar noch desjenigen, der bald geadelt werden sollte. Es ist unbekannt, welche wirklichen Grundlagen jenes Gerücht hatte. Vielleicht wäre Herr Bernheim nur ein geheimer Kommerzienrat geworden. Aber da ereignete sich etwas Unerwartetes, Unwahrscheinliches. Eine Geschichte, die so banal ist, dass man sich schämen würde, sie zum Beispiel in einem Roman zu erzählen. Eines Tages kam ein Wanderzirkus in die Stadt. Während der zehnten oder elften Vorstellung geschah ein Unfall. Eine junge Akrobatin fiel vom Trapez, gerade in die Loge, in der Herr Felix Bernheim saß. Allein, denn seine Familie hielt Zirkusvorstellungen für vulgäre Spektakel. Man erzählte später, Herr Bernheim hätte die Künstlerin geistesgegenwärtig in den Armen aufgefangen. Aber das ist nicht genau festzustellen. Ebenso wenig, wie jenes Gerücht noch zu kontrollieren ist, das wissen will, er hätte sich seit der ersten Vorstellung für das Mädchen interessiert und ihr Blumen geschickt. Sicher ist, dass er sie ins Krankenhaus brachte, sie besuchte und sie nicht mehr mit dem Zirkus abreisen ließ. Er mietete ihr eine Wohnung und hatte den Mut, sich in sie zu verlieben. Er, der Stolz des Bürgertums, der Anwärter auf den Adelsstand, der Schwiegervater eines Rittmeisters, verliebte sich in eine Akrobatin. Frau Bernheim erklärte ihren Mann, »Du kannst deine Mätresse ins Haus nehmen. Ich fahre zu meiner Schwester.« Sie fuhr zu ihrer Schwester. Der Rittmeister ließ sich in eine andere Garnison versetzen. Das Haus der Bernheims war nur noch von den zwei Söhnen und den Dienstboten bewohnt. Die gelben Gardinen hingen monatelang vor den Fenstern. Der alte Bernheim allerdings veränderte sein Gehaben nicht. Er blieb hochmütig. Er trotzte aller Welt. Er liebte ein Mädchen. Von seiner Auszeichnung war keine Rede mehr. Es war vielleicht die einzige mutige Tat, die Felix Bernheim in seinem Leben gewagt hatte. Später, als sein Sohn Paul eine ähnliche hätte wagen können, dachte ich an die des Vaters und es wurde mir wieder einmal an einem Beispiel klar, wie die Tapferkeit sich im Ablauf der Geschlechter erschöpft und um wie viel schwächer die Söhne sind, als die Väter waren. Das fremde Mädchen lebte nur ein paar Monate in der Stadt. Als wäre sie nur zu dem Zweck vom Himmel gefallen, um Felix Bernheim noch in den letzten Jahren seines Lebens zu einer mutigen Handlung zu verführen, ihm noch einen flüchtigen Schimmer Schönheit zu schenken und seine echte Erhebung in der natürlichen Adelsstand zu vollziehen. Eines Tages verschwand das Mädchen. Vielleicht, wenn man einen romanhaften Abschluss dieser romanhaften Geschichte will, kam der Zirkus wieder in die Gegend und das Mädchen sehnte sich schon nach ihrem Trapez. Denn auch die Akrobatik kann eine Berufung sein. Frau Bernheim kehrte zurück. Das Haus belebte sich mäßig. Paul, den das Abenteuer seines Vaters traurig gemacht hatte, weil die erwartete Auszeichnung ausgeblieben war und weil der Rittmeister verschwand, erholte sich später schnell und fand sogar eine Freude an der Tatsache, dass sein Alter doch ein Kerl sei. Im Übrigen bereitete er seine Abreise vor. Bald durfte er ein neues Leben beginnen. Kapitel 2 Er bestand, wie vorauszusehen war, das Abitur mit Auszeichnung. Von nun an trug er ein paar neue Anzüge. Die alten Schülerkleider schienen ihm ungesund, wie Gewänder, die man während einer langen epidemischen Krankheit getragen hat. Die neuen Anzüge waren locker, hell, von unbestimmter Färbung, weich und haarig, leicht und warm. Die Stoffe kamen aus England, dem Land, in das Paul Bernheim gehen wollte. Keiner von all den jungen Leuten ging nach England. Ein einziger, der die zage Absicht äußerte, in Paris perfekt Französisch zu erlernen, erschien den anderen verdächtig. Aber der alte Bernheim hatte einmal in einer Gesellschaft gesagt, meinen Sohn schicke ich in die Welt, sobald er das Abitur hat. Und die Welt war für einen gewissen Kreis von gehobenen Bürgern England. Diese Herren ließen schon seit einigen Jahren ihre Anzüge aus England kommen, waren Mitglieder von Flottenvereinen, rühmten die britische Politik und die britische Verfassung, trafen König Edward VII. oft und wie von ungefähr auf der Marienbader Promenade, machten Geschäfte mit Engländern, tranken Whisky und Grox, obwohl ihnen Pilsner Bier schmeckte, schlossen sich in Clubs zusammen, obwohl sie sich lieber im Kaffeehaus getroffen hätten, simulierten Schweigsamkeit, obgleich sie berät von Natur waren, wurden Sammler von verschiedenen nutzlosen Gegenständen. Weil sie sich einbildeten, ein wohlgeborener Mann müsse einen Spleen haben, trieben Gymnastik in den Morgenstunden, verbrachten den Sommer an den Küsten und auf den Meeren, um eine Salzluft und windgerötete Haut zu bekommen und erzählten Wunder vom Londoner Nebel, der Londoner Börse, den Londoner Polizisten. Manche gingen so weit, well, statt ja zu sagen, und englische Zeitungen zu abonnieren, die viel zu spät kamen, als dass man aus ihnen noch Neuigkeiten hätte erfahren können. Aber die Abonnenten nahmen Ereignisse, die sie noch nicht auf Englisch gelesen hatten, vorläufig nicht zur Kenntnis. Warten wir ab, sagten sie, wenn etwas geschah. Ja, morgen kommt die Zeitung. Ihre Kinder lernten Englisch wie Deutsch sprechen. Und eine Zeit lang sah es aus, als wügs eine kleine angelsächsische Nation mitten in der Stadt heran, um sich gelegentlich freiwillig dem britischen Imperium einverleiben zu lassen. Man musste in dieser Stadt, die einen durchaus kontinentalen Charakter hatte, in der niemals die Spur von einem Nebel zu ahnen war, so essen, trinken, gekleidet sein, wie an den Meerumrauschten Küsten von England. Sobald Paul seine englischen Anzüge ein paar Wochen getragen hatte, erklärte er, einige Jahre in England bleiben zu wollen. Und wahrscheinlich in der Angst, man könnte den Wert eines Studiums und eines Lebens in England leicht unterschätzen, erzählte er, Die Bedingungen, in ein englisches College zu kommen, sind gar nicht so leicht, wie man sich einbildet. Ein Ausländer muss überhaupt von zwei repräsentativen Engländern empfohlen werden, sonst kommt er im Leben nicht hinein. Und vor allem muss man sich tadellos benehmen können, was bei uns ja leider so selten ist. Ich gehe nach Oxford. Nächste Woche übe ich mich noch im Schwimmen. Es klang, als hätte er die Absicht, das College schwimmend zu erreichen. Da nach der Vorstellung, die er sich von den Engländern machte, mit Kunstgeschichte bei ihnen wenig auszurichten war und sie eine sozusagen praktische Veranlagung hatten, beschloss er, Staatswissenschaften zu studieren, Geschichte und Jurisprudenz. Von den Bildern und Malern war keine Rede mehr. Ehe man es sich versah, standen alle wissenschaftlichen Werke, die er brauchte, in seiner Bibliothek. Aus den Prospekten wusste er bereits, wie es in Oxford zugeht. Er erzählte Geschichten aus Oxford, als wäre er von dort hergekommen und nicht erst im Begriff eben hinzugehen. Merkwürdiger aber noch als die Tatsache, dass er von den Colleges mit der Autorität eines langjährigen Kenners sprach, war das Interesse und die Gläubigkeit der Leute, die ihn fragten. Und nicht nur er, sondern auch sein Vater erzählte von Oxforder Studien und alle Mitglieder des Clubs, dem der alte Bernheim angehörte, zitierten zu Hause den Stundenplan von Oxford. Und alle heiratsfähigen Mädchen erzählten einander, Paul geht nach Oxford. Sie sagten Paul, ebenso wie ihn eine ganze Schicht des Bürgertums nannte. Er war ihr Liebling. Es ist das Schicksal der liebenswürdigen Männer, von fremden Menschen beim Vornamen gerufen zu werden. Paul fuhr nach Oxford an einem schönen Juni-Tag, von einigen jungen Damen zur Bahn begleitet. Seine Eltern hatten schon eine Woche früher die Stadt verlassen, waren in die Sommerferien gefahren, weil Pauls Mutter erklärt hatte, Paul trug einen seiner Anzüge von unbestimmter Färbung, hielt eine kurze Pfeife im linken Mundwinkel und stand, wie eine Figur seiner Modezeitschrift, am Coupé-Fenster. Während der Zug aus der Halle rollte, warf er mit bewundernswerter Geschicklichkeit den drei schönsten Mädchen je eine Rose zu. Nur eine einzige fiel zu Boden, das Mädchen bückte sich und als es wieder aufblickte, war Paul bereits außer ihrer Sichtweite. Er war endgültig fort und die Stadt schien es an diesem stillen Sommerabend zu fühlen. Sie war traurig. In gewissen Abständen kam an den und jenen ein Brief von Paul Bernheim. Es waren Musterbriefe, Gentleman-Briefe. Auf dreifach gefalteten Papier, das an pergamentene Urkunden erinnerte und an dessen linken oberen Rand in erhabene Buchstaben Pauls Monogramm in dunkelbläulicher Tönung glänzte, marschierten die breiten Antiqualettern ein wenig verwöhnt, ein wenig gespreizt, in großen Abständen und mit breiten Rändern. Der Absender nannte sich nie auf dem Umschlag. Ungefähr in der Mitte des Kuverts erhob sich in dunkelbläulichem Siegellack das Monogramm, ein P, das im Bauch des B kunstvoll eingelagert war, wie eine Frucht im Mutterleib. In diesen Briefen herrschte meist ein sehr allgemeiner, konventioneller Ton. Fachausdrücke aus dem Gebiet des Sports, erschütternd fremde Bezeichnungen für Ruder und Segelboote wechselten mit vornehmen Familiennamen ab und kurze einsilbige Rufnamen der Kameraden Bob, Ted und Pitt waren wie Knallerbsen in die Texte eingestreut. Eines Tages ließ er sich in London von einem Konsulararzt in die Armee einreihen. Er bekam einige Jahre Aufschub. Selbstverständlich wurde er der Kavallerie zugeteilt. Seine Aufnahme in den Soldatenstand teilte er folgendermaßen mit. Also, mein Lieber, nun ist es soweit. Kavallerie, hoffe Dragona. Altem sofort telegrafiert. Zwei Jahre Aufschub. Bis dahin reite ich echtes Wildwest. Habe hier Gaul gekauft. Kentucky getauft. Leckt mir das Gesicht. Hat Charakter wie ein Kater. Arzt war großartig. War auch der schönste Bursche da oben. Kunststück. Die anderen lauter Handelsangestellte. Ein einziger Arbeiter. Armselige Rasse. Dennoch genommen. Als wäre Krieg. Dann zwei Tage London geblieben. Rumgetrieben in finstersten Winkeln. Wieder mal Frauen gesehen nach der langen Klostermoral im College. An den Katecheten gedacht. War doch ein famoser Mann. Lebt er noch? Also mein Alter. Noch ein Jahr, dann bin ich zwei Wochen zu Hause. Muss rasch hinaus. Üben zur nächsten Woche. Monströs. Fechtturnier mit Ball anschließend. Habe Tanz fast ganz verlernt. Muss neu ran. Du siehst allerhand zu tun. Gut Glück und Prosit. Er schrieb ähnliche Briefe nach Hause. Es schien, dass er eigentlich gar nichts mitzuteilen hatte und dass seine Korrespondenz nur die unerbitterliche Folge eines Stundenplans im College war, in dem das Schreiben an die Lieben daheim ebenso ein Gebot war wie das Fechten und Rudern. Ich möchte nur wissen, sagte der alte Bernheim im Club, wann die Bengel Zeit haben zu lernen. Von der Wissenschaft schreibt er gar nichts. Der Fabrikant Lang, der die besten Beziehungen zu England hatte, ließ keinen Zweifel an der Unterrichtsmethode der Colleges zu und meinte, nicht ohne eine gelinde Indignation zu zeigen, Die Engländer werden schon wissen, was sie zu tun haben. Sehen Sie sich bitte die englischen Herren an. Die wissen mehr als wir. Ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Sehen Sie, das ist das Prinzip. Mens sana in corpore sanu riefen darauf hastig vier oder fünf Herren auf einmal und sie riefen es so durcheinander, dass es nur einem gelang, das Zitat zu Ende zu sprechen. Der Herr Lang, dem es leid tat, dass er die klassische Weisheit nicht selbst in der Ursprache vorgebracht hatte, beeilte sich, die Karten auf den Tisch zu werfen und zum ersten Male seit Jahren wieder Alea eacta est zu sagen. Somit war festgestellt, dass alle angelsächsisch orientierten Herren vollkommene Humanisten waren und das Tarok begann. Es ist vielleicht günstig, bei dieser Gelegenheit nachzutragen, dass jenes amoröse Abenteuer des alten Herrn Bernheim kaum ein paar Wochen nach dem Verschwinden der Künstlerin aus dem Gedächtnis der Menschen spurlos verweht war. Es war geradezu eine Leistung an Vergesslichkeit, wenn man die immerhin noch beträchtliche Anzahl der Feinde und der Neider Felix Bernheims in Betracht zieht. Beinahe hätte man daraus schließen können, dass die Menschen es nicht gerne haben, wenn selbst eine ihrer ungeliebten Autoritäten Gefahr läuft, sich zu blamieren. In der Tat hatte die Geschichte keine anderen Folgen von Dauer gehabt, als die Versetzung des Schwiegersohnes und die Übersiedlung der Tochter. Frau Bernheim residierte längst wieder in ihrem rechtmäßigen Heim. Vielleicht behielt sie noch eine Bitterkeit gegen ihren Mann in ihrem Herzen, aber sie verhielt sich musterhaft, wie man damals von ihr sagte, und sie verriet gar nichts. Sie hatte einen beschränkten, aber innerhalb seiner engen Grenzen sehr gut funktionierenden Verstand. Allerdings war sie oft geneigt, ihn zu überschätzen. Es kam vor, dass sie eine Meinung über einen Minister äußerte, über einen Dichter, über die Renaissance und über die Religion und über alles in der gleichen geringschätzenden Weise, mit der sie vom Hauspersonal zu sprechen gewohnt war. Es kam vor, dass sie mit verwöhnter Stimme eine Turheit sagte, die man gewiss sympathisch und sogar charmant gefunden hätte, wenn sie 30 Jahre jünger gewesen wäre. Ja, es schien, dass ihr hübscher, kräftiger Mund einmal so lange alle Welt mit Dummheiten entzückt hatte, dass seine Besitzerin allmählich den Glauben gewann, es wäre charmant, sich in alles zu mischen, was sie nicht kannte. Sie vergaß es so sehr, dass immer noch trotz ihrer grauenden Haare, die sie sagte, nachzufärben begann, in den Augenblicken, in denen sie einen törichten Satz aufsagte, ein alter, mädchenhafter Glanz in ihre schlaff gewordenen Züge kam, wie durch ihre Vergesslichkeit heraufbeschworen, und dass man für die Dauer einer Sekunde den lieben Schatten ihrer Jugend über ihr Angesicht wehen sah. Aber der Schatten verschwand sehr schnell, und der Klang der Dummheit schwebte lange im Zimmer. Die Bestürzung der Zuhörer dauerte und wuchs noch, sobald Herr Bernheim den vergeblichen Versuch machte, die Situation durch einen geschmacklosen Witz zu retten. Seit wie vielen Jahren geriet er immer wieder in die gleiche Verlegenheit. Er allein unter allen Anwesenden wusste, wie erschreckend der Unterschied zwischen dem naiven Wort war, das einmal die blühenden Lippen seiner Frau geboren hatten, und demselben naiven Wort, das jetzt den Erblasten entfuhr. Er erschrak und machte einen Witz, wie einer einen Schrei ausstößt, wenn er erschrickt. Die Frau Bernheim aber wurde bei solchen Gelegenheiten indigniert. Sie schmollte, wie sie es einst in der Jugend mit so viel Erfolg getan haben mochte, und sie erschien infolgedessen um weitere zehn Jahre gealtert. Übrigens glaubte sie ein gutes Recht, auf weise Meinungen zu haben. Sie war überzeugt, dass die Bildung, von der sie viel hielt, nicht nur ein Vorrecht der besseren Stände wäre, sondern auch ihr Erbteil, und dass es genügte, einen reichen Mann zu haben und einen Sohn, der eine Bibliothek besaß, um über gebildete Themen sprechen zu können. Sie war einmal hübsch gewesen, und man hatte sie verwöhnt. In ihrem breiten, sauber geschnittenen Gesicht, sie hatte das gleiche Haar und die gleiche Hautfarbe wie ihr Sohn Paul, lag eine unerschütterliche Ruhe, die kalte, unzugängliche Ruhe, die an ein geschlossenes Tor erinnerte, nicht etwa an die Freie eines einsamen Landes. Ihr Gesicht kannte keine Sorgenfalte, schien schon die Falten des Alters als eine Beleidigung und als fremde, ungebetene Gäste zu empfinden. Ihre blanken, grauen, koketten Augen blickten werbend und feindselig zugleich. Man hätte ihren Blick für einen Königlichen halten können, und dafür hielt sie ihn selbst, wenn er nicht so deutlich verraten hätte, woran er sich übte. An Vorhängen, Kleidern, Ringen und Colliers, sogenannten Interieur und an den Gegenständen des Haushalts. Ja, an den Gegenständen des Haushalts. Denn die Frau Bernheim hatte neben dem Ehrgeiz, fürstlich zu wohnen und eine königliche Erscheinung abzugeben, auch noch den, eine bescheidene Frau zu sein. Wenn sie vor Weihnachten überflüssige Stickereien an überflüssigen Decken anbrachte, um irgendjemanden zu überraschen, so war sie überzeugt, eines jener Opfer zu bringen, das die Tugend der Sparsamkeit bestätigt, und sie bereitete sich einen süßen, angenehmen Schmerz, der fast so wohltat wie weinen. »Sieh her, Felix«, sagte sie, »die Frau Lang macht das sicher nicht selbst.« »Du brauchst es ja auch nicht so tun«, erwiderte Felix. »Wer soll's denn machen? Willst du dein Vermögen dafür zahlen?« »Ich kann überhaupt darauf verzichten.« »Ja, und wenn's nicht da wäre, würdest du ein Gesicht machen.« »Sieh lieber die Knöpfe an meinem Winterrock nach. Heute ist mir einer heruntergefallen.« »Gib ihn her«, sagte darauf die Frau Bernheim erfreut. »Auf die Liese ist ja doch kein Verlass. Alles, alles muss man selbst machen.« Und mit dem heiteren Seufzer, der die Arbeit schwerer erscheinen lässt, sie kostbarer macht und das Gewissen der Arbeiterin beruhigt, begann Frau Bernheim, den Knopf zu befestigen. »Paul schreibt mir«, begann sie auf einmal, »dass du ihm zu wenig schickst.« »Ich weiß, was ich tue.« »Ja, aber du kennst nicht Oxford.« »Du kennst es nicht besser.« »So? Mein Vetter Fritz? War er nicht an der Sorbonne?« »Das ist ganz was anderes, und überhaupt ist das gar nichts.« »Aber Felix, ich bitte dich, sei nicht grob.« Und Felix überlegte, ob er vielleicht grob gewesen war. Er schwieg. Schließlich hatte Frau Bernheim alles vergessen. »So, jetzt sitzt der Knopf ewig«, sagte sie mit der Freude eines Kindes, »und man ging schlafen.« Von Theodor, dem jüngeren Sohn, war selten die Rede. Da er dem Vater ähnlicher war als der Mutter, wenigstens behauptete es Frau Bernheim bei jeder Gelegenheit, schätzte man ihn im Hause nicht als genial wie seinem Bruder. Denn Frau Bernheim hielt ihren Mann für ein Glückskind. Sie traute ihm keine Kenntnisse zu und auch nicht die Fähigkeit, welche zu erwerben. Sie hatte die Geringschätzung für Geschäfte und Kaufleute, die manche Töchter gutbürgerlicher Familien in den 90er Jahren zugleich mit ihrer Bildung mitbekamen, mit der Aussteuer, dem Klavierspiel und der Pelletristik. Nach der Ansicht der Frau Bernheim rangierte etwa ein Staatsbeamter über einem Bankier. War ein Finanzmann unfähig, Kultur anzunehmen. Da ihr Vetter Rechtsanwalt gewesen war, blieb in ihren Augen ihre Ehe für ewige Zeiten eine Messe Allianz. In jüngeren Jahren hatte sie noch hier und da daran gedacht, ihren Mann mit einem Akademiker oder einem Offizier zu betrügen, um durch einen Beischlaf mit einem gesellschaftlich Würdigeren eine Genugtuung für die Hingabe an einen gewöhnlichen Bankier zu erlangen. Wenn man hörte, wie Frau Bernheim, die natürlich ihre Nerven hatte, die Worte »Aber Felix« ausrief, wie sie, wenn der Wind ein Fenster oder eine Tür zuschlug, über »dieses laute Haus« jammerte, oder wenn ihr Mann zufällig einen Stuhl umwarf, ihm »Benehm dich vorsichtiger« sagte, »so konnte man in diesen Wendungen die unermessliche Kränkung erkennen, die das Schicksal der Frau Bernheim zugefügt hatte.« Und dennoch wusste sie oft, ihrem Mann einen überraschend guten Rat zu geben, geschäftliche Gefahren vorauszusehen, böse Absichten gewisser Personen zu wittern, ein hellsichtiges Misstrauen gegen Dienstleute, Rechnungen Lieferanten zu hegen, Ordnung im Haus zu halten, Sommerreisen zu organisieren und in Schaffnern, Seeoffizieren und Hotelpersonal einen Respekt zu erzeugen. Sie besaß einen animalischen Haus- und Familieninstinkt. Er war die Quelle ihrer Vorsicht, ihrer Klugheit und auch ihrer Güte, die allerdings ihre Grenze an dem dichten Drahtgitter des Gartens fand. Außerhalb des Gitters begann ihre Härte, ihre Unerbittlichkeit, ihre Blindheit und ihre Taubheit. Sie unterschied zwischen Armen, die auf irgendeine Weise einen Zutritt in ihr Haus bekamen, und den Bettlern, die sich nur in den Straßen aufhielten. Und sie verstand ihre Wohltätigkeit dermaßen zu organisieren, dass ihr Herz nur an bestimmten Stunden bestimmter Tage zu funktionieren brauchte. Dermaßen und in regelmäßigen Abständen Gutes zu tun, war ihr ein Bedürfnis. Erzählte man ihr aber zum Beispiel von einem Unglück, das eine fremde Familie betroffen hatte, so galt ihr Interesse den näheren Umständen, unter denen sich jenes Unglück zugetragen hatte, ob es zum Beispiel ein Mittwoch gewesen war oder ein Donnerstag, Nacht oder Tag, die Straße oder das Zimmer. Dennoch hätte sie trotz ihrer Neugier, die Details zu erfahren, sich um keinen Preis in die Nähe des Unheils begeben. Denn sie miet Unglück und Krankheit, Friedhöfe und Kondolenzpflichten. Sie vermutete überall Ansteckungsgefahren. Wenn ihr der Mann einmal sagte, der Lang oder der Staufer oder die Frau Wagram ist krank, so erwiderte sie regelmäßig, geh nur nicht hin, Felix. Jeder Fanatismus macht grausam, auch der des Wohlergehens. Sie sehnte sich nach ihrem Sohn Paul. Sie las seine strammen Briefe einige Mal, wusste niemals, was sie enthielten und bemühte sich, zwischen den Zeilen zu erkennen, ob ihr Kind gesund war oder ob er eine Krankheit verheimlichte. Denn sie hielt ihn für einen edlen Buben, den Leid stumm macht. Sie schrieb ihm zweimal in der Woche, keine Antworten, auch keine Mitteilungen, sondern nur Worte, Buchstaben, die Küsse und Berührungen ersetzten und eine körperliche Beziehung herstellten. Paul überflog diese Briefe und verbrannte sie. Er war mit seiner Mutter unzufrieden. Er hätte sich eine echte Lady als Mutter gewünscht. Zu einer solchen dichtete er sie um, wenn er in die Lage geriet, Fremden von ihr zu erzählen. Manchmal träumte er davon, sie noch einmal zu erziehen. Er stellte sich vor, dass er mit ihr auf einem englischen Landsitz wohnen würde. Sie sollte weißes Haar haben, Hadi lesen und die Ehefurcht des Adels genießen. In seinen Erzählungen nahm sie die Formen, die Umrisse, den Charakter und die Bedeutung an, die sie sich selbst beizumessen liebte. Sprach er von seinem Vater, so karikierte er ihn leicht nach den Tendenzen seiner Mutter. Aber er sprach selten von seiner Heimat und von seinem Haus, weil er die Wahrheit nicht erzählen konnte und dem Lügen unsicher war. Er sollte noch mindestens anderthalb Jahre in England bleiben. Aber eines Tages erhielt er ein Telegramm, das ihn nach Hause rief. Der alte Bernheim hatte sich vor einer Woche auf eine weite Reise begeben. Er wollte sich nach Ägypten einschiffen, der Gicht wegen. Aber er starb, als er in Marseille den Dampfer betrat. Er befand sich in Gesellschaft einer jungen Dame, die er für seine Tochter ausgegeben hatte und die vielleicht, wer kann es wissen, die mittelbare Ursache seines unerwarteten Todes war. Man fand, als man seine Leiche holen kam, kein Geld mehr bei ihm. Einige wollten wissen, dass jenes junge Mädchen die Akrobatin gewesen war. Aber die Menschen sind leicht geneigt, die einfachsten Ereignisse romanhaft auszulegen. Wahrscheinlicher ist, dass die Neigung des alternden Mannes für junge Mädchen im Allgemeinen groß war und seine Treue zu einem bestimmten und übrigens nicht leicht zu eruierenden eine Erfindung. Immerhin war sein Tod an Bord eines Schiffes, an der Schwelle des Meeres und im Arm eines hoffentlich hübschen Kindes freier und würdiger als der größte Teil seines Lebens oder wenigstens des bekannt gewordenen Lebens. Denn es ist möglich, dass Herr Felix Bernheim niemals eine ganz eindeutige Existenz geführt hatte. Es ist möglich, dass er wirklich, wie sein Sohn Paul sagte, ein Kerl gewesen war, breitspurig, gesund, glücklich und leichtsinnig. Sein Schwiegersohn, der Rittmeister, holte den Toten ab. Paul kam zum Leichenbegräbnis. Frau Bernheim weinte am Grabe, vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben. Sie stand in der Mitte ihrer Kinder. Ihre hübschen, kalten Augen waren rot. Sie erinnerten an blutige, blanke Eisstückchen. Herr Bernheim wurde in einer marmornen Gruft beigesetzt. Auf der breiten, blau geederten Platte stehen alle seine Verdienste in einfachen, schwarzen Buchstaben verzeichnet, die würdiger sind als die Inschrift Sanssouci über seiner Villa. Aber der trauernde Engel, der sich über das Kreuz lehnt, ist doch ein Bruder jener kleinen Engelchen, die den First des Bernheimschen Hauses ziehen. Kapitel 3 Allmählich wurde Paul wieder eine kontinentalere Natur. Sie schien zu der dunklen und maßvollen Kleidung zu passen, die er während der Trauer nach seinem Vater trug. An eine Rückkehr nach England konnte er vorläufig nicht denken. Von den Geschäften verstand er wenig. Er wusste nicht, ob er in der Bank bleiben oder weiter studieren sollte, auch nicht, was er studieren sollte. Sein Vater hatte drei verschiedene Testamente hinterlassen, aber alle drei stammten aus einer weit zurückliegenden Zeit. Man begann, Geheimnisse im Hause Bernheim und in der Bank zu vermuten. Gerüchten war zu entnehmen, dass der Reichtum der Bernheims bedeutend geringer sei, als man angenommen hatte. Paul äußerte nichts Bestimmtes über seine nächsten Pläne. Er sprach vom College immer noch, aber er erzählte, nachdem er es kennengelernt hatte, dasselbe wie einst, als er es nur aus den Prospekten gekannt hatte. Er saß stundenlang in dem Büro seines Vaters, sah gelangweilt in Bücher, sprach mit Sekretären und alten Beamten, unaufhörlich in der Angst, bei einer Unkenntnis ertappt zu werden und sich von den anderen ausnützen zu lassen. Etwas vom Misstrauen seiner Mutter, etwas von ihrer beschränkten Kälte wurde jetzt an Paul sichtbar. Niemals hätte er etwa vor einem älteren Beamten sein Unverständnis zugegeben. Schließlich hatte er noch die Ratschläge seiner Mutter zurückzuweisen und eines ihrer Brüder, mit denen der alte Bernheim immer im Streit gelebt hatte und die jetzt langsam auf dem Plan zu erscheinen begannen. In dieser unangenehmen Lage befand sich Paul, als der Krieg ihm zu Hilfe kam. Seine Begeisterung galt vom ersten Augenblick an dem Vaterland, den Pferden, den Dragonern. Frau Bernheim, die überzeugt war, dass der Tod nur die armen Infanteristen treffen werde, hatte wieder einen Anlass, auf ihren Sohn stolz zu sein. Als er zum ersten Mal in der Uniform vor ihr stand, denn er rückte schon in militärischen Kleidern ein, obwohl er noch nie Soldat gewesen war, weinte sie. Erstens vor Freude über Pauls männliche Schönheit, zweitens, weil ihr Mann ihn nicht mehr sehen konnte, drittens, weil sie der Anblick einer Uniform immer rührte. Dies war ein Rückfall in ihre Mädchenzeit. Der Tradition des Dragoner-Regiments getreu, die sich übrigens im Laufe der Zeiten und infolge des Krieges abgeschwächt hatte, ließ sich Paul ein kleines, bürstenartiges Schnurrbärtchen stehen. Er sah aktiver aus als die anderen einjährig Freiwilligen. Seine Reitkunst, seine Haltung, seine Gesinnung und seine Uniform hätten in einem Fremden den Eindruck erwecken können, dass Paul Bernheim aus einer alten, kavalleristischen Familie stammte. Seinen bürgerlichen Stand machte er unter so viel Adel durch seine Haltung wett. Und seinen Namen unterschrieb er von nun an so undeutlich, dass es von Bernheim wie Bernheim heißen konnte. Trotzdem musste er infolge einer Verfügung, die ihn ebenso erschreckte wie andere die Einberufung, die Kavallerie verlassen. Der Staat verlor dank seiner Vorurteile einen ausgezeichneten Offizier, einen Helden vielleicht. Denn es ist kein Zweifel, dass in Paul Bernheim die Eitelkeit die Quelle des patriotischen Heorismus gewesen wäre. Jener Verfügung zufolge aber musste er Verpflegungsoffizier werden. Wie viele hätten gerne mit ihm getauscht. Er aber wurde fast in der Stunde, in der er die Dragona verließ, ein erbitterter Kriegsgegner. Ein anderer Weg zur Bedeutung schien sich ihm zu öffnen. Er begann mit Pazifisten zu verkehren, in kleinen, verbotenen und rebellierenden Blättern zu schreiben, in geheimen Versammlungen der Kriegsgegner zu sprechen. Und obwohl er weder ein begabter Journalist noch ein Redner war, erregte er in der Gesellschaft der kleinen Leute, der einfachen Soldaten, der Deserteure, der Revolutionäre, ein gewisses Aufsehen dank seinem Offiziersgrad, seiner gutbürgerlichen Erscheinung, der sichtbaren Abkunft aus einem guten Hause. Der Klang seiner Sporen, denn auch als Verpflegungsoffizier gehörte er zu den Berittenen, die olivenfarbene Zartheit seines Törns, die weichen Bewegungen seiner Arme und Hüften faszinierten die Menschen. Und da er die Portion Heorismus, die er dem Vaterland zugedacht hatte, den Kriegsgegnern schenkte, gehörte ihm die Dankbarkeit der Verfolgten. Sie wurden stolz auf ihn, und dieser Stolz kam aus denselben Quellen, denen sonst ihr Hass gegen die anderen Angehörigen der führenden Gesellschaftsklasse entsprang. Alle Überläufer werden überschätzt. Diesem Gesetz hatte Paul Bernheim seine Bedeutung in revolutionären Kreisen zu verdanken. Es war lehrreich zu beobachten, wie Pauls rebellische Gesinnung keineswegs den Glanz seiner äußeren Erscheinung zu vermindern imstande war. Klärend und schimmernd ging er dahin. Die Koketerie des Heorismus machte er sich zu eigen wie die rebellische Gesinnung. Mehrere Plaketten an der Mütze, Schnüre an einer engen Litewka, einen kurzen Dolch anstelle eines Seitengewehrs an einem knarrenden roten Ledergehänge, weiche gelbe Stiefel und Reithosen von einer ungewöhnlichen Breite. So ging er dahin, ein Gott der Verpflegungsbranche. Sein Dienst bestand im Einkauf und in der Requisition von Vieh und Getreide und vollzog sich im Hinterland, in der Etappe und in besetzten Gebieten. Er fuhr durch Städte und Länder, aß und schlief bei Gutsbesitzern, die sich von ihrer Vaterlandsliebe nicht abhalten ließen, um eine Zubilligung übertriebener Preise bei Paul zu werben und um die Milderung der Requisitionen. Auf ihn übten die Freundlichkeiten seiner Opfer keine Wirkung. Der Staat hatte einen Helden verloren und einen unbestechlichen Verpflegungsoffizier gewonnen. Denn Paul requirierte und drückte die Preise mit dem Ressentiment eines Revolutionärs. Seine Gesinnung unterstützte seine dienstliche Aufgabe und die Furcht, mit dem seine Opfer begegneten, schmeichelte ihm ebenso sehr, wie die Schätzung, deren er sich bei den Kriegsgegnern erfreute. Im Übrigen schätzte man auch seine dienstliche Gewissenhaftigkeit. Sie behütete ihn vor jedem Verdacht und also gelang ihm wie wenigen die Vereinigung militärischer Tugenden mit einer antimilitaristischen Gesinnung. Ebenso wie er einmal im Stande gewesen war, vernünftige Bücher zu lesen, kluge Gespräche zu führen und dann in der Gesellschaft der Mädchen willige Torheiten zu sagen, so konnte er jetzt in Offizierscasinos und auf Landsitzen plaudern, Operettenschlag auf dem Klavier spielen und sich dem Tanz hingeben kommen und gleichzeitig seinen nächsten Artikel zurechtlegen, über die Möglichkeiten einer Demonstration nachdenken, seine Rede vorbereiten. Verworren sind in den Herzen und Herren einer Menschen Überzeugung und Leidenschaften und es gibt keine psychologische Konsequenz. Eines Tages lernte Paul den Gutsverwalter Nikita Besporotko kennen, ein paar Meilen südlich von Kiew. Besporotko rühmte sich einer alten Kosakenfamilie zu entstammen. Stark, unerschrocken, schlau und verwegen, hatte Nikita schon mehrere Requisitionen abgewehrt, Einkäufer der Armee um ansehnliche Summen betrogen, Befehle sabotiert, Lieferungen falsch ausgeführt, statt der assentierten gesunden Pferde, Kranke und Erblindete der Armee zugeführt. Zum ersten Mal stieß er bei Paul Bernheim auf einen Widerstand. Paul erstattete gegen den Kosaken die Anzeige, aber es kam zu keiner Verhandlung. Einmal begegneten Paul und der Ukraine einander auf dem Bahnhof in Schmerinka. Guten Tag, Herr Leutnant, sagte der Kosak. Sie sind nicht eingesperrt? Wie Sie sehen, Herr Leutnant, ich habe meine Beziehungen. Sie tranken ein paar Gläschen. Sie saßen in einer improvisierten Schenke, einer dunklen und kahlen Holzbaracke, durch dessen winzige offene Fensterlupen der Wind strich und die Vögel flogen. Auf einmal sagte der Kosak, ich habe hier ein paar Flugzettel für Sie, Herr Leutnant. Ich lasse Sie verhaften, erwiderte Bernheim und erhob sich. Der Kosak stand an der Tür, die er überwachte, ein breites Lächeln im Angesicht, in der Rechten ein Messer. Hände hoch, rief er, das Lachen in der Stimme. Bernheim wusste nicht, ob der Ukrainer ein Spitzel war und im Dienst der militärischen Geheimpolizei stand, ob er ein Revolutionär war, ob er die Flugzettel nur durch einen Zufall bekommen hatte, ob er in der Besoffenheit sprach. Es wurde Abend, der Wind heulte. Paul Bernheim beschloss auf jeden Fall, die Flugzettel zu verlangen. Er konnte später immerhin sagen, dass er eine List angewandt hatte. Der Kosak warf ihm mit der linken Hand ein Bündel zu, immer noch an der Tür, rechten. In der Dämmerung schien er größer zu werden. Ein silberiger Glanz ging von seinem sandgelben Mantel aus, seiner hellgrauen Pelzmütze, seinen gelben Stiefeln aus rohem Leder, seinen grauen Augen. Er erreichte die Decke der Baracke. Bernheim fühlte sich in dem Maß kleiner werden, in dem er sich einbildete, den anderen wachsen zu sehen. Eine Furcht, aufgestiegen aus längst vergessenen Kinderjahren, Erinnerung an Gespensterträume, an schaurige Fantasien in dunklen Zimmern, Griff mit hunderttausend Armen nach dem erwachsenen Mann. Den Schnaps, den er sonst ohne Schaden zu trinken verstand, verwirrte ihn heute, weil er einen halben Tag nichts gegessen hatte. Weshalb bin ich nur mit dem Kerl hierher gegangen? Es war der einzige klare und ganze Satz, den er denken konnte. Sonst huschten nur halbe Sätze durch sein Hirn, und der Ausdruck letzte Stunde kehrte immer wieder, wie ein Schmerz, der für Augenblicke verschwindet, den man aber erwartet und den man begrüßt, weil die Qual des Wartens stärker ist als er. Plötzlich fiel Bernheim noch ein Wort ein. Ein Wort, dessen Torheit Pauls Entschluss in einer anderen Stunde nicht hätte bestimmen können. Eines jener leeren Worte, die als Bruchstücke traditioneller Leitsätze, pädagogischer Formeln, vorgeschriebener Lesebücher, für Kinder bearbeiteter Helden sagen, sich für ein ganzes Leben in unseren Gehirnen einnisten. Wie Fledermäuse reglos bleiben, solange wir wach sind und nur die erste Dämmernis unseres Bewusstseins abwarten, um wieder in uns herumkreisen zu dürfen. Ein solches Wort fiel Bernheim ein. Es hieß schmähliches Ende. Eine Vorstellung, die, so kindisch sie sein mag, auch einen klügeren Mann veranlassen kann, das, was man Männlichkeit nennt, zu mobilisieren. In Paul Bernheim lebten noch Vorstellungen, die er sich als Kriegsgegner und Rebell nicht eingestehen wollte, Vorstellungen von einem würdigen Tod zum Beispiel. Denn auch ein kurzer Dienst bei den Dragonern bleibt nie ohne jede Wirkung. Kaum hatte sein getrübtes Hirn jenes Wort geboren, als er das dümmste tat, was er in seiner Lage hätte tun können. Er griff nach seinem Revolver wie ein Held. Im Nu steckte das Messer Besporotkos in seinem rechten Arm. Paul konnte noch sehen, wie sich die Tür der Baracke sehr schnell öffnete und wie das letzte grünliche Licht des dämmernden Himmels in den nun völlig finsteren Raum einbrach. Dann fiel die hölzerne Tür wieder zu. Paul Bernheim hörte das Geräusch und wieder war es finster. Besporotko war fort. Paul versuchte nicht mehr das Messer aus seinem Arm zu ziehen. Die Dunkelheit des Raumes, die ihn umhüllte, schien in seinem Inneren eine andere, noch dichtere Dunkelheit zu erzeugen, die gleichsam aus dem Sehnerv ins Auge drang, ebenso wie die äußere Finsternis durch die Netzhaut. Finsternis innen und außen. Er wusste nicht, ob er die Augen noch offen hielt oder schon geschlossen hatte. In seinem Arm schien der Schmerz zu klingen, als gäbe das Blut, das an den Stahl schlug, einen metallenen Laut. Er wachte ein paar Stunden später mit verbundenem Arm auf einem Sofa im Zimmer des jüdischen Schankwirts, um sofort wieder einzuschlafen. Ein paar Tage später verließ er Schmerinka. Die Flugzettel waren verschwunden. Das Ganze erschien ihm jetzt unwirklich, ein Traum, und er begann fast zu zweifeln, ob er die Wunde wirklich von Besporotko empfangen hatte. Auch dieser blieb verschwunden. Immerhin hatte dieses Ereignis ihn aus der Sicherheit gebracht, in der er gelebt hatte. Der Krieg dauerte nun schon das dritte Jahr. Wer kann sagen, ob es Furcht war oder Gewissen, was Paul Bernheim jetzt veranlasste, seinen angenehmen Dienst aufzugeben und sich freiwillig an die Front zu melden. Es war, als hätte ihm der Tod, wie er so am Abend in der Baracke an ihm vorbeigegangen war, eine Ahnung von seiner roten und schwarzen und schrecklichen Süßigkeit geschenkt und dem Paul die Sehnsucht nach ihr geweckt. Er kümmerte ihre Zeitungen, ihre Reden. Er desertierte aus ihrem Lager, wie er einst zu ihnen desertiert war. So vielfältig und unbegreiflich ist der Mensch. Kapitel 4 Also ging Paul Bernheim an die Front. An einem trüben und kühlen Novembertag der Regen, der vom Himmel kam, vermischte sich mit dem Nebel, der von der Erde empor stieg, fuhr Bernheim als Einzelreisender ins Feld. Er war nunmehr Leutnant dem X-ten Infanterie Regiment, das seit einigen Wochen seine Stellungen am südlichen Teil der Ostfront bezogen hatte. Hast du Glück, hatten ihm die Kameraden im Kader gesagt, gerade jetzt gehen wir an die ruhigste aller Fronten. Vor einigen Tagen hättest du uns noch in den Alpen suchen müssen. In der Hölle. Paul hätte es vorgezogen, sein Regiment in den Alpen aufzusuchen, wo der Tod heimischer war als im Osten. Es störte seine Entschiedenheit, mit der er sich zur Infanterie gemeldet hatte und mit der sein bisheriges Leben endgültig von dem kommenden abzugrenzen entschlossen war, dass die Ostfront eine idyllische genannt wurde. In dem Stadium, in dem er sich jetzt befand, wünschte er sich die stärksten Erlebnisse, die größten Gefahren, die härteste Unwill. Es galt, wie er sich sagte, den glücklichen und seltenen Zustand seiner Entschlossenheit so gründlich auszunützen, dass er schließlich ein dauernder werde. Er fürchtete, dieser Zustand würde vorübergehen, ohne den erhofften Gewinn gebracht zu haben. Es war schließlich die alte Veranlagung Pauls, die ihn zur Kunstgeschichte, nach England, zur Kavallerie und zum Pazifismus gebracht hatte. So wie er einmal ein vollkommener Angelsachse hatte werden wollen, so versuchte er jetzt, ein vollkommener Infanterist zu werden. Aber von diesen geheimen Trieben wusste er selbst wenig. Über ihnen lag dicht und schwer, wie dieser Novembertag, eine trübe, neblige Gleichgültigkeit. Er saß schon seit Stunden allein in dem kalten Abteil zweiter Klasse. Der andere Passagier, der es zwei Stunden lang mit ihm geteilt hatte, war längst ausgestiegen. Obwohl der Abend noch nicht gekommen war, blinzelte schon in das Halbgrau des Nachmittags die fettige Lampe. Gelb und ölig erinnerte sie Paul an Licht auf Gräbern zu aller Seelen. Manchmal wischte er mit dem Ärmel über das angelaufene Glas der Fensterscheibe, um sich zu überzeugen, dass sich der Zug wirklich bewegte. Dann sah er den grauen Vorhang des Novemberregens über diesem Hinterland, das schon in die Etappe überzugehen begann und hinter dem Vorhang kleine Dörfer, verlassene und zerstreute Gehöfte, Frauen mit den Rockschüssen über den Köpfen, schwarze Juden in langen Gewändern, gelbe Stoppelfelder und gelbe gewundene Straßen, die ein schwarzer Schlamm durch den Regen schimmerte, aufrechte und geknickte Telegrafenstangen, Feldküchen verloren und halb versunken im Kot, marschierende Traiensoldaten, dunkelbraune Baracken, Schienen und kleine Stationen, an deren jeder der Zug halten musste. Er hielt übrigens oft auch zwischen den Stationen. Es war, als hätte der Zug selbst Bedenken vor dem Feld, dem er sich näherte und als benutzte er jede Gelegenheit, um stehen zu bleiben und auf den Waffenstillstand zu warten. So absurd dieser Gedanke war und so merkwürdig die Furcht Pauls, er könnte zu spät in den Krieg kommen, so huschte doch die Vorstellung hin und wieder durch sein Hirn, die Vorstellung, dass sie jetzt draußen dabei waren, Frieden zu schließen und dass er sich in der fürchterlichen Lage befinden würde, so wie er war, unverändert und mit der Erinnerung an sein letztes beschämendes Erlebnis mit den Kosaken behaftet, in das friedliche Leben zurückzukehren. Seinen momentanen Bedürfnissen entsprach ein Krieg, der noch mindestens fünf Jahre dauern sollte. So ratlos sah er sich dem Frieden entgegentreten, seinem Haus, seiner Mutter, der Bank, dem Dienstpersonal und dem Beamten. Wenn er sich erinnerte, dass er noch vor gar nicht langer Zeit flammende Proteste gegen den Krieg geschrieben, und geredet hatte, so verstand er die vergangenen Monate und Jahre nicht mehr. Sie lagen unbegreiflich hinter dem schrecklichen Erlebnis mit Nikita, hinter diesem rätselhaften Erlebnis. Ein Mann hatte ihn bedroht, verwundet, besiegt und war verschwunden. Nichts weiter. Ja, aber dieser Mann weiß vielleicht mehr von mir, alles von mir, mehr als ich selbst. Er hält mein Leben in der Hand, er kann mich vernichten und ich sehe ihn nicht, er ist für mich verschwunden. Mein Leben aber, so tröstete er sich, halte ich jetzt selbst in der Hand, solange ich an der Front bin. Ich kann jeden Augenblick sterben. Übrigens, wenn der Ukrainer etwas weiß, ich leugne alles, ich werde tapfer sein, man wird mir glauben. vielleicht hat der und jener meiner früheren Freunde und Genossen mich verraten. Ich leugne, man hat keine Beweise. Nicht einmal Artikel mit meiner Handschrift, denn ich habe sie auf der Maschine schreiben lassen und einem fremden Namen. Und schließlich ist es auch gleichgültig. Es beruhigte ihn, so oft der Zug stehen blieb, die hartnäckige, eintönige Melodie des Regens zu hören, der mit der gleichen Ausdauer und der gleichen sanften Eindringlichkeit über hunderte von Meilen ausgebreitet war und der die Entfernung aufzuheben schien, die Verschiedenheit der Gebiete und der Landschaften. Die Welt bestand nicht mehr aus Bergen, Tälern und Städten, sondern nur noch aus November. Und in dieser bleienden Gleichgültigkeit gingen Pauls Kümmernisse zeitweilig unter. Er fühlte sich einst mit irgendeinem der wehrlosen Gegenstände auf den Feldern, die dem Regen preisgegeben waren, den kleinsten, geringfügigsten, leblosen Wesen, einem Strohhalm zum Beispiel, der ohne Willen da lag und sein Ende erwartete, in voller Glückseligkeit eigentlich, insofern er Glück zu empfinden imstande gewesen wäre. Ein Bach konnte ihn mitnehmen und davontragen, ein Stiefel ihn zertreten. Also empfand Paul zum ersten Mal den Krieg und wie die Millionen eingerückter Männer fühlte er den erhabenen Gleichmut derer, die sich blind einem blinden Schicksal unterwerfen. Ich werde wahrscheinlich untergehen, dachte er mit einem süßen Trost. Und als der Abend weiter vorrückte und hinter den Scheiben die schwarze Wand der Finsternis sich erhob, im Inneren des Wagens das trübe Licht stärker wurde, kam er sich für lange Sekunden wie ein Toter vor, ein Toter in einer beleuchteten Gruft. weit hinter ihm lagen die Sorgen und Freuden, die Ängste und die Hoffnungen des Lebens. Er war ihnen allen entflohen. Es gab für einen Flüchtling wie ihn kein ruhigeres Ziel, keinen sichereren Zufluchtsort als die Front und den Tod. Er erinnerte sich an das Testament, das er kurz vor der Abreise verfasst hatte. Für den Fall, dass er starb, verblieb alles seiner Mutter, nur ein ganz geringer Teil seinem Bruder, den auch der Vater in seinen Testamenten nicht erwähnt hatte. Den Gedanken an Theodor verscheuchte Paul schnell. Er mochte nicht an den Bruder denken. Obwohl er freiwillig und sogar gerne in den Tod ging, überfiel ihn immer wieder ein kleiner hortiger Neid gegen den jüngeren Bruder, der sich dahin wandelte im Schutz seiner Jugend, sicher vor dem Krieg und sicher das Ende des Krieges zu erleben und bessere Zeiten. Er verdient es nicht, sagte sich Paul. Wieder ergab er sich der Seligkeit der Todesahnungen. In dieser Stimmung übertrieb er den Reichtum, die Dauer und die Fülle seiner vergangenen Jahre. Auch diese Übertreibung noch diktierte ihm sein hochmütiges Selbstbewusstsein. Ich bin reich gewesen, sagte er sich, jung, schön, kräftig gewesen. Ich habe Frauen besessen, die Liebe gekannt, die Welt gesehen. Ich kann ruhig sterben. Plötzlich überfiel in die Erinnerung an Nikita. Ich hätte, dachte er, früher an die Front gehen sollen. Ich hätte kein Kriegsgegner werden sollen. Ich gehe jetzt nicht freiwillig in den Tod, sondern gejagt. Es geschieht mir recht. Je weiter die Nacht fortschritt, desto mehr Kälte brachte sie. Paul versuchte, die Lampe auszulöschen. Er wollte still im Finsteren liegen. Die Vorstellungen von seinem Grab sollten vollkommen sein. Er wollte in einem rollenden Grab liegen und ins Jenseits fahren. Die Lampe ließ sich nicht auslöschen. Sie war das ewige Licht. Sie brannte schon für sein Seelenheil. Er konnte nicht einschlafen. Er versuchte, mit gefrorenen Fingern etwas in sein Notizbuch zu schreiben. Schreiben macht klar, dachte er. Er war unfähig, auch nur einen Satz aufzuzeichnen und er begann sinnlose Ornamente über die weißen Blätter zu ziehen, wie einst in der Religionsstunde. Seine Kollegen aus der Schulzeit fielen ihm ein. Es gelang ihm, das eine oder das andere Gesicht aufzuzeichnen. Er rekonstruierte die ganze Klasse, die Schulbänke, die Lehre. Darüber verging die Nacht. Am nächsten Morgen war der Regen dünner Hagel und glasiger Schnee geworden und seine Tropfen hämmerten mit einem zarten metallenen Klang gegen die Fenster. Der Zug näherte sich der letzten Bahn Station. Es war der Rand der Welt. Hier begann die schmalspurige vom Pferden gezogene Kleinbahn. Sie führte unmittelbar zum Regimentskommando. Paul fuhr mit einigen Soldaten, die vom Urlaub zurückkehrten, in dem offenen niederen Wagen. Wie durch eine dicke Mauer hörte er ihren Gesang, den das ferne Trommelfeuer begleitete. Er fühlte kaum den Wind und den stechenden Eisregen. Er sah die ersten Verwunderten, die mit weißen Verbänden am Arm der Sanitäter den langen Weg zurückkumpelten, die Blutspuren, die sie auf der schwarzen, feuchten Erde zurückließen und auf dem weichen, dichten, gelben Lehm. Den Mantelkragen hochgeschlagen, die Hände in den Taschen, den Blick reglos auf die Gruppen der zurückgehenden gerichtet, auf das blendende Weiß, das lackrote Blut, das verkrustete Grau der Uniformen, den schwarzen Kot der Straße stand Bernheim in der Ecke. Die Schüsse wurden deutlicher, die Soldaten hörten auf zu singen, ein zweiter Tag senkte sich der Dämmerung entgegen. Er kam, als die Nacht anbrach in die Stellung und hatte unerwartetes Glück, Glück, wie er es damals verstand und noch in einem anderen Sinn. In dieser Nacht erwartete man einen Sturmangriff. Alle Kameraden schrieben Feldpostkarten nach Haus. Nicht aus einem Bedürfnis, aber nur, um nicht aufzufallen, schrieb auch Paul an seine Mutter. Sie wird vielleicht um mich weinen, sagte er sich, und er dachte an das Begräbnis seines Vaters und an die Tränen in den blanken Eisaugen seiner Mutter. Für seinen Bruder Theodor fügte er keinen Gruß hinzu. Aber er starb nicht, Paul Bernheim. Ein Bayonett durchbohrte seine rechte Wange. Er kam am nächsten Morgen ins Feldspital. Man nahm eine Kieferoperation vor. Während seine Wunde heilte, bekam er Typhus und wurde in ein Epidemiespital in die Etappe abgeschoben. Es war, als ob der alte Felix Bernheim über dem Sohn, auf den er wahrscheinlich auch im Himmel noch stolz war, väterlich wachte. Als ob das Glück, das dem Alten gute Geschäfte und einen Haupttreffer beschert hatte, den Jungen vor dem Tod bewahrte. Denn jetzt erst im Fieber, während er mit vier anderen in der Offiziersabteilung der Baracke lag, jetzt erst erwachten in Paul die Furcht vor dem Tode und der Drang nach dem Leben, das ihm für ein paar Tage so gleichgültig gewesen war. Er glaubte mit allen Kräften, dass er am Leben bleiben würde. Er nahm die glückliche Wunde, die er im Handgemenge erhalten hatte, für ein Versprechen des Schicksals, ihn am Leben zu lassen. Und obwohl jeden zweiten Tag einer der Kameraden neben ihm blau wurde, reglos und schauderhaft, wusste Bernheim auch im höchsten und verwirrenden Fieber jeden Augenblick, dass er nicht sterben würde. Es begann besser zu werden. Er verließ das Spital, erkältete sich, bekam eine Lungenentzündung und gelangte wieder in ein anderes. Auch diese neue Krankheit schien eine unmittelbare Folge seines Wunsches zu sein, am Leben zu bleiben, nie mehr wieder ins Feld zu gehen. Längst hatte er jenes Ereignis mit Nikita in den Hintergrund seiner Erinnerung verdrängt. Er wurde wieder der alte Paul Bernheim. Er lag im Bett, das an der Wand in der Nähe des Fensters lehnte, mit dem Bewusstsein siegreich gewesen zu sein und klüger als alle Welt. Sein alter Hochmut kam wie ein guter treuer Freund ans Bett. Ein bläuliches Nachtlicht brannte über der Tür. Die unruhigen, hastigen und segenden Atemzüge eines kranken Kameraden waren wie unmenschliche Laute, stimmenfremder, unbekannter Tiere. In dem blauen Schimmer der Lampe, der an winterliches Mondlicht erinnerte, sah Paul Bernheim noch das letzte Hindernis, das er zu überwinden hatte. Er protestierte gegen die unschuldige Lampe. Diese Lampe verhinderte, dass ein Mann wie Paul Bernheim, der gewiss noch ganz andere Bedürfnisse haben durfte, als die gewöhnlichen Kranken, eine Kerze anzünden konnte, um zu lesen oder zu schreiben oder zu zeichnen. Nicht genug daran, dass man den Geruch von Kabul und Jod Tag und Nacht einatmen musste, durfte man auch nicht lesen, wenn es einem gefiel. Die schönen weiten Zimmer im Elternhaus. Paul Bernheim erinnerte sich genau an die Musterung der Tapeten, den warmen, goldenen Gongschlag, der zum Frühstück rief, die Melodien von Tchaikovsky, die er vierhändig mit seiner Schwester gespielt hatte. Zwischen der Stille, die in diesem Spital herrschte, dem scharfen und strengen Geruch seiner Räume, dem entsagungsvollen Weiß der ärztlichen Kittel, der Krankheit, den Seufzern und der Müdigkeit der Kameraden, dem ewigen Flügelrauschen des Todes und Pauls wacher, warmer und hochmütiger Sehnsucht nach dem Leben war der Unterschied so groß wie zwischen krank und gesund. Paul Bernheim war stolz auf seine fortschreitende Genesung, als wäre sie sein Verdienst. Er verachtete die Kranken, als wären sie minderwertige Wesen. Er schätzte die Ärzte gering, weil das Kabul stank. Er hatte die Gewohnheit angenommen, in jedem Arzt, der an sein Bett trat, einen Zahntechniker zu erkennen, der nur im Krieg ärztliche Funktionen ausübte. Denn nach der Meinung Bernheims war ein Zahntechniker weniger als ein Internist, ebenso wie in der Rangliste seiner Mutter ein Staatsbeamter über einem Bankier stand. Er sei in jeder Krankenschwester ein Dienstmädchen, um sich im Geheimen für die Verordnungen des Spitals zu rächen, das nicht genügend Rücksicht auf seine besonderen Wünsche nahm. Es war, als ob die paar Stunden, in denen er mit dem Leben abgeschlossen hatte und von seiner eigenen Persönlichkeit nicht so eingenommen gewesen war wie sonst in seinem ganzen Leben, es war, als ob die paar Stunden, in denen er mit dem Leben abgeschlossen hatte und von seiner eigenen Persönlichkeit nicht so eingenommen gewesen war wie sonst in seinem ganzen Leben, es war, als ob diese wenigen Stunden jetzt einen doppelten Hochmut erzeugten. Es schien, dass die Natur Paul Bernheims auch eine vorübergehende Bescheidenheit nicht ertragen konnte und Wettzumachen entschlossen war. Denn es ist nicht wahr, dass Leiden, Gefahren, Nähe des Todes einen Menschen ändern. Paul Bernheim konnten sie nichts anhaben. Seine Rekonvaleszenz dauerte so lange, dass er in der Tat den Krieg nicht mehr zu fürchten brauchte. Als er das Spital verließ, bekam er einen Erholungsurlaub und ehe dieser noch zu Ende war, brach die Revolution aus. Es soll hier nicht unerwähnt bleiben, dass sich Bernheim in jenen Tagen mit seinen Offiziersabzeichen auf die Straße wagte, ja, dass er sich weigerte, zivil anzulegen. Er schätzte seinen Rang nicht mehr, weil er zu einer besiegten Armee gehörte, und nichts verachtete er, der vieles verachtete, so sehr, wie das besiegte. Er war im Gegenteil froh, weil nun seine kriegsfeindliche Episode auf keinen Fall mehr schaden konnte. Mit einem leisen, allerdings sehr verborgenen Stolz dachte er noch daran, dass England, sein England, gesiegt hatte. Es war, als hätte die Weltgeschichte der Anglomanie Bernheims Recht gegeben, und er machte, wenn man vom Krieg sprach, das Gesicht jener Männer, die gern behaupten, ich hab's ja gesagt. und trotzdem konnte er sich nicht dazu bequemen, seine Distinktionen abzulegen, weil es irgendein Soldat so wollte. Er schätzte ein revolutionierendes Volk ebenso gering wie ein besiegtes Vaterland. So kam es, dass er eines Tages von einigen Soldaten blutig geschlagen wurde und als Muster heroischer patriotischer Treue in einigen Zeitungen der Rechten figurierte. Es war das erste Mal, dass er seinen Namen gedruckt lesen konnte. Und als wäre er nie ein Kriegsgegner gewesen und als hätte er niemals das Leben dem Tod im Felde vorgezogen und England seinem Vaterland, begann er konservativ und patriotisch zu denken und schon sah er sich Abgeordneter und Minister werden. Selbstverständlich Minister. Kapitel 5 Paul Bernheim hätte seine Wiederkehr gerne telefonisch angekündigt, aber es war nicht leicht, mit Frau Bernheim zu telefonieren. Sie konnte nichts begreifen, wenn der Sprecher nicht in ihrer Sichtweite war. Sie musste sich ihn zumindest vorstellen. Erst wenn sie sich ein Bild von ihm gemacht hatte, begann sie den Sinn der Frage zu begreifen. Es war, als ob die Worte, als ob die menschliche Sprache in der Welt der Frau Bernheim nur ein sehr mangelhaftes Verkehrsmittel wären und lediglich zur Unterstützung der Gesten und der Blicke dienten. Vielleicht kam daher der Leichtsinn, mit dem sie manche gewichtigen Worte bei falschen Gelegenheiten anbrachte. Paul telegrafierte also. Auch Telegramme konnten Frau Bernheim aus der Fassung bringen. Ihrer Meinung nach war der Telegraf eigens dazu erfunden worden, um plötzliche Unglücksfälle rasch und sicher mitteilen zu können. Allmählich, seitdem sie Witwe geworden war und besonders seit dem Ausbruch des Krieges hatte sie auch angefangen sich einzuschränken, wie sie zu sagen liebte und bei jedem Telegramm, das Paul ihr schickte, nachzurechnen, wie viel es gekostet haben mochte. Ihre Freude über die Ankunft Pauls entsprach, als sie sein Telegramm las, ungefähr dem Schrecken, der sie ergriffen hatte, als es angekommen war und ihrem Schmerz über die verschwendeten Spesen. Und es dauerte verhältnismäßig lange, ehe sie den Sinn der Botschaft, befreit von dem Schrecken und dem Trieb, die Worte zu zählen, in seiner ganzen freudigen Bedeutung erfasste. Sie wusste von Pauls langer Krankheit ebenso wie von seiner Verwundung. Da er ihr aber niemals mitgeteilt hatte, dass er zur Infanterie gegangen war, blieb der Optimismus, mit dem sie der Kavallerie stets vertraute, von Anfang bis zu Ende unverändert. Und selbst als sie von der Verwundung Pauls erfuhr, kam es ihr nicht einen Augenblick in den Sinn, dass er auch hätte sterben können. Bei der Kavallerie verwundet werden bedeutete er ihr ungefähr so viel, wie sich mit dem Taschenmesser in den Finger schneiden. Auch Typhus war ihrer Ansicht nach für einen Berittenen nicht lebensgefährlich. Paul ist Offizier. sagte sie, er wird bestimmt sorgfältig gepflegt. Nicht eine Stunde während des Krieges hatte ihre Sorge ihrem Sohn gegolten, aber Tag und Nacht dem Geld. Sie hatte Angst vor der Armut. Sie sah, dass man die ganze Zeit wenig Einnahmen und viele Ausgaben buchte. Herr Merwig, ein alter Mitarbeiter ihres Mannes, kam jeden Monat zu ihr und berichtete über den Gang der Geschäfte. Der Ausgang des Krieges, die Revolution, die Krüppel auf den Straßen und die Überzahl der Bettler, die nach ihren Worten das Haus einrannten, beschäftigten sie so sehr, dass ihr die Rückkehr Pauls kaum ein paar Minuten freudiger Aufregung brachte. Am Abend, als Theodor nach Hause kam, zeigte sie ihm das Telegramm. Er legte es säuberlich gefaltet, ohne ein Wort zu sagen, auf den Tisch und begann die Zeitung zu lesen. Frau Bernheim ergriff das Lornot, das immer an ihrer Hüfte hing und an eine Waffe erinnerte, ließ die Gläser hörbar aufschnellen, führte sie an die Augen und betrachtete ihren Sohn, als schaute sie auf die Bühne. Sie liebte es, das Lornot zu gebrauchen, wenn sie ungehalten war. Sie hatte die Erfahrung gemacht, dass die Dienstboten vor den Gläsern erschraken. Theodor hörte ihr Geräusch und neigte den Kopf noch tiefer über die Zeitung. Frau Bernheim ließ das Lornot wieder fallen. Nach einigen Sekunden sagte sie, du hast ebenso wenig Herz, wie dein Vater gehabt hat, aber er war wenigstens klug, er hatte einen genialen kaufmännischen Geist. Du aber bist auch noch ein Taugenichts. In diesen ganzen Jahren hast du nichts gelernt. Wenn es diese famosen Notprüfungen nicht gegeben hätte, wärst du ewig in der Schulbank geblieben oder ein Schuster geworden. Du erinnerst mich ganz an den seligen Vetter Arnold. Er hat Schulden gemacht und ist im Irrenhaus gestorben. Und das hat auch Geld gekostet. Sonst hätten wir die Freude gehabt, ihn im Kriminal zu sehen. Sie wartete ein paar Minuten. Dann, als Theodor noch immer in der Zeitung las, schrie sie plötzlich, Wir haben kein Geld mehr, Theodor. Hörst du, wir haben kein Geld mehr, um Taugenichtze vor dem Kriminal zu retten. Du wirst in Eisen sitzen müssen, hörst du? Theodor legte beide Hände an die Uhren und las weiter in der Zeitung. Leg die Zeitung sofort weg, wenn deine Mutter mit dir spricht, fuhr Frau Bernheim leiser fort. Theodor nahm sofort die Hände von den Uhren, hörte aber nicht auf zu lesen. Manchmal gelang es ihm so lange zu schweigen, bis sie das Zimmer mit einem lauten Seufzer verließ. Heute aber schien sie nicht weichen zu wollen. Sie machte sich wieder ans Reden. Sie begann mit einer Stimme, deren Eintönigkeit aufreizte, langsame, gleichmäßig langsame Sätze wie Garen abzuspulen. Bei jedem Satz hatte Theodor das Gefühl, dass er niemals aufhören werde. Als wüsste Frau Bernheim, dass diese Art zu sprechen auf ihren Sohn Eindruck machte, unterstützte sie die Eindringlichkeit ihrer Rede durch gleichmäßige glättende Bewegungen auf dem Tisch Stuh. Unaufhörlich und in dem langsamen Tempo, in dem sie sprach, wischten ihre flach ausgestreckten Hände nach links und rechts die Kanten des Tisches. Obwohl Theodor in die Zeitung versenkt war, stahlen sich die weißen, bläulich geederten Hände der Mutter in sein Blickfeld und allmählich ergriff ihn von diesen schwachen Händen der alten Frau eine Angst wie vor Mörderhänden. Er rührte sich nicht. Er hörte auf zu lesen. Die Kolonnen der Zeitung verschwammen vor seinen Blicken. Aber er ließ nichts erkennen und zum Beweis dafür, dass er nur mit der Lektüre beschäftigt sei, blätterte er langsam die Zeitung um, in dem selben Tempo, in dem die Rede seiner Mutter ran und gebannt von ihrem Rhythmus. Wenn ein Bruder aus dem Krieg nach Hause kommt, sagte Frau Bernheim, hat ein anständiger Mensch sich zu freuen. Dir aber tut es leid, dass Paul nicht umgekommen ist. Glaubst du nicht, dass eine Mutter alles von ihren Kindern weiß? Gott ist mein Zeuge, unser seliger Vater weiß es auch. Er hat es mir nie glauben wollen und ich habe ihm immer gesagt, was du für ein tückisches Kind bist, boshaft wie eine Spinne und falsch wie eine Katze und dumm wie ein Esel. Eine ganze Naturgeschichte bist du und die ganze Erziehung war umsonst. Man kann, habe ich immer zu Felix gesagt, keine Kinder erziehen, wenn sie es nicht von der Geburt mitbekommen haben, die Seele glaube ich. Und das ist es auch. Du hast keine Seele. Wenn du nicht Angst hättest, würdest du deine alte Mutter schlagen, du möchtest mich schon als Leiche sehen, schrecklich, als Leiche. Aber ich werde nicht ruhig sterben, bis ich nicht weiß, dass du ein anständiger Mensch geworden bist. Du kannst es aber nicht werden, was machst du denn die ganzen Tage? Du gehst mit deinen lieben Freunden herum, die mir alle nicht gefallen. Paul hat in deinem alter schon getanzt, er war ein wundervoller Tänzer und hat schon hübsche junge Damen charmiert und hat nicht den ganzen Tag in den Wäldern gelegen und hat nicht herumgeschossen wie du. Ich habe Angst vor deinen Raubmessern und Mordpistolen. Anna will nicht mehr dein Zimmer aufräumen. Soll ich es vielleicht selber tun? Eine dunkle, fast bläuliche Röte überzugt das Angesicht Theodors. Hast Boden. Er erhob sich, warf mit einem Fuß hinter sich den Stuhl um. Seine kleinen rollenden Augen hinter der dunkel gerenderten Brille schienen auf dem langen und breiten Tisch nach einem Gegenstand zu suchen, den man nach der Mutter werfen könnte. Da er gar nichts fand, begann er sinnlos zwanzig Mal hintereinander zu schreien. Heb sie auf, die Zeitung, heb sie auf, mutter, heb die Zeitung auf, mutter, mutter. Er war ihm nun wieder blass geworden. Sein flaches, gelbes, dünnes Angesicht erinnerte an ein ungegorenes, im Ofen eingefallenes Brot. Es war mehr nach innen gewölbt als nach außen. Die Nase schien bis zur Spitze, die zart, blutleer und stumpf hinaufragte, noch zu den Wangen zu gehören. Die Lippen waren dünn und schlossen nicht ganz über den langen Zähnen. Das Kinn streckte sich nach vorne, wie bei Menschen, die ihren Kopf zwischen hochgezogenen Schultern zu tragen pflegen. Die Ohren waren gelb, groß und durchsichtig, wie aus Pergament und randlos, als hätte ihre Substanz für die Ränder nicht mehr ausgereicht. Über der noch kurzen, knabenhaften Stirn, die aber wie die Stirn eines alten von vier, fünf Längsfalten durchquert war und zwei dicken, vertikalen Strichen über der Nasenwurzel, erhob sich dünnes, wasserblondes Haar, krampfhaft aufwärts gekämmt. Die wasserhellen Augen hinter den funkelnden Gläsern hatten einen erschreckten Ausdruck. Sie waren wie die Augen eines, der in ein plötzlich ausgebrochenes Feuer blickt. Die Stimme wurde hell und kläglich. Man hätte glauben können, Theodor rufe seine Mutter zu Hilfe, während er ihr zurief, sie möge die Zeitung aufheben. Er begann zu beben. Um seine Zähne nicht klappern zu lassen, biss er sie aufeinander und so die Zunge hart an den Zähnen versuchte er eine Art von lispelnden, schwer verständlichem Schreien. »Heb die Zeitung auf! Heb sie auf! Heb sie auf!« Frau Bernheim, die derlei Ausbrüche Theodors nicht ohne eine gewisse Schadenfreude genoss, hob wieder das Lorneau. Sie schätzte diese Augenblicke. Es waren die einzigen, in denen sie sich wirklich überlegen fühlen konnte und in denen ihre Logik auf einmal wach wurde, wie angeregt von der vollkommenen Sinnlosigkeit des Anderen. Obwohl der Mund sich nicht verzog, leuchtete in ihren harten Augen schon der Widerschein eines Lächelns, während sie mit ruhiger Stimme den Augenblick ausfüllte, in dem Theodor atemlos und stumm dastand. Du hättest es nicht nötig gehabt, die Zeit dann auf den Boden zu werfen, aber sogar wenn es notwendig gewesen wäre, brauchte deine Mutter sie dir nicht aufzuheben. Hügg dich, es wird dir gut tun, es ist ebenso gesund, wie in den Wäldern herumzulaufen. Hügg dich, mein Sohn, hügg dich. Sie sprach diese Sätze mit einer sanften mütterlichen Stimme, in der die Bosheit eingepackt war wie ein Instrument aus dünnem Stahl in weicher Watte. Theodor verließ das Zimmer. Frau Bernheim sah noch einen Augenblick auf die Tür, die ihr zugeschlagen hatte. Sie wartete, bis das Echo des Knalls sich verzog. Dann bückte sie sich, hob die Zeitung auf und begann zu lesen. Theodor begab sich in den Korridor. Er lächelte. Er bemühte sich leise aufzutreten. Seine Kurzsichtigkeit machte ihn vorsichtig. Er streckte den Kopf. Er drehte ihn nach allen Seiten. Er näherte sich dem breiten Wandschrank gegenüber der Garderobe. Im zweiten Fach links oben stand die Büchse aus Blech, eine Sammelbüchse. Sie war Frau Bernheim einmal von einem Wohltätigkeitsverein gebracht worden und sollte einmal im Monat entleert werden. Aber Frau Bernheim wollte mit eigenen Augen sehen, wohin ihr Geld kam. Quittungen behagten ihr nicht. Sie bewahrte daher in jener Büchse das Kleingeld für die regelmäßigen Bettler, die an einem bestimmten Tag in der Woche kamen. An der Büchse hing ein winziges Schloss. Theodor hatte schon hier und da versucht, es mit einem der vielen Schlüssel, die er besaß, zu öffnen. Er wusste, dass man Frau Bernheim keinen größeren Kummer zufügen könnte, als wenn man dieses Geld, das ihr schon leid tat, wenn sie es verschenken dürfte, auch noch stahl. Zuerst nahm er die Büchse in sein Zimmer. Er schloss die Tür ab, versuchte einen der kleinen Schlüssel nach dem anderen, dachte nach, ergriff ein Messer und begann vorsichtig den Spalt auseinander zu stemmen. Er hatte Herzklopfen vor Schreck und Freude. Ein paar Augenblicke ließ er die Büchse ruhig stehen und versuchte, sich die Aufregung seiner Mutter vorzustellen. Sein Mund sagte plötzlich laut Kanalie. Er horchte. Da sich nichts rührte, kehrte er die Büchse um, aber sie schepperte lauter, als er erwartet hatte. Er lauschte wiederum. Er machte die Türe auf und überzeugte sich, dass niemand da war. Dann begann er mit unendlicher Sorgfalt eine Münze nach der anderen heraus zu holen. Viele rollten gehorsam und glatt durch den Spalt, andere blieben hartnäckig drinnen. Er wurde müde, setzte sich, er hatte die Leidenschaft eines Jägers. Er arbeitete bis tief in die Nacht. Es waren schließlich nur noch wenige scheppernde Münzen in der Büchse. Dann drückte er vorsichtig die Spaltsäume zusammen, schlich hinaus und stellte die Büchse wieder an ihre Stelle. Er zählte das Geld. Es ergab gerade den Monatsbeitrag für den Verein Gott und Eisen, dem er seit zwei Jahren angehörte. Diesen Verein hatte ein junger Mann namens Lenhardt begründet. Außer ihm, dem Gründer, der ein Bürgerlicher war, sollten nur Adelige aufgenommen werden. Deren gab es aber nach zwei Monaten nur vier. Deshalb wurden die Statuten dahin verändert, dass nur Blonde aus arischen Familien aufgenommen werden durften. Bei näherem Zusehen ergab es sich aber, dass die Haarfarbe des Gründers selbst eher braun als blond war. Immerhin wies man den schwarzhaarigen Sohn des Landesgerichts Präsidenten ab. Dieser Junge beklagte sich bei seinem Vater. Er behauptete Lenhardt und Theodor Bernheim hätten ihn einen Juden genannt. Sehr indigniert lud der Landesgericht Präsident die beiden ein und bewog sie, seinen Sohn aufzunehmen. So blieb schließlich das Statut, das den Juden den Zutritt verbot. Sie halfen einander mit Büchern, Geld und Waffen aus. Sie schworen, nachdem sie die Notprüfung abgelegt hatten, immer in Verbindung zu bleiben. Vorläufig meldeten sie sich zur freiwilligen Sanität. Sie hatten Dienst, gingen zu den verwunderten Transporten, schleppten Tragbaren, saßen neben den Chauffeuren der Krankenwagen und pfiffen aus schrillen Pfeifen in den Straßen in den Stadt, um die anderen Gefährte aufzuhalten. Jeden Tag erwachten sie in der Erwartung, die Mobilisierung ihres Jahrgangs angekündigt zu sehen. Als aber schließlich der Friede kam, schworen sie der Republik Rache, suchten und fanden Beziehungen zu den geheimen Organisationen und marschierten zweimal wöchentlich zu den Übungen fuhr die Stadt. Bei diesen Übungen tat sich Theodor nicht hervor. Er war zu körperlichen Anstrengungen ungeeignet. Die Fahlheit seiner Haut, seine hastigen kurzen Schritte, seine Sprache, die oft tonlos wurde, die Aufregung, in der er gleichgültige Dinge mitzuteilen pflegte, die Heftigkeit der Bewegungen erweckten den Eindruck, dass man seinen hastigen Puls hörte. In seiner Brust schien das zappelnde, kleine, aufgeregte Herz eines Vogels eingebaut. Er konnte einem mit dem Ausdruck eines Menschen entgegentreten, der soeben eine überraschende Neuigkeit erfahren hat, um dann eine schlichte Mitteilung etwa von dieser Art zu machen. Wissen Sie schon, habe ich es Ihnen nicht schon gesagt? Ich habe gestern einen Brief von Gustav bekommen. Er verlieh den unbedeutendsten Ereignissen eine gefährliche und geheime Wichtigkeit, ja, besonders eine geheime. Es war sein Ehrgeiz, irgendetwas früher zu wissen als die anderen, aber es auch unter dem Siegel der Verschwiegenheit irgendjemanden erzählen zu können. Auf diese Weise näherte er fortwährend den Glauben an seine Bedeutung, aber fortwährend zitterte er auch um Sie. Er besaß einen Sinn für die Dinge der Öffentlichkeit und für die großen Worte Ehre, Freiheit, Nation, Deutschland. Um jeden Preis wollte er irgendeine Wirkung üben. Seine Angst, er könnte krank werden, Angina bekommen, eine Lungenentzündung, eine Rippenfellentzündung, machte ihn ungeduldig. Er konnte kaum ein Buch zu Ende lesen, aber er brauchte nur zehn Seiten, um über die Maßen begeistert zu sein, oder um es einen Dreck zu nennen. Denn er liebte die starken Ausdrücke, und das war vielleicht das einzig deutliche Anzeichen seiner Jugend. Er hielt sich für außergewöhnlich vornehm. Manchmal träumte er davon, eine Geschichte seiner Familie zu schreiben, dem Stammbaum der Bernheims nachzuforschen und den Beweis zu erbringen, dass es eine alte adelige Rasse war. Die jüdische Abkunft seiner Mutter störte ihn, und nicht einmal vor seiner Krankheit hatte er so viel Angst, wie vor der Möglichkeit, seinen Kameraden einmal über die Familie seiner Mutter Auskunft geben zu müssen. Er beschloss, um jeden Preis zu lügen. Dieser Entschluss war so stark, seine Furcht so groß, dass er allmählich zu der Überzeugung kam, er hätte nichts zu verbergen. Alle Ausreden, die er fand, wurden im Laufe der Zeit für ihn pure Wahrheiten. Die Überzeugung, dass er vornehm sei, äußerte sich in einem Hochmut, den die Kameraden nur deshalb ertrugen, weil er hier und da mit Intimitäten Austausch und Vertraulichkeiten, ja Schmeicheleien abwechselte. Theodor konnte einem seiner Genossen sagen, unter uns, sie sind ja der einzige unter dem Burschen, der weiß, was er will, oder das war glänzend, bewundernswert, wirklich eine Tat. Es ist anzunehmen, dass Theodor all das glaubte, während er es aussprach. An den gemeinsamen Ausflügen und Übungen nahm er nicht gerne teil, nicht nur, weil er um seine Gesundheit besorgt war, sondern auch, weil ihm manche geruben Äußerungen, manche Zudringlichkeit, eine geschmacklose Wendung beleidigten. Er hatte sich seine Vornehmheit so erfolgreich suggeriert, dass er sogar vornehme Empfindlichkeiten erwarb. Das Marschieren, das Schießen, das Kampieren im Freien machten ihm keine Freude. Nur die Tatsache, dass es eine geheime Verbindung war, die Gefahren barg und die Möglichkeit, ein Verschwörer zu sein, aber auch vom Gesinnungsgenossen gehört zu werden, hielt ihn in der Gesellschaft seiner Freunde. Er liebte die großen Stiefel nicht und nicht die Wickelgamaschen. Die Naturnähe des Wandervogels hielt er für ordinär. Er erwartete vielmehr von der Technik, für die Zukunft. Ein Wort, das er besonders schätzte. Er hatte den ehrlichen Willen, das deutsche Volk in der Welt triumphieren zu sehen, aber mit modernen Mitteln. Mit Flugzeugen, Boxern, guten und billigen Automobilen, chemischen Apparaten, merkwürdigen Maschinen. Übungen in den Wäldern nannte er im Stillen und nur für sich romantisch. Nur musste er vorläufig diese Romantik mitmachen und durch sie zu einer realen Macht, mindestens zu einem Einfluss zu gelangen. Es machte ihm wenig aus, dass er vorderhand log. Es gehörte zu seinen Prinzipien. In dieser Nacht konnte er lange nicht einschlafen. Über die leere Büchse würde sich nicht nur seine Mutter zu Tode ärgern. Ja, zu Tode, denn wäre sie nicht vorhanden, so hätte man eine von den Ängsten weniger. Der Inhalt ersparte auch eine Taschengeld, das man selten erhielt. Seine Freude wurde nur durch die Gedanken an Pauls Rückkehr getrübt. Ich sehe schon, sagte er sich gegen zwei Uhr morgens, ich werde wieder einmal eine schlaflose Nacht verbringen. Zum Überfluss fängt es noch an zu regnen. In der Tat fing es an, in der Rinne zu wimmern, die hart neben dem Fenster Theodos angebracht war. Er entzündete die Lampe am Nachttisch, fand, dass sie wenig Licht gab, stand auf, um den großen Kontakt an der Wand anzuknipsen, legte zuerst die Brille an, denn er fühlte sich unsicher im Halbdunkel und blieb, als es hell geworden war, im Vorübergehen vor dem Schrankspiegel stehen. Er sah nicht ohne Befriedigung, dass sein Pyjama einen guten Eindruck machte. Es hatte einen seidigen Schimmer, Borten dick und geflochten, nach Art der Litevkas der Kavalleristen, seine Farbe war die eines abendlichen opalernen Sommerhimmels. Theodor liebte Pyjamas, gute Wäsche, seidene Strümpfe. Er hielt es für ein Zeichen der Vornehmheit, in der Nacht tadellos gekleidet zu sein. Krawatten gut und flott zu binden machten ihn jeden Morgen ein Vergnügen und für die Aufnahme des schwarzhaarigen Landesgerichtssohnes war er nicht zuletzt deshalb eingetreten, weil der Junge auf Herrenmode Zeitschriften abonniert war, die er, Theodor, manchmal lie. Um einschlafen zu können, nahm Theodor Veronal. Es konnte allerdings seinem Herzen schaden. Er litt unter der Vorstellung, dass der Apotheker sich geirrt und ihm statt einer Medizin ein Gift gegeben hatte. Diese dummen Apotheker, dachte er, vergiften einen Menschen wie eine Ratte. Wenn ich so einen Pharmazeuten unsympathisch bin, denkt er an meinen Tod. Man muss die Kerle höflich behandeln. Morgen werde ich mit ihm liebenswürdig sein. Er nannte alle Männer Kerle. Er unterschied zwei Arten von Kerlen, die er bewunderte und die er verachtete. Sein Bruder Paul gehörte zu den Kerlen, die er verachtete und beneidete. Morgen kommt also dieser Kerl daher. Er ist reich, jung und gesund, ein niederträchtiges Sonntagskind. Ob er mir einen Pfennig gibt? Bestimmt nicht, er ist ein Geizkragen. Denn es gehörte zu Theodors Eigenheiten, sowohl den verachteten als auch den geschätzten Kerlen einen Geiz anzudichten. Morgen kommt er daher und ergreift Besitz vom ganzen Haus. Er und die Mutter werden jetzt gegen mich zusammenhalten. Ich werde ihn sehr hochmütig empfangen, so wie ich das kann. So wie ich das kann, wiederholte er flüstern. Angst hat ihn wieder ergriffen. Das Veronal half nicht, es verursachte Herzklopfen, die Dacherin erhörte nicht auf zu wimmern, die Windstöße streuten in unregelmäßigen Abständen, dicke Wassertropfen wie Kieselsteine gegen die Fenster. Theodor begann in einem Buch zu blättern, das er in Pauls Bibliothek gefunden hatte. Es war der Rembrandt Deutsche. Er stieß auf einen Satz, der ihm gefiel, beschloss ihn, sich zu merken und morgen, wenn er mit Lenhardt sprach, zu zitieren. Das ermüdete und schläferte ihn ein. Der Morgen erfüllte Fall das Fenster. Kapitel 6 Theodor erwachte spät. Er hörte Pauls Stimme aus dem Korridor und beschloss, das Wiedersehen mit dem Bruder möglichst lange hinaus zu schieben und noch zwei Stunden im Bett zu bleiben. Seine Mutter klopfte an die Tür. Er meldete sich nicht, hüstelte nur. Er hörte, wie sich die Mutter wieder entfernte und im Speisezimmer etwas zu Paul sagte. Er kleidete sich mit besonderer Sorgfalt an und steckte das Abzeichen des Vereins Gott und Eisen ins Knopfloch. Es war ihm, als rüstete er sich zu der Begegnung mit einem gefährlichen Gegner und sein Instinkt gebot ihm, allerhand Vorbereitungen zu treffen und drückte ihm zuletzt noch eine seiner drei Pistolen in die Er sah das Magazin nach und steckte sie in die Hosentasche. Dann ging er leise, als hätte er jemanden zu überraschen zur Tür des Speisezimmers, lauschte noch eine Weile und trat ein. Die beiden Brüder umarmten sich flüchtig und hauchten ihre Küsse in die Luft, eine über die Schulter des anderen. Was trägst du da für ein Abzeichen? fragte Paul. Das ist unser Verein, erwiderte Theodor. Was macht er dort? Allerhand. Lange Pause. Theodor, der Stille nicht vertrug, fing an, im Zimmer hin und her zu gehen, den Kopf gesenkt mit kurzem Schritt, den Daumen der rechten Hand im Ärmelausschnitt der Westen. Man hätte glauben können, er memorierte etwas oder löste in der Eile ein Rätsel, das ihm sein Bruder aufgegeben hatte. Du bist heute spät aufgestanden? Ja, knurrte Theodor. Du bist spät schlafen gegangen? Theodor schärfte die Ohren, wusste der Bruder von der Büchse. Ja, weißt du, der Regen lässt mich nicht schlafen und außerdem habe ich gearbeitet. Du studierst? Ja, ich beschäftige mich seit einigen Monaten mit Marx. Theodor liebte die verblüffenden Lügen. So erreichte er, dass der andere durch das Staunen gar nicht zur Ungläubigkeit kam, sondern eher zum Respekt. Wie kommst du auf Marx? Es sind richtige Sachen bei diesem Kerl. Er hat eine Nase gehabt und außerdem soll man den Feind kennen, ehe man ihn bekämpft. Du willst also gegen ihn schreiben? Schreiben? Die Zeit ist vorbei. Das Geschlecht kennt Taten. Was sind Taten? Was man mit Kopf und Hand ausführt, zum Beispiel Ordnung in Deutschland machen, die Regierung stürzen, die Bolschewisten und die Juden aller Parteien verbannen, Freudenfeuer anzünden und den Krieg erklären. Sprichst du im Namen eures Vereins? fragte Paul. Immer, erwiderte Theodor. Bei uns gibt es keinen verrückten Einzelgänger wie du. Wir werden keinen Krieg mehr verlieren. Machst du mir die Niederlage zum Vorwurf? Allerdings dir und den anderen Juden. Also Krieg zwischen uns. Feindschaft auf jeden Fall. Wenn es nötig ist, auch Krieg. Unter solchen Umständen, begann Paul nach einer Weile sehr ruhig und langsam. Können wir nicht unter einem Dach leben? Wir werden vielleicht die Mutter fragen, denn dieses Haus gehört nach dem Testament des Vaters ihr, wer von uns beiden hier bleiben darf. Das Gesetz geht mich einen Dreck an. Nach eurem römisch-jüdischen Recht muss ich vielleicht ausziehen. Wir haben allerdings kein germanisches. Wir werden sehen. Theodor begann wieder seine Wanderung, den rechten Daumen im Ausschnitt der Weste. Er wollte versuchen, eine Art stiller, sachlicher Gegnerschaft aufzurichten. Hast du Marx jemals gelesen? Nein, sagte Paul, nur Mangelhaftes über ihn. Trotzdem glaubte Theodor, dass eine objektive Anerkennung marxistischer Vorzüge Paul versöhnlicher stimmen würde. Also sagte er Immerhin enorme Sache dieser Marx. Nichts konnte Paul mehr aufregen als die Wendung enorme Sache und die Art, in der sie sein Bruder aussprach. Die Anwesenheit des Bruders schmerzte seine Augen, lähmte seine Hände, die er in die Tasche steckte, um nicht sehen zu lassen, dass sie zitterten. Du bist ein Analphabet, sagte Paul plötzlich. Du hättest noch elementare Dinge zu lernen. Du bist nicht kompetent, gar nicht kompetent. Theodos Stimme wurde lauter. Immer mit den elementaren Dingen, das ist eure ganze Weisheit. Mit diesen elementaren Dingen habt ihr den Krieg verloren. Wir beginnen eine neue Epoche Deutschlands. Eure elementaren Dinge sind Dreck. Wir fangen überhaupt von vorne an. Man muss nicht Herder oder Lessing gelesen haben, um ein Mensch, ein Deutscher zu sein. Es ist der verfluchte Neid, der euch zu uns so reden lässt. Ihr wollt uns nicht aufkommen lassen. Ihr hasst uns. Ihr neidet uns unsere Zukunft. Mit eurer klassischen Bildung. Das ist die Wahrheit. Ein Domkopf bist du. Den letzten Satz schrie Theodor so laut, dass Frau Bernheim aus der Küche kam. Noch ehe sie zu reden anfing, fuhr sie mit dem Handrücken an die Brauen, um die Tränen, deren sie sich bald zu bedienen gedachte, aus den hartnäckig trockenen Augen zu drücken. Sie blieb an der Tür und sagte, nun Paul, ist dein Bruder nicht ein törichtes Kind? Theodor sah auf seine Mutter besiegter Feinde wirft. Er zog sein Taschentuch und begann die Brille zu putzen. Mit seinen nackten kleinen Augen, über denen die dünnen Lider auf- und niederflatterten, schaute er abwechselnd auf die Mutter und den Bruder, während er dachte, ich halte sie im Bann. Dann legte er die Brille an. Paul erhob sich plötzlich. Er hielt zwei drohende Fäuste vor Theodors Angesicht, ergriff nach der Hosentasche, wo der Revolver lag. Einen kurzen Augenblick dachte Paul an die Szene mit Nikita. Schnell zielte er nach Theodors Augen. Man hörte ein leises Splittern. Die Brille zerbrach. Gleichzeitig stieß Frau Bernheim einen Schrei aus. Ein paar Minuten standen alle drei bewegungslos. Sie erinnerten an Gestalten aus Wachs im Panoptikum, Von der Konsole her tickte die Uhr. Der Regen trommelte gegen die Fenster. Man hörte das Summen der Wasserleitung aus dem Korridor. Dann löste sich die Gruppe. Frau Bernheim verschwand durch die Tür. Eine Weile später verließ Paul das Zimmer und ging in die Bibliothek. Theodor klaubte die Glassplitter zusammen, obwohl er sie eigentlich liegen lassen wollte. Er wusste noch selbst nicht, wozu er die Splitter brauchen würde. Die Splitter in die Töpfe streuen, damit alle sterben, sie Paul bei Tisch in die Augen werfen oder ins Salzfass schütten. Er hielt sie in der geschlossenen Hand. Mit suchend vorgestrecktem Kopf ging er in sein Zimmer. Er nahm den Mantel, wechselte vorsichtig die Halbschuhe gegen Stiefel. Dabei dachte er, ich werde ihnen nicht den Gefallen erweisen und eine Lungenentzündung bekommen. Dann verließ er das Haus. Er begab sich zum Optiker und hierauf in den Verein Gott und Eisen. Paul stellte in der Bibliothek fest, dass die Mehrzahl seiner Bücher verschwunden war. Er ging in Theodors Zimmer, nahm einige Bücher aus dem Regal und trug sie wieder in die Bibliothek. Dann kehrte er in das Zimmer des Bruders zurück. Er betrachtete drei Windjacken, die am Kleiderrechen hingen, mit schlaffen Ärmeln, an denen unter der Schulter ein Hakenkreuz angenäht war, schwarz auf weißem Grunde. In der Ecke lehnte ein Spazierstock, dessen Griff einen Totschläger aus Eisendraht enthüllte, der sich im hohlen Inneren des Stockes barg. Ferner gab es eine Jagd hat, zwei Pistolen im Nachtkasten und zwei Dolchmesser als Brieföffner auf dem Schreibtisch. Neben dem Tintenfass standen kleine würfelförmige Kästchen aus Pappendeckel, mit Patronen gefüllt. Theodor konnte sich hier gegen eine Kompanie verteidigen. Es war heiß in diesem Zimmer, in dem sich außer dem Apparat der Zentralheizung noch ein kleiner Eisner Ofen befand. Er war jetzt erkaltet, aber man sah ihm an, dass er noch gestern Nacht gebrannt hatte. Der Ofen verlieh dem Zimmer etwas vom provisorischen Charakter einer Unteroffiziersstube. Statt eines Schürhakens verwendete Theodor den Überrest von einem Schirmgestänge. In der Nähe des Ofens hingen zwei gekreuzte Schläger, ein Visier in der Mitte, eine beschützte Köstlichkeit. Nur im Zimmer Theodors war es warm. Seitdem Frau Bernheim angefangen hatte zu sparen, durfte der Hausmeister erst heizen, wenn das Quecksilber auf 5 Grad Celsius gefallen war. Ein eisiger Wüster Hauch lag über den Möbeln, den Teppichen und an den Fenstern aller Zimmer. Sie erinnerten an die kalten, klaren, ordentlichen und unheimlich sauberen Stuben in den Auslagen der Möbelhandlungen. Alles war neu und unbenutzt. Die Politur blinkte wie am ersten Tag. Die Teppiche schienen keinen Staub aufzufangen. Mehrere hatte Frau Bernheim übrigens einrollen lassen und in die Winkel gestellt. Dort lehnten sie gewichtig und sicher und dennoch wie in der Erwartung von irgendjemandem abgeholt zu werden. An den Stellen, wo sie fehlten, lag weiches, glattes, ziegelrotes Linoleum, auf dem man ging wie auf Radiergummi. Von den vielen Uhren, die Herr Felix Bernheim in sein umgebautes Haus gebracht hatte, zu seinen Lebzeiten stand oder hing in jedem Zimmer eine, denn er hatte eine Schwäche für Uhren und einen Sinn für den Wert der Zeit, ging jetzt nur eine auf dem Kamin im Speisezimmer. Denn es schien Frau Bernheim, dass sich die kostbaren Werke allzu sehr abnützten, wenn sie in Bewegung waren. Trotzdem ließ sie die toten Uhren, jede in einem Zimmer. Und aus den weißen und silbernen zwecklos gewordenen Zifferblättern und von den Zeigern, die seit Jahren die gleiche erstarrte Stunde wiesen, ging ein unheimliches Schweigen aus und strich durch die frostige Leere der Räume. Paul ging ein paar Mal durch das Haus. Er blieb immer wieder vor dem vergrößerten Brustbild seines Vaters stehen. Es hing in seinem Arbeitszimmer über dem Regal, auf dem sich einst zufällige Bücher gehäuft hatten, Korrespondenzen, Zeitungen und auf dessen obersten Fach heute nur eine Briefwaage stand, einsam, ganz leise zitternd, wie in Folge der Kälte, mit einer glänzenden Schale aus Messing. Der Blick des Vaters schien auf der Briefwaage zu ruhen. Sie hatte nichts mehr zu tun, als die Gewichtslosigkeit dieses toten Blicks anzuzeigen. Paul versuchte, hinter dem ziemlich misslungenen und nur die repräsentative Oberfläche der Physionomie enthaltenen Porträt das wirkliche Angesicht seines Vaters zu finden. Es gelang ihm nicht mehr. Er erinnerte sich noch an gewisse Bewegungen des Körpers und der Hände, deren blaue Adern und viereckige, sehr saubere und fast weiße Nägel. Aber das Angesicht blieb verschollen. Es hatte nie gelebt. Es konnte auch gar nichts nützen, etwa die Gruft zu öffnen. Das Antlitz seines Vaters bestand jetzt aus tausend Löchern. Es war Behausung und Nahrung für Würmer geworden. Er war zum ersten Mal über den Tod seines Vaters traurig. Der Vater war die einzige Kraft und Wärme dieser Familie gewesen. Paul fasste den Entschluss, das Haus zu verlassen. Solange seine Mutter lebte, war keine Änderung zu erwarten. Nie würde sie Theodor gehen lassen. Paul selbst wollte wegfahren. Er ging durch den Garten. Die Rosenstöcke zitterten in Stroh verpackt. Die jungen Weidensträucher am Gitter waren etwas größer geworden. Die Zwerge troffen erbärmlich im Regen. Sie hatten allmählich ihre heiteren Farben verloren und in das Kachelweiß ihrer Märchenbärte mischte sich das musige Grün der Verwitterung. Sie waren als junge frische Greislein gekommen. Jetzt sahen sie dem Zerfall entgegen und verloren die heitere Würde ihres Alters. Anders als die Menschen waren die Zwerge aus der Fabrik Grütze und Kompanie weißhaarig in der Jugend und farblos im Alter. Über die schmalen Wege hatte man keinen Kies mehr gestreut. Es knisterte nicht mehr unter den Füßen. Der Schlamm der Erde verschluckte die kleinen Steinchen. Der Garten erinnerte an diesem kalten regnerischen Herbsttag an ein Bautörer. Was macht denn der Gärtner? fragte Paul seine Mutter beim Essen. »Ich habe ihn entlassen«, sagte Frau Bernheim. »Das heißt, er ist eingerückt und vor einer Woche zurückgekommen, aber ich habe ihn nicht mehr genommen. Der Portier kann den Garten auch ganz gut versorgen. Wir müssen uns einschränken, Paul. Ich habe den großen Wagen und zwei Pferde verkauft und einen Teil der Stallungen im Gerstner vermietet. Wer ist das? Der Milchhändler, weißt du nicht? Seit einem Jahr haben wir keine Köchin mehr, nur das Stubenmädchen und das bisschen Essen mache ich selbst in der Küche. Und geheizt wird auch nicht mehr? Wir haben noch Kohle im Keller, aber es reicht nicht für den ganzen Winter, wenn wir jetzt schon anfangen. Was willst du denn im Januar machen? Und diese Zeiten? Die Bettler rennen uns das Haus ein und sind frech geworden. Eines Tages werden sie uns überfallen. Es gibt ja gar kein Gesetz mehr. Mervig hat mir geraten, Papiere zu kaufen. Was soll ich mit den Papieren, wenn ein großer Krach kommt? Das Geld wird wertlos, Mutter. Wertlos? Das Geld? rief Frau Bernheim. Was soll noch einen Wert haben? Es war, als hätte man ihr mitgeteilt, dass heute zum letzten Mal die Sonne aufgegangen sei. Es ist besser, fuhr Paul fort, Aktien zu kaufen. Nein, um Gottes Willen, Paul, sagte die Mutter. Für eine Frau sind Aktien gar nichts. Eine Frau versteht nichts von der Börse. Lass doch, Mervig. Das Das kann man nicht, weißt du? Er hat mir zu den Kriegsanleihen geraten. Du wirst morgen ins Büro gehen und mit ihm sprechen. Er gefällt mir nicht mehr seit einigen Monaten. Es geht schlecht bei ihm zu Haus. Dem Sohn wurden die Beine amputiert. Er hat keine Stellung mehr. Diese Leute. Die Angestellten sind immer nur ehrlich, solange sie auskommen. Sie sagte das mit ihrer alten königlichen Hoheit. Ein Zustand, in dem sie sich immer noch wohl fühlte. Es kränkte sogar Paul, obwohl auch er niemals viel vom Personal hielt. Aber Mutter, Herr Merwig ist dreißig Jahre in unseren Diensten. Und im einunddreißigsten fängt er an zu stehlen, sagte Frau Bernheim, und ihre Lippen schlossen sich gleich darauf so fest, dass die Haut über den Kiefern gespannt und das Angesicht einem weißen Stein ähnlich wurde. Paul ging noch am Abend vor Büroschluss zu Herrn Merwig. Der saß, wie immer, hinter der gläsernen Mattscheibe an seinem hohen Pult. Sein dichter grauer Schnurrbart sträubte sich, seine strengen grünen Augen erinnerten an Scherben aus Flaschenglas, seine Stimme war ein kleines Grollen. Er gehörte zu den langjährig Dienenden, die den Unterschied zwischen Anständigkeit und Hartherzigkeit nicht mehr kennen, die also die unbedingte Ehrlichkeit eines Felsens haben. Es geht schlimm, Herr Paul, sagte Merwig, und obwohl es nur eine Klage sein sollte, war es ein Vorwurf. Seit dem Hinscheiden des seligen Herren haben wir viele Kunden verloren. Die meisten sind zu den großen Banken gegangen. Es geht allen Kleineren schlecht. Die anderen fangen jetzt allerlei unbekümmerte Geschäfte an, aber das sind nicht Transaktionen im Sinne Ihres dahingeschiedenen Vaters. Sagen Sie ruhig Verstorbenen, Herr Merwig, unterbrach Paul, und um den Alten nicht länger sprechen zu hören. Wir werden jetzt neu anfangen, Herr Merwig. Ich werde es in die Hand nehmen. Es ist Zeit, Herr Paul. Mutter, sagte Paul am Abend, ich verbirge mich für Herrn Merwig. Ich habe alles nachgesehen. Er ist nur dumm. Personal ist immer dumm, mein Kind. Hast du vielleicht eine Zeitung mitgebracht? Theodor ist heute nicht nach Hause gekommen. Er bringt sonst immer einer mit. Aber wir sind doch abonniert. Nicht mehr, mein Kind. Ich habe die Abonnements aufgegeben. Warum schickst du nicht um eine Zeitung? Ich dachte, du würdest eine mitbringen und Theodor eine. Dann hätten wir schon zwei. Ich gehe eine kaufen. Als Paul zurückkam, lag ein Telegramm auf dem Tisch. Robert kommt mitwo. Küsse Lina Lina Da war noch Robert. Paul hat ihn fast vergessen. Was sollte jetzt mit diesem Rittmeister geschehen? Man wird ihn ins Geschäft nehmen müssen, meinte Frau Bernheim. Er versteht aber nichts davon. Macht nichts, er wird sich ein arbeiten. Ein Mann wie er. Frau Bernheim hatte nicht aufgehört, die Männer nach ihren körperlichen Fähigkeiten zu beurteilen. Sie liebte ihren Schwiegersohn. Er ist eine repräsentative Erscheinung, auch in Zivil sieht er aus wie ein Reiter. Paul dachte nicht ohne Bitterkeit an die Kavallerie, bei der er nicht hatte bleiben dürfen. Diese Kavallerie war schuld an seiner Begegnung mit Nikita, an seiner langen Krankheit. Er sagte nichts gegen Robert. Ja, als der Schwager kam, wurde er sogar freundlich. Es war eigentlich ein netter, harmloser Mann. Er trug nur ein schauderhaftes Zivil. Eine viel zu dicke Krawatte und einen viel zu kleinen und dunkelgrünen Hut. Paul beschloss, Robert zuerst zum Schneider zu führen, in einen Hutladen und zu einem guten Friseur. Den mondän gewordenen Rittmeister setzte er in die Bank. Er war schließlich froh, dass dieser Schwager lebte. Ein zuverlässiger Mann. Paul nahm den sogenannten Außendienst in die Hand. Unter Außendienst verstand er Reisen. Schließlich mietete er eine Wohnung in Berlin. Er kam nur einmal in der Woche in die Bank. Kapitel 7 Eines Nachmittags, als Paul seine Wohnung verließ, sagte ihm der Portier, Guten Morgen, Herr Bernheim, gerade über Ihnen im zweiten Stock ist ein Zimmer frei geworden. Paul war gerade aufgestanden. Es gehörte zu seinen Eigenheiten, dass ihn alles besonders interessierte, was er kurz nach dem Erwachen erfuhr. Er befand sich in einer gewissen Abhängigkeit vom Portier. Obwohl dieser dreimal in der Woche Trinkgelder in fremder Währung von Bernheim empfing, wusste er doch in Paul unaufhörlich das Gefühl einer Schuld wach zu erhalten und die Vorstellung, dass zwischen den Diensten, die er leistete und der Höhe der Spenden, die er empfing, immer eine bedeutende Differenz bestehen bliebe. Paul wäre es peinlich gewesen, auf den Hinweis des Portiers nicht näher einzugehen. Im Übrigen störte es ihn, über seinem Kopf ein leeres Zimmer zu wissen, in das ein noch nicht bekannter, also schrecklicher Lärm einziehen konnte, ein Spielclub zum Beispiel. Schließlich durfte er auf keinen Fall vor dem Portier einem jener Mieter ähnlich werden, denen es an ein paar wertlosen Geldscheinen gelegen war. Paul erkundigte sich also als ein Mann von Geschäften nach dem Preis. Zehn Dollar im Monat, sagte der Portier, der vor Bernheim niemals eine andere Währung zu erwähnen wagte. Ich nehme es, sagte Paul mit dem schnellen Entschluss, mit dem er etwa am Telefon sagte, ich nehme, gemacht. In der Tat hatte er ein Zimmer nötig. Je weiter er den Kurfürsten Damen entlang ging, desto notwendiger wurde das Zimmer. Es war ein nebeliger Februartag, an den Straßenecken bestanden die feldgrauen Bettler und Krüppel aus Nebel. Man sah die Passanten erst auf drei Meter Entfernung, die frühen Laternen brannten wie erlöschende Sterne. Paul wusste, dass er sehr traurig gewesen wäre, wenn er in dieser Stunde nicht das Zimmer gemietet hätte. So besaß er für heute eine kleine Sensation. Es war den ganzen Tag keine Post gekommen. An den Tagen, an denen sein Briefkasten leer war, fühlte er sich doppelt verlassen. An solchen Tagen war er ein Pessimist und abergläubisch. Er stellte sich vor, dass irgendeine feindliche Macht entweder die Menschen, mit denen er korrespondierte im Schreiben verhinderte oder was sie geschrieben hatten auf dem Grunde der Postkästen aufhielt, in den Briefsäcken der Postwagen zerfallen ließ. Er selbst schrieb nicht gerne gewöhnliche Briefe. Er telegrafierte oder gab seine Briefe eingeschrieben auf. Gestern und vorgestern hat also kein Mensch an mich gedacht, sagte sich Paul, wenn sein Briefkasten leer Ich habe viele Freunde und bin ganz allein. Nicht einmal Marga schreibt mir. An solchen Tagen bereitete er sich mit langsamer Vorfreude auf die Geschäftskorrespondenz vor, die ihn im Büro im Inneren der Stadt erwartete. Er sagte nicht Stadtinneres, sondern City. Sonst interessierte ihn diese Korrespondenz überhaupt nicht. Ein Geschäftsfreund hatte ihm ein Büro abgetreten, in dem Bernheims Sekretär und ein Schreibfreundlein saßen, Anrufe entgegennahmen und notierten, kleine Abschlüsse selbstständig tätigten und bei größeren in Pauls Wohnung anriefen. Jeden Nachmittag eine Stunde nachdem er das Bett verlassen hatte, begab sich Paul in dieses Büro. Hatte er Briefe zu Hause bekommen, so fuhr er im Auto. An den postlosen Tagen ging er zu Fuß, um seine Verlassenheit bis zum Grunde auszukosten. Dann aber auch, um an einem ganz bestimmten Punkt, an dem sich der Schmerz der Einsamkeit in eine Linde Wehmut verwandelte, die Hoffnung, auf eine möglichst überraschende Geschäftskorrespondenz lange auszudehnen. Unter Umständen konnte sich auch ein Privatbrief unter die geschäftlichen gemischt haben. Er beschloss nun, das Büro in das City aufzugeben und es im zweiten Stock über seiner Wohnung einzurichten. Es gab Stunden am Vorabend, die er allein in seinem Zimmer verbringen musste, in denen kein Freund sich meldete, kein Brief kam, kein Telefongespräch. Dann fühlte er die Einsamkeit wie ein Gefängnis. Die Frauen, zu denen er Beziehungen hatte, beschäftigten ihn nur, solange er sich in ihrer Nähe aufhiel. Sein ständiges Verhältnis Verhältnis Marga lebte in Wien. Sie kam einmal im Monat zu ihm. Sie war eine junge Schauspielerin, die ihr Theater auf keinen Fall verlassen wollte. An einer Berliner Bühne hatte er sie nicht unterbringen können. Aber selbst wenn er Marga bei sich gehabt hätte, seine Verlassenheit wäre nicht kleiner gewesen. Sie brauchte ihn nur, weil es die Sitte erforderte. Er liebte sie nicht, aber auch ihm befahl die Tradition eine Freundin zu erhalten. Es erhöhte den gesellschaftlichen und sogar den geschäftlichen Kredit. Es war schwer allein zu sein. Alle peinlichen Gedanken kamen aus der Einsamkeit, wie Züge aus der Ferne kommen. Wenn er allein war, erinnerte er sich an Nikita, an das Spital, an das verlorene England, an das unterbrochene Oxford. Nun war er nahe an die 30. Das 30. Lebensjahr erschien ihm wie die letzte Etappe auf dem Weg zur Größe. Wenn man bis dahin nicht ein bedeutender Mann war, so wurde man es nie mehr. Dann verlor auch das Leben seinen Sinn. Denn ein mittelmäßiges Leben zu führen hielt Bernheim für einen Verrat an sich selbst, an seinen Talenten, an seiner genialen Jünglingszeit, an seinen toten Vater. Er konnte sich nur Größe oder Tod vorstellen, wenn er an seine Zukunft dachte. Und je strahlender er sich die Größe ausmalte, desto mehr Angst hatte er vor dem Tod. Tod. Die Lehre des Todes umgab und erfüllte ihn bereits in manchen Stunden. Um ihr zu entfliehen, umgab er sich mit Gesellschaft. Es waren Menschen, die von ihm lebten, Schatten, aufgestiegen aus den Nebeln der Zeit und von ihnen gebildet. Alle bewegten sich auf dem ungewissen, unbegrenzten und seine Ausmaße unaufhörlich verändernden Gebiet zwischen der Kunst und dem Hazardspiel. Sie hingen mit dem Theater, mit der Malerei, mit der Literatur zusammen, aber sie schrieben nicht, malten nicht, traten nicht auf. Der erschuf eine Zeitschrift für die Dauer einer Woche. Jener nahm Vorschuss auf einen Zeitungsartikel, den er niemals schreiben konnte. Ein Dritter gründete eine Bühne für die Jugend und wurde bei der ersten Vorstellung verhaftet. Ein Vierter trat seine Zimmer einem Spielclub ab, konnte nicht mehr in seinem Hause leben und verlor in anderen Spielclubs den Mietpreis, den man ihm zahlte. Ein Fünfter, der Medizin studiert hatte, befasste sich mit Abtreibungen, konnte sie aber der Diskretion wegen nur in seinem Freundeskreis ausführen und bekam also keine Honorare. Ein Sechster arrangierte spiritistische Versammlungen und wurde von seinen eigenen Medien denunziert. Ein Siebenter leistete der einheimischen Polizei und gleichzeitig fremden Botschaften Spionagedienste, betrog alle und fürchtete die Rache die Rache aller. Der Achte verschaffte den russischen Emigranten falsche Pässe und vermittelte Aufenthaltsbewilligungen bei der Fremdenpolizei. Der Neunte brachte den radikalen Blättern falsche Nachrichten aus den Kreisen der nationalistischen Geheimorganisationen. Der Zehnte kaufte sie, bevor sie erschienen waren und bekam dafür Belohnungen von den konservativen Männern, die Geld besaßen. Es erwies sich an jenen Tagen, dass die Sittlichkeit dieser Welt von nichts anderem abhängig ist, als von der Stetigkeit der Valuta. Eine alte Wahrheit, die im Lauf der vielen Jahre, in denen das Geld einen unbestrittenen Wert hatte, vergessen worden war. An den Börsen der Welt wird die Moral der Gesellschaft bestimmt. All diesen Menschen stand die Wohnung Bernheims Tag und Nacht offen. Er, der Einzige unter ihnen, verdiente wirkliches Geld, das heißt Fremdes, und daher war er ihnen überlegen. Diese Überlegenheit wurde wertvoller, je mehr sie ihn kostete. In manchen Stunden überschätzte er gerne seine Freunde, um selbst in seinen Augen mächtig zu erscheinen. Er ergab sich der Illusion, endlich das Leben eines wirklichen Herrn zu führen. Und wie der einst sein Vater, so kaufte er jetzt seine Anzüge, seine Schuhe, seine Hüte in England. Er rauchte englischen Tabak aus englischen Pfeifen, aß Früchte und Grieß und rohes Fleisch und ritt wieder wie in seinen jungen Tagen. Dass er kein eigenes Pferd besaß, machte ihm Kummer. Automobil auf Anzahlung, Chauffeur in Livret. Paul hätte gern Pferde und mehrere Wagen besessen. Überzeugt wie alle Welt, dass die Wirtschaft, die Politik und das ganze nationale, ja europäische Leben bestimmte, vernachlässigte er seine kunsthistorischen und seine literarischen Neigungen und sprach nunmehr von ökonomischen Realitäten. Es gilt, sagte er zu Dr. König, einem seiner Freunde, den Markt zu beherrschen. Der Markt ist die öffentliche Meinung. Die Zeitungen sind die Sklaven der Banken und wer die Banken samt deren Sklaven beherrscht, der regiert den Staat. Dr. König, der linksgerichtet war, mit Russland sympathisierte und sich für einen Revolutionär hielt, dem nur eine Revolution fehlt, hörte mit der Andacht zu, die Gegner der bürgerlichen Gesellschaftsordnung für deren Stützen immer bereithalten. Bernheim hielt ihn für einen mächtigen Führer des Proletariats und er sah in Bernheim einen geheimen Vertrauten der Schwerindustrie. So saßen sie einander gegenüber, die Repräsentanten zweier feindlicher Mächte, persönlich objektiv bis zur Freundschaft und jeder erfüllt von dem Gedanken an die Wirkung, die er auf den anderen ausübte. Wir werden noch mit Russland Geschäfte machen, sagte Paul zu ihm mit versöhnlicher Ironie. Ihr werdet dort das Geld verdienen, das wir euch hier abnehmen werden, erwiderte Dr. König. Am Abend saßen sie nebeneinander am Spieltisch. Dr. König verlor. Er führte sein Unglück im Spiel auf seine Weltanschauung zurück, die ihm gebot, das Geld zu verachten. Er lieh also Geld bei Paul, der gewann und der diesen Umstand nach der traditionellen Manier mit seinem Unglück in der Liebe erklärte. Am Abend vertrug er keine Politik. Da zog er zum Beispiel die Anekdoten Kastners vor, der manchmal pornografische Werke zum Durchblättern brachte. Kastner bekam sie von Leuten, die in Geldverlegenheit waren, in Kommission. Bernheim hatte ihm schon mehrere abgekauft. Er benützte sie zur Zerstreuung der Damen, die ihn besuchten und denen er sagte, Ich muss sie ein halbes Stündchen allein lassen. Ich habe zu tun. Blättern sie inzwischen diese Zeitschriften durch. Nur rühren sie mir ja nicht jene Werke an. Es ist Gift für Frauen. Wenn er schon nach einer Viertelstunde zurückkam, sah er die Frau über den verbotenen Büchern sitzen. Einige Mal in der Woche gab er größere Soupets, die erst im Morgengrauen zu Ende gingen. Da bediente sein Chauffeur in weißen Handschuhen. Nach dem Essen las ein junger Dichter aus Dramen vor. Man löschte den Kronleuchter aus und ließ nur in den Ecken mit dunkelblauen Batik verhängte Birnen angezündert. Der Dichter las in einem Lehnstuhl. Die Zuhörer legten sich auf die Polster, deren Bernheim etwa hundert besaß. So stellte man Sofas her. In dem Maß, in dem sich die dramatischen Handlungen verwickelten, vergrößerte sich die Aufmerksamkeit der Zuhörer für die Nachbarinnen. Während der Dichter den letzten Akt las, lagen die meisten schon im Dunkeln, als legen sie hinter einem bereits gefallenen Vorhang. Die Batiklampen waren ausgelöscht. Hier und da sah man eine leuchtende Hand, die sich nach einem Glas ausstreckte. Im Nebenzimmer ließ der Chauffeur ein gedämpftes Grammophon spielen. Jemand summte mit. Schwankend erhob sich ein Paar, um zu tanzen, und fiel nach einigen Drehungen wieder hin, als wäre der Mechanismus abgelaufen, der, eingebaut in ihren Leibern, ihre Gliedmassen bewegte. Die meisten brachten noch die Kraft, auf Zigaretten zu rauchen. Sie verbreiteten zugleich mit dem Rauch den Schalengeschmack ihrer Münder, und der Geruch von Wein, Zigaretten, Puder und Parfum ergab zusammen den von Menthol und Zahnpasta. Ehe der Morgen graute, brachte der Chauffeur, dessen Handschuhe ewig weiß blieben, ein Wunder, leuchtend im dunklen schwarzen Kaffee in winzigen Tässchen. Die Damen und jene Herren, die goldene Armkettchen trugen, führten die Tasse zum Mund, indem sie die kleinen Finger spreizten. Einer nach dem anderen gingen die Gäste weg, ohne Abschied, zwischen Nacht und Tag und wie aus Angst vor dem Tag. Eine halbe Stunde nachdem der Letzte das Haus verlassen hatte, wusste Paul noch nicht, ob er schon allein war. Also machte er einen Nachtwächter ähnlich die Runde durch seine Zimmer. Beim ersten Schimmer des Morgens suchte er die Winkeln zwischen den verstreuten und aufeinander gehäuften Polstern nach schlafenden. Er hätte gerne noch einen Gast zurück behalten. Nur fürchtete er es zu sagen, damit nicht alle blieben. Nachdem er sich überzeugt hatte, dass die Zimmer verlassen waren, begann er einige Melodien aus seiner Jugend zu spielen. Der Wintertag kroch mit bleierner Langsamkeit an die Fenster. Paul ließ seine Finger ihrer eigenen Erinnerung gehorchen und unkontrolliert über die Tasten gehen. Die Klänge, die sie hervorriefen, erreichten seine Ohren spät, als hörte er aus einem entfernten Zimmer einen Fremden spielen. Die Melodien kamen gleichzeitig mit den ersten Geräuschen der erwachenden Straßen. Paul erinnerte sich an die Morgenstunden seiner Kindheit, an die Stunde vor dem Schulbesuch, an die kurze und dennoch so lange Viertelstunde vom Erwachen bis zum Aufstehen, in der er mit doppelt geschärften Sinnen die Laute des Morgens in den fernen Straßen und in den nahen Zimmern vernommen hatte. Der Duft von frisch gebranntem Kaffee und Fett, in dem die Eierspeise hörbar prasselte, durchzog das ganze Haus. Er setzte sich noch in die Straße fort. Wenn Paul das Haus verließ, begleitete ihn dieser bestimmte Geruch ein Stück. Die ersten leichten Bauernwagen rollten in die Stadt. Schwer ächzend und wie aus Erz tauchte an der ersten Biegung der Spritzwagen des Magistrats auf, damals noch von zwei breitknochigen monumentalen Pferden gezogen, die ihre dröhnenden Hufschläge selbst zu zählen schienen. Die singenden Rufe der Straßenhändler halten wieder von den Wänden der morgendlichen leeren Höfe und aus den offenen Fenstern erscholl als eine Antwort der Gesang eines aufräumenden Dienstmädchens. Einen nach dem anderen sah Paul seine Schulkameraden wieder. Er konnte sie noch nach dem Alphabet aufzählen, bis Morgenstern. Dann verloren sich die Namen in der Nacht der Vergangenheit. Aus ihnen allen ist was geworden, wenn sie nicht im Krieg gefallen sind, dachte Paul. Und wie weit waren sie damals hinter mir? Mit der unerbitterlichen Nüchternheit, die einer durchwachten Nacht folgt, entlarvte Paul Bernheim eine seiner Täuschungen nach der anderen. Es waren die einzigen Stunden, in denen er sich über die Armseligkeit seiner Freunde, den falschen Glanz seines Wohllebens Rechenschaft gab. Es war als ob die fröhliche Echtheit jener Eindrücke, die aus einer fernen Zeit immer noch ihr Echo herüberschickten, die Leere dieser Gegenwart enthüllten, wie man falsche Perlen erkennt, sobald echt in ihre Nähe kommen. Ein drohender Eisberg schwamm das dreißigste Lebensjahr heran. Der Ehrgeiz plagte, ein körperliches, unheilbares Leiden. Wenn er mich verließe, dachte Paul, wenn man ihn operieren könnte. Es war kein Charakterzug, es war ein überflüssiges und krankes Organ. Und wie ein Geiziger seiner unfruchtbaren Schätze zählt, so zählte Paul seine unfruchtbaren Talente. Er konnte malen, musizieren, schreiben, amüsant sein. Er verstand etwas von Geschäften, von Menschen, von der Nationalökonomie, von der Weltpolitik. Es ging ihm nicht schlecht, er verdiente Geld. Aber nicht genug, um mächtig zu sein und zu wenig, um die tröstliche Bitterkeit der Armut zu kennen. Es musste noch irgendein Geheimnis geben, das Geheimnis des Erfolgs. Darauf konnte man mit der Zeit kommen. Vielleicht eine glückliche Heirat? Wieder ran ein Tag durch die Fenster, ein schrecklicher Tag. Er brachte Leere, Kälte und die Einsicht in die wirkliche Lage der Dinge, die Einsicht, die den Schrecken gebar und den Schatten des Todes weckte. Die Rettung fuhr der Mittelmäßigkeit allerdings. Aber welch eine Rettung! Und wie man die Augen schließt vor einer hereinbrechenden Katastrophe, so schloss Bernheim die Augen vor dem hereinbrechenden Tag. Er legte sich schlafen. Nicht mehr als zwei Stunden durfte man der Arbeit widmen. Die Geschäfte gingen von selbst. An zwei Telefongesprächen mit Merwig zu Hause verdiente man für einen Monat zum Leben. An der Differenz zwischen dem Dollarwert, an den schwarzen und legitimen Börsen dreier Städte verdiente man den Luxus. Es war endlich gelungen, den alten Merwig zu einer Verbindung mit Leuten von der schwarzen Börse zu überreden. Sonst wäre er gekündigt worden, ohne Mitleid. Paul sagte, ohne Schwäche. Nur nicht sentimental sein, sagte Paul ein paar Mal im Tag. Nun, da sein Büro über seiner Wohnung installiert war, fühlte er sich weniger einsam. Drogen saßen Leute, die er bezahlte. Sie lebten von ihm, also mussten sie ihm zur Verfügung stehen. Anders als die Freunde, die das Geld, das man ihnen lieh, mit der Freundschaft bezahlt zu haben glaubten. Gegen drei Uhr nachmittags schritt er langsam die Treppe zum Büro hinauf. Wenn er nur den Schlüssel ins Schloss steckte, begannen drinnen zwei Schreibmaschinen zu klappern. Über sie gebeugt, als hörten sie ihn nicht kommen, saßen beide Mädchen. Sie stürzten sich nach der Sitte weiblicher Bürokräfte raubtierhaft auf einen gleichgültigen Brief und zermalmten ihn zwischen den Gestängen der Maschinen. Ein Vorgang, der dem Brotgeber gefällt, nicht weil ihn der Fleiß freut, sondern die Furcht, der er begegnet. Auch Paul Bernheim freute sich solcher Untertänigkeit. Der Sitte der Zeit gemäß, die eine Epoche der mutigen und schnellen Entschlüsse war und in der sich der Handel unter dem Einfluss des Krieges wie eine Strategie benahm, bis zu dem Grade, dass sogar die Geschäfte Operationen zu heißen anfingen. Der Sitte dieser Zeit gemäß überflog Bernheim mit einem raschen Blick die Schreibtische, die Korrespondenz, die ihm aufgeschnitten und griffbereit dargeboten wurde. Er liebte es in einem Augenwinkel das Bild des zaghaft wartenden Sekretärs aufzunehmen, die er seinen Herren in der Lektüre nicht zu stören wagte. Paul Bernheim wurde dann leutselig, eine Fähigkeit, die ebenfalls einen Machtgenuss beschert. Na zeigen sie nur mutig her, was sie haben. Er betrachtete den schlechten, harten und glänzenden Stoff des Anzugs, den der Sekretär trug und fühlte die Freude aus den Knabenjahren, wenn er mit dem Zeugnis in der Hand von den Kollegen Abschied nahm, auf die noch eine Nachtragsprüfung wartete. Telefonische Abschlüsse? Vier bis jetzt, sagte der Sekretär. Allgemeine Boden, Agrarkredit und Herr Robinson. Robinson, wie viel? 500 im Ganzen. Chinesische? Nein, Amerika. Hören Sie was von Ergo im et ex? Die Apparate setzen sich nicht durch, Herr Bernheim. Es hat keinen Sinn, wenn ich mir eine Meinung erlauben darf. Nein, sagte Bernheim, keine Meinung. und er las in der Seele des Sekretärs die Worte, er hat recht, wer zahlt noch 15 Dollar die Woche? Wir wollen, fuhr Bernheim fort, die Sache im Auge behalten, Nase muss man haben. Das Telefon schrillte, gleichzeitig hörten die fleißigen Mädchen zu klappern auf. Der Sekretär machte einen Sprung, um den Apparat noch zu erreichen, ehe sich Bernheims Hand ausgestreckt hatte. Einen Augenblick hörte man die Stille. Sie gingen von den beiden Maschinen aus, die eben noch gelärmt hatten, und von den zwei Mädchen, auf deren Gesichtern die leere Andacht lagerte, mit der sie manchmal einem Gottesdienst beiwohnten und einer fremden Hochzeit. Wer ist dort? fragte Bernheim den Sekretär. Der legte die Muschel weg, mit der dienstbeflissenen Entschiedenheit, mit der er für 15 Dollar wöchentlich alle Telefonabonnenten abgelegt hätte. Zwischen der Notwendigkeit, leise zu sprechen und der Angst, ein Flüstern würde die Eheerbietung vermindern, fand er eine Art abgebrochener Sprechweise, unvollkommene Wendungen, als wären Andeutungen weniger vernehmbar als vollendete Sätze. Granich Düsseldorf fragt, morgen signiert? stammelte er. Lassen Sie warten, befahl Bernheim, bin an einer Konferenz. Der Sekretär telefonierte. Tut mir leid, bitte zu warten oder gefälligst eine Stunde später anzurufen, Herr Bernheim ist in einer wichtigen Konferenz. Er hielt es für nötig, die Konferenz wichtig zu nennen. Auf diese Weise macht man sich unentbehrlich. In der Tat war Paul Bernheim froh, wenn man von seinen wichtigen Konferenzen sprach. Er liebte wie alle Welt diese harmlosen Täuschungen und er verwendete sie aus Angst, er selbst könnte das Opfer einer ähnlichen Lüge geworden sein. Aus diesem Grunde sagte er, rufen Sie Herrn Robinson an, sagen Sie ich bin in einer wichtigen Konferenz und erwarte morgen seinen Besuch. Herr Robinson, sagte der Sekretär, nachdem er telefoniert hatte, bittet Sie zu ihm zu kommen. Gerade morgen hat er keine Zeit. Dann soll er warten, entschied Bernheim mit einer gespielten Heftigkeit. Die Antwort Robinsons ärgerte ihn, noch mehr aber, dass er sie nicht vorausgesehen hatte. Er hätte noch gerne weitere Aufträge gegeben, aber er wurde abergläubisch. Heute wird alles schief gehen. Er wollte sich erheben und Schluss machen. Es klingelte noch einmal. Ihr Herr Bruder, sagte der Sekretär. Paul fragte, du, Theodor? Ja, sagte Theodor, geh nicht fort, ich bin in fünf Minuten bei dir. Theodor kam. Er trug zum ersten Mal nach langer Zeit wieder zivil. Daheim welkten die Windjacken. Pauls Einladung, sich zu setzen, lehnte er ab. Er stand im Dämmer des Winterabends. Ein paar Schneesternchen glänzten noch und zergingen eilig auf den Schultern seines Mantels. Er hielt den Hut in der Hand. Man hätte ihm ansehen können, dass er ihn lieber mit beiden Händen gehalten hätte. Gedemütigt so in der Wohnung des Bruders, Paul war im Fremden in der Mitte der fremden Möbel. Zwischen den Wänden, die Paul, nur Paul gehörten. Es war nicht das Haus der Mutter, in dem Theodor immerhin das Gefühl enterbt zu sein genoss. Eine erhabene Bitterkeit, die auch Besitzerrechte verleiht. Ob er mir helfen wird? Bis zu dem Augenblick, in dem er an Pauls Türklingel gedrückt hatte, war er ohne einen genauen Plan herum gegangen. Es war ihm unmöglich gewesen, sich vorzustellen, was er zuerst sagen würde, was Paul antworten könnte. Nun wusste er nichts zu sagen. Jeher fiel die Dämmerung ins Zimmer. Paul machte kein Licht. Es war, als riefe ihr den dunklen Himmel gegen Theodor zur Hilfe. Bevor es Nacht wird, sage ich es, dachte Theodor. Ich brauche mindestens 2000 Dollar, sofort, sagte Theodor endlich. Ich habe sie nicht. Ich muss heute Nacht weg, mit Gustav. Du kennst ihn nicht, er hat was angestellt. Was sagst du? Was hast du damit zu tun? Du kannst mich der Polizei ausliefern, wenn du willst. Ich bin beteiligt. Und weil es ihm plötzlich einfiel, dass Paul ihn für einen gemeinen Verbrecher halten könnte, sagte er hastig. Es ist politisch. Die letzte Silbe dieses Wortes zischte noch in Pauls Uhren. Die Nacht war hereingebrochen. Paul erinnerte sich wieder an Nikita. Ich habe kein Geld. Telefoniere, leid dir sofort schnell, begann Theodor jetzt mit lauter Stimme, als fände er, dass nun, da die Nacht schon da war, Vorsicht keinen Sinn mehr hatte. Und was geschieht, fragte Paul langsam, wenn ich dir kein Geld gebe. Du, schrie Theodor. Er griff nach dem Tisch, ein gläserner Briefbeschwerer glitt von selbst in seine Hand. Er warf den Gegenstand auf den Fußboden. Es dröhnte. In diesem Augenblick schrillte die Türklingel. Paul öffnete. Nikolai Brandeis trat ein. Er war ein großer, kräftiger Mann in den Vierzigern, mit überraschend weichen, tigerhaften Bewegungen und einer tiefen und sanften Stimme, die ein Reiz in dem fremden Akzent bestand, den sie auf die Worte legte. Manchmal schien es, dass Brandeis absichtlich dieselben falsch betonte. Wer ihn kannte, war überrascht von der Schnelligkeit und der Vielfalt seiner Intelligenz und verwundert über die Zähigkeit, mit der er immer wieder seine alten Fehler machte. Ja, er hatte die unhöfliche Gewohnheit, einen Satz, den ihm jemand sagte, sofort in seiner eigenen Melodie und falsch betont zu wiederholen, als wollte er den Sprecher verbessern oder als vergewisserte er sich, dass er richtig verstanden habe. Diese Eigenschaft machte die Menschen gegen ihn misstrauisch. Wenn die Menschen es schon nicht gerne sehen, dass man ihre Fehler verbessert, so werden sie erbittert, wenn man nicht einmal ihre Korrektheit gelten lässt. Brandeis blieb ihnen fremd. Sie konnten nur einen ganz bestimmten Grad von Fremdheit ertragen, sogar sympathisch finden, Brandeis aber übertrieb. In einem Bilderatlas für Völkerkunde, in einem Museum als harmloses Porträt an der Wand, hätte man ihn nur exotisch gefunden. Er aber lebte. Er schien von einem unbekannten Geschlecht breitknochiger und hünenhafter Mongolen abzustammen. Sein schwarzer Spitzbart schloss sein breites herzförmiges Angesicht so mustergültig ab, dass er wie künstlich und angeklebt wirkte und da überdies die Oberlippe rasiert war, konnte man einen Augenblick glauben, Brandeis hätte nach einem Maskenfest vergessen, den Bad abzunehmen. Überraschend war die hellgraue Farbe seiner schiefgestellten schmalen Augen. Merkwürdigerweise erhob sich über diesem dreieckigen Gesicht und im Gegensatz zu seiner braungelben Farbe eine weiße, hohe und breite Stirn, die wie von einem anderen Menschen entlehnt war. Und erst die dünnen, in einzelne Strähnen zerfallenden mattschwarzen Haare hatten wieder eine Beziehung zum Antlitz, zum Bart und zu der Lage der Augen. Man wusste von diesem auffälligen Mann nur, dass er wie viele Tausende Russland während der Revolution verlassen hatte. Da er keine Familie, keine Verwandten, keine Freunde aufzuweisen vermochte, da er während seiner Anwesenheit in Berlin keine Freunde gewonnen hatte, weder mit Fremden noch mit Einheimischen verkehrte, sondern nur mit dem und jenem Geschäfte machte, und zwar Geschäfte jeder Art, begannen die Leute auf ihn aufmerksam zu werden und ihn unbestimmter Laster zu verdächtigen. Er wurde schnell bekannt, denn der Hass und das Misstrauen machen populärer als die Wertschätzung und die Liebe. Wer ihn einmal sah, vergaß ihn nicht mehr. Man erlag den melancholischen Reiz der Stimme und vermutete ein Geheimnis in diesem Mann. Man konnte ihm in den Banken in den Wartezimmern der Direktoren, auf der Börse, in den Kaffeehäusern der Geschäftsviertel begegnen. Man wusste ferner, dass er in einer kleinen Pension im Westen wohnte, wo er seine Mahlzeiten nicht einnahm. Manchmal sah man ihn zu einer späten Stunde in einem der geschlossenen Spielclubs. Da saß er in einer Ecke, trank, zahlte und ging. Die Gasthäuser waren geschlossen. Er betrachtete die Spielclubs lediglich als deren Stellvertretungen. Einladungen nahm er nicht an. Er ging immer zu Fuß. Von allen Menschen, mit denen er Geschäfte machte, war er der Einzige, der keinen Wagen besaß und übrigens der Einzige, der niemals Eile zu haben schien. Man sah ihn mächtig, langsam, herausfordernd langsam die Straßen daherkommen, einen Stock mit metallener Spitze gegen den Himmel gerichtet, wie ein an einem Riemen geschultertes Gewehr, die Hand mit dem Stockgriff in der Tasche geborgen, den Hut mit schmaler Krempe über den Augen. So sah er gerüstet aus, und seine Sicherheit war die eines Menschen, der an der Spitze eines großen Gefolges einher schreitet. Er hatte ein paar Monate früher ein umfängliches Geschäft mit Paul Bernheim gemacht. Es hatte sich darum gehandelt, einige hundert alter schlechter Feldküchen, die in einem Depot in der Steiermark lagen und um die sich der Staat nicht kümmerte, weil er nicht genug begabt war und weil die Gegenstände der Kontrolle der alliierten Waffenkommission unterlagen, als altes Eisen nach Jugoslawien billig zu verkaufen. Nur verlangte der Käufer das Angebot von einer regelrechten Firma in Österreich. Brandeis versprach einen Gewinn von 30%, wenn die Bank Bernheims als Käufer in der Steiermark und Verkäufer nach Jugoslawien auftreten würde. Die Kaufsumme war gering, die Bestechung eines Bezirkshauptmanns und eines Finanzbeamten wollte Brandeis selbst durchführen. Bernheim hatte fast kein Risiko. Er ging auf den Vorschlag ein. Nachdem das Geschäft zustande gekommen war, erhielt er zu seinem Erstaunen statt der abgemachten 30% von Brandeis 45. Paul fürchtete eine Falle und sandte Brandeis die 15% zurück. Er erhielt einen Brief, in dem Brandeis sich entschuldigte und die Überweisung von 45 als einen Irrtum aufklärte. Seit jener Zeit hatte Bernheim nichts mehr von Brandeis gehört. Dass dieser heute kam, am Abend zu einer Stunde, in der Paul seinen Bruder unerwartet bei sich sah, verstärkte die Rätselhaftigkeit des Fremden und die Ängstlichkeit Bernheims. Was wollte Brandeis? Wusste er von seinem Bruder? Stand er mit der Polizei in Verbindung? Drohte ihnen beiden etwas? Es dauerte einige Sekunden, ehe Paul ein Wort fand. Er stand, die Hand noch an der Klinke der Tür, die er eben nach dem Eintritt Brandeis geschlossen hatte, und so, als wollte er das Haus dem Fremden übergeben und es verlassen. Brandeis hielt den Stock gesenkt, wie zum Zeichen, dass er sich schon in einem Zimmer befand. Er behielt den Hut auf dem Kopf. Er wartete. Schließlich, als Paul immer noch schwieg, sagte er, »Sie haben drinnen einen Gast und ich störe sie. Vielleicht ist es besser, ich gehe.« Theodor hatte indessen Licht angezündet. Er saß in einem breiten Sessel, schmal, blass und erfrohen. Als ihm Brandeis kurz aus der Entfernung zunickte, senkte Theodor nur die Lieder. Paul hatte gehofft, den Bruder würde die Anwesenheit des Fremden vertreiben, aber Theodor sagte mitten in die Stille, »Wann kannst du mir das Geld geben?« »Es ist unmöglich,« sagte Paul. Theodor erhob sich. Er erhob sich schnell, mit vorgeworfenem Oberkörper, ohne die Hände aus den Taschen zu ziehen, und die Bewegung wirkte wie eine gehässige und bedrohliche Antwort, hingeschleudert von dem ganzen gespannten Körper. In diesem Augenblick sagte Brandeis, »Wie viel brauchen Sie, junger Herr Bernheim?« »Zweitausend Dollar wollte mein Bruder. Ich kann Sie aber im Augenblick nicht auftreiben. Sie verstehen jetzt um diese Stunde,« sagte Paul. »Darf ich Ihnen helfen?« fragte Brandeis. Er zog ein Bündel gerollter Dollarnuten, die mit einem Gummiband gegürtet waren. Er zählte 2000 Dollar in Hundert Scheinen und reichte sie Paul. Brandeis hatte so schnell gezählt, dass zwischen seiner Frage und dem Augenblick, in dem er den Gummi wieder um den Rest schnallte, nur Sekunden vergangen zu sein schienen. Wortlos, so entschieden wortlos, als wäre er seit Jahrzehnten stumm, gab Paul seinem Bruder das Geld. Theodor nickte. Paul folgte ihm ins Vorzimmer. Er machte die Tür auf, noch ehe Theodor sie erreicht hatte. Die Brüder gaben einander nicht die Hand. Theodor ging. Langsam schloss Paul die Tür. Als er sich umwandte, sah er das Bild Brandeis im Spiegel des Zimmers. Brandeis musste diesen Abschied gesehen haben. Ich danke ihnen, begann Paul. Ich will morgen. Das ist nicht nötig, unterbrach die sanfte Stimme. Wir haben größere Geschäfte miteinander zu machen, wenn sie wollen. Sie sehen, dass ich Geld habe und nicht einmal in der Bank. Offen gestanden, sagte Paul, ich hätte ihm nichts gegeben, wenn sie nicht gekommen wären. Mit Unrecht, mit Unrecht. Wollen sie diesen jungen Mann der Polizei ausliefern? Woher? begann Paul. Ich das weiß? Ich weiß gar nichts. Bedenken Sie, wenn ein junger Mensch in dieser Zeit am Abend sofort eine große Summe braucht und außerdem kenne ich die jungen Leute, ihre Emotionen sind kostspieliger als unsere es waren, auch als ihre es waren. Was brauchen wir? Frauen. Die Jugend von heute braucht Blut. Und das ist unbezahlbar. Sie verstehen das? Ausgezeichnet. Ich verstehe, dass der Tod diese Menschen so anzieht, wie wir einmal vom Leben angezogen waren. Sie fürchten den Tod, wie wir einmal das Leben gefürchtet haben. Sie sehnen sich nach ihm, wie wir uns einmal nach dem Leben gesehnt haben. Glauben sie nicht, dass es sogenannte schädliche Ideen sind, die diese jungen Leute treiben? Angst und Durst treiben sie wie Tiere. Ideen sind Vorwände, immer Vorwände gewesen. Die Stimme wurde immer leiser. Eine Hand hielt Brandeis auf der Tischkante und spielte auf ihr mit den Fingern, als wollte er dem Holz endlich einen Ton entlocken. Ideen sind Vorwände, man findet immer welche. Ich werde einen Hund die Tür aufmachen, vor der er in der Nacht bellt und – entschuldigen Sie den Vergleich – Ihrem Bruder Geld geben, damit er sich rettet. Mich beschwert nur, dass ich ihm keinen Gefallen damit erweise. Denn sehen Sie, der Hund hat ein Haus und einen Herrn und die Gestalt eines Hundes. Dieser junge Mann aber wird vor lauter verschlossenen Türen stehen und da er den Leib eines Menschen hat, wird ihm niemand öffnen. Sie sind ja so unglücklich, diese Leute. Sie haben keine Freuden mehr, nur Ideale. Ach, wie traurig sind Idealisten. Aber reden wir von den Geschäften. Damit ich ihnen nicht so edel erscheine, will ich ihnen gestehen, dass ich Geld so leicht nur hergebe, wenn ich jemanden brauche. Ich brauche sie. Ich bin, wie sie wissen, ein Fremder hier. Man traut mir nicht. Ich tue selbst alles mögliche, um die Leute misstrauisch zu machen. Nun, ein ganz einfaches Geschäft. Ich habe Stoffe an der Hand. Sehr gut. Billig. Leider von einem hellen Blau, das man nicht trägt. Man könnte auf die entsprechende Mode warten, gewiss. Aber warten? Ich habe mich erkundigt. Man kann die Stoffe färben, aber sie werden dann zu hart. Es gibt nur eine Art, sie zu verwenden. Für Uniformen. Brandeis wartete eine Weile, er wartete auf eine Zustimmung. Paul schwieg. Ich brauchte, fuhr Brandeis fort, einen Mann, der den Behörden, Zoll, Jean-Marie und Polizei Stoffe liefern könnte. Ich werde mich bemühen, sagte Paul. Sie werden selbst liefern, sagte Brandeis. Er knöpfte den Mantel zu, den er nicht abgelegt hatte, fasste nach dem Stock, der am Stuhl lehnte wie ein lebendiges Wesen und stand auf. Es schien Paul, dass der Fremde größer geworden war, dass er im Sitzen gewachsen war. Bernheims Blick reichte gerade bis zur Bartspitze des Großen. Kapitel Acht Theodor war verschwunden. Er hatte einen flüchtigen Abschied von der Mutter genommen und einen gründlichen von seinem Zimmer. Er war dem Weinen außerordentlich nahe, als er seine Schubladen ausräumte, seine Papiere verbrannte, seine Pistolen entlud und sie und die Papiere in einem harten Leinenfutteral für Regenscherme verpackte. Es graute ihm vor dem Leben auf einem fremden Gut, bei einem ungarischen Gesinnungsgenossen, vor dem Land, das er sich schmutzig und barbarisch vorstellte, vor unbekannten Apotheken, in denen die sicherlich gewissenlosen Pharmazeuten Schlaf- und Fiebermittel vertauschten, vor den unzulänglichen Optikern, die seine zweieinhalb Dioptrien bestimmt nicht begreifen würden und schließlich vor der Armut. Der Armut. Die Mutter und Paul waren im Stande, ihn in der Fremde verhungern zu lassen. Gustav, der an der ganzen Sache schuld war, war ein armer Häuslersohn und ein Aufenthalt auf dem Gut eines ungarischen Magnaten konnte ihm eine Erholung und ein Fest sein. Sorgfältig packte Theodor seine Pyjamas und seine 24 Krawatten ein. Es tat ihm leid, dass er nur 2000 Dollar von Paul verlangt hatte. 4000 hätte er fordern sollen. Draußen konnte jeden Augenblick der vereinbarte Pfiff Gustavs ertönen. Sie hatten den Sitten ihres Bundes getreu einen Pfiff ausgemacht, auch in dieser Stunde der Abreise. Verschwörer hatten zu pfeifen. Gustav Pfiff, erbarmungslos. Theodor schloss den Koffer und ließ ihn vom Portier nur bis zum Gitter tragen. Gustav durfte ihn nicht auslachen und für einen Verräter halten. Vom Gartengitter bis zum Wagen an der Ecke wollte Theodor den schweren Koffer selbst schleppen. Gustav wartete schon im Wagen. Theodor seufzte. Gustav rührte sich nicht. Theodor hatte gehofft, dass sein Kamerad den Koffer in den Wagen heben würde. Du hast es leicht, sagte Theodor. Du bist viel kräftiger als ich. Und dennoch machte Gustav keine Anstalten Theodor zu bedauern. Theodor schwieg erbittert bis zum Bahnhof. Frau Bernheim saß über einer Handarbeit im kalten Speisezimmer und weinte, als Paul eintraf. Ihr Weinen hatte aufgehört, die Folge bestimmter Erregungen zu sein. Es war, wie bei vielen alternden Frauen, eine Gewohnheit der Augen geworden. Ihre Tränen rannen lange, ehe sie selbst bemerkte, dass sie weinte. Sie rannen wie ein Landregen, stetig und dünn und lind und tröstlich. Der Kummer löste sich in Wasser auf. Es floss immer aus den entzündeten Augen die gleichen alten zwei Furchen entlang zwischen den Wangen und der Nase und von den Mundwinkeln abwärts in zwei anderen Furchen, die das breite Kinn von den Wangen abgrenzten. Dann verloren sich die Tränen in den Falten des alten Halses und dem hohen Kragen des schwarzen Kleides, der immer noch von einem grausamen Fischbeinskelett gehalten wurde. Mutter, du sollst nicht weinen, sagte Paul. Ich weine gar nicht, erwiderte Frau Bernheim. Es kommt mir nur so manchmal. Sie saßen wortlos drei Stunden nach dem Essen im Speisezimmer und frohen. Frau Bernheim hatte ein altes Reisepleet ihres Mannes um die Beine gewickelt. Ihre Stricknadeln aus Beinen klapperten wie im Frost. Die Fenster zitterten im Wind. Ein wüster, kalter Atem schlug vom Garten her gegen das Haus. Du solltest Gesellschaft haben, Mutter. Siehst du, daran habe ich auch gedacht. Und nun ist ja Theodor fort und ich dachte an sein Zimmer. Es hat einen separaten Eingang vom Flur. Was willst du damit? Unser Einer kann keinen Zettel vor die Tür hängen und auch kein Inserat in die Zeitung geben. Ich habe also Herrn Mervig gebeten. Er sucht unter der Hand nach einer Dame aus guter Gesellschaft, die etwas zahlen müsste. Allerdings etwas zahlen. Dann könnten wir auch die Dienstmädchen behalten für uns zwei. Sonst müsste ich sie ja abschaffen. Grund genug hätte ich dazu. Es ist nicht lange her, da hat mir Geld aus der Büchse für die Arwen gefehlt. Sie kann es genommen haben. Warum nicht? Dienstboten sind drei Jahre ehrlich und auf einmal stehlen sie. Aber man kann ja keine besseren finden heutzutage und so würde ich sie behalten, wenn ich nur einen Zuschuss hätte. Mervig ist brav. Er sucht wirklich unter der Hand. Morgen soll eine Dame herkommen, eine Frau Militäroberrechnungsrat, im Kriegsministerium war ihr Mann beschäftigt. Die Frau Oberrechnungsrathammer zog in Theodors Zimmer. Von nun an saßen beide Frauen jeden Abend im Speisezimmer und froren und häkelten, blickten von Zeit zu Zeit misstrauisch auf und häkelten weiter. Immer wenn die Frau Oberrechnungsrat ins Speisezimmer trat, sagte Frau Bernheim, entschuldigen Sie einen Augenblick und ging in den Korridor. Sie ging einen Blick in Theodors Zimmer werfen, denn sie hatte beobachtet, dass ihre Mieterin vergesslich war und manchmal das Licht brennen ließ. Aber sie hütete sich, der Frau Hammer etwas zu sagen, denn es war ihr eine Freude, immer nachsehen zu können und mit eigenen Händen Geld zu sparen. Die Anwesenheit der fremden Frau störte Paul. Immer seltener wurden seine Besuche, seine Mutter übertrieb vielleicht. Aber sie waren in der Tat nicht einmal wohlhabend mehr. Schon hatte er zwei Hypotheken, von denen die Mutter nichts wusste, auf das Haus nehmen müssen. und gar keine Aussicht reich zu werden, es sei denn durch das Geschäft mit den Stoffen, das Brandeis vorgeschlagen hatte. Konnte man Brandeis trauen? Man hatte keine Vorurteile, gewiss, aber waren diese Leute aus dem Osten nicht unheimlich? Man brauchte nicht gerade an die sieben Weisen von Zion zu glauben, aber brachten die Menschen aus dem Osten nicht andere Moralbegriffe mit, handelten sie nicht nach irgendeiner verborgenen östlichen Weisheit? Sie kannten Geheimnisse, sie handelten nach Geheimnissen. Spielte bei Brandeis die Ehre eines Mannes eine Rolle? Brandeis machte sich nichts aus Gefängnis Strafen, aber Paul lag nicht ein ganzes Leben vor ihm. Er war wieder in der Stimmung mit Dr. König zu sprechen, an dessen Widerstand sich Pauls Ehrgeiz immer entzündete. Er lud den Dr. König zu Hessler ein, zum Abendessen. Die guten Lokale. Wenn Paul ein gutes Lokal betrat, zweifelte er nicht mehr an seiner Karriere. Alles bestätigte hier seine Hoffnungen. Die Dienstbeflissenheit des Kellners und der optimistische Glanz der Lampen. Die vollen Hände der Gäste, der gute Tein der Damen, selbst noch die bettelnden Kröppel vor dem Eingang und der frierende Schutzmann, der sie verjagte und der nicht mehr wie ein Beamter des Staates aussah, sondern wie ein Angestellter der Gäste. Nicht im Namen des Gesetzes handelte er, sondern im Auftrag des Direktors, des Portiers, des Kapellmeisters und Pauls. Wenn man reich war, konnte man ihn immer haben. Tag und Nacht, das ganze bürgerliche Gesetzbuch vor der Tür. In diesem Restaurant, und besonders wenn ein Revolutionär dabei war, eingeladen und aus diesem Grunde doppelt widerspenstig, vergaß man die Zweifel. Es war, als ob die Leichtigkeit, mit der alle Geldausgaben in Paul Bernheim die Leichtigkeit züchtete, Geld zu verdienen. Da lächelte eine Frau und es war tröstlich zu wissen, dass man eine Nacht immer noch bezahlen konnte. Da bot sich die Zigarettenverkäuferin zugleich mit einer Schachtel Amenofis Extra Korkmundstück an und es war herrlich zu wissen, dass man Geld genug für die 365 Nächte Verkäuferin hatte. Bald würde man jahrelang Geld für die Gattinnen der Farbenfabrikanten haben. Da saßen sie, die Giftgaserzeuger, und man war fast ihresgleichen. Ahnten sie denn, dass man mit ihnen verglichen ein Bettler war? Nein, sie ahnten es nicht. Man war auch kein Bettler. Man war nur unterwegs, noch nicht angekommen. Dr. König trug aus Opposition keinen Smoking, sondern nur einen schwarzen Anzug, als wäre ein schwarzer Anzug eine Herausforderung der kapitalistischen Gesellschaft. Er wusste nicht, dass er den englischsten aller Smokings zur besten Geltung brachte und dass er Paul gekränkt hätte, wenn er ebenfalls im Smoking erschienen wäre. In Dr. König ging nach dem dritten Glas Wein eine Revolution vor, mit der verglichen die russische ein Kinderspiel gewesen war. Dr. König sah sich an der Macht. Er überlegte, wie er, ohne sein Gewissen zu beschädigen, dem armen, enteigneten, zum Straßenkehrer begnadigten Paul Bernheim eine Protektion angedeihen lassen könnte. Er hörte aus einer meilenweiten Ferne Pauls lange Erklärungen. Rede du nur, dachte König, während Paul verliebt in seinen Smoking seine Hände, seine Stimme Wunder von der Börse erzählte. Das ist mein Gebiet, sagte er. Ich fühle mich dort, wie sie in den Volksversammlungen. Ich liebe dieses unmenschliche Gewehr, Stimmen von Insekten, nicht von Menschen. Die schwarzen Tafeln, den schnellen Schwamm, der alles auslöscht, und die noch schnellere Kreide, die neue Zahlen hinschreibt. Ja, ja, ich liebe das, ans Telefon zu gehen und zu zittern, dass die Verbindung mit meinem Sekretär nur schnell hergestellt wird. Ich telefoniere, eile zurück, und die neuen Ziffern geben mir recht. Nase muss man haben. Schnell ein Gespräch mit der Bank und dann vor dem Nachtmahl zur Erholung im offenen Wagen 80 Kilometer die Straßen verschlängen. Das ist Leben. Sagen Sie mir lieber, meinte Dr. König, der jetzt Paul Bärenheim für alkoholisiert hielt und die Hoffnung hegte, etwas wirklich zu erfahren. Was halten Sie vom Ruhegebiet? Nach meinen Erfahrungen erklärte Bernheim, der den Revolutionär nicht enttäuschen wollte, Nach all dem, was ich von meinen Freunden höre, ist es eine große Dummheit von beiden Seiten. Frankreich ist noch schlimmer dran als wir und uns geht es auch nicht gut. Was wollen sie? Solange die dummen Politiker aller 1900 nicht ihr Geschäft den Führern der Wirtschaft überlassen, wird es in Europa schlimm sein. Darin glaube ich, stimmen wir überein, dass die Wirtschaft die Politik regiert. Und um auch die Kenntnis des internationalen Lebens außerhalb des Kontinents zu beweisen, fügte Paul hinzu, in England weiß man das längst. Sie kennen ja England gut, bemerkte Dr. König, um gefällig zu sein. Da Paul schon das sechste Glas getrunken hatte, zögerte er nicht zu sagen, meine zweite Heimat. Sie wissen, dass ich den wichtigsten Teil meiner Erziehung Oxford zu verdanken habe. Es war eine schöne Zeit. Der Krieg hat sie unterbrochen. Paul hatte in der Tat vergessen, dass er noch vor dem Krieg zurückgekehrt war. Ich möchte gerne wieder zurück, ehe es überhaupt zu spät wird. Werden Sie mir glauben, lieber Herr Dr. König, Sie kennen mich doch, Sie wissen von meinen geistigen Interessen, aber ich bin auf nichts so stolz wie auf die zwei Ruderpreise, die ich in Oxford bekommen habe. Wenn Sie nächstens bei mir sind, zeige ich Ihnen die Pokale. Das Zahlen war Paul von allen Zeremonien des Restaurants die liebste. Er liebte den diskreten Wink, den er dem Kellner gab, hat, das gefaltete Blatt, das wie ein Geheimnis vor ihn hingelegt wurde. Manchmal hielt er es für vornehm, die Rechnung zu kontrollieren. Manchmal begnügte er sich mit einem leichten Blick auf die Summe. Noch mit dem Rückgrat maß er die Tiefe der Verbeugung hinter seinem Sitz. Er beantwortete keinen Gruß, im Gegensatz zu Dr. König, der als Mann aus dem Volke allen Gute Nacht, sagte Bieder und Klassen bewusst. Aber draußen, wenn die Kälte ihn wieder ernüchterte, bekam Bernheim Angst vor den eigenen Worten, die er drinnen gesagt hatte. Er klammerte sich schweigsam an Dr. König. Er schlug noch einen Besuch im Spielclub vor. Er versuchte mit beklommenem Herzen einen Scherz zu machen, immer noch liebenswürdiger, heiterer, sorgloser, weltmännischer Gastgeber zu sein. Aber schon überlegte er, ich werde noch auf diesen verdammten Brandeis hereinfallen. Geld muss man haben, reich muss man werden, vielleicht gewinne ich. Ja, er glaubte im Ernst, dass er eines Tages im Spielclub gewinnen würde. Während er dem blassen und schmalen und blau gefrorenen Aufpasser an der Ecke winkte, schöpfte er neuen Lebensmut. Der Anblick dieses armseligen Mannes war herzerfrischend. An dem schmalen Pelzkragen, dessen Haare ausgefallen waren und gelbe, harte, nackte Ledernarben freiließ, an den dünnen Beinen in den viel zu kurzen Hosen, den Stiefeln, die Verkelte auseinanderschlugen mit der Schnelligkeit klappernder Zähne, ermahst Paul Bernheim die ganze Höhe seiner eigenen Situation. Er hörte das leise Kreischen der Tür, die in den geheimnisvollen Flur führte, wie einen Ruf der Zukunft, und er sah die romantische Laterne des Portiers als ein symbolisches Licht, im billigen Sinn dieser alten Wendung. Er gebot der Vernunft, die ihm die Lächerlichkeit der ganzen Maskerade enthüllen wollte, zu schweigen. Er ging dem Glück entgegen. Er wollte nicht geweckt werden. Aber oben in den Spielräumen, in denen der Rauch die Wände, die Decken und die Lampen verhüllte und der Geruch eines bürgerlichen Familienlebens, das der Inhaber der Wohnung tagsüber führte, den des nächtlichen Lasters behinderte, verlor Bernheim den Mut zu spielen. Nein, die Karten hatten keine Gewalt über ihn. Sie waren ihm hold, aber mit Maß. Sie erhielten eine ordentliche distanzierte Beziehung zu ihm. Obwohl er alle Spielseele kannte, hatte er sie doch immer wieder vergessen, ehe er sie betrat. Solange er sich noch in der Straße befand, hoffte er, dass sie sich durch ein Wunder seit gestern verwandelt hatten. Mit welcher Leidenschaft hätte er spielen können, wenn statt dieser armen Filmstatisten, Vortragskünstler, Artikelschreiber und anderer Zufallsverdiener lauter lauter reiche Herren an Tischen säßen, wie in England. Hier stürmten ihm bei seinem Eintritt seine Freunde entgegen und baten ihm um Darlehen. Er hatte schon längst die Fähigkeit, mit einer aufrichtigen Stimme die Höhe seiner Barschaft zu verleugnen und über seine vorgetäuschte Ohnmacht so verlegen zu sein, dass man ihm eine wirkliche zutraute. Aber nun konnte er keine hohen Summen setzen und was er mit den Kleinen gewann verschenkte er in der Runde. Ihn störten die Öldrucke an den Wänden, die Nippessachen in den Glasschränken, die falschen Perser Teppiche und die Deckchen auf den Armlehnen der Sessel, alles Einrichtungsgegenstände, die den kleinbürgerlichen Staub der Wohnung, den braven Beruf ihres Mieters und die umgearbeiteten Kleider seiner Frau verrieten. Manchmal stieß man zufällig an eine geschlossene, von einer Portière verborgene Tür und hörte hinter ihr ein Mitglied der Familie schnarchen. Der Sohn des Hauses wartete im Flur auf die Überfälle der Polizei und seine Schwester kochte in der Küche den schwarzen Kaffee. Ein gehender Kellner schlotterte er in einem gespenstischen Frack zwischen den Tischen. Unter solchen Umständen konnte man das Glück nicht herausfordern. Aber immer wieder ging Paul nach Mitternacht in einen Spiel in Spielklub. Die Einsamkeit in seiner Wohnung war unerträglich. Seit Monaten hatte er sich schon eine Abwechslung gewünscht. In der steten Erwartung, gelegentlich der Polizei in die Hände zu fallen, trug er keine Papiere, die seine Identität bescheinigen konnten. Die Polizei kam. Er wurde in der Gesellschaft der anderen auf einen Lastwagen verladen und blieb bis zum Morgen im Polizeipräsidium. Eine Nacht der Einsamkeit entrissen. Er sah den fahlen Morgen das Amtszimmer bestreichen, den alten Staub auf den grünen Pappendeckelbänden der Kartothek, die grindigen, verschwitzten und gesprungenen Mauern und den gelben Lichtfleck der nächtlichen Lampe, die einer Verordnung gemäß noch bis 8 Uhr zu brennen hatte. Dann ging er durch die verworrenen Räume des großen Hauses. Er hielt sich vor dem Kasten mit den Fotografien unbekannter Leichen auf. Er sah die toten Gesichter durch furchtbare Wunden entstellt, zertrümmerte Schädeldecken, abgerissene Augenlider, zerfetzte Oberlippen, enthüllte Kiefer, von Wasserratten angenagte Ohrmuscheln. So viele Menschen verschwanden also aus dem Leben. Und niemand hatte sie gekannt. Nicht wahr? Ein schönes Familienalbum, sagte plötzlich eine Stimme hinter ihm. Es war Nikolai Brandeis. Sie Sie sind auch verhaftet worden? fragte Paul. Ich bin freiwillig hierher gekommen, wenn auch nicht ganz freiwillig, sagte Brandeis. Unser Einsatz hat so oft hier zu tun. Ich versichere sie, es ist nicht angenehm, aber ich habe die Gewohnheit, mir die Bilder der unbekannten Toten anzusehen, ehe ich eines dieser Polizeibüros betrete. Das tröstet mich, verstehen Sie? Das gibt mir ein wenig Mut. Hätten Sie gedacht, dass so viele sterben, nach denen kein Hahn kräht? Danach können Sie berechnen, wie viele von dieser Art leben und noch nicht gestorben sind. Sie torkeln so auf den breiten Landstraßen dahin, hinter ihnen der Tod, hinter ihnen der Tod. Aber nun bin ich erfrischt. Wollen Sie mich in Ihren Amtszimmer begleiten? Ich brauche ein Visum. Um sich nach Lettland zu begeben, wo Brandeis alte Geschäftsfreunde hatte, musste er ein Visum haben. Er gehörte zu den dokumentlosen Flüchtlingen und hatte einen provisorischen Pass für Staatenlose, also waren seine Reisen nicht leicht. Wenn Sie mich begleiten, sagte Brandeis, werden Sie sehen, wie wenig ich mich von jenen Toten dort unterscheide. Kommen Sie. Der Beamte saß hinter einer hölzernen Barriere und war, wie die Polizeibeamten der ganzen Welt, ein Freund überheizter Zimmer. Da er zur fremden Polizei gehörte, hasste er die Fremden. Als Brandeis Guten Morgen sagte, fragte der Beamte, was wollen Sie? Ihnen Guten Morgen sagen, antwortete Brandeis, ferner ein Aus- und Einreisevisum. Sie haben keine Aufenthaltsbewilligung. Ich habe um Sie gebeten, sie ist noch nicht erledigt. Dann können Sie wegfahren, aber nicht zurückkommen. Dennoch werde ich zurückkommen, sagte Brandeis. Diesen Satz flüsterte er, als wäre es ein Geheimnis. Es ist eine Eigenschaft der Beamten, ihren Besucher erst nach dem dritten oder vierten Satz anzuschauen, als gingen sie von der Voraussetzung aus, dass alle Fremden gleich aussehen und dass es genügt, einen von ihnen zu kennen, um sich alle anderen vorzustellen. Der Polizist sah jetzt erst auf. Er sah die mächtige Gestalt Brandeis, den schweren Mantel, dessen Kragen hochgeschlagen war. Er erhob sich, wie um den Größen Unterschied zwischen sich selbst und dem des Fremden zu verringern. Er wollte etwas sagen. Brandeis fing plötzlich laut zu sprechen an. Sie sind Herr Kampe, nicht wahr? Ich werde von jetzt in drei Stunden wieder bei Ihnen sein. Er wies mit dem Stock auf die Wanduhr. Guten Tag. Sehen Sie, sagte er zu Bernheim, ich werde in drei Stunden das Visum haben und nur, weil ich ihm seinen Namen, der leicht zu erfahren ist, gesagt habe. Er hat wahrscheinlich nichts Schlimmes getan. Da ich aber seinen Namen kenne, fürchtet er, ich wüsste irgendetwas über ihn. Jeder Mensch hat Sünden. Und wenn Sie dann noch kein Visum bekommen? fragte Bernheim. Brandeis zog einen dänischen Pass hervor. Dann fahre ich mit dem. Falsch? Wie man's auffasst, erwiderte Brandeis. Was ist richtig in dieser Welt? Haben Sie über die Stoffe nachgedacht? Ja, das Geld, Herr Brandeis. Nicht das Geld, unterbrach Brandeis. Die Stoffe und er hob seinen Stock gegen den Himmel, grüßte und ließ Bernheim stehen. Die durchwachte Nacht, die Bilder, die er gesehen hatte, das Gespräch Brandeis in der Polizei, die Erinnerung an das Geschäft, an das Geld, an Theodor. Dies alles verwirrte Paul Bernheim. Je mächtiger im Brandeis erschien, desto schwächer kam er sich selbst vor. Weit im weißen Schnee, der während der Nacht gefallen war und den der Verkehr des Tages noch nicht vernichtet hatte, lag der Platz. Die Straßenhändler schrien, die Stadtbahnzüge dröhnten, Lastfuhrwerke ratterten. Zum ersten Mal befand sich Paul Bernheim in dieser Gegend am frühen Vormittag. Er kannte sie nur von weichen, versöhnlichen Winternachmittagen her. Die goldenen Lichter des großen Warenhauses, der Läden, der Untergrundbahn. Jetzt war der Platz übersichtlich, von einer grausamen Willkür gebildet. Trotz dem weißen Schnee ahnte man den Schatten der großen dunkleroten Polizei und das Warenhaus am Abend, dank seiner Beleuchtung so nahe, war jetzt ferne zwischen den gleichförmigen weißen Häuser. Es gab irgendeinen Zusammenhang zwischen diesem Platz und den Bildern der unbekannten Toten im Polizeigebäude. Als wäre die Untergrundbahn an dieser Stelle nicht ein Verkehrsmittel, sondern eine unterirdische, warme, schützende Zufluchtstation liefere die Stiegen hinunter. Er fuhr zum ersten Mal nach langer Zeit mit vielen Menschen zusammen in einer Bahn. In jedem fremden Angesicht glaubte er Züge der Toten Physionomien wieder zu finden. Zu Hause legte er sich schlafen. Sonst vertrieb der Schlaf die beginnenden Schrecken eines Tages und die künstlich eingeschobene Nacht bescherte dem erwachenden Bernheim einen veränderten, ja einen anderen Tag. Heute war die List, mit der Paul das Unheil zu betrügen pflegte vergeblich. Als er erwachte, fand er einen jener dicken Briefe seiner Mutter vor, die immer Unangenehmes enthielten. Denn seitdem Frau Bernheim angefangen hatte, auch am Porto zu sparen, schrieb sie nur bei unseligen Anlässen und dann sehr ausführlich, um den ganzen Wert der Briefmarke und den ganzen Umfang des Briefpapiers auszunutzen. Dem Brief der Mutter lag ein anderer bei, ein Brief von Theodor. Er brauchte Geld. Hätte Paul Bernheim in dieser Stunde ein besseres Gedächtnis besessen, so wäre ihm die Ähnlichkeit zwischen dem Briefstil Theodors und seinem eigenen aus der Oxforder Zeit nicht entgangen. Liebe Mutter, schrieb Theodor, brauche unbedingt Monet, Leben gesund, frische Luft, falscher Name, Gastfreundschaft enorm, denke an dich und Paul oft, habe aber keine Zeit zu Gedankenaustausch, brauche dringend Monet, vielleicht telegrafische Anweisung möglich, Post hierorts schafft langsam, Kuss dein Sohn Theodor. Dazu schrieb Frau Bernheim einen gerührten Begleitbrief. Je länger Theodor in der Fremde war, je seltener sie von ihm auf vorsichtigen Umwegen ein Lebenszeichen bekam, desto edler, ärmer, hilfsbedürftiger sah sie ihn. Ja, sie, die während seiner Anwesenheit seine Freunde, seine geheimnisvollen Ausflüge und Bahnfahrten, seine Broschüren, seine Zeitungen mit einem furchtsamen Grauen beobachtet hatte. Sie begann jetzt, die Regierung wie einen persönlichen Feind zu hassen und die Juden für Theodors Unglück, so nannte sie seine Flucht, verantwortlich zu machen. Er leidet für die Politik. Diese Formel hatte ihre mütterliche Eitelkeit ihr eines Tages geliefert. Aber immerhin, als Paul seiner Mutter schrieb, dass er kein Geld geben könne, da er Theodors Wegen schon eine so hohe Schuld auf sich genommen habe und es wäre doch einfach, den Mietpreis für Theodors Zimmer jeden Monat nach Ungarn zu schicken, erwiderte Frau Bernheim entröstet, dass sie nicht daran denke, noch mehr Opfer für ihre Kinder zu bringen. Ich habe euch meine ganze Jugend geopfert, schrieb sie. Sie glaubte manchmal wirklich, dass sie ohne ihre Söhne nur ganz langsam alt geworden wäre. Blut sei kein Wasser, schrieb sie ferner, und ein Bruder müsse dem anderen helfen. Sie sammelte indessen Geld für ihre alten Tage. Sie hatte einen Koffer voller Papierscheine, die immer wertloser wurden und an deren Gültigkeit sie unerschütterlich glaubte. Vergeblich waren Mervix und Pauls Bemühungen. Da sie einmal mit der Kriegsanleihe recht behalten hatte, glaubte sie an ihren finanziellen Instinkt, wie sie sagte. So oft Paul nach Hause kam, bat sie ihn um ein paar Scheine. Dafür kannst du dir gerade eine Zeitung kaufen, sagte Paul. Sie ging zum Koffer und legte sie sorgfältig geglättet zu den anderen. Eines Tages erwachte Paul mit dem Entschluss, das Geschäft mit Brandeis zu wagen. Er rief bei Brandeis an. Man sagte ihm, Brandeis sei verreist. Er komme nach einer Woche. Paul wartete. Um den Mut nicht zu verlieren, sagte er sich jeden Tag, ich muss reich werden. Schließlich war Brandeis wieder da. Sie trafen sich. Mit dem Geld begann Brandeis, da haben sie Zeit, Herr Bernheim. Nein, sagte Paul, ich komme wegen der Stoffe. Das ist zu spät, sagte Brandeis, ich habe sie verkauft. Sie müssen zugeben, dass ich sie vor meiner Abreise noch einmal gesprochen habe. Ja, sehr flüchtig, kaum erwähnt. Ich wollte nicht zudringlich erscheinen, Herr Bernheim, eine Eigenschaft, die man Leuten meiner Art so oft nachsagt. Sie saßen in einer Konditorei. Brandeis betrachtete die Wände, die Auswüchsen ähnlich sahen, eine Krankheit der Mauern, einer Beulenpest in Prismenformen, die tief verschleierten Stehlampen in den Nischen, in denen nackte, oktahedrige Nymphen der modernen Innenarchitektur lehnten. So baut man also heutzutage, sagte er. Er schien das Geschäft Pauls vergessen zu haben. Bernheim wollte wieder davon anfangen. Reden wir nicht mehr von einer alten Sache, sagte Brandeis. Ich nehme ihnen nichts übel. Vielleicht haben sie recht gehabt. Ich habe jedenfalls heute noch kein Geld gesehen. Ich fürchte, ich werde wieder in die Eisenbahn steigen müssen und wieder ein Visum nehmen. Als die Abendblätter mit den Kurszetteln kamen, bemerkte Bernheim, dass Brandeis sich nicht um die Kurse kümmerte. Sie wundern sich, sagte Brandeis. Ich habe gestern alles verkauft. Und? Dollars gekauft. Ehe sie sich trennten, sagte er, verkaufen sie, Herr Bernheim. Aber Bernheim verkaufte nicht. Zweiter Teil Kapitel Neun Für Felix Berthaud Auf einmal kam in diesem Jahre der Frühling. In den Zimmern lagen noch die Kälte und die feuchte Dämmernis der Wintertage. Man öffnete die Fenster. Die Häuser erinnerten an gelüftete Grüfte und die Menschen, die ans Fenster kamen, an gelbe freundliche Leichen. Der Klang der auferstandenen Leierkästen, die auf einmal in Scharen durch die Höfe zogen, als wären sie mit den Zugvögeln aus dem Süden gekommen, erhöhte den Lebensmut, auch der Skeptiker. Immer häufiger wurden die Straßen Demonstrationen der Radikalen. Die Gesinnungen entfalteten sich im freundlichen Glanz der jungen Sonne und unter den fruchtbaren Frühlingsregen der milden, sacht verhängten Nächte. An einem der Sonntagvormittage jener Frühlingssaison konnte man einen großen, auffällig starken und langsamen Mann unter den maßvoll fröhlichen Spaziergängern des Kurfürstendammes sehen. Brandeis trug immer noch einen Mantel und den Kragen hochgeschlagen. Mehrere sahen sich nach ihm um. Er schien sich um die Passanten nicht zu kümmern. Er überragte die meisten. Seine schiefen Augen waren auf die Häuser gerichtet, auf die Firmenschilder, die Auslagen der Läden, auf die Bäume am Straßenrand, die Vehikel und die sonntäglich geschlossenen Kioske, die entweiten und dem Gottesdienst entzogenen Kapellen ähnlich waren. Sein mongolischer Gesichtsschnitt und seine bräunliche Hautfarbe waren Grund genug für die Mitteleuropäer, die ihm begegneten, in der Abteilung ferner Osten zuzuweisen, unter die Buddhas, die Geishas und die Opiumtrinker. Da die Inflation zu Ende war, das Bewusstsein vom Wert des eigenen Geldes, die Moral, den Patriotismus und das Selbstbewusstsein bereits gehoben hatte, blieb für den Fremden weniger Bewunderung übrig als Misstrauen. Man Lust wandelte langsam, in Frühlingskleidern, unter der Sonne. Auf einmal erhob sich ein unbestimmter Lärm. Er begann wie ein Wind, der ein Gewitter ankündigt, an einer fernen Straßenecke. Einige Menschen begannen zu laufen, andere blieben stehen und man sah, dass sie nachdachten, auf welche Weise man sich in Sicherheit bringen kann, ohne die Würde zu verlieren. Indessen wurden die Geräusche bestimmter. Man unterschied hundertstimmigen Gesang aus Männerkehlen. Man unterschied mit vierhundertfaches Klopfen benagelter Militärstiefel auf Asphalt. Schließlich über dem Gesang und über den dumpfen metallenen Geräusch der marschierenden Füße dünne und gleichsam fliehende Flötentöne, eine Musik unkörperlicher, abstrakter Pfeifen, denen einer der populären Militärmärsche entfuhr. Und schon sah man auch die Ursachen der Geräusche. Große wehende Fahnen, ein paar Radfahrer, die sich an der Spitze des Zuges langsam vorausschlängelten und hinter ihnen die ersten Reihen der marschierenden Männer mit Schnurrbärten, die an Kindersegen und Mittelstand denken ließen, mit blicklosen und offenen Augen, in denen Zorn, Stolz und Ehrlichkeit die Fähigkeit zu Schaun ertötet hatten, mit schlenkenden Händen, die an leere Ärmel erinnerten und mit Stöcken, die im Gürtel an der Hüfte hingen, um zu zeigen, dass sie nicht gesonnen waren, gewöhnliche Spazierstöcke zu sein. Sie waren in der Entwicklung vom Knüppel zum Säbel begriffen. Der größte Teil der Spaziergänger war in den Seitenstraßen verschwunden. Von allen Häusern hörte man das metallene Geräusch zufallender Fenster. Auf leeren staubigen Stein schien jetzt die Sonne. Durch die Neben- und Parallelstraßen eilten die Spaziergänger ihren Heimen zu, die in der Richtung des Grunewalds lagen. Dem unregelmäßigen Trott ihrer hastigen Füße antwortete der unerbittlich von den Nägeln geregelte Marsch der Stiefel in der Hauptstraße. Der Gesang erhob sich über die Wipfel der Bäume. Die geisterhaften Flötentöne drangen durch das Gedröhen der Mittagsglocken, die eben in Schwung gerieten, als wollten sie die Verwirrung noch vergrößern, eine Strafe Gottes ankündigen, das Ende der Welt und den Anmarsch ihrer Vernichter. Es war ein echter Sonntag, einer jener Sonntage, die manchmal über die Städte Deutschlands verhängt werden, feierlich, furchtbar und voller Gesinnung. Unter den wenigen Männern, die stehen geblieben waren, um den Zug vorbeimarschieren zu sehen, befand sich Brandeis. Er stand neben einen der seltenen Pisoires, deren es, wie man weiß, in Berlin weniger gibt als Bibliotheken. Immer noch lächelte er. Zeitweilig konnte man glauben, es stünde nicht da, um seine Schaulust zu befriedigen, sondern die der anderen. Als wäre es seine Pflicht, den Marschierenden wie den Laufenden zu zeigen, wie man steht, den Blicklosen wie man schaut, den Aufgeregten wie man ruht, den Politikern wie man denkt, den Idealisten wie man prüft. Ja, so merkwürdig und der europäischen Gewöhnlichkeit entfernt er auch aussah und obwohl er einen Mantel trug und die Sonne nicht zu fühlen schien, so bestand doch zwischen ihm, den hoffnungsvollen Wipfeln der Bäume und der linden windigen Luft des Frühlings ein Zusammenhang, zwischen den Marschierenden und diesem Frühlingstag aber keiner. Und wenn man ihnen auch ansah, dass sie wahrscheinlich geradewegs in einen Wald marschierten, glaubte man ihr, sie marschierten gegen ihn. Obwohl seine Mutter aus einem evangelischen Pfarrhause zu seinem jüdischen Vater gekommen war und in das Haus ihres Mannes eine deutsche Bibel, eine Mandoline und ein Abonnement auf eine Familienzeitschrift gebracht hatte, fühlte sich Nikolai Brandeis in Deutschland nicht heimisch. Ja, ihm war, als ob die kleine deutsche Kolonien der Ukraine mehr Deutschland gewesen wäre als dieses Land, aus dem die ewigen Auswanderer das Heimatliche wegzutragen, die ewigen Einwanderer das Fremde mitzubringen scheinen. Alle Jahrgänge der Familienzeitschrift, die seine Mutter abonniert hatte, gaben ein falsches Bild von Deutschland. Diese Zeitschrift stellte das Land so dar, wie es zur Zeit der Auswanderung der Kolonisten ausgesehen haben mochte. Daheim, erinnerte sich Brandeis, war er trotz seines Gesichts, das er vom Vater ererbt hatte, unter den schwäbischen Gesichtern seiner Jugendgenossen heimisch gewesen. Hier, wo die Gesichter der Menschen keine bestimmte Rasse verrieten, Brandeis nannte sie Asphaltslaven, war er ein Fremder. Nur die zaghaften Vorfrühlingstage erinnerten an die schüchterne und sparsame Güte seiner Heimat. Er dachte an seine Jugend, an seinen Vater, den er verhältnismäßig früh verloren hatte und der wahrscheinlich ein ebenso verschimmter Liebhaber der Erde gewesen war. Sein Vater hatte zum griechisch-orthodoxen Glauben übertreten wollen, um den Beschränkungen zu entgehen, denen die Juden im alten Russland unterworfen waren. Weil die getauften Juden auch ihre frühere Konfession angeben mussten, wollte er, wie viele, zuerst evangelisch werden und dann erst orthodox. Auch ein Mann, der so praktische Geschäfte mit Gott und dem Staat zu Unternehmen gesonnen ist, kann einer Schwäche erliegen, deren man Leute seines Schlages nicht für fähig hält. Der alte Brandeis, der zu dem evangelischen Pfarrer gekommen war, um ihn zu täuschen, wurde von der göttlichen Strafe erreicht, noch ehe er seine Absicht hatte ausführen können. Er verliebte sich in die Tochter des Pfarrers. Vielleicht wollte er sie nur verführen und nach alter Sitte nicht heiraten, aber die Tugend der Pfarrers Töchter hatte er nicht richtig einzuschätzen verstanden. Er heiratete also. Er blieb in der Kolonie. Er wurde nicht mehr orthodox. Er gab seine großen Pläne auf. Er wurde ein kleiner Kaufmann mit einem Stückchen Land, mit einer sanften Frau, mit einem geistlichen Schwiegervater. Nach einem Jahr kam Nikolai, der eigentlich Friedrich Theodor Emanuel Nikolai hieß. Den russischen Vornamen hatte sein Vater noch hinzugefügt, in der stillen Hoffnung, dass der Junge es einmal in Russland zu etwas bringen würde, wozu ein Nikolai nützlich werden konnte. Er hatte nicht aufgehört, der alte Brandeis praktisch zu denken, wie es die Eigenschaft seiner Stammesgenossen war. Er starb rapide an einem Typhus, der die Gegend verheerte. Aber er hinterließ Geld genug für das Studium des Sohnes. Nikolais Studium unterbrach der russisch-japanische Krieg, aus dem er als Offizier im 106. Infanterieregiment zurückkam. Er ging mit den Gedanken, um sich aktivieren zu lassen. Er war nie unter den schwärmerischen Studenten an der Universität gesehen worden. Er hatte nie ihre Ideale begriffen. Er kümmerte sich weder um die Reaktionäre noch um die Liberalen noch um die Revolutionäre. Man hätte sagen können, er sei kein Russe. Seit seiner frühesten Jugend war er selbst schweigsam und gegen jede Rätseligkeit misstrauisch gewesen. Von allen Institutionen in Russland schien ihm die Armee die sicherste. Auch hier politisierte man. Aber die Disziplin hatte doch seiner Meinung nach die Fähigkeit, sogenannte Gesinnungen im entscheidenden Augenblick zu verdrängen. Man hatte hier mit banalen Tatsachen zu rechnen. Aber mit Tatsachen. Gewährübungen, Exerzierwiesen, Rekruten und Kasernen, Zarenbilder, Orden, Distinktionen waren einfach und klar wie der Tag. In ein Amt gehen hieß, Protektionen suchen, Intrigen mitmachen und obendrein noch politisieren. Um Kaufmann zu werden, dazu fehlte ihm ein gewisses Grundkapital. Er hatte Mathematik studiert. Er glaubte, Begabung für die technischen Truppen mitbringen zu können. Aber seine Mutter, die inzwischen alt geworden war, ein wenig Geld von ihrem Vater geerbt hatte und ein paar schmale Äcker bebaute, beschwor ihn, nach Deutschland zu fahren und zu lernen. Sie fürchtete neue Kriege. In ihrer Einfalt dachte sie, Russland würde sich die Niederlage nur ein Jahr gefallen lassen und einen neuen Rachefeldzug gegen Japan beginnen. Nikolai folgte ihr. Er studierte an einigen deutschen Universitäten, vertauschte die Mathematik gegen Nationalökonomie, langweilte sich, blieb einsam, kehrte zu seiner Mutter zurück, half ihr im Hause und wurde schließlich aus purer Gleichgültigkeit Lehrer in der Schule seines Dorfes Helenenthal. Er lebte still und gesund, trank und aß regelmäßig, kümmerte sich nicht um die Frauen, fuhr in die Krim für zwei Wochen, kam schnell zurück, der Felder wegen, las viel, liebte die Kinder, sammelte Hunde um sich und spielte hier und da mit den besseren Beamten Karten. Im Jahre 1913 starb seine Mutter. Ein Jahr später ging er zum zweiten Mal in den Krieg. Im Jahre 1917 wurde er Hauptmann. Als die erste Revolution ausbrach, stellte er sich auf die Seite der Revolutionäre. Er kämpfte gegen die Bolschewiken, wurde von ihnen gefangen und ging zu ihnen über. Er hatte sich vorgenommen, um jeden Preis Soldat zu bleiben. Mitten in der Verwirrung, die ihn nicht bekümmern sollte, war dieser Entschluss etwas Sicheres und er führte auch zu etwas verhältnismäßig Sicherem. Aber auch diese Berechnung war falsch. Eines Tages ereignete sich eine jener Episoden, die für den russischen Bürgerkrieg ebenso kennzeichnend wie belanglos waren, aber dem Leben, den Überzeugungen, den Entschlüssen der Einzelnen eine ganz neue Richtung zu weisen vermochten. Auch Nikolai Brandeis machte die Erfahrung, dass der Mensch in einer einzigen Stunde, die ihm gar nicht wichtig erscheint, im Stande ist, was man seinen Charakter nennt, so vollkommen zu verändern, dass er vor den Spiegel treten müsste, um sich zu überzeugen, dass seine Physionomie noch die alte geblieben sei. Seit jener Veränderung, die er selbst erlebt hatte, pflegte Brandeis zu sagen, dass die Menschen sich nicht entwickeln, sondern ihr Wesen wechseln. Er dachte an einen der Wahnsinnigen seines heimatlichen Dorfes, der nicht müde geworden war, allen Leuten die Stereotype Frage zu stellen, wie viel bist du? Bist du einer? Nein, man war nicht einer, man war zehn, zwanzig, hundert. Je mehr Gelegenheiten das Leben gab, desto mehr Wesen entlockte es uns. Mancher starb, weil er nichts erlebt hatte und war sein ganzes Leben nur einer gewesen. Um nun zu jenem Ereignis zurückzukehren. Brandeis, der in der Ukraine kämpfte, zog eines Tages in seiner engere Heimat ein und übernahm das Ortskommando über einige nebeneinander gelegene deutsche Kolonien, die er gut kannte. Einer der törichten, willkürlichen und von pathologischen erfundenen Vergnügungen gemäß sollte Nikolai Brandeis für eine unmittelbare Aufteilung des beweglichen sowie des unbeweglichen Vermögens unter den Einwohnern der Kolonie sorden. Die deutschen Kolonien waren fast die einzigen Dörfer in Russland, in denen die primitive und den Bauern so leicht verständliche Idee von der Besitzverteilung nicht begriffen zu werden schien. Nikolai Brandeis selbst hatte keine persönliche Meinung vom Nutzen der Güterverteilung, aber seinem Entschluss getreu nichts mehr zu sein als ein Soldat und die Bequemlichkeit des Gehorchens etwa wie Fähren zu genießen, begann er zum Ärger der Einwohner, die ihm überdies nicht verzeihen wollten, dass er ihnen so gut bekannt war, in der simplen Weise, in der es verlangt worden war, die überschüssigen Kühe der großen Bauern in die Stelle der kleineren treiben zu lassen. Er rief die Einwohner zusammen und erklärte ihnen, dies sei der Sinn der neuen Zeit und der Wille der neuen Regierung. Die Leute hörten ihm schweigsam zu. Er fuhr in das nächste Dorf, um auch hier das neue Gebot zu verwirklichen, dann in das dritte. Als er aber wieder in das erste zurückkehrte, erwies es sich, dass die armen Bauern freiwillig den Reichen das Vieh zurückgebracht hatten. Wieder standen die Stelle der Armen leer. Sie wollten nicht behalten, was sie fremdes Gut nannten. Nikolai Brandeis berichtete den Tatbestand, bekam eine Rüge und die Anweisung, die Leute mit Gewalt zu bekehren. Er drohte ihnen mit Gefängnis und Deportation. Aber es half nichts. Einer der Kommissare kam und verhaftete dem Pfarrer, einen Mann, den Brandeis aus früheren Jahren gut kannte. Brandeis bat um die Befreiung des Alten. Man verurteilte den Pfarrer zum Tode. Brandeis führte die Hinrichtung aus. Er befahl Feuer in Anwesenheit des ganzen Dorfes. Kaum war der Knall der Schüsse verheilt, als zum ersten Mal im Brandeis Herz die Unruhe einzog. Bis jetzt hatte er noch immer in der Taubheit des Berufssoldaten gehandelt. Nun aber, da die Leiche des Pfarrers, der kniend gestorben war, von übergesunken vor der blau gekalkten Mauer lag, vor der Mauer, auf der Nikolai als Knabe so oft drittlings gesessen hatte und die dunkelrote Blutlache zaghaft immer größer wurde und auf dem abschüssigen Boden zwischen die Fugen der unregelmäßigen Steine ein paar Bächlein vorzuschicken begann. In dieser Minute verwandelte sich Brandeis. Er nahm die Mütze ab, in Anblick der ganzen Bevölkerung und machte eine Verbeugung vor der Leiche. Dann befahl er sie auf dem Friedhof zu begraben. Dann ging er zum Kommissar und sagte ihm, dass sie die Rote Armee verlassen müsse. Der lachte ihn aus, riet ihm nach zwei Tagen zu sehen, ob die armen Bauern sich nicht bekehrt haben würden. Und nur in der Hoffnung, dass sie es nicht tun werden, blieb Nikolai Brandeis. Er blieb und sah, dass der Kommissar Recht gehabt hatte. Rede mehr von Fremden gut. Auf einmal schienen alle Begriffe umgestürzt. Die reichen Bauern wurden untertänig und die Armen herausfordern. Pfarrer benachbarter Dörfer predigten ausdrücklich die Notwendigkeit der Güterverteilung. Aber diese Veränderungen beruhigten Brandeis nicht etwa, sondern verwirrten ihn vollends. Eines Abends überfielen der Wahnsinn. Ihn beherrschte die Vorstellung, dass der Rand der Welt nicht ferner sein könne, jene Stelle, von der aus man in den Abgrund der ewigen Nächte stürzen müsse. Er sah deutlich die Erde als eine Scheibe, von einem Stängel gehalten, etwa wie ein flacher Pilz mit zackrigen Rändern. Diese zu erreichen war sein Ziel. Er bestieg ein Pferd. Er galoppierte nach dem Süden. Er erreichte auf eine merkwürdige Weise, er selbst konnte sich an diese Tage nicht mehr erinnern, das Meer. Er gelangte nach Konstantinopel. Und erst hier wieder zu seiner Vernunft. Doch nein, es war nicht seine alte Vernunft mehr. Es war ein ganz anderer Nikolai Brand als der mit einem systematischen Eifer in den Häusern und in den Straßen bettelte. Einen betrunkenen Nachbarn in einem überfüllten kleinen Hotel, in dem je zehn Gäste in einem Zimmer schliefen, die Papiere stahl, als stummer Mazedonier, ohne ein Wort Griechisch oder Bulgarisch zu verstehen, auf ein Schiff kam, die Überfahrt als Heizer mitmachte, unter mannigfachen Abenteuern und als blinder Passagier durch den Balkan, Ungarn, Österreich nach Deutschland gelangte, von Hilfskomitees unterstützt, vor denen er sich je nach Laune als Kaufmann, Oberst, General ausgab. Es war ein ganz neuer Nikolai Brandeis. Wie viel bist du? Bist du einer? fragte er. Ich bin zehn. Ich war Lehrer, Student, Bauer, Zarrist, Mörder, Verräter. Ich habe Sattheit gekannt, Frieden, Hunger, Krieg, Typhus, Not, Nacht und Tag, Frost und Hitze, Gefahr und Leben. Aber das alles ereignete sich mit mir vor meiner Geburt. Der heutige Nikolai Brandeis ist erst vor ein paar Wochen geboren. Als er diese Feststellung machte, war er 37 Jahre alt. Er setzte sich eine Grenze von fünf Jahren. In fünf Jahren wollte er ein freier Mann sein. Mit der unerbittlichen Systematik, die er von seinem Wahnsinn behalten hatte, legte er sich Folgendes zurecht. Ich bin also ein Neugeborener, eben ins Leben getreten. Was soll ich in dieser Welt? Lohnt es sich, sie zu erleben? Ich habe nur eine Freiheit, sie wieder zu verlassen. Aber es scheint, dass die Welt eine gewisse Anziehungskraft ausübt. Sie macht mich neugierig. Mehr Erfahrungen wird sie mir kaum noch geben. Aber mit jenen alten Erfahrungen ausgestattet, zu beobachten, wie die anderen Erfahrungen machen, ist nicht unangenehm. Die Menschen kommen mir merkwürdig vor, weil ich in jedem ein Stück vom alten, verstorbenen Nikolai Brandeis wiederfinde. Sie leben noch von Idealen, haben Gesinnungen, Häuser, Schulen, Behörden, Pässe. Sie sind Patrioten und Antipatrioten, kriegerisch und pazifistisch, national und kosmopolitisch. Ich bin nichts von all dem. Ich habe Vaterländer gehabt, sie sind untergegangen. Ich habe an Gesinnungen geglaubt, sie haben sich verflüchtigt. Ein einziger Pfarrer ist gestorben und sein Tod hat alles offenbart. Merkwürdig, dass die Leute nicht an Wunder glauben, an alles glauben sie, nur nicht an Wunder. Ich habe Wunder erlebt, wer aber von all denen, die an Ideen glauben, hat seine Idee dermaßen erlebt. Diese Art zu beobachten und zu denken bereitet mir Freude. Wenn ich mir sage, dass dies der Sinn meines Lebens ist, so genügt es, um meinen Entschluss zu rechtfertigen, nicht wieder aus der Welt zu gehen, in die ich eben gekommen bin. Um mich ganz unabhängig zu freuen, muss ich vollkommen unabhängig sein, so wie die Welt heute ist, und sie interessiert mich, das heißt fast, sie gefällt mir. Muss man Geld haben, um frei zu sein? Ich habe also zwei Auswege, entweder zu sterben oder reich zu werden. Sterben kann ich auch als reicher, während ich nicht als toter reich sein kann. Also Geld. Eine solche Überlegung dürfte noch niemals einen Mann zu Geld geführt haben. Nikolai Brandeis war diese Überlegung und nichts anderes war der Anfang seines Kapitals. Wer kann sagen, was die Zufälle regiert? Vielleicht regierte jene Überlegung Brandeis den Zufall, der ihm Geld brachte. Jener Zufall ist ein ganz alltäglicher und soll nur der Vollständigkeit halber berichtet werden. In Danzig lernte Brandeis einen russischen Emigranten kennen, der im Zopotacasino sein Geld verloren hatte und nun im Begriff war, einen brillanten Collier seiner Frau zu verkaufen. Er bat Brandeis einen Käufer zu suchen. Brandeis aber riet dem anderen, noch einen letzten Versuch zu machen. Versetzen sie, sagte er, das Collier. Geben sie mir die Hälfte. Mit dieser will ich in Zopot für sie spielen. Verliere ich, so bin ich ihnen das Geld schuldig und obwohl ich heute noch nichts habe, werde ich mich bemühen, es ihnen zurück zu zahlen. Gewinne ich, so gehören mir zehn Prozent von ihrem Gewinn. Er wusste, als er in die Spielbank ging, dass er gewinnen würde. In einem Anfall von Aberglauben hatte er nur zehn Prozent verlangt. Er spielte und gewann. Nachdem er dreimal hintereinander gewonnen hatte, verließ er die Band. Die verdienten zehn Prozent waren sein erstes Kapital. Seine unerschütterliche Gleichgültigkeit war die Gewähr für seine Erfolge. Ja, es schien manchmal, dass die unberechenbaren Launen seiner Fantasie die unberechenbaren Wege, die das Geld zu nehmen liebt, vorausahnten. Unheimlich fanden ihn die anderen. Er selbst hielt es für selbstverständlich, dass ein Mann wie er, der gar keine Bindungen kannte und der seit seiner Geburt, so nannte er seine Desertion, Geld zu verdienen entschlossen war, es auch verdiente. Er bewies, dass man nicht durch eine nüchterne Kalkulation reich wird, sondern durch Eingebung. Und er gehorchte jeder seiner Eingebungen. Jetzt waren von den fünf Jahren erst drei verstrichen. Er begann reich zu werden. Er lieferte Stoffe seit einigen Wochen für die Polizeidruppen zweier Balkanstaaten. Kapitel 10 Die Mittagsglocken verhalten. Der Zug der Benagelten verlor sich in einer leichten Wolke aus Staub und Lärm. Die Straße blieb verlassen, die Menschen saßen zu Hause und in den Restaurants. Im Frühlingswind wehten die Gerüche der Speisen. Nikolai Brandeis setzte sich auf die Terrasse eines Kaffeehauses. Zwei Männer gingen vorbei, der Klang russischer Laute schlug an sein Ohr. Brandeis mochte keine Schicksalsgenossen. Er vermied Gelegenheiten, bei denen er gezwungen war, die übertreibenden Erzählungen der Emigranten von ihrer verflossenen Pracht mit höflicher Gläubigkeit anzuhören und was sie von ihrem gegenwärtigen Elend wie der Willen verraten mochten, in höflicher Blindheit zu übersehen. Wer unter ihnen war denn nach der Flucht etwa wieder geboren wie er? Alle schienen ihr Leben in Russland zurückgelassen zu haben. Der Balalaika Klang ihrer Sehnsucht langweilte ihn, wie der Militärmarsch der Windjagden, die eben vorbeigezogen waren. Obwohl er selbst desertiert war, begriff er einen Patriotismus nicht, der ein existierendes Vaterland beweint, als wäre es vom Ozean verschlungen worden. Die Leute weinten um ihren silbernen Samovar. dennoch gerieten die russischen Worte, die er eben gehört hatte, gleichsam in eine unbekannte Abteilung Brandeis, eine Abteilung, die der Frühling geöffnet zu haben schien. Sie fielen in seine Erinnerungen an den ukrainischen Februar wie lang erwarteter Regen auf durstige Felder. Die Erinnerungen blühten auf. Nun unterschied er deutlich die zarten Nuancen und Grade des heimatlichen Frühlings. Er erinnerte sich an Tage im Februar, an denen die Sonne gegen zwölf Uhr mittags auf einmal für die Dauer von knapp fünf Minuten eine tröstliche Hitze entwickelte, so dass die Eiszapfen an den Dächern plötzlich zu tropfen begannen und dass es war, als hätte die Sonne eine kurze Sommerprobe gemacht. Das Blau des Himmels war noch winterlich und Kobalten. Nur an seinen Rändern wurde er hell, fast weiß, als wäre er dort vereist wie Wasser. Dennoch atmete er mit einem warmen, traulichen Atem, schon mit einem vorweggenommenen Duft lauer Sommerregen. Schon enthielt er den menschlichen Augen noch unsichtbares Material für sommerliche Wolken. Dann erhob sich ein Wind aus Nordost. Mitten im Tropfen vereisten die Zapfen aufs Neue. Schneller als an den vorhergehenden Tagen, obwohl sie doch bestimmt kürzer gewesen waren, fiel der Abend ins Dorf. Im Fallen Silber schimmerten nur noch die Birken vom Wäldchen herüber, die verstreut zwischen den anderen Bäumen standen wie junge Tage zwischen alten Nächten. Auf den Feldern erwachten die kleinen rötlichen Reisigfeuer, die ringsum Kartoffeln berieten und der Wind trug den süßen Duft der brennenden Zweige ins Dorf. Über den weiten Sumpf, dessen gefahrlose Wege die vertrauten Weiden anzeigten und der zwischen der Straße und dem Walde lag, konnte man heute noch wandern, ohne sich an die Richtung der Weiden zu halten. Noch war alles gefroren und splitterte wie sprödes Glas unter den genagelten Absatz des Stiefels. Aber wie oft noch würde man so sicher über den Sumpf gehen können? Nicht mehr als zwanzig Mal. Dann kamen die blauen Irrelichter wieder, die irdischen Gesterne. Morgen, wenn der Mond abzunehmen begann, konnte es wieder so viel Schnee geben, wie in den ersten Tagen des November. Die Schneeflocken fielen heftig, aber man wusste, dass sie nach zwei, drei Wochen verschwinden werden. Ungefähr so, dachte Brandeis, dürfte es heute dort aussehen. Und hier sitze ich, und die Boten des Frühlings sind diese armen städtischen Bäume, die Natur des Magistrats, die Dummköpfe, die exerzieren, und der Bratenduft aus den Küchen der Häuser. Wozu bin ich denn hier? Es war ihm, als gehörte die russische Sprache, die er eben vernommen hatte, zu jenem Vorfrühling, der in seiner Erinnerung auferstand. Ja, als wäre die russische Sprache nicht das Verkehrsmittel einer bestimmten Art von Menschen, sondern die Muttersprache jener heimatlichen Natur selbst, der Birken, der Weiden, des Sumpfs, der Eiszapfen, des und der Feldfeuer. Warum wieder die Emigranten? Wer weiß, in ihnen allen lebte heute die gleiche Erinnerung wie in ihm. Deshalb war es so gut, heute und an ähnlichen Tagen russisch sprechen zu hören. Er zahlte und ging. Er achtete nicht auf die Richtung, die er eingeschlagen hatte. Er wollte in ein Restaurant gehen, obwohl er keinen Hunger fühlte, aus Pflichtgefühl und dem Gebot zufolge, dass eine große essende Stadt dem Einzelnen auferlegt, der schweigsamen Suggestion der konventionellen Mittagsstunde. Er stellte fest, dass man seine Erinnerungen nicht anders nennen konnte als Heimweh. Zum ersten Mal lernte er es kennen. Er erschrak. Was geht in ihm vor? Entsteht vielleicht wieder ein neuer Nikolai Brandeis? Ohne es zu wissen, war er in die Marburger Straße gekommen. Seinen Füßen hat sich das Heimweh zuerst mitgeteilt, ihnen den Werkzeugen der Wanderung. Sie sind selbstständig gegangen. Jetzt stand er wieder vor dem russischen Restaurant, in dem er während des ersten Monats nach seiner Ankunft gegessen hatte und nie mehr später. Die Einrichtung war geändert. Ein reicher Wirt führte dieses Gasthaus jetzt. Die Kellner trugen steife Hemden, es gab eine Zigarettenverkäuferin in blauer Pagenuniform und Garderobenmarken aus Messing. Er warf einen Blick auf die Spezialitäten auf dem Tisch in der Mitte. Sie hatten ihre erste Echtheit verloren, die aus der alten, ärmeren Zeit. Sie glichen bereits Kompromissen, geschlossen mit Berliner Traditionen. Sie machten die Entwicklung aller Emigranten mit. Der Schnaps, den er bestellt hatte, war mild und lächerlich. Er sagte es dem Kellner mit einem Ausdruck verletzter Eitelkeit auf Russisch. Man brachte ihm einen anderen Schnaps. Zwei Männer am Nebentisch hörten zu sprechen auf und sahen ihn mit Wohlwollen an, dass man unbekannten Schicksalsgenossen entgegenbringt. Er grüßte sie. Sie kamen ihm sympathisch vor. Beide waren kahl, man sah die Reflexe der früh entzündeten Lichter auf ihren Schädeln. Aber sie unterschieden sich so sehr voneinander, wie nur Russen es können, die Angehörigen einer großen Nation, die aus vielen Kleinen besteht. Versöhnlich gestimmt, wie er heute war, gab er allen Emigranten Recht. Dieser kleine Schwarze mit der gelblichen Gesichtsfarbe und dem schwarzen Schnurrbart stammt aus der südlichen Ukraine. Der große Blonde mit dem langen Schädel und den Augen ohne Braun und dem Rosatain, der so leicht schamhaft wirkt, ist aus Polen oder Balte. Dennoch sind sie beide ausgezeichnete Russen. Sie haben den gleichen Geschmack, eine ähnliche Art der Verdauung, ihr Körper reagiert in gleicher Weise auf Alkohol, genauso wie bei mir, dem Deutschen und Juden. Allgemeinsam ist die Art der körperlichen Bedürfnisse. Nikolai brannte als trank den nächsten Schnaps seinen Nachbarn zu. Er hörte, was sie sprachen. Es war die Rede von einem gewissen Josef Danilovic, der behauptet hatte, er würde jetzt in Paris eine noch ertragreiche Inflation erleben. Es erschien plötzlich dem schweigsamen Brandeis, dass es von größter Wichtigkeit sei, seinen Nachbarn zu warnen und auf dem Umweg über sie den ihm völlig unbekannten Josef Danilovic. Er mischte sich ins Gespräch. Man hörte ihn gerne an. Es 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 wird von der ganzen französischen Inflation nur eins übrig bleiben, der viel geringere Goldwert des Franken. Frankreich hat nicht etwa zu viel Banknoten im Umlauf wie seinerzeit Deutschland. Die Bank de France besitzt auch Gold genug, nämlich 3.654 Goldmillionen, also im Augenblick etwa 60 Prozent der ausgegebenen Banknoten. Das französische Publikum glaubt an den Wert des Franken, eine psychologische Tatsache, die von größter Wichtigkeit für die Stabilisierung ist. Man wird entweder die Schulden gewaltsam konsolidieren oder das Kapital belasten oder, was das Wahrscheinlichste ist, eine Auslandsanleihe aufnehmen, als Garantie genügt das Gold der Bank de France. Immerhin kann sich auch die Bank de France entschließen, ihre Goldreserven sofort anzugreifen, und meiner Rechnung nach würden ihr noch 2.500 Goldmillionen als Garantie für die Banknoten bleiben. England wird gewiss nicht zu den hartnäckigen Gläubigern Frankreichs gehören. Es wird Konzessionen machen. Frankreich wird aufhören, noch weiterhin naiv an die fantastischen Summen zu glauben, die aus Deutschland herauszuschlagen sind. Und das wird schon die halbe Rettung sein. Es war ihm ein Vergnügen, die beiden aufzuklären. Sie lauschten. Sie schienen begriffen zu haben, dass sie hier mit einem großen Kenner sprachen, der die Börsengeschäfte mit der Überlegenheit eines Weltpolitikers verfolgte. Wir wollen auch nach Paris, aber aus anderen Gründen nicht geschäftlich. Nun, sagte Brandeis, dann kann ich Ihnen nur raten, mit größeren Ausgaben zu rechnen, als Sie es wahrscheinlich tun. Er erhob sich. Sie baten ihn um seine Adresse. Einen Augenblick bereute er schon, dass er sich mit ihnen eingelassen hatte. Er gab ihnen die Adresse. Er wollte langsam auf Umwegen nach Hause kommen. Er lächelte über den Ausdruck nach Hause. Seit zwei Jahren wohnte er in der Pension. Auf einmal schien es ihm unmöglich, dort zu bleiben. Die Sonntage waren unerträglich und von den Sonntagen am unerträglichsten der Nachmittag. Aus allen versperrten Zimmern drangen Liebeslaute und Grammophone. Die Inhaberin, die Hofratswitwe, trug heute ein seidenes Kleid aus schwarz und grau. In Nikolais Zimmer stand auf dem Kleiderschrank noch der Kasten mit der Geige, das Instrument des Hofrats. In diesen Zimmern hatten wir immer Quartett, erzählte die Witwe. Brandeis erinnerte sich an das Weiß und Blau seiner gekalkten Stube. Er rauchte den Duft von Heu, von Mist, die Dumpfheit der Hühnersteige, die würzige Schärfe im Stall, den warmen, zischenden Urinstrahl der Pferde. Und er erinnerte sich an die Mischung aus Kabul und gekochten Seefisch in der Pension. Er beschloss erst am Abend nach Hause zu kommen. Es wurde früher Abend, als er gedacht hatte. Nun war der Sonntag überstanden. Der Sonntagabend draußen war schlimmer als zu Hause. Er floh. Zwei Herren warteten auf ihn im Salon. Er ging in den Salon. Es waren die zwei Russen, mit denen er im Restaurant gesprochen hatte. Es erwies sich, dass beide die gleiche Art von Schüchternheit hatten. Beide waren ratlos. Sie unternahmen etwas gemeinsam nach jenem merkwürdigen Gesetz, das die gleichen Schwächen zueinander bringt, dass zwei hässliche Mädchen zusammen spazieren schickt, zwei Taube in eine Konversation verwickelt und zwei Schüchterne verbindet, die glauben, dass sie zueinander addiert Kühnheit erzeugen werden. Immerhin schien der Blonde, der jünger als der Schwarze, zu einem gewissen Mut aus Gründen des Anstands gezwungen. Es war der Blonde, der begann. Wir freuen uns sehr, dass wir Sie durch einen Zufall kennengelernt haben, denn wir brauchen Ihren Rat. Jener Josef Danilovic, von dem wir heute sprachen, hat uns in die unangenehme Situation gebracht. Deshalb sind wir bei Ihnen und weil wir annehmen, dass Sie sich für Kunst interessieren. Ich? Für Kunst? Sagte Brandeis. Niemleben. Seine Besucher wurden so betreten, dass er sagen musste Aber das hindert vielleicht nicht, dass ich Ihnen einen Rat gebe. Um was für Kunst handelt es sich denn? Um Bilder? Nein, um Kleinkunst, begann der Ältere. Wir haben ein Kabarett, von dem Sie vielleicht schon gehört haben. Vor fünf Jahren ist es gegründet worden. Wir haben hier gespielt, dort gespielt. Wir haben gute und schlechte Tage gehabt. Aber es ging immer halbwegs, eben mit Hilfe von Josef Danilovic. Solange er Geschäfte machen konnte. Seit der Stabilisierung haben wir nichts mehr von ihm gehört. Wir sind also hierher gekommen. Auf Briefe und Telegramme hat er nicht geantwortet. Inzwischen ist unser Theater in Belgrad. Dort läuft unser Vertrag ab. Nächste Woche müssen wir nach Paris. Aber unsere Einnahmen in Belgrad sind schwach. Bedenken Sie die große Konkurrenz. In Belgrad war der blaue Vogel, der goldene Hahn, die Baller Laika, die weiße Hütte. Wir sind die Fünften und wir geben gute Qualität, aber das Publikum ist verdorben und wir werden kein Geld für die Reise nach Paris haben. Wie heißt Ihr Theater? Der grüne Schwan, sagten beide zugleich mit dem Stolz, mit dem Offiziere ihr Regiment nennen. Nikolai Brandeis erinnerte sich vage, Plakate mit diesem Namen gesehen zu haben. Höflich, wie er heute war, sagte er, dass er von diesem Theater schon viel Gutes gehört habe. Ob er ihnen helfen könne, fragten beide. Ehe er sich noch darüber klar wurde, was er sagen werde, entfuhr ihm der Satz. Ich habe zufällig in dieser Woche in Belgrad zu tun und werde sie dort besuchen. Die Männer gingen. Kapitel 11 Nun war er in Belgrad. Am Nachmittag saß er in der Probe im grünen Schwan. Er erinnerte sich nicht, wann er zuletzt in einem Theater gewesen war. Es mochten zwei Jahre oder drei hier sein. Damals war er ein paar Mal mit Vorfreude in Theater gegangen, die er vor langen Jahren in seiner Studentenzeit hier und da gefühlt zu haben, sich noch erinnerte. Er kam und er fuhr, dass die Bühnen leer waren, auch während sich die Schauspieler auf ihnen bewegten. Offenbar deshalb, dachte er, und weil die Menschen vom Theater selbst die Lehre der Bühne immerhin ahnen mochten, geschahen diese Anstrengungen der modernen Regie. Deshalb baute man Treppen zum Beispiel. Wenn er Treppen sah, glaubte er vor dem entblößten Inneren eines zerstörten Hauses zu sitzen. Er erinnerte sich an ein Erdbeben, am Kaukasus, das er einmal erlebt hatte. In einigen Straßen am Rande der kleinen alten Stadt waren die Mauern und das Dach eingestürzt, und offen boten sich dem Blick die Eingeweide der Häuser, Bretter, Balken und eine Treppe, die kein Ziel mehr wies. Der Himmel wölbte sich so hoch, und die Treppe, obwohl sie einmal durch die Stockwerke geführt hatte, schien im Vergleich zu dem unermesslichen Abstand, der ihre höchste Stufe noch von der niedrigsten Wolke trennte, so lächerlich klein, dass an ihr, der fast intakt gebliebenen, mehr noch die Macht des Unheils sichtbar wurde, als an dem Schutt der vernichteten Dinge. Ein noch stärkeres Grauen empfand Brandeis im Anblick der Bühnen, weil hier das Bild des Untergangs nicht die Folge einer Katastrophe war, sondern einer menschlichen Anstrengung, die man Regie nannte. Er war manchmal neugierig, einen Regisseur kennenzulernen. Wie muss es, fragte er sich, in diesen Männern aussehen? Wie werden sie von Wüsten träumen geplagt? Denn sie bauen offenbar die hohlen Abgründe, die sie in ihren ängstlichen Nächten zu stürzen vermeinen, in Bühnenräume um. In Brandeisjugend hatte es noch Rampenlichter gegeben. Er kam just zu der Zeit wieder ins Theater, in der die Scheinwerfer die ausgehüllte Nacht der Bühnen nicht etwa erhellten, sondern durchsiebten. Und immer noch war es nicht finster genug, um den Zuschauer vergessen zu lassen, dass diese Nacht gebildet wurde. Von den Schatten des Gerümpels, der Kästen der Hängeböden, deren konservierter, neu mumifizierter Tod eine mechanische Kälte unter die gespielten Vorgänge ausatmete. Und obwohl der taghelle Scheinwerfer die handelnden Personen in Löcher aus Licht stellte, war sein Glanz doch nicht mächtig genug, den Zuschauer die private Menschlichkeit des Schauspielers vergessen zu lassen. Vielmehr war es, als ob der Scheinwerfer selbst die Neugier darstellen wollte, die im Zuschauer vorhanden war. Die einzige Neugier, die im Zuschauer dieser Zeit vorhanden war und die nicht dem Sinn der Handlung folgte, sondern der Sinnlosigkeit der Bewegungen. Es war, als folgte der Scheinwerfer so hartnäckig dem Schauspieler, um endlich zu erfahren, wozu dieser Mann hier drei Treppen nahm, um einen bestimmten Satz zu sagen und wozu er, um eine Antwort entgegenzunehmen, dort drei Treppen wieder hinunterstieg. Es schien Brandeis, dass man in der Zeit seiner Jugend weniger vom Theater verlangt hatte. Deshalb hatte es mehr gegeben. Er erinnerte sich genau, dass er nicht ins Theater gegangen war, um ein Stück von Shakespeare, wie man sagt, verlebendigt zu sehen, denn niemals konnte Shakespeare lebendiger sein, als wenn man ihn las, sondern den Abstand und den Unterschied kennenzulernen, die zwischen dem gespielten Shakespeare und dem in der Vorstellung des Zuschauers lebenden vorhanden waren. Damals konnte es geschehen, dass ein großer Schauspieler, eben weil er und weil die Bühne keinen Augenblick es verleugneten, dass sie Theater waren, mit einer Rampe, mit Kulissen, mit Bäumen und Felsen und Mauern aus Pappe, ein gedichtetes Schicksal in seinen Körper aufgenommen hatte und das eigene Blut hingab für das Blut Shakespeare's. Aber ein Regisseur, so dachte Brandeis, dirigierte heute die Selbstopferung des Schauspielers, die, um Gnade zu erlangen, sich in vollkommener Einsamkeit abzuspielen hätte. Die Regie schafft Räume. Nun gibt es keine Menschen, sie auszufüllen. Deshalb ließ man den Raum wieder im Dunkel, in der Hoffnung, dass der schmale Lichtkegel den Menschen zur Geltung bringen würde. Welch ein Irrtum! Der Mensch geriet in ein Loch und, gefesselt in die Hohlheit, die nunmehr sein Leib war, tappt er durch die Nächte. Brandeis hätte niemanden etwas von all dem gesagt. Er hielt sich auch nicht für kompetent. Er verstand das nicht. Es war nicht seine Sache. Er dachte mit Entsetzen daran, dass man in den modernen Theatern schrie wie auf der Börse. Er dachte daran, dass es ein unanständiges Geschäft war, für eine Fiktion zu bezahlen, die nicht zugab, dass sie eine war. Für ein Stück, das vorgab, ein gesteigertes Leben zu enthalten und das, verglichen mit seinen eigenen, mit Brandeiserlebnissen aus seiner frühen Existenz, aber auch nur verglichen mit einer Stofflieferung nach dem Balkan, keineswegs gesteigertes Leben war, sondern das Spiegelbild eines Traums vom Leben, geträumt von einem blassen Dramatiker. Nein, er ging lieber ins Kino. Er liebte die ahnungslose Dunkelheit des Zuschauerraums und den belichteten Schatten der Agierenden. Er liebte die primitive Spannung der Fiktion, die sich ehrlich zu sich selbst bekannte. Er liebte die Abgeschiedenheit, in der jeder Einzelne saß, weil die anderen sich in Wirklichkeit hart vor der Leinwand befanden. Nur ihre Körper blieben auf den Plätzen, wie Kleider in einer Garderobe. Zweimal in der Woche ging Brandeis ins Kino. Er ruhte aus. Er redete nicht. Er hörte nichts. Mit Ungeduld ertrug er die kurzen Lichtpausen. Er hasste sie. Er dachte daran, gelegentlich Kinos einzurichten, in denen es niemals hell werden sollte. Er kam zu den Proben des grünen Schwans. Allein, im dunklen Zuschaueraum saß er. Nein, er sah wieder, dass er sich für die Kunst nicht interessierte und gar nicht für Kleinkunst. Eigentlich war ihm das russische Kabarett, das er noch vom letzten Russland her kannte, immer verhasst gewesen. Ihm widersprach die Kunst, die aus Angst vor den Dimensionen zierlich wurde. Er hasste die Delikatesse. Er hasste diese Stückchen Milieuschilderung, in denen die Menschen sich in Lilliputaner verwandelten, die Bäuerinnen in Palettösen, die Kosaken in Zinnsoldaten. Er hasste den leeren Charme des Konferanciers, der ihm zu ehren, denn man behandelte ihn wie einen Geldgeber, einen besonderen Witz entwickelte. Weshalb ging er nicht weg? Nun saß er schon das dritte Mal in der Probe. Ja, er ging sogar am Abend am Theater vorbei, um sich zu erkundigen, was die Kasse ergeben hatte. Weshalb tat er es? Die Truppe befand sich in Not. Sie hatten schon lange nicht mehr das Hotel bezahlt. Das Essen kreditierte man ihnen nicht mehr. Es gab Abende, an denen der Kassenertrag gerade reichte, um jeden einen Kaffee oder einen Tee mit einem Gebäck in der Konditorei zu sichern. Sie saßen nach jeder Vorstellung zusammen an engen Tischen und erinnerten an Bündel ängstlicher Hühner, die das Schlachtmesser erwarteten. Und immer noch lärmten sie durcheinander, weil sie die stummen Pausen fürchteten, als wäre unausweichlich die Stille nichts anderes als ein Vorbote des Todes. Seit der Gründung des grünen Schwans war es ihnen niemals so schlecht gegangen. Ihre hastig abgeschminkten Gesichter schimmerten gelb im Glanz der abendlichen Lichter. Dennoch wollten sie einander nicht verlassen. Jede Nacht warteten sie, bis man das Lokal schloss. Und auch dann gingen sie von einem der drei Hotels, in denen sie einquartiert waren, zum anderen. Alle begleiteten einander. Und die kleine Gruppe, die schließlich in ihr Hotel trat, kam sich elend und von den anderen verraten vor. Noch lange standen sie flüsternd in den Korridoren. Dann fiel hinter jedem die Zimmertür zu wie ein Sargdeckel. Warum, fragte Brandeis sie eines Abends, geht nicht jeder von euch hin und sucht sein Brot? Sie sahen ihn an, erschrocken und geringschätzig, als hielten sie ihn für verrückt und auch für minderwertig. Wie, antwortete ihm der Kapellmeister, wir sollen den grünen Schwan verlassen? Niemals! Und Brandeis begriff, dass diese Menschen für ein Gebot der Kunst hielten, was ein Gebot der Heimat war. Sie waren nicht alle Schauspieler gewesen, die Frau und Töchter aus guten Häusern, die Männer, Offiziere und Beamte, zwei Großgrundbesitzer unter dem Musikanten, der Kapellmeister, ein Gymnasialprofessor. Brandeis fand zum ersten Mal Gelegenheit, Geld für eine Sache auszugeben, die ihm nicht gefiel. Seitdem er angefangen hatte, Geschäfte zu machen, war er gewohnt, jede Geldsumme als ein Instrument zu sehen. Einem Bettler ein Almosen zu geben, wäre ihm so lächerlich erschienen, wie wenn man ihm etwa zugetraut hätte, ein Feuer anzuzünden, zu keinem anderen Zweck, als um es sofort wieder mit Wasser zu löschen, oder seine Taschenuhr auf das Pflaster zu werfen, nur damit sie aufhöre zu gehen. Er hatte Theodor Bärenheim 2000 Dollar gegeben, nicht nur, weil er Pauls Hilfe gebraucht hatte, sondern weil er der Meinung war, dass es galt, jede Funktion der irdischen Gerechtigkeit zu verhindern. Er gönnte der Polizei keinen einzigen der vielen Theodors, die es geben mochte und denen allen er wahrscheinlich geholfen hätte. Er hasste die Ordnung der Staaten, er verstand sie nicht, aber noch weniger verstand er die Kunst und die Kleinkunst, die in den Ziergärten der verhassten Ordnung gediehen. Und dennoch bezahlte er dem grünen Schwan die Hotelrechnungen und die Reise. Es war der letzte Abend in Belgrad. Sie saßen heiter infolge der Aussicht auf Paris und lärmend in einem Stammcafé in einzelnen Gruppen an verschiedenen Tischen. Brandeis trat ein. Er wollte heute noch nach Berlin zurück. Er suchte den Direktor, um sich zu verabschieden. Er kam sich lächerlich vor. Er hatte einem lächerlichen Unternehmen Geld gegeben, ja, eine Reise ohne Grund gemacht, Zeit verloren. Nun wollte er alles vergessen. Es wäre richtiger, überlegte er, ohne ein Wort zu verreisen. Aber das empfiehlt sich nur, wenn man Geld bekommen, nicht, wenn man es verliehen hat. Sie erblickten ihn sofort, als er eintrat, umringten ihn, behandelten ihn, wie es sich geziemte, mit ausgelassener Dankbarkeit. Er sah noch einmal gleichgültig auf ihre gleichgültigen Gesichter. Plötzlich blieb sein Auge in der Leere haften. Ein Gesicht fehlte. Er wusste nicht den Namen, der zu dem Gesicht gehörte. Er vermisste es nur. Einen Augenblick später saß er am Tisch und bestellte zu trinken. Eben war er noch entschlossen gewesen, möglichst schnell und im Stehen Abschied zu nehmen. Nun setzte er sich, um zu warten. Das Gesicht, auf das er wartete, konnte nicht älter als 19 Jahre sein. Je länger die Leere dauerte, um so deutlicher sei er das braune Angesicht, die schmalen Wangen und dem breiten, roten, hell geschminkten Mund, der wie ein Schrei im ruhigen Antlitz war und die dunklen Augen, die so nahe nebeneinander standen, dass eine Augenbraue in die andere überzugehen schien. Was für Schuhe trägt sie? Es gab in diesem Augenblick plötzlich nichts Wichtigeres. Er hätte gerne gefragt, was für Schuhe sie trug, obwohl er noch überhaupt nicht nach ihr gefragt hatte. Er wusste nicht, wie sie hieß. Gewiss, ich könnte sie schon beschreiben, aber das ist peinlich, sehr peinlich. Ich werde lieber warten. Ich werde morgen fahren. Sein Zug ging um elf Uhr abends. Als Lydia Markowna eintrat, zeigte die große Uhr über dem Buffet gerade zehn. Er hatte also noch eine Stunde Zeit. Er empfand es als einen Verrat, dass sie gerade jetzt daherkam und ihn in die Verlegenheit brachte, die Reise noch zu machen, die er schon aufgeschoben hatte. Weshalb kam sie gerade jetzt? Eine halbe Stunde reichte nicht, um alles von ihr zu erfahren, was unter Umständen wissenswert war. Aber eine halbe Stunde reichte wohl, um ihr Adieu zu sagen. Hatte er denn eigentlich was anderes gewollt? Soweit er sich jetzt erinnern konnte, war er nur zu diesem Zweck hier geblieben. Sie war gekommen, man konnte sich verabschieden. Aber es wäre doch besser gewesen, wenn ihr Eintritt gleichzeitig mit der Abfahrt des Zuges erfolgt wäre. Dann blieben noch drei Stunden, bis das Lokal geschlossen wurde. Und dann gab es noch andere. Und der Zug nach Paris, mit dem der grüne Schwan wegfahren sollte, ging erst um drei Uhr nachmittags. Morgen. Eine lächerliche Hoffnung erwachte in Brandeis. Wenn die Uhr über dem Buffet überhaupt falsch ging, es galt nur eine kleine Bewegung, um sich zu überzeugen. Aber diesen Griff nach der Taschenuhr schob Brandeis noch absichtlich hinaus, denn er fürchtete, sich überzeugen zu müssen, dass die Uhr richtig ging. Schließlich zog er seine Uhr. Es war, als wenn er aus einer großen Kälte in eine helle, strahlende Wärme gekommen wäre. Längst elf vorüber, sein Zug schon unterwegs. Wie heißt eigentlich die Frau, die eben hereinkommt? fragte er seinen Nachbarn. Das ist Lydia. Lydia Markovna. Lydia Markovna. Wiederholte Brandeis. Er stand auf und ging ihr entgegen. Sie war langsam und lächelnd eingetreten. Sie wählte, während sie sich den Freunden näherte, einen der Tische. Hart vor ihr und so, dass sie den Kopf zurücklegen musste, um sein Gesicht zu sehen, blieb Nikolai Brandeis. Sie gab ihm die Hand. Er zog sie an den kleinen Tisch, der gerade leer vor ihnen stand. Sie sind Lydia Markovna, sagte er, wie um sich zu vergewissern, dass sie so hieß und als wäre ihm jeder andere Name nicht ebenso gleichgültig gewesen. Ja, Sie kannten mich nicht? Doch, ich kannte sie, aber ich frage nicht nach dem Namen. Nur in ganz bestimmten Fällen. Sie sind zum Beispiel ein ganz bestimmter Fall. Er wartete. Sie sagte nur, warum? Weil ich möchte, sagte Brandeis. Das heißt, weil ich sie bitten möchte, morgen nicht mit den anderen zu fahren, sondern mit mir, zu mir nach Hause. Was fällt Ihnen ein? Ich soll das Theater verlassen? Warum nicht? Aber Sie wissen nicht, ich habe einen Freund. Ich kann doch meinen Mann nicht verlassen. Ich kenne sie ja gar nicht. Wer ist Ihr Freund? Grigory, dort sitzt er. Brandeis sah sich um. Es war der Mann mit der Bassstimme, der in der Szene die weißen Reiter den ersten Kosaken spielte. Grigory war in einer Kartenpartie verwickelt. Er schickte den Kellner zu Grigory mit einem Zettel, auf den er geschrieben hatte. »Kommen Sie sofort herüber. Es handelt sich um Geld.« Grigory kam. Er sah abwechselnd Lydia an, die er nicht begrüßte, und Brandeis, die mir unaufhörlich zulächelte. »Hören Sie«, sagte Brandeis leise, »erlauben Sie, dass Lydia Markowna morgen zurückbleibt? Mit mir?« »Warum stören Sie mich, mein Lieber?« antwortete Grigory. »Ich dachte, es handelt sich um Geld.« »Das Geld bekommen Sie.« »Antworten Sie.« Grigory machte die Augen klein und sah Lydia an. Dann sagte Grigory, »Gewiß, wenn Sie will.« »Grisha«, schrie Lydia so laut, dass alle sich umwandten. Sie legte den Kopf auf den Tisch und weinte, die Stirn gegen den Marmor der Platte, als wüsste sie keine anderen Vertrauten mehr als Stein und tote Dinge. »Kommen Sie«, sagte Brandeis. Er hob sie vom Sessel. Der Direktor kam. Brandeis sagte, »Lydia Markowna, verlässt euch. Zahlen Sie dem Herrn Grigory zwei Monatsgagen auf meine Rechnung. Gute Nacht.« Es war ein neuer Nikolai Brandeis, der jetzt mit der Frau die Straße betrat. Er ging mit ihr zu dem Standplatz der Autos. Kapitel 12 Von Paul Bernheim kann man nichts anderes sagen, als dass er der Alte geblieben war. Er begann abzubauen, eine Tätigkeit, die zu jener Zeit in Deutschland den Wiederaufbau begleitete. Er baute ab, Paul Bernheim. Er entließ seine beiden Stenotypistinnen und schließlich den Sekretär. Er gab das Büro über seiner Wohnung ab und zuletzt auch diese. Denn es schien ihm unmöglich, als ein durchschnittlicher Mieter in dem Haus zu verbleiben, in dem er ein außergewöhnlicher gewesen war. Verschiedene Gewohnheiten fielen selbst von ihm ab. Blätter von einem Baum im Herbst. Jener beinahe geheimnisvolle Mechanismus, der jeden Nachmittag um ein Uhr den Inhaber des Friseurladens zu Paul Bernheim hinaufgezogen hatte, mit Pinsel, Seife und Rasiermesser, schien jetzt auf eine ebenso geheimnisvolle Weise zu stocken. Das Gesetz, demzufolge der Portier die Schritte Paul Bernheims noch vom zweiten Stock her vernommen hatte, um rechtzeitig die Haustür öffnen zu können, war außer Kraft gesetzt. Eines Tages verkaufte Paul Bernheim sein Auto und entließ den Chauffeur. Das Auto wanderte zu einem Taxi-Unternehmer. Nie mehr, so schien es Paul Bernheim, würde er wagen, auf der Straße ein Taxi zu nehmen, aus Angst, in seinen eigenen Wagen steigen zu müssen. Mithilfe eines Trinkgelds, das weit über seine Kräfte ging und nur einer Verpflichtung zur letzten Geste einer Noblesse entsprach, verabschiedete er sich vom Chauffeur. Auf einmal, und als hätte sie eine Elementarkatastrophe hinweg gerafft, verschwanden seine Freunde. Man konnte einen Spielclub nach dem anderen absuchen. Sie waren nicht da. Die Einsamkeit schien sich stabilisieren zu wollen wie das Geld. Er mietete ein einziges Zimmer in der ehrigen Hoffnung, dass der Umfang der Einsamkeit von dem der Wohnung abhänge. Er machte die Erfahrung, dass es zu den besonderen Eigenschaften der Einsamkeit gehört, in einem einzigen Raum größer zu sein als in dreien. Seine Rechnungen waren falsch gewesen wie die seiner Mutter. Sie besaß einen Koffer mit Geldscheinen und er hatte Aktien, von denen man nicht leben konnte. Warum hatte er nicht das Stoffgeschäft mit Nikolai Brandeis gemacht? Er wäre heute ein reicher Mann gewesen. So nahe schien der Reichtum zu sein. 2000 Dollar waren ihm noch verblieben. Die 2000 Dollar, die er Brandeis schuldete, das war gerade genug, um einen Zigarrenhandel anzufangen. Der einzige Beruf, zu dem er Lust und Begabung gezeigt hätte, wäre die Diplomatie gewesen. Er konnte immerhin noch eine Anleihe auf das Haus nehmen. Da aber auf dem Teil des Hauses, der ihm testamentarisch vermacht worden war, drei Hypotheken lasteten, war eine neue Anleihe ohne die Zustimmung seiner Mutter unmöglich. Unmöglich würde seine Mutter zustimmen. Die Firma Bernheim und Kompagnie musste ohnehin bald aufgelöst werden. Frau Bernheim wusste noch nichts davon. Manchmal zählte Paul Bernheim sein Vermögen nach, obwohl er es kannte. Aber es schien ihm, dass ein Irrtum möglich war und dass durch irgendein unerwartetes Wunder die wiederholte Addition eine neue Summe ergeben konnte. Wenn er jetzt noch seine Aktien nach dem heutigen Wert verkaufte, so hatte er mit den 2000 Dollar zusammen kaum mehr als etwa 25.000 Mark. Mit diesem Geld wäre ein anderer Nikolai Brand als imstande gewesen, innerhalb zweier Jahre eine Million zu verdienen. Paul Bernheim aber gehörte zu den ehrgeizigen Leuten, denen ein geringes Kapital nicht einmal gut genug erscheint, verzehrt zu werden. Die Frühlingstage waren klar, der Himmel mit blauer Farbe nachgetüncht, die Straße weiß mit doppelter Sorgfalt gereinigt und die Wolken schienen endgültig aus dieser Welt verbannt. Hätte Hätte ich noch einen Wagen, dachte Paul. Er konnte sich nicht erinnern, jemals so schöne Tage erlebt zu haben, in der ganzen Zeit, in der er noch einen Wagen besessen hatte. Er kam sich degradiert vor, wenn einen Autobus oder die Untergrundbahn bestieg. Er schlief aus Hartnäckigkeit und in einer Wagen Hoffnung, dass glückliche Zufälle sich über dem Haupt eines Schläfers zusammenballen können wie Wolken, immer noch täglich bis zum Nachmittag, obwohl die Vernunft gebot, am frühen Vormittag aufzustehen. War er angezogen und in der Straße, so schien der Tag selbst, der sich seinem Ende zuneigte, die Vergeblichkeit jeder Anstrengung zu beweisen. Ein paar Mal entschloss er sich am Vormittag Besuche zu machen. Er ging zu den Direktoren großer Verlage. Er hatte sich Vorschläge zurecht gelegt. Er war bereit, sein Vermögen zu übertreiben, von seinen Kreditmöglichkeiten zu sprechen, von seinen Verbindungen in England, an die er selbst allmählich zu glauben anfing. Er ging in eines der großen Häuser nach dem anderen. Er saß in den Wartezimmern, in denen die Zeitungen und Hauses auflagen, den Wartenden gratis dargeboten wurden, damit sie mit der Gesinnung der Firma vertraut würden, ehe sie zu einer Unterredung mit ihr gelangten. Bequem waren die Wartezimmer, ein wenig überheizt und von Botenmeistern in Livreen auf erhöhten Sitzen überwacht. Die Direktoren befanden sich stets in Konferenzen. Es waren nicht mehr wichtige Konferenzen, wie sie früher in der Inflation Paul Bernheim selbst vorgetäuscht hatte. Es waren schlichte Konferenzen, ohne besondere Eigenschaften und also noch viel wichtiger. Die großen Persönlichkeiten vergleichbar, die ihren Titel zwar besitzen, aber nicht führen. Er saß und wartete. So ähnlich hatte man einst auf ihn gewartet. Jetzt verstand er, dass die Institution der Wartezimmer das Fegefeuer der kapitalistischen Himmel war. Nichts Grausameres als der Zwang zu einer Geduld, die fortwährend unterbrochen wird von Glockensignalen für die Boten, von der Ankunft neuer Gäste, von der zerstreuten Betrachtung der Zeitschriften, deren Absicht es ist, Trost zu verbreiten und die dennoch die tiefste Hoffnungslosigkeit erzeugen. Es kam vor, dass Bernheim das Wartezimmer verließ, noch ehe er seinen Besuch gemacht hatte. Und einer Unterredung entronnen zu sein, die ihren Sinn schon im Wartezimmer verloren hatte, verschaffte ihm ein Gefühl der Befreiung, als wäre er aus einem Irrenhaus entlassen worden. So oft er das Tor verließ, sah er sich um, wie man sich nach einem Hindernis umsieht, über das man gestolpert ist. Nie mehr gehe ich in dieses Haus. Er fuhr wieder zu seiner Mutter. Die Frau Militär Oberrechnungsrat hatte sich so gut eingelebt, als wenn sie im Haus Bernheim zur Welt gekommen wäre. Nun begrüßte sie Paul wie eine Tante. Immer noch ging Frau Bernheim ihrer Mieterin leise nach, um zu kontrollieren, ob ein überflüssiges Licht vergessen worden seinen Verlust bestand, ob ein Fenster in der Abendstunde nicht offen blieb, das alle Motten einladen konnte, sich vom Teppich zu nähern, und ob das Waschbecken im Zimmer der Frau Oberrechnungsrat nicht endlich den Sprung bekommen hatte, den Frau Bernheim schon zitternd seit Jahr und Tag erwartete. Wir sind jetzt übereingekommen, erzählte sie Paul. Das Abonnement für die Zeitung übernimmt die Frau Oberrechnungsrat. Genau heute vor einem Monat hat es in ihr Zimmer geregnet, das Dach war beschädigt. Sie hat behauptet, ich müsse es richten, aber ich habe ihr klar gemacht, dass die Wirtin nicht verantwortlich sein kann für Löcher im Dach. Sie hat es auch eingesehen, das Dach wurde verlötet, aber seit damals regnet es nicht mehr und ich weiß nicht, ob der Klempner uns nicht beschwindelt hat. Möchtest du nachsehen? Paul stieg aufs Dach, um nachzusehen. Von der Höhe übersah er den Garten, der jetzt, da der Frühling begann, noch trauriger war als im Herbst. Wie er ein als im Nebel. Paul sah den letzten Schuppen, in dem keine Wagen mehr standen, die Stelle, in denen die fremden Pferde wirten, und den alten Hund, der jetzt schmutzig vor seinem Häuschen lag, träge, als wüsste auch er, dass es nichts mehr zu bewachen galt, außer dem Koffer mit dem ungültigen Papiergeld der Frau Bernheim. Eines Abends legte die Mutter die Zeitung weg. Seitdem die Mieterin das Abonnement bezahlte, fühlte sich Frau Bernheim frei von der Verpflichtung, alle Inserate zu lesen, und sagte unvermittelt, »Weißt du, Paul, ich lese jetzt in der Zeitung so viele Heiratsanzeigen?« »Ja«, sagte Paul gleichgültig, eine Folge des Krieges. »Die jungen Leute sind gescheit«, fuhr Frau Bernheim fort. »Sie heiraten schnell, das ist gesund und garantiert ein langes Leben.« Sie schwieg und erwartete eine Äußerung von ihrem Sohn. Aber Paul schien nachzudenken, er hörte die Uhr ticken, die einzige, die noch in diesem Hause ging, und den zarten Wind, der in dem vorjährigen liegen gebliebenen Laub des Gartens raschelte. Frau Bernheim ergriff das Lornau und erst das Geräusch, mit dem es aufklappte, rief Paul wieder in diese Stunde. Frau Bernheim sah ein paar Minuten lang durch das Lornau auf Paul. Er wusste, dass es die Vorbereitung seiner Mutter zu einem ernsten Thema war und wartete. Nun bist du dreißig Jahre alt Paul, sagte Frau Bernheim. Die Erwähnung seiner dreißig Jahre berührte ihn schmerzlich, als wären sie ein körperliches Gebrechen. Da waren nun freilich diese dreißig Jahre und er hatte es zu nichts gebracht. Es war, als wenn sich die drei Jahrzehnte Jahr für Jahr, Monat für Monat, Tag für Tag neben ihm aufgehäuft hätten, ein Berg aus Zeit, und er selbst wäre tatenlos klein und ohne Alter daneben gestanden. Hast du nie ans heiraten gedacht, fragte die Mutter etwas strenge, es lau noch immer noch vor den Augen. Wo gibt es Frauen? sagte Paul. Es gibt genug Frauen, mein Kind, du sollst dich umsehen. Sie nahm das Lonot wieder ab und ließ es an die Hüfte gleiten, wie man ein Schwert in die Scheide steckt. Es war keine Rede mehr vom Heiraten. Immerhin, im Zug nach Berlin dachte Paul an den Vorschlag seiner Mutter. Ja, es war vielleicht Zeit zu heiraten. Ja, es war ziemlich einfach zu heiraten. Vorsicht und schneller Entschluss waren die wichtigsten Vorbedingungen. Ein Heirat war ein Weg zu Größe. Er wollte anfangen, Gesellschaften aufzusuchen. Er kannte aus seiner früheren Zeit, aus seiner Gönnerzeit, einen jungen Mann aus Temeschwa, der sich für einen Budapester ausgab und Sandor Tekeli hieß. Als Journalist und Zeichner war er nach Berlin gekommen. Er hätte ebenso gut als Herrenreiter, Schwarzkünstler und politischer Agent kommen können. Das Schicksal, das mit einer gewissen Holzseligkeit über manchen jungen Leuten aus Temeschwa wacht, führte Sandor Tekeli zuerst in die Spielclubs, dann in die Kabaretts, hierauf in die Theater, nach zwei Jahren zum Film und schließlich wieder zurück zur Zeitung. Einmal hatte er als Mitglied der Presse und Propagandaabteilung die Rote Armee des ungarischen Diktators Bela Kun auf ihrem Feldzug gegen die Rumänen begleitet. Er hatte diese Zeit und seine Tätigkeit längst vergessen. Er wäre im Stande gewesen, einen Mord zu vergessen, jahrelanges Gefängnis und einen Typhus. Dieser seiner Fähigkeit entsprach seine Begabung, die Gegenwart auszunützen. Es war, als hinge die Hurtigkeit, mit der er jede günstige Gelegenheit, aus jeder Situation herauszuklauben, verstand, unmittelbar mit der Vergesslichkeit zusammen, ähnlich wie die Eigenschaft einer gesunden Konstitution, sich an winterlichen Frösten, wie an sommerlichen Hitzen zu stärken, mit ihrer anderen Eigenschaft zusammenhängt, Krankheiten schnell und gründlich zu überstehen. Es wäre Unrecht gewesen, Sandor Tekeli etwa für charakterlos zu halten. Er war vergesslich, genauso wie er aufmerksam war. Und wie ein Schmetterling Süßigkeit aus jeder Blume saugt, so konnte Sandor Tekeli aus jeder Gesellschaft, in die er geriet, eine Beziehung, eine Verbindung und eine Freundschaft mitnehmen. Er war einer der sichersten Beweise für den Wandel der Gesellschaften, die Unsicherheit der alten Klassen und ihrer neuen Angehörigen, der Schwankungen gesellschaftlicher Werte und die unbegrenzte Ratlosigkeit der neuen Häuser, in denen die Architektur moderne Empfangsräume geschaffen hatte. Sorglos und nur auf Beziehungen bedacht, flatterte Tekeli von einer Hausfrau zur anderen. Ohne Unterschiede zu merken, besuchte er die Maskenbälle, die in jenem Jahr den Karneval noch lange überdauerten, stets in der gleichen Tracht eines Rokoko-Prinzen, sonstige Abende im Smoking, mit einer Weste, die ihre eigenen Rockklappen trug, immer mit einem Lächeln, das aus vollen, dunkelroten Lippen und tadellosen, blanken Zähnen gebildet wurde, immer mit der Bereitschaft, jedem zum ersten Mal eine Freundlichkeit zu sagen und zum zweiten Mal eine Vertraulichkeit. Nicht mit Unrecht, dachte Paul Bernheim jetzt an Sandor Tekeli. Bernheim wusste von Tekeli's Gewohnheit, zweimal in der Woche in einem ungarischen Restaurant zu essen, um den Zusammenhang mit dem mütterlichen Boden nicht zu verlieren. Er traf ihn einmal. Tekeli war erfreut. Er liebte es, wenn ihn gut gekleidete Männer in diesem Restaurant aufsuchten, in dem er einmal lange auf Kredit gegessen hatte. In diesem Restaurant übertrieb er seine gewohnte Vertraulichkeit. Er vermengte sie mit einer herzlichen Freude, die er zu entnehmen sein sollte, dass der Gast eine Persönlichkeit von außergewöhnlicher Bedeutung sei. Wo Paul Bernheim, lieber, lieber Freund, so lange verborgen gewesen sei. Und er selbst, Oh, kein Geheimnis, seine Beschäftigungen zahlreich. Erstens war er an jenem Inseratenunternehmen beteiligt, das die neue Reklameform der Poststempel am Kopf der Zeitungen verbreitet hatte. Zweitens half er in der Propagandaabteilung der großen amerikanischen Filmgesellschaft, die seit einem halben Jahr in Deutschland arbeitete. Drittens machte er mit einem Freund zusammen eine Weltkorrespondenz in allen europäischen Sprachen für Tagesneuigkeiten und feuilletonistische Mitteilungen. Viertens besorgte er die Übersetzungsrechte fremder Autoren für Deutschland und deutsche Autoren für das Ausland. Schließlich ließ er sich aktuelle Lustspielstoffe einfallen und verkaufte sie an bekannte Dramatiker. Es winkte außerdem etwas Neues, nämlich die Gründung, die ein Mann namens Nikolai Brandeis plane. Wer? Der Russe Brandeis? Wiederholte Paul. Sie kennen ihn, rief Teckeli und ergriff Bärenheims Arm. Sie kennen Brandeis persönlich? Ja, sagte Paul, warum ist das so merkwürdig? Oh, nicht merkwürdig, aber eine glänzende Beziehung. Und Teckelis vorgetäuschte Wertschätzung verwandelte sich in eine echte Bewunderung. Brandeis, Brandeis, wiederholte er in einem Ton, in dem ein Läufer in antiken Zeiten einen Sieg ausgerufen haben mochte. Wissen Sie nicht, Brandeis ist der große Mann von Morgen, einer der Männer, die aus dem Osten kommen und hier ihr Glück machen. Seit einem halben Jahr gehören ihm hier zwölf Häuserblocks am Kurfürstendamm. Er fängt an, Stoffläden und Gemischtwarenhandlungen in der ganzen Provinz anzulegen. Man sagt, dass er das Land mit Warenhäusern zu überschwemmen gedenkt. In jeder kleinen Stadt ein Warenhaus. Sein Motto? Für den Mittelstand. Er verbreitet Aufrufe zur Rettung des Mittelstandes, hat eine Bank gegründet und soll eine außergewöhnlich reiche und schöne Frau aus Serbien mitgebracht haben. Sie könnte seine Tochter sein. Man sieht sie beide bei jeder Premiere. Sie soll eine russische Fürstin sein, die nach Belgrad geflüchtet war, mit einem sagenhaften Schmuck. Sie war schon bereit, ihn zu verkaufen, da traf sie Brandeis. Wie lange haben Sie ihn nicht gesehen? Rufen Sie ihn doch an, wenn Sie ihn kennen. Oder warten Sie, vielleicht ist er morgen bei Schwarz und Weiß. Was ist Schwarz und Weiß? Der Maskenball des neuen Hockeyclubs. Wissen Sie nicht? Wollen Sie eine Einladung? Hier. Haben Sie eine Feder? Ich will gleich Ihren Namen ausfüllen. Dr. Paul Bernheim, nicht? Es war ein frischer, heiterer Abend, der Himmel hell wie am frühen Morgen und der Mond so nahe und irdisch, dass er wie ein Bruder der großen, silbernen Bogenlampen aussah. Paul segnete diesen Tekeli. So eine Begegnung sollte man ein paar Mal in der Woche machen. Dieser Junge weiß alles und beschert Glück. Alles hängt von diesem Schwarz und Weiß ab. Ich werde dort etwas Entscheidendes erleben oder nirgends mehr. Auf zu Schwarz und Weiß. Hockey ist ein sympathischer Sport. Kapitel 13 Der große Saal des Casinos, in dem das Fest stattfand, war in ein Labyrinth verwandelt. Unerwartete Winkel zwischen vorgetäuschten Mauern, Logen und Verstecke hatten den Zweck, die Gäste, die sich geheimen Genüssen hingeben wollten, nicht nur unsichtbar zu machen, sondern auch in der ständigen Furcht vor Überraschungen zu erhalten. Denn es gab keine Ecke, die nicht tückisch genug war, abgeschlossen zu scheinen und dennoch einen verborgenen Zugang zu besitzen. Es war die Innenarchitektur eines Sadisten. Paul Bernheim stellte sich endlich in der Nähe des Eingangs auf, um die Ankommenden sehen zu können. Aber Brandeis kam nicht. Ich habe es mir denken können, sagte Paul, als ob dieser Sandor Tekeli mir nicht schon oft falsche Sachen erzählt hätte. Traurig war er und bitter. In dieser Gesellschaft des Hockeyclubs kannte einer den anderen auch in der Verkleidung. Ja, es war anzunehmen, dass jeder vom anderen vorher gewusst hatte, in welchem Kostüm sein Bekannter kommen würde. Alle Anwesenden hatten so sehr das Gefühl, zu einer Familie zu gehören, dass sie die paar verlorenen Fremden, die wahrscheinlich alle nur der Tekeli mitgebracht hatte, mit dem erstaunten, etwas erzörnten Blick ansahen, den man für Eindringlinge übrig hat. Auf zweieinander gegenüberliegenden Estraden lebten sich die Musiker aus. Sie ließen keine Pause aufkommen. Wenn eine schüchterne Stille aufzublühen begann, nachdem eine Kapelle einen Tango beendet hatte, fiel die andere Kapelle mit einem Jazz über die lautlose Minute her und zermalmte sie zwischen Trommel und Saxofon. Unermüdlich tanzten die Paare. Paul Bernheim sah keine Möglichkeit, in dieser geschlossenen, wenn auch sehr verkleideten Gesellschaft einem entscheidenden Schicksal zu begegnen, wie er es heute noch den ganzen Abend gehofft hatte. Er trug einen dunklen Domino, ein Kostüm, das, wie ihm schien, der Begegnung mit einem entscheidenden Schicksal entsprach. Aber es meldete sich kein Schicksal. Sagen wir lieber, es meldete sich scheinbar kein Schicksal. Denn ein Mädchen in einer Art Haremskostüm mit goldenen Schuppenbrüsten und einem türkisblauen breiten Band um die Stirn, in wehenden weißen Pumphosen und blauen Sandalen mit goldenen Spangen, zog Paul Bernheim in einen der Winkel mit sanfter Gewalt, wie sie Frauen anwenden, die ein ehrsames Leben führen und die den Eindruck erweckt, dass sie nichts anderes wollten, als die Bewegung eines Freudenmädchens aus einer Hafenstadt nachahmen. Es war schon gegen zwei Uhr morgens und Bernheim hatte nicht mehr Entscheidendes zu erwarten. Also ergab er sich dem wortkargen Genuss, den Körper des Mädchens an sich zu ziehen. Die Frau verlangte zu trinken und er erhob sich, um ihr ein Glas Champagner zu bringen, denn man verteilte Champagner in Gläsern am Buffet. Er fühlte ihre Bemühungen, die leichte Erregung, in der sie sich bereits befand, noch zu verstärken. Wozu war ein Kostümfest gut? Ich langweile mich, dachte sie. Alle kennen mich und wagen nicht einmal einen Scherz. Dieser junge Mann ist fremd. Er ist vielleicht nicht klüger als die anderen, aber er hat den Vorzug, mich nicht zu kennen. Sie sagte ihm also kurz entschlossen, dass sie sich langweile. Sie klagte über die scheuen Männer, die sie alle beim Ruf nahmen und sogar beim Spitznamen kannte. Sie entfachte Pauls Ehrgeiz und erinnerte ihn an die glückliche Zeit seiner ersten Jugend, in der er sorglos und mit der Aussicht auf Oxford die Mädchen seiner Heimat gerade noch bis zu dem Grad verführt hatte, der ihre Heiratsfähigkeit nicht verminderte. Es war immerhin noch eine verhältnismäßig keusche Zeit gewesen, dachte er. Damals hätte mich kein Mädchen so aufrichtig behandelt. Auch nicht auf Kostümbällen. Die stete Neigung, die er von seiner Mutter ererbt haben mochte, jeden Fremden ohne Unterschied des Geschlechts sofort in eine der sozialen Schichten einzureihen, ließ ihn aus dem Betragen des Mädchens den Schluss ziehen, dass es nicht zu jener Gesellschaft gehörte, die er die Allerbeste zu nennen pflegte. Und nach der Art der Männer, welche die Widerstandsfähigkeit einer Frau nach den Einnahmen ihres Vaters berechnen, entschloss er sich so weit, das heißt so nah zu gehen, wie es die Abgeschiedenheit und die Dunkelheit des Ortes erlaubten. Er erfuhr einladende Zurückweisungen. Der Schuppenpanzer lockerte sich. Seine Versuche waren bereits so kühn geworden, dass er in das Stadium geriet, indem er das Gesicht, also die Individualität der Frau vergaß und nur noch die Nähe des anderen Geschlechts kannte. Da erschrak er vor einem Geräusch. Ein Rokoko-Prinz war vorübergegangen und hatte halblaut seinen Namen gerufen. Er bat das Mädchen, auf ihn zu warten und ging dem Prinzen nach. Es war Sandor Tekeli. Ich gratuliere zu ihrer Eroberung, sagte Tekeli. Mir scheint auch, dass sie hübsch ist, meinte Bernheim. Er war ein wenig unfreundlich, der Störung wegen und weil Tekeli ihm gestern ganz anders und wichtigeres versprochen zu haben schien. Hübsch ist sie natürlich auch, sagte Tekeli. Aber das ist nicht die Hauptsache. Sie wissen doch, wer sie ist. Keine Ahnung. Es hat keinen Sinn zu leugnen, lieber, lieber Freund. Sie wissen ganz gut, dass es Fräulein Irmgard Enders ist. Enders? Chemische Werke? Ja, kehren Sie schnell zurück. Paul Bernheim beeilte, sich zurückzukehren. Fräulein Enders hatte ihn erwartet, aber sie konnte die Veränderung nicht verstehen, die offenbar mit diesem Mann vorgegangen war. Denn es war Paul nun, da er den Namen seiner Partnerin kannte, unmöglich, eine Hand zu rühren. Und während ihm früher ihr Gesicht vollkommen gleichgültig gewesen war, glaubte er jetzt, es sei am wichtigsten zu wissen, wie sie aussehe. Ach, du bist langweilig geworden, sagte Fräulein Enders mit Recht. Und sie wollte sich erheben. Er hielt sie mit Anstrengung zurück. Noch einmal segnete er den Sandor Tekeli. Er begann zu erzählen. Es war immer noch das Beste, wenigstens die Zunge zu bewegen, da die Hände schon gelähmt waren. Er fühlte, dass sein Leben von diesem Fräulein abhing und dass er um keinen Preis langweilig erscheinen durfte. Mit dem Respekt vor der chemischen Industrie, der in den Männern vom Schlage Paul Bernheims alle Fähigkeiten der Achtung und der Schätzung ersetzt und alle Wertungen und Maßstäbe bestimmt, mit dem Respekt vor der Chemie, zauberhaft wie ihre Formeln, groß wie die Gläubigkeit der Frommen, die Ergebenheit treuer Monarchisten für Kaiser und Könige und die Verehrung mancher Völker für Tote. Mit diesem Respekt begann jetzt Paul Bernheim Fräulein Enders zu beobachten, zu unterhalten und zu umwerben. Er fürchtete unaufhörlich, die Aufgabe könnte misslingen. Es war ihm unmöglich, seine frühere Unbefangenheit wiederzufinden. Er sehnte sie herbei. Sie hatte Fräulein Enders gefallen. Aber er bewegte sich zitternd zwischen der Angst, das Bild von der Majestät der Chemie, das er tief in seinem Herzen trug, zu beleidigen und dem Wunsch, es so gering zu schätzen, dass er die notwendige Freiheit der Tochter großer Männer gegenüber wiederfände. Er warf sich aufs Erzählen, wie es seine Art war, denn er besaß die literarische Fähigkeit zu lügen. Und also berichtete er durcheinander fremde und eigene Erlebnisse, eigene und entlehnte Scherze und Anekdoten und innerhalb einer Viertelstunde war der alte Paul Bernheim wieder auferstanden, der Chameur, der Dilettant und der Kenner der Kunstgeschichte. Das Blau seines alten Augenaufschlags aus der Jünglingszeit, das sich mitten zwischen den Inflationsgeschäften ein wenig abgenützt zu haben schien, wurde wieder so leuchtend, dass Fräulein Enders es trotz der Dämmerung bemerken musste. Er pointierte die Geschichten derart, dass sie wie die echten mythologischen Liebespfeile, wenn nicht das Herz, so doch die Fantasie dieses Mädchens treffen musste. Und er verstand es so gut, ganz zufällig der Held seiner Geschichten zu werden, dass sogar seine Prahlerei die Physionomie der Bescheidenheit bekam. Er war im besten Zug. Er vergaß nicht Geschichten, die seinen Mut bewiesen hatten, andere folgen zu lassen, in denen seine fürchtsame Menschlichkeit zum Vorschein kam, so dass Fräulein Enders, die schon den unmittelbaren Mut der Tatkraft bewunderte, nun auch den der Aufrichtigkeit zu schätzen begann. Sie unterhielt sich gut in Pauls Gesellschaft. Da sie seinen Erzählungen entnahm, dass er in Oxford erzogen worden war, vermutete sie sofort und automatisch eine Verwandtschaft mit englischer Aristokratie. Der einzigen, die noch gelegentlich den Rittern der Chemie imponiert. Als sie den simplen Namen Paul Bernheimer fuhr, denn er hielt darauf, ihn ihr zu sagen, wurde ihr der junge Mann ein wenig rätselhaft, was jungen Mädchen noch mehr gilt als englisch und aristokratisch. Sie sollte von einem guten Freund ihres Hauses abgeholt werden, aber sie zog es vor, Bernheims Begleitung anzunehmen. Ihr Wagen, der an der Straßenecke wartete, und der Chauffeur, mit dem durch Technik verschärften Profil eines Lakaien aus alter Rasse, versetzten Paul in einen Zücken, das den Liebhabern vergangener Jahrhunderte nur der Anblick eines Strumpfbands zu entlocken vermocht hatte. Und er geriet in einen Taumel, als er einen englischen Windhund in wollene Decken verpackt im Wagen fuhr, einen Hund, der nach Oxford roch, und englischem Rasen. Mit einer Anstrengung, die ihm den Atem nahm, überwand er noch im letzten Moment die Pietät für die Gesellschaftsklasse des Fräuleins, und er fand glücklicherweise noch Kraft und Geistesgegenwart genug, knapp drei Minuten vor dem Hotel Adlon, den Arm um die Schulter des Mädchens zu legen. Er hatte rechtzeitig daran gedacht, dass körperliche Berührungen am wenigsten vergessen werden. So war es in der Tat. Paul Berenheim war der erste Mann, der auf das Fräulein Erbengart Enders Eindruck machte. Zwei Hauslehrer, die einmal, sie war damals 18 Jahre alt, im Garten ihres Hauses an schwülen und erregenden Sommernachmittagen die Gewohnheit angenommen hatten, die Lektionen zu unterbrechen und Liebesbeziehungen zu ihr herzustellen, konnten überhaupt nicht zählen. Es waren Domestiken, deren Berührungen, losgelöst von ihren Persönlichkeiten, sich selbstständig vollzogen hatten und eine entfernte Ähnlichkeit mit bezahlten Diensten aufwiesen. Sonst gab es nur harmlose Kameraden, Tennisspieler und Sommerschwimmer, Arosa-Rodler und Charleston-Tänzer. Dieser junge Paul Berenheim aber hatte die Welt gesehen, musste Erlebnisse haben, einen merkwürdigen Beruf, nachdem sie zu Fragen für unpassend gefunden hatte, kannte merkwürdige Leute und auch gute Gesellschaft, sprach über Pferde, auch über Automobile und sein Gesicht war sympathisch, Irmgard fand es sympathisch. Sie stellte sich noch einmal im Kostüm vor den Spiegel. Sie gefiel sich. Sie war gewohnt, sich zu gefallen. Ihre Beine waren keineswegs schlecht. Schlecht konnte man nicht sagen. Die Knöchel waren zu stark, wenn man sie mit dem Umfang der Walden verglich und erschien zart, weil sie jetzt Hosen trug. Sonst alles tadellos, die Brust etwas zu hoch angesetzt, aber dafür die Schultern stark genug, weiß und aufregend, so dass sie, enthüllt im Abendkleid, die Brüste fast vergessen ließen. Von Bauch keine Spur, die Hüften ausladend, kam vielleicht von zu viel Reiten, die Hände stark vom Tennis-Racket, aber lang und die Finger wohl proportioniert. Das blonde Gesicht unscheinbar, der Mund für ihren Geschmack zu klein, besonders da die Zähne zu groß waren. Eine verräterische Falte parallel unter dem Kinn. Was war das? Doch erst 21 Jahre kam vielleicht von ihrer ekelhaften Gewohnheit, den Kopf so tief zu senken, wenn sie las. Überhaupt brauchte man nicht zu lesen. Sie wollte übermorgen, wenn Onkel Karel sie abholen kam, eine Andeutung machen. Vielleicht kannte er den Namen. Gott sei Dank hatte sie keine Eltern mehr. Ihre Kameradinnen Lisa, Inge und Hertha hatten viel weniger Freiheit. Derart konnten sie nicht über Autos, Chauffeur, Hund und Kostümfeste verfügen, waren allerdings keine Persönlichkeiten. Während Irmgard, wie hasste sie diesen Namen, Geschmack einer Vorkriegsgeneration, sie, Irmgard, trotzdem Irmgard, eine Persönlichkeit war. Einen Mann konnte sie selbst finden. Sie hatte einen ausgezeichneten Geschmack. Sie konnte hart sein, verachtete Sentiments, und wenn sie auch die noch fast intakte Jungfernschaft ein wenig störte, so wusste Irmgard doch, dass dieser Fehler mehr die Feigheit der Männer bezeugte als ihre eigene. Sie legte sich befriedigt schlafen und träumte eine der Träume ihrer Generation. In einem grauen, schmalen Sportwagen guter Rasse und so weiter. Knapp vor den ersten Häusern eines Dorfes verschwand der Traum und ein Schlaf ohne Bilder und ohne Störung begann und dauerte bis elf Uhr vormittags. Kapitel 14 Statt am Donnerstag, wie es vorgesehen war, kam der Onkel Irmgards, Herr Karl Enders, erst am Sonntag. Wenn seine Frau einen Zweifel über Irmgards Sicherheit in Berlin äußerte, so sagte der Herr Enders, Du kennst Irmgard nicht. Du lebst überhaupt noch in deiner Zeit. Du kennst die jungen Menschen von heute nicht. Er verehrte den Fortschritt, die Jugend. Alle neuen Erfindungen, das Tempo und den Sport. Er fühlte sich in der neuen Zeit wie zu Hause und er konservierte seine Jugend und seine Gesundheit, nur um eine noch neuere zu erleben. Wenn er in einer der populärwissenschaftlichen Zeitschriften, die er abonnierte und die er mit einer verschwiegenen Geilheit las, als wären sie Pornografie, die Voraussage einer totalen Sonnenfinsternis in Mitteleuropa zu Ende des dritten Jahrtausends sah, so erschütterte ihn die Unmöglichkeit, tausend Jahre zu leben. Und es war in der Tat, wenn man ihn betrachtete, gar nicht einzusehen, aus welchem Grunde ein Mann wie er nicht unsterblich sein sollte. Seine Ingenieure und Beamten, seine Chemiker und seine Gehilfen, seine Werkmeister, seine Kassierer und seine Sekretäre arbeiteten für ihn, obwohl er selbst den ganzen Tag beschäftigt war, obwohl er selbst die Tätigkeit liebte und was er von ihr zählen konnte. Er war zwecklos fleißig. Die Philosophen der Welt, die Dichter und Denker, die Erfinder und Entdecker dachten für ihn und lieferten seinem Gehirn die notwendige Nahrung. Um ihm eine Freude zu bereiten, überquerten Flieger den Ozean, umkreisten Rekordsammler die Erde auf Fahrrädern, Schlitten und Paddelbooten, gingen Forscher im Eismeer zugrunde, brachen Akrobaten das Genick beim dreimaligen Salto Mortale. Er las mit Begeisterung am Ende eines jeden Jahres die Bilanz der Unglücksfälle und hielt alle überfahrenen Fußgänger für schuldig. Langsam sein und keine Geistesgegenwart haben hieß für ihn ein Verbrechen gegen das Tempobegehen, das er verehrte. Er selbst verspätete sich gerne, plauderte Überflüssiges, präsidierte zahllosen Konferenzen, fuhr von Stadt zu Stadt, hielt sich in Museen auf, sammelte Minerale, besuchte Konzerte, in denen moderne Musik gespielt wurde, finanzierte moderne Wohn- und Nutzbauten und Theater, in denen die Regie überraschende Experimente machte. Vor dem Kriege war er einer der eifrigsten Anhänger Kaiser Wilhelms II. gewesen. Während des Krieges war er ein Annexionist, weniger aus politischer Überzeugung als aus Vorliebe für Katastrophen. Nach dem Umsturz wurde er einer jener demokratischen Konservativen, die es nur in Deutschland gibt. Sie können Patrioten sein und Kosmopoliten, sich in der Gesellschaft eines Prinzen geehrt fühlen und ihn mitleidig belächeln, den Sozialismus anerkennen und ihn für eine Utopie halten, Arbeiter Kolonien bauen und die Arbeiter aussperren, gute jüdische Freunde haben und Ehrenmänner in antisemitischen Vereinen, für eine konservative Partei stimmen, sogar als deren Mitglied gewählt werden und sich über einen Sieg der Linken freuen, den Bolschewismus ablehnen und die russischen Sowjets lieben. Ermgard, die ihren Onkel kannte, hätte wissen müssen, dass ein Mann von so verschiedenen Veranlagungen und Geschäften nicht rechtzeitig kommen würde. Sie glaubte an die Notwendigkeit seiner Tätigkeiten, seiner Reisen, seiner Liebhabereien. Und so oft er sich auch verspätet hatte, sie nahm es immer als eine Folge unvorhergesehener Hindernisse. Darin glich sie ihrer Tante. Als Herr Enders am Sonntag kam, traf er eine in ihrer Art bereits verliebte Ermgard an. Inzwischen hatte sie sich schon dreimal mit Paul Bernheim getroffen. Einmal beim Fünf-Uhr-Tee, einmal auf einem ziellosen Ausflug im Auto, das dritte Mal waren sie spazieren gegangen, langsam beglückt, statt, wie es verabredet gewesen war, Tennis zu spielen. Morgen wollten sie reiten. Um zu zeigen, dass er ein Kenner der Jugend sei und die zartesten Symptome an seiner Nichte bemerkte, sagte Herr Enders, wir sind verliebt, nicht wahr? Ermgard, die ihren Onkel ebenso für altmodisch hielt, wie er sich selbst für modern, war durch den Ausdruck verliebt gekränkt. Er bezeichnete einen Zustand, der für einen jungen Menschen von heute nicht ganz passend erschien. Sie wiederholte, verliebt und nach einer Weile vielleicht nur bereit zu heiraten. Na also, sagte Herr Enders, es freut mich, dass du modern genug bist, die Liebe nicht mit der Ehe zu verwechseln, denn du weißt, dass du nicht jeden Beliebigen heiraten kannst, aber du kannst dich in jeden Beliebigen verlieben. Ich bin selbstständig, Onkel, bis zu diesem Punkt. Er dachte an die vielen Männer, die sich bei ihm um Irmgard beworben hatten. Es waren Männer verschiedener Kategorien gewesen. Künstler, die er unterstützte und die er von vornherein für unfähig hielt, denn er verbannt mit der Vorstellung von Kunst eine von geschlechtlicher Impotenz. Er kam nicht zum Bewusstsein seiner Vorurteile, weil er sich unaufhörlich wiederholte und bewies oder zu beweisen glaubte, dass er keine Vorurteile habe. Ich habe nichts gegen die Armen, pflegte er zu sagen. Weiß Gott, ich versuche mit den Armen ebenso zu verkehren wie mit den Reichen, aber schließlich kann man sie nicht mir nichts, dir nichts in die Familie nehmen. Ja, wenn es ein Genie wäre, etwas Außergewöhnliches, ein Eckener, sagen wir, ein Einstein, meinetwegen sogar ein Lenin, ein Kerl. Und da ihm unter den Armen, die er kannte, kein Kerl in den Weg kam, blieben seine Beziehungen zu ihnen distanziert. Eine Zeit lang hatte er daran gedacht, Ehremgard mit einem der Abkömmlinge aus der hohen Aristokratie zusammenzutun, die er unermüdlich unterstützte, einlud, beherbergte und näherte. Er half Zeitschriften begründen, die eine Einigung Europas propagierten und andere, die einen neuen Krieg vorbereiteten. Und er abonnierte die Zeitschriften auch. Aber ein Instinkt mächtiger als jede Hilfsbereitschaft und Menschenfreundlichkeit, weil es der Instinkt der Besitzversicherung war, beschützte ihn vor jedem Gedanken an verwandtschaftliche Bande mit einem der armen Freunde. Erremgard sollte einen außerordentlich reichen Mann heiraten, entweder einen Gutsbesitzer aus alter Familie oder einen jungen Industriellen. Herr Enders wusste nicht, dass es zwischen dem Reichtum und der Armut einen Zustand gibt, der immerhin materielle Nöte ausschließt. Männer, die weniger als eine halbe Million Einkommen jährlich hatten, zählte er zu den Armen. Und wenn er manchmal in die Lage kam, sich die Armut vorzustellen, so sah er schreckliche Gesichter. Syphilitische Kinder, eine schwindsüchtige Frau, Matratzen ohne Überzug, versetztes Silber. So lebt heutzutage der Mittelstand, pflegte er zu sagen. Zum Mittelstand zählte er auch die Direktoren seiner Fabriken. Das Proletariat war seiner Meinung nach versorgt. Erstens hatte es den Sozialismus, zweitens keine Bedürfnisse und drittens die soziale Fürsorge. Nur keinen Mittelständler heiraten, sagte er zu Ehrungart. Man kommt aus dem Elend gar nicht mehr heraus. Er war ehrlich bekümmert. Sein roter Nacken, seine muskulösen Wangen, seine ganze untersetzte, gesunde Vierschrötigkeit stellte sich in den Dienst seines Kummers. Er sah komisch aus, wenn er besorgt war, fand Ehrungart. Sie lachte. Sie wusste wohl, dass dieser Onkel Schwierigkeiten machen würde und ihre Sympathie veränderte sich für ihn in Verachtung, die sich auch auf seine körperlichen Eigenschaften bezog. Sie wusste wohl, dass dieser Onkel Schwierigkeiten machen würde und ihre Sympathie veränderte sich für ihn in Verachtung, die sich auch auf seine körperlichen Eigenschaften bezog. Seine robuste Gesundheit erschien ihr unappetitlich. Seine ständige Begeisterung für den Fortschritt nannte sie hypokritisch. Nachdem sie ihn schweigsam ein paar Sekunden lang angesehen hatte, fiel ihr das Wort Geldsack ein. An jenem Nachmittag, an dem sie in der Hotelhalle mit Paul und dem Onkel Tee trank, war sie abwechselnd gereizt, zärtlich, gehässig und verlogen. Für die Dauer von Sekunden verlor sogar Bernheim ihre Sympathie, nur weil er mit ihrem Onkel gefällig sprach. Wenn sie noch geahnt hätte, dass Paul in dieser Stunde nur den Ehrgeiz hatte, ihrem Onkel zu gefallen. Aber sie kannte die Männer nicht. Worüber sprechen zwei Männer, von denen der eine chemische Produkte erzeugt und der andere kein anderes Interesse hat, als hinaufzukommen. Von Kunst Paul Bernheim glänzte wie gewöhnlich. Man konnte glauben, dass er selbst Bilder sammle. Dass er heute mit Karl Enders zusammen Tee trinken würde, wer hätte ihm das noch vor einer Woche gesagt. Verändert war die Welt. Warum hatte er seine große Wohnung aufgegeben? Jetzt hätte er Gelegenheit gehabt, ein kleines Dinner zu Hause zu geben. Das macht gleich einen ganz anderen Eindruck. Sie sammeln wohl selbst? fragte Herr Enders. Nicht ohne die Nebenabsicht, auf diesem Wege etwas über die Verhältnisse des jungen Mannes zu erfahren. Mein Vater hat viel gesammelt, log Paul. Und der Sohn hat die Bilder verkaufen müssen, dachte Herr Enders. Aber er sagte etwas anderes. Ist Ihr Herr Vater schon lange tot? Vor dem Krieg gestorben. Sie waren natürlich eingerückt. Elfer Dragona, triumphierte Paul. Also verarmte Familie repliziert den Gedanken der Onkel. Und laut bemerkte er, Die Inflation und der Krieg haben doch eine Menge Familien ruiniert. Es ist so manche auf einmal Mittelstand geworden. Und seins hat oft Gelegenheit zu sehen, wie traurig es mit der Intelligenz bestellt ist. Viele sind auch reich geworden, sagte Paul. Ja, die neue Reichen. Der Onkel sprach dieses Wort mehr mit den Mundwinkeln als mit der Zunge. Es genügte von den neuen Reichen etwas zu erwähnen, und sofort geriet Herr Enders in schlechte Laune. Nach der Art aller Menschen, deren Großväter schon neue Reiche gewesen waren, schätzte er alle gering, die erst heute reich wurden. Von seinem Großvater, dem Begründer der chemischen Dynastie Enders, sprach er als von dem Manne, der mit den zehn Fingern anfing. Jene, die heute Ähnliches vollbrachten, nannte Karl Enders die mit den Ellenbogen. Als wäre ein Ellenbogen ein verächtlicher Körperteil und die Finger aristokratisch. Um der Meinung des Industriellen würdig zu sein, begann Paul eine von den Anekdoten vorzutragen, deren Held in jener Zeit der populäre Raffke war, und die immer mit dem Satz begannen, Herr Raffke kommt zur neunten Symphonie oder zu Wallenstein ins Staatstheater oder sonst zu irgendeiner der Kultureinrichtungen, in denen die alten Reichen sich so gut auskennen. Herr Enders liebte Anekdoten wie die meisten gesunden Männer. Er konnte bei jedem Witz ehrlich lachen, weil er vergesslich war und es ihm gar nichts ausmachte, ihn zehnmal zu hören. Irmgard schwieg beleidigt. Um ihre Sympathie für Paul nicht zu verlieren, die jetzt ein Bestandteil ihrer Selbstliebe geworden war, verwandelte sie die Geringschätzung für die Billigkeit seiner Witze in eine Bewunderung für seine Fähigkeit, sich mit dem Onkel zu unterhalten. Herr Enders schied mit dem Verdacht, dass Paul Bernheim zu der armen Intelligenz gehöre. Immerhin lud er den amüsanten jungen Mann nach D. ein, einer Stadt im Rheingebiet, in das Stammhaus Enders. Paul sollte nach einer Woche nach D. kommen. Es war ihm klar, dass er innerhalb dieser Woche eine Stellung haben müsste und keine beliebige. An Brandeis hätte er sich halten sollen. Es war Paul Bernheim vollkommen klar, dass er jetzt vor dem Ziel stand. Er konnte freilich zu Brandeis gehen. Zu Brandeis gehen und was sonst? Die 2000 Dollar zurückzahlen und von einem Gespräch alles erhoffen. Vielleicht machte ihm Brandeis einen Vorschlag. Zum ersten Mal nach langer Zeit stand Paul Bernheim wieder am frühen Vormittag auf. Es war ein Donnerstag. Sein guter Tag. Er glaubte sich zu erinnern, dass ihm der Donnerstag immer Glück gebracht hatte. In der Schule schon. Die Gegenstände, die ihm am liebsten waren, fielen auf den Donnerstag. Die reife Prüfung hatte er an einem Donnerstag bestanden und nach Oxford war er am Donnerstag gefahren. Und heute war Donnerstag. Auch die Sonne schien. Kein Wölkchen am Himmel. Kein Staub. Kein Wind. Die Taxis an der Haltestelle alle offen. Er wollte ein Taxi nehmen, um nicht im Gedränge der Untergrundbahn die notwendige Energie zu verlieren. Er stieg ein wie zu einer Fahrt ins Glück. Aber in der Köpernicker Straße vor dem massiven Häuserblock, in dem sich seit einigen Monaten Brandeis Firma befand, ergriff Paul Bernheim Angst. Angst, wie er sie noch nie gespürt hatte. Wenn er jetzt nichts erreichte, so wollte er nicht einmal nach D fahren. Er überlegte die Ausrede, die er ihrem Gott mitteilen würde. Diesen Brief jetzt schon zu stilisieren, bereitete ihm eine Erleichterung. Es lenkte ihn von dem Gedanken an die nächste Viertelstunde ab. Er versenkte sich in die Vorstellung von seinem vollständigen Zusammenbruch, um den Zustand der weniger erträglichen Angst vor dem Zusammenbruch leichter zu ertragen. Er lehnte es ab, in den Lift zu steigen, in den ihn der Portier einlud. Er ging langsam die Stufen hinauf und zählte sie. Sie sollten eine gerade Zahl ergeben, dann wäre alles gut. Als er im ersten Stock stand, hatten sie eine ungerade. Seine Füße stockten. Zum Glück besagte eine Tafel, dass sich die Direktion im zweiten Stock befand. Aus Furcht, dass die Zahl der Stufen noch einmal eine ungerade sein könnte, gab er das Zählen auf. Er musste durch einen großen, unheimlich sonnigen Saal, in dem an etwa 100 Schreibtischen gearbeitet wurde. Ein Arbeitssaal nach amerikanischem Muster, an allen vier Wänden riesige elektrische Wanduhren wie in Bahnhöfen, ein regelmäßiges Rascheln vom Papier, ein halblautes Klappern moderner, schweigsamer Schreibmaschinen, ein Flüstern, das vom Rechnen der gebeugten jungen Männer herrührte, die unaufhörlich Zahlen hinschrieben und mit Linealen hantierten. Die Wände kahl, die Fenster groß, nackt, ohne Vorhänge. Brandeis liebte es, seine Besuche durch dieses Zimmer führen zu lassen. Paul Bernheim machte sich auf eine der wichtigen Konferenzen gefasst. Hier gilt es, eine Stunde oder zwei zu warten. Umso besser. Ich habe Zeit, mich zu beruhigen. Aber schon ein paar Minuten später holte man ihn zu Brandeis. Brandeis saß in einem kleinen, verdunkelten Raum. Die Besucher, die aus der schmerzlichen Helligkeit kamen, sahen im ersten Augenblick gar nichts. Er holte aus dem Wandschrank Kognak und zwei Gläser, Zigarren, Zigaretten, langen Streichhölzer. Er stellte alles mit behutsamen Bewegungen vor Bernheim hin, lautlos, als wären seine großen, kräftigen und behaarten Hände, die Tischplatte, die Flasche, die Gläser und die Schachteln aus Sand. Er goss zwei Gläser voll. Bernheim trank mit einem Schluck. Er ärgerte sich, dass Brandeis nur nippte. Ich trinke sehr langsam, sagte Brandeis. Ich habe eine alte Schuld, begann Paul. Die Summe ist so gering, unterbrach Brandeis, dass es eine Verschwendung wäre, von ihr zu sprechen. Ich muss Sie um Entschuldigung bitten, ich hätte Sie besuchen sollen. Sie könnten geglaubt haben, dass ich absichtlich eine Begegnung mit Ihnen vermeiden will. Durchaus nicht. Es ist inzwischen die Notwendigkeit eingetreten, den Umfang meiner Geschäfte zu regeln und zu erweitern. Ich war besetzt. Ich freue mich über Ihren Besuch, aber ich hoffe, dass Sie nicht jener Summe wegen gemacht haben. Nein, Herr Brandeis, offen gestanden, ich bin mit einer Bitte gekommen. Das ehrt mich. Eine lange Pause folgte. Keiner von beiden rührte sich. Man hörte aus der Ferne einen Vogel zwitschern. Pauls Augen hatten sich an den Dämmer dieses Zimmers gewöhnt. Er unterschied die dunkelrote Farbe der Teppiche und die rostbraune Täfelung der Tür zu seiner linken. Es war nicht jene, durch die er gekommen war. Die Dämmerung kam von den dunklen Rollläden hinter den Fenstern, die dennoch offen standen. Ein zarter Wind wehte durchs Zimmer. Es schien unmöglich, jetzt wieder anzufangen. Brandeis griff nach der Flasche, um einzuschenken. Ich habe den größten Teil meines, unseres Vermögens verloren, begann Paul wieder. Ich muss mich nach einer Beschäftigung umsehen. Ich besitze nicht mehr als 25.000 Mark. Die Summe ist nicht klein, sagte Brandeis, aber schließlich, wie man es betrachtet. Sie kann groß und klein sein. Für sie ist sie wahrscheinlich klein. Ich könnte Ihnen vielleicht den Rat geben. Einen Rat geben. Nein, Herr Brandeis, es ist zu spät. Ich muss in dieser Woche auf eine Stellung, auf einen Namen, eine Position rechnen können. Brandeis nippte noch einmal. Dann sah er in das Gläschen. Und als hätte er daraus die Zukunft gelesen, fragte er langsam, Sie wollen wahrscheinlich heiraten. Er sprach dieses Wort sehr weich aus, mit einem H, das wie ein voller Konsonant klang. Paul nickte. Gut, Herr Bernheim, ich will mich umsehen. Paul erhob sich. Brandeis begleitete ihn zur Tür. Er streckte die Hand aus. Kann ich den Namen der Dame wissen? Ich bin noch nicht verlobt, sagte Paul zögernd. Er fürchtete die Hand aus der weichen, warmen, um Klammerung Brandeis zu befreien. Aber ich bitte Sie um Diskretion. Ich möchte mich um Fräulein Enners bemühen. Enners Chemie? Ganz richtig. Ich werde Ihnen schreiben. Paul ging. Brandeis schrieb auf einen der Zetteln, die sauber geschnitten, viereckig und schimmernd auf seinem Schreibtisch lagen und an Oblatenplättchen erinnerten Folgendes. Enners Bernheim. Kapitel 15 Paul ging in ein Restaurant. Er konnte nicht essen. Der Zustand, in dem er sich vor dem Besuch bei Brandeis befunden hatte, sollte also jetzt beständig werden. Wer weiß, wie lange die Antwort Brandeis brauchen konnte. Die nächsten Tage und Nächte würden vergiftet sein. Er hätte in diesen Stunden einen guten Freund gebraucht, einen Bruder, eine Mutter. Unmöglich, nach Hause zu gehen. In den Straßen bleiben. Es war das Beste. Wie ein Obdachloser herumgehen. Zum ersten Mal sah Paul Bernheim die Grenzen seines Vermögens. Er sah sich ohne Aufenthalt und sicher den gefährlichen Ufern der Armut entgegentreiben. Bis jetzt hatte ihn der endlose Ozean des Reichtums umgeben. Es genügte ihm, den genauen Umfang seines Vermögens zu kennen, um schon dessen Ende zu sehen. Für einige kurze Stunden wurde ihm klar, dass seine Hoffnungen, seine außergewöhnliche Begabung, sein Charme, seine Sicherheit, dass sie alle Folgen seiner materiellen Geborgenheit waren, Früchte des Reichtums, wie die Pflanzen im Garten seines väterlichen Hauses. Es war, als ob durch die Begegnung mit Irmgard und ihrem Onkel und durch die Aussicht auf die Vermählung mit der chemischen Industrie Paul Bernheim erst das ganze Ausmaß der Bitterkeit erkannt hätte, die der Besitz seiner kleinen Summe in dieser Welt bedeutet. Seine 25.000 Mark schienen tatsächlich an Wert zu verlieren, nur weil sie auf einmal die riesigen Summen des Hauses Enders in der Nähe fühlten. Der Besuch bei Brandeis hatte ihn gedemütigt, denn Paul Bernheim gehörte selbstverständlich zu den Menschen, die sich nichts zu vergeben glauben, wenn sie zum Beispiel um Liebe und Freundschaft bitten, die aber einen wahren Verlust in ihrer Würde erleiden, wenn sie sich eine materielle Unterstützung gefallen lassen müssen. Unter den Werten, die sie ein für allemal in ihrer frühen Jugend klassifiziert haben, bewahrt das Geld einen höheren Rang als das Herz und das Leben. Sie wären imstande, das Blut, das ihnen jemand schenkt, um sie am Leben zu erhalten, leichter entgegenzunehmen als eine geliehene oder geschenkte Summe. Ja, Paul begann Brandeis langsam zu hassen, mit dem Hass, der die Dankbarkeit ersetzt, in die ihr Namen und ihr Gesicht annimmt. Paul Bernheim sah sein eigenes Antlitz unter den Gesichtern der namenlosen Toten in der Vitrine der Polizei. Er erinnerte sich an jenen Abend, an dem er aus Übermut sich hatte verhaften und auf ein Lastauto verladen lassen. Es war seine einzige Begegnung mit der anderen Welt gewesen, mit der gesetzlosen, heimatlosen, nächtlichen. Seine eigene Zukunft nahm die verwüsteten Angesichter der unbekannten Toten in der Vitrine an. Als Knabe hatte er manchmal mit dem freiwilligen Tod gespielt, eine scharfe Messerspitze gegen die nackte Brust gehalten. Aus Eitelkeit und in der Hoffnung, dass sein Ende einen allgemeinen Aufruhr zu Hause, in der Stadt und in der Welt vielleicht verursachen würde. Schon hörte er seine Eltern klagen, den Nachruf des Lehrers, die ehrfürchtigen und scheuen Gespräche der Kameraden. Das überwältigende Mitleid, das er damals für sich gefühlt hatte, überfiel ihn heute wieder. Er wollte sich beweinen und beweint wissen. Ein zärtliches Gefühl der Kameradschaft trieb ihn in die Nähe der Bettler an den Straßenecken und der Männer, denen man die Verlorenheit ansah, den Hunger, die Obdachlosigkeit, die Verwüstung. Es kam ihm nicht einen Augenblick in den Sinn, dass er jeden von seinen neuen und so plötzlich erworbenen Freunden mit einem Zehntel seines Vermögens reich und sorglos gemacht hätte. Paul Bärenheim sah keinen Unterschied zwischen dem Bettler, der die Hand um Almosen ausstreckte, und einem Mann, der um eine Millionärin zu heiraten eine gesellschaftliche Stellung bei Brandeis gesucht hatte. Er wollte nach Hause mit dem wagen Entschluss, irgendwelche Vorbereitungen für irgendein Ende zu treffen. Er stellte sich vor, dass es angenehm war, den Revolver aus der Schublade zu ziehen, die Korrespondenz zu ordnen, vielleicht einen Brief zu schreiben und alle traditionellen Handlungen und Griffe eines Selbstmordkandidaten auszuführen. Er freute sich mit der Aussicht auf die Heimlichkeit einer Stunde, in der man nach überlieferter Weise vor dem Schreibtisch sitzt und Abschied vom Leben nimmt. Eine Stunde, deren dämmernde Zartheit und deren wehmütiger Widerschein nur an einen Winterabend vor dem Kaminfeuer erinnert, wenn noch kein anderes Licht entzündet ist. Er stand wieder vor seiner Wohnung und sah durch die Gitter seines Briefkastens einen hellen Briefschirm. Er zögerte, den Briefkasten aufzumachen. Noch schien es ihm, war sein ganzer Tribut an Wehmut nicht entrechtet. Noch hatte er die Wolllust der freiwilligen Agonie nicht bis zum Grunde ausgekostet. Zwar glaubte er nicht ehrlich an einen endgültigen Tod, aber Menschen seiner Art fühlen für einige Stunden die Notwendigkeit, ihr Unglück zu übertreiben. Sie wollen nicht gestört, nicht getröstet sein. Es ist, als zwänge sie irgendeine Gerechtigkeit für das sorglose Leben, das sie führen dürfen, zu büßen. Es bescherte auch ihnen das Schicksal ihre Krisen, damit sie wenigstens eine Not kennenlernen, die sich in ihrer Fantasie zuträgt. Paul Bernheim hätte gerne gewünscht, noch erheblich länger zu leiden, dem endgültigen Tod so nahe zu kommen, dass eine Rettung nur noch ein Werk des Himmels sein konnte oder wie ein Werk des Himmels erscheinen musste. Dieser Brief, von dem er befürchtete, dass er eine Rettung war, kam zu früh, zu einfach und zu billig. Dieser Brief machte der Krise ein zu schnelles Ende. Dies war ihm klar, dass er sich etwas vergeben hatte, indem er zu Brandeis gegangen war. Seine Heirat, sein Leben und die ganze Zukunft, von der er nicht zweifelte, dass sie groß und leuchtend sein würde, hätte er nun diesem Brandeis zu verdanken. Und vielleicht nur deshalb, das heißt, aus Scham, verletzten Hochmut, gekränkter Eitelkeit, flüchtete er sich in den Gedanken an den Tod. Aber so hochmütig und eitel er auch war, diese Eigenschaften reichten nicht aus, um Paul Bernheim einem freiwilligen Tod, einem abhängigen Leben vorziehen zu lassen. Nein, sie reichten gerade für die Wehmut einer Selbstmordstimmung. Aber es scheint, dass es den Leuten seines Schlages nicht einmal vergönnt ist, ein eingebildetes Unglück ganz zu tragen. Es scheint, dass die Schutzengel, von denen Bernheims zu jeder Zeit umgeben sind, darüber wachen, dass ihren Pfleglingen die große Not fernbleibe wie die große Lust und dass ihr Leben sich in den lauen Sphären abspiele, in denen die Winter milder sind und die Sommer kühl und in denen die Katastrophen das Aussehen leichter Trübungen annehmen. Niemals sollte Paul Bernheim der lächelnde Segen verlassen, der über seinem Vater, seinem Haus, seiner Kindheit, seiner Jugend, seinem Oxford, seinen Talenten geruht hatte. Ein friedliches Glück hielt ihn gefangen. Niemals sollte er jener Region entkommen können, in der man Genüsse hat, statt zu genießen. Freuden erlebt, statt sich zu freuen. Pech hat, statt unglücklich zu sein und in der man so leicht lebt, weil man so leer ist. Er öffnete den Briefkasten. Es war ein Brief von Brandeis. Eine Mitteilung, dass Brandeis froh sein würde, Herrn Paul Bernheim zu den Direktoren seines Hauses zu zählen. Er braucht mich, kombinierte Paul, weil er mit einer Beziehung zu Enders rechnet. Er hält nichts von mir und meiner Kraft, die er im Brief eine wertvolle nennt. Ich soll sein Instrument sein, ganz einfach. Ich will nicht. Er trat nicht mehr in sein Zimmer. Er kehrte um, den Brief in der Hand. Aber als er wieder in der Straße stand, begann der Brief geheimnisvoll zu wirken. Die Schatten des Todes, unter denen Paul Bernheim die ganzen Tage dahingeschlichen war, zerstreute und vertrieb der Brief. Gleichgültig wie sonst ging Paul an den Bettlern und verzweifelten vorüber. Sie waren nicht mehr seine Schicksalsgenossen. Er ging, wie er es liebte, in die Halle eines großen Hotels. Er bildete sich ein, dass es der einzige Ort war, an dem man mit Würde unglücklich sein konnte. Noch während er in den breiten, knarrenden Ledersessel glitt, war er überzeugt, dass es jetzt galt, zu überlegen, Brandeis abzusagen, einen neuen Ausweg zu suchen. Aber schon als der Kellner vor ihm stand, glaubte Bernheim, dass er anfing, das Schicksal zu meistern. Ja, während er bestellte, einen Whisky-Soda, das Getränk der Sicherheit, weltmännischer Lebenskunst, angelsächsischer Tatkraft, hatte Paul Bernheim das Gefühl, gesiegt zu haben, als Bewiese der Diensteifer des Kellners die Unterwürfigkeit der Welt. In dieser Halle, in der die Reisenden reich, geschäftig und die Taschen anscheinend mit unerschöpflichen Banknoten gefüllt herumgingen, glaubte Paul, seine legitime Heimat zu erkennen. Noch trennte ihn keine halbe Stunde von seinen Vorbereitungen zum Selbstmord. Nun verstand er nicht mehr seine Verzweiflung. Ja, er hatte Brandeis besiegt. Er bewunderte seine eigene Schlauheit. Kein anderer, sagte er sich, hätte Brandeis überzeugt, einen der klügsten Männer der Welt. Es galt, die eigene Klugheit zu bewundern. Und so zögerte Paul nicht, auch Brandeis Verstand anzuerkennen. Er vergaß die Angst, mit der er zu Brandeis hinaufgestiegen war. Er vergaß, dass er die Stufen gezählt hatte. Er dachte nicht mehr daran, dass Brandeis ihn als Werkzeug brauchen könnte. Und als er den ersten Strohhalm in seinen Whisky tauchte, hatte Bernheim wieder sein altes, hochmütiges und gelangweiltes Gesicht, kokett, modern profiliert, die weichen Haare straff, aus der Stirn gekämmt und die hübschen grünen Augen in die Luft und in eine siegreiche Zukunft gerichtet. Er hatte sein eingebildetes Todesurteil wortlos ertragen. Aber den eingebildeten Sieg allein zu feiern, war er nicht imstande. Dr. König fehlte ihm. Dr. König war ein charmanter Gegner gewesen, das Ideal eines Zuhörers. Aber er war seit Monaten verschwunden. Verschwunden in diesem Berlin, das er sicherlich nicht verlassen hatte und in dem ein Mensch versinken konnte wie im Sand der Wüste. Paul Bernheim beschloss wieder, Sandor Tekeli aufzusuchen. Schließlich war die Begegnung mit Tekeli segensreich gewesen. Er ging in das ungarische Restaurant. Tekelis ständiger Platz lag hinter einem Paravent, aber gegenüber dem Spiegel, der das Bild des Eingangs und des Buffets gefangen hielt, ein aufmerksamer Spiegel. Tekeli hatte aus Angst vor Gläubigern, die ihn auch im Restaurant aufzusuchen liebten, diesen Platz gewählt. Er behielt ihn aus Dankbarkeit, obwohl er keinen mehr zu fürchten hatte, und aus Pietät, wie sie ein amerikanischer Milliardär manchmal für die alten Plätze haben mag, auf denen er sich in seinen Anfängen als Zeitungshändler aufgehalten hat. So konnte Tekeli den eintretenden Paul Bernheim sofort sehen. Tekeli erhob sich und ging dem Gast entgegen. Er hatte in diesem Restaurant die Freiheit eines Hausherrn. Darf man gratulieren? Als hätte er seit Tagen hier auf den Eintritt Bernheims gewartet, um diese Frage zu stellen. Noch nicht heute. Ah, ich weiß. Sie wollen die Antwort Brandeis abwarten? Ich habe sie zwar schon, sagte Paul Bernheim, und es tat ihm leid, dass er zu Tekeli gekommen war. Ja, es war frech, von diesem Tekeli alles zu wissen. Er ließ Bernheim nicht das Vergnügen, langsam zu erzählen. Dr. König wäre anders gewesen. Und um bald vergessen zu dürfen, dass eigentlich Tekeli ein gewisses Verdienst an den glücklichen Fügungen nicht abzusprechen war, sagte Bernheim schnell, wenn ich sie nicht damals zufällig getroffen hätte, ich bin ihnen eigentlich dankbar. Oh, das war kein Zufall, antwortete Tekeli, der Undankbarkeit vorausahnte. Sie haben mich ja mit Absicht aufgesucht. Ich wollte Sie bitten, wenn Sie nächstens mit Herrn Brandeis zufällig von der Warenhauszeitung sprechen sollten, von der ich Ihnen zuletzt erzählt habe, so erwähnen Sie mich. Ja, ja, versprach Bernheim schnell und sah auf die Uhr, um einen frühen Abschied vorzubereiten. Sie müssen jetzt gehen, sagte Tekeli, der wusste, dass man einen eiligen Menschen nicht zurückhalten darf, wenn man seine Freundschaft nicht verlieren will. Aber vergessen Sie bestimmt nicht. Nein, sagte Bernheim verwirrt und ging. Er hatte wieder das peinliche Gefühl, einem Stärkeren erliegen zu sein. Er begann eine Abhängigkeit von diesem Tekeli zu fürchten. Er war unzufrieden wie immer, wenn er ohnmächtig eine unangenehme, eine erniedrigende Szene mitzuspielen gezwungen wurde. Wie oft geschah es ihm eigentlich. Zum Glück vergaß er sie schnell. Er behielt nur die Stunden in treuer Erinnerung, in denen er eine glänzende Rolle gespielt hatte. Er besaß die Fähigkeit, über peinliche Situationen in einer so zauberhaften Weise nachzudenken, dass sie nach einigen Tagen eine etwas ungenaue, aber fröhliche Physiognomie aufwiesen. Das einzige schreckliche Erlebnis, das er nie vergessen konnte, war jenes mit dem Kosaken im Krieg, das immer wieder auftauchte, sobald er ein neues Zeugnis seiner Schwäche lieferte, wie eine alte Wunde immer wieder aufbrechen kann, wenn man sich wehtut. Auch jetzt, als er Tekeli verließ, dachte er an Nikita. Einen Augenblick verlor er sich in der bangen Vorstellung, dass jener Nikita niemals aufhörte, dass er verschiedene Gestalten annahm, dass er identisch mit Tekeli war, identisch mit Brandeis selbst und vielleicht auch mit Herrn Enders, dem Onkel Irmgards. Paul suchte nach einem Rezept gegen diese Vorstellung. Er kannte aus Erfahrung verschiedene Mittel gegen bedrückende Gedanken, wie ein Kranker, der allerhand schon gegen schmerzliche Anfälle ausprobiert hat. Er stieg in ein Auto, fuhr nach Hause, packte flüchtig einen Handkoffer und begab sich zur Bahn. Er gratulierte sich selbst zu diesem Einfall, die er ihn vor einer schlaflosen Nacht rettete. Er wollte zur Mutter. Frau Pernheimer schrak, als sie Paul zu früh um Morgenstunde ankommen sah. Sie stand in der Küche und sah zu, wie das Mädchen Frühstück kochte. Paul erinnerte sich, dass sie früher zu Lebzeiten des Vaters das Frühstück im Bett genommen hatte. Sie aß aufgerichtet, vier Polster im Rücken, unter dem blassblauen Baldachin und spielte ihre königliche Haltung. Ein breites Tablett reichte ihr bis zur Brust, die hinter einem Gewölk aus Spitzen verborgen war. In dem halbdunklen Zimmer, in dem die Morgensonne durch die Gitter der Roulos in schmalen, starken Streifen einfiel, schwebte ein zarter Geruch von kölnischem Wasser und Zitronen. Die Erinnerung an diese Morgenstunden war herzbrechend, wie die an ein verlorenes Glück. Jetzt stand die Mutter in einem Schlafrock aus braunem Plüsch, der vorn offen war und über dem V. Bernheim, um ihn geschlossen zu halten, die Arme verschränken musste. Seit dem Kriege, seitdem sie angefangen hatte zu sparen, beaufsichtigte sie jeden Morgen das Dienstmädchen, damit es nicht zu viel Kaffee verbrauche. »Nehmen Sie noch einen Löffel Kaffee, Anna, aber keinen Esslöffel«, rief sie, als Paul kam. Sie freute sich immerhin mitten im Schrecken über die unerwartete Ankunft, dass ihr Sohn nicht eine halbe Stunde später gekommen war. Man hätte sonst noch einmal das Gas anzünden müssen. Man sah zwei graue Haarsträhnen über ihren beiden Schläfen, wie zwei Ströme von Sorgen und wie zwei Heerstraßen des Alters. Im weißen Licht der Küche, das von den schimmernden Kackeln einen erbarmungslosen, harten und kalten Glanz bekam, war das Angesicht der Frau Bernheim fahl und zerfallen. Als könnte man die einzelnen Partien auseinandernehmen, das starke, viereckige Kinn von den Lippen lösen, die Nase von den Wangen, die Stirn von dem übrigen Teil des Kopfes. Die ergrauenden Augenbrauen schienen älter zu sein als die Haare. Es stammten sie aus einer früheren Zeit und die Augen, in denen noch die alte Schönheit wohnte, ohne Zweck und nur ein geduldeter Mieter, lagen zwischen angeschwellten Wülstchen aus Tränen und Schlaf. Die Stimme seiner Mutter erschien Paul Bernheim um einige Grade zu hell. Er hatte eine sanftere in der Erinnerung gehabt, als wäre der frühe Morgen eigentlich der Grund ihrer sprühten Helligkeit und als käme diese von dem harten Schimmer der Kackeln. Kalt, wie hinter einer Glasscheibe, brannte bläulich die Flamme unter dem Topf auf dem Gashirt. Paul entsann sich nicht, jemals zu dieser Morgenstunde in der Küche gewesen zu sein. Es war eine kleine Enthüllung. Es war, als wäre er der Vergrämtheit des Hauses auf die Spur gekommen, als kenne er jetzt die Quelle des Kummers, die Küche. Die Frau Militäroberrechnungsrat kam später, viel später. Sie stützte sich auf einen Stock am Morgen, sie gewöhnte sich langsam an das Gehen, an die Bewegung, die der Tag notwendig machte nach der Bewegungslosigkeit der Nacht. Die ganze Last ihres alten Körpers trug der Stock, die Beine folgten ihm nur, unterstützten ihn. Sie erschien Paul als Verkörperung der Trauer, die über sein väterliches Haus gefallen war. Er begann sich vor ihr zu fürchten, er nahm sein Frühstück in großer Hast und ging in die Stadt. Er wollte erst am Nachmittag wiederkommen. Es erschien ihm unmöglich, den ganzen Betrieb des Vormittags beizuwohnen. Während er gedankenlos, müde, überwacht durch die noch leeren Straßen ging, fiel ihm ein, dass seine Mutter an diesem Tag sterben könnte. Er stellte sich die tote Mutter vor und fühlte keine Trauer. Er versuchte sich, seine Gleichgültigkeit zu erklären und ertappte sich bei dem Wunsch, seine Mutter tot zu wissen. Unmöglich, sie mit Ermgard zusammenzubringen. Unmöglich, Ermgard in dieses Haus zu führen. Er kam spät am Nachmittag zurück. Er kündigte seiner Mutter die Verlobung an, seine bevorstehende Verlobung mit Ermgard Enders. Enders? sagte die Mutter und hob das Lorneau, als könnte sie in Pauls Angesicht die Herkunft der Familie Enders lesen. Nein, sie war nicht begeistert. Sie kannte keiner Enders. Es sind die reichsten Leute im Land, erklärte Paul. Er dachte dabei an den Geiz seiner Mutter. Er irrte sich. Was ihren Sohn betraf, gehörte in ein anderes Kapitel, berührte eine andere Leidenschaft. Zum ersten Mal seit vielen Jahren konnte Frau Bernheim den Satz sagen, Geld ist nicht alles, Paul. Er war überrascht. Es ist ein großes Glück, Mutter, sagte Paul. Das kann man erst nach zehn Jahren sagen, erwiderte sie mit einer Weisheit, die nicht aus ihr kam, der Mütterlichkeit überhaupt zu entströmen schien. Paul versprach, seine Braut mitzubringen. Bring sie nur, bring sie nur, sagte Frau Bernheim. Aber er brachte sie nicht, auch später nicht. Es hatte sich inzwischen etwas Neues ereignet. Kapitel 16 Eine Amnestie erlaubte Theodor Bernheim und seinem Freund Gustav die Heimkehr. Sie kamen an einem trüben Vormittag nach Deutschland aus einem sonnigen und klaren Ungarn, in dem der Frühling schon heimisch und vertraut geworden war. Die Natur selbst war bedacht, in den Heimkehrern die Sehnsucht nach einem angenehmen Exil wachzuhalten. Gustav hatte ein braunrotes Angesicht, gesunde, sichere und schnelle Bewegungen. Er gehorchte nur einem Gebot der Schicklichkeit, indem er nach Deutschland zurückkehrte. Theodor war blass und hastig, seine Hände waren wirr und seine Brille zerbrochen. Er empfand sie nicht als ein verdorbenes Instrument, sondern als ein beschädigtes Organ. Auf seinen Schultern lastete das ganze grausame Gewicht der Wendung. Rückkehr in die verlorene Heimat. In solch einer Lage musste ein Mann und ein Deutscher wehmütig sein und fröhlich, bitter und gereift, voller Hoffnung und Tatkraft, welch eine Menge von Verpflichtungen. Von Zeit zu Zeit beobachtete Theodor seine Reisegenossen, um zu sehen, ob er einen Eindruck auf sie machte. Von all diesen Volksgenossen, sagte er zu Gustav, hat niemand so viel mitgemacht wie wir. Sie gehen ihren Geschäften nach, als wäre gar nichts geschehen. Jeder denkt an seine Verdienste und niemand an Deutschland. Quatsch nicht, antwortete Gustav. Theodor schwieg. Seit langem schon, seit dem Tag, an dem sie das Land verlassen hatten, hasste er seinen Kameraden Gustav. Gustav hatte ja eigentlich diese Flucht verschuldet. Gustav hatte ihn das Verbrechen und in die Verbannung gebracht. Gustav hatte sich draußen wohl gefühlt. Gustav war gleichgültig gewesen. Gustav hatte keine Gedanken. Gustav las kein Buch. Gustav liebte kein Gespräch. Gustav lachte Theodor aus. Gustav hatte keinen Respekt vor Theodor. Wenn Theodor imstande gewesen wäre, seine Gefühle von seiner Weltanschauung zu lösen, so hätte er sich zugestehen müssen, dass ihm sein Gesinnungsgenosse mehr verhasst war als jeder seiner politischen Feinde. Aber er musste Begegnungen, Empfindungen, Ereignisse in einen Zusammenhang mit seiner Überzeugung bringen, mit Deutschland, mit den Juden, mit der Welt, mit inneren und äußeren Feinden, mit Europa. In Folge dessen hielt er sich in Gustavs Nähe. Aus diesem Grunde begann er immer wieder die Diskussionen, auf die Gustav die ewige Antwort Quatsch nicht hatte. Wenn Gustav nicht ein Kerl wäre, sagte sich Theodor, würde ich ihn verachten. Aber da Gustav ein Kerl war, musste er ihn anerkennen. Auf dem Bahnhof verabschiedeten sie sich. Das Exil fand hier seine Grenze. Die Gemeinschaft der Gesinnung und eines Lebens in der Fremde war dann doch nicht so stark wie die Gedanken an das väterliche Heim, die plötzlich Gewalt über beide bekamen, in dem Augenblick, in dem sie ihre Fahrkarten abgaben. Die Heimatstadt strömte ihnen entgegen. Sie bestand aus tausend unnennbaren privaten Gerüchen, die nichts mit der Politik zu tun hatten, nichts mit der Nation, in der sie bewohnt war, nichts mit der Rasse ihrer Bürger. Sie bestand aus tausend unnennbaren bestimmten Geräuschen, die mit der Kindheit vermischt, in der Erinnerung bis zu dieser Stunde gelebt hatten, ohne sich bemerkbar zu machen. Und erst jetzt auf einmal und mit der Macht der Wiederholung der Gerüche ihrer Geschwister antworteten. Die Heimat schickte den Zurückgekehrten eine vertraute Straße nach der anderen entgegen, in denen nichts Öffentliches, nichts Allgemeines vorhanden war, kein Ideal, keine Gesinnung, keine Leidenschaft, nichts als private Erinnerungen. Gustav, der Gesündere, ergab sich ihnen, vergaß, weshalb er die Heimat verlassen hatte und wieso er jetzt zurückkehrte. Theodor aber fand, dass es seiner unwürdig sei, sich im Privaten zu verlieren. Er kämpfte gegen die Erinnerungen, die Geräusche, die Gerüche, und es gelang ihm selbst diesmal, sich als einen Faktor einer Öffentlichkeit zu fühlen, seine Rückkehr als ein nationales Gebot, seine Vaterstadt als einen blutgedüngten und versklavten Boden. Und als er endlich in die Straße einbog, in der sein Haus sichtbar wurde, war er nur noch neugierig, seine Mutter zu sehen und den Kummer zu erkennen, die in ihr seine lange Abwesenheit verursacht haben mochte. Nur neugierig. Sie stand an der Schwelle, um ihn zu erwarten. Sie hatte alle Szenen vergessen, alle Stunden, in denen ihre mütterliche Sorge um das missratene Kind sich gewandelt hatte, in einen feindlichen und trotzdem bekümmerten Huhn. Sie sei Kind wiederkehren, nichts mehr. Die Stunde seiner Rückkehr klang sachte an die seiner Geburt an, rührte wieder an das längst entschlafene mütterliche Weh in Schoß und Herz. Sie hielt ihn umfangen, ohne ihn zu küssen. Theodors Kopf hing über die Schulter seiner Mutter. Tränen drangen ihm in die Augen. Sein Herz klopfte und mit zusammengebissenen Zähnen, mit aufgerissenen Augen hinter den gesprungenen Brillengläsern, bemühte er sich, männlich zu bleiben. Die Rührung kam ihm nicht gelegen und nicht die Liebe der Mutter. Es wäre ihm angenehmer gewesen, von seiner Mutter so kühl empfangen zu werden, wie sie ihn einmal hatte gehen lassen. Du bist so mager geworden, sagte die Mutter. Das glaube ich, meinte er, nicht ohne einen verborgenen Vorwurf in der Stimme. Wir haben dir zu wenig Geld geschickt, klagte die Mutter. Das ist es eben, bestätigte er. Mein armes Kind, rief sie. Nur keine Phrasen, Mutter, lass mich ein Bad nehmen. Sag mir ein Wort, Theodor, wie hast du gelebt? Wie ein Hund in einem blöden Land, wir hatten Wanzen, ekelhaft. Wanzen, rief Frau Bernheim. Und Läuse, ergänzte Theodor wollüstig. Das Gott bewahre, Theodor, du musst sofort die Kleider wechseln. Sie ging in die Küche. Anna, machen Sie ein Bad, zehn Scheite genügen, aber holen Sie noch die Kohle aus dem Keller, hier ist der Schlüssel. Seit dem Krieg hatte Frau Bernheim den Schlüssel zum Kohlenkeller nicht den Dienstboten gegeben. Sie begleitete ihren Sohn ins Badezimmer. Sie wollte ihn nicht verlassen. Sie wartete, bis er seine Kleider abgelegt hatte und lauerte auf eine Gelegenheit, ihm zu helfen. Sie war glücklich, als sie sah, dass der Hemdsärmel Theodors zerrissen war und losgetrennt von der Schulter. Ich will ihn dir sofort einsetzen, sagte sie. Und wo sind die anderen Hemden? Mit einer Wolllust wartete sie auf die Nacktheit ihres Sohnes. Es schien ihr, sie hoffte, dass sie einen körperlichen Mangel an ihm entdecken würde, der ebenso durch die Abwesenheit von zu Hause erklärt werden könnte, wie der abgetrennte Hemdsärmel. Nun sah sie ihren Sohn nackt. Zum ersten Mal seit seiner Kindheit lag er wieder nackt vor ihr im Wasser und nur noch mit der Brille bekleidet, die er vor seiner Mutter nicht abzulegen wagte, als eine letzte Hülle. Wie mager bist du geworden, sagte Frau Bernheim. Und krank, ergänzte ihr Sohn. Wo fehlt es dir? Die Lungen und das Herz Bist du wenigstens bequem gefahren? Viele Juden unterwegs, man ist nirgends allein in Deutschland. Sei vernünftig, Theodor, lass die Juden in Ruhe. Deine Freunde haben dir das eingeredet. Nach dem Bad ging Theodor in sein Zimmer. Er machte die Tür auf. Er ahnte nicht, dass sein Zimmer vermietet war. Kurzsichtig, wie er war, bemerkte er die Frau Militäroberrechnungsrat nicht sofort, die klein, mager, in einen Schal gewickelt auf dem Divan lag und einen leisen Schrei ausstieß. Er klang wie der Ruf eines Käuzchens. Wer sind Sie? fragte Theodor. Verlassen Sie mein Zimmer, schrie die Frau Oberrechnungsrat. Theodor zog sich zurück. Er hatte nur eine Pistole wiedersehen wollen, die aus Irrtum zurückgelassen worden war. Er ging zu Frau Bernheim. Ich muss mein Zimmer wiederhaben. Wir haben kein Geld, Theodor. Es ist für ein Jahr vermietet. Ich muss mein Zimmer wiederhaben, wiederholte er. Sei gut, Theodor, flehte die Mutter. Auf einmal ließ sie sich in einen Sessel fallen, schlug die Hände vor das Gesicht und begann lautlos zu schluchzen. Theodor sah ihre Schultern zucken. Eine unbekannte Gewalt trieb ihn zu seiner Mutter. Er machte einen Schritt und hielt inne. Ich könnte schwach werden, sagte er sich, und alle Frauen weinen, wenn sie alt sind. Er machte wiederkehrt, ging zum Fenster und sah in den Garten hinaus. Plötzlich wandte er sich um und fragte, wo werde ich schlafen? Anna wird in der Küche schlafen und du im Zimmer, wo der Kutscher gewohnt hat. Ach so, sagte Theodor, Paul hättest du nie im Zimmer des Kutschers einquartiert. Es tut mir leid, dass ich nach Hause gekommen bin, aber warte nur, warte nur. Am Nachmittag ging er zu Gustav. Gustav saß im Kreise seiner Familie, seiner verheirateten Schwestern, seiner drei Brüder, die alle Briefträger waren. Es roch nach festlichem Sauerkraut und frisch gebratenen Kaffeebohnen. Der Papierhändler hatte sich bereit erklärt, Gustav aufzunehmen. In einer Woche sollte Gustav angestellt werden, einen Beruf haben. Er will nichts mehr von der Politik wissen, sagte einer der drei Briefträger. Sie saßen alle mit aufgeknöpften Uniformröcken. Die Mützen hingen wie Drilling an dem Kleiderrächen neben der Tür. Nach einem Jahr wird er an die Hochschule kommen können. Er wird sparen. Wir werden alle sparen, sagte ein zweiter Briefträger. Unser Vater hat sich auch nie um die Politik gekümmert, bemerkte der Dritte. Wie ihr wollen nichts von der Politik wissen, sagte die Mutter Gustavs mit einem starren Blick gegen Theodor. Theodor begriff, dass die Familie seines Freundes ihn nicht liebte. Jedes Wort, das man ihm sagte, hatte noch einen verborgenen, gehässigen Sinn, den er nicht erriet, aber den er fürchtete. Diese kleinen Leute benahmen sich so, als hielten sie Theodor für den verantwortlichen politischen Ratgeber Gustavs. Dieser saß mitten unter seinen Brüdern und Schwestern, auf einmal unpolitisch und ihresgleichen. Der festliche Geruch aus der Küche umgab sie alle gleichmäßig und verlieh ihnen allen einen billigen, engen und sichtbaren Genuss. Theodor verstand, dass er auf einmal seinen Gesinnungsgenossen verloren hatte. Gustav hatte keine politische Gesinnung mehr. Er wollte einen ehrlichen, biederen, kleinbürgerlichen Weg machen. Schlechte Rasse, dachte Theodor, während seine dünne und stumpfe Nase schnupperte. Er verabschiedete sich schnell. Und als er wieder draußen war, glaubte er zu fühlen, dass die Einsamkeit, die mir immer so gewichtslos vorgekommen war, plötzlich schwer wurde. Ein drückender Körper. Ich werde fleißig sein, lernen, wissen, nahm er sich vor. Gustav kann meinetwegen Briefträger werden. Zu Hause brachte ihm die Mutter einen kurzen Brief von Paul. In ein paar Sätzen, die wie eine amtliche Benachrichtigung klangen, schrieb Paul, dass er sich mit Irmgard Enders verlobt habe. Der Kerl hat Glück, bemerkte Theodor. Hoffen wir, sagte die Mutter. Ein Streber, murmelte Theodor. Frau Bernheim verließ das Zimmer. Seit der Ankunft Theodors waren kaum acht Stunden vergangen. Dennoch litt sie schon unter seiner Anwesenheit. Es war wie eine ganz alte Plage. Theodor war wiedergekommen, wie ein rheumatischer Schmerz, den man für ein paar Monate verloren und vergessen hatte. Ach, sie erkannte ihn, ihren Sohn. So war er immer gewesen. So würde er immer bleiben. Sie gab ihm einen Hausschlüssel und sagte ihm, dass er kommen und gehen könne, wann er wolle. Essen würde er in seinem Zimmer. Das Mittagessen könne man ihm zurücklassen und aufwärmen. Sie hob noch für einen Augenblick das Lorneau. Ihre Augen besiegelten und beschlossen also, was sie verfügt hatte. Und von nun an sah sie Theodor nur, wenn er ihr zufällig in den Weg kam. Erst Wochen später, ein paar Tage vor Pauls Trauung, die in Berlin stattfinden sollte, richtete Theodor wieder ein Wort an seine Mutter. Er fragte sie, wann sie fahren wolle. Sie antwortete, ich fahre nicht, eine arme Mutter nimmt sich nicht gut aus. Aber ich werde hinfahren, meinte Theodor. Ich dachte, du liebst deinen Bruder nicht. Aber es ist für mich eine Gelegenheit, Beziehungen anzuknüpfen. Frau Bernheim dachte einige Sekunden nach. Dann sagte sie mit einer unerwartet scharfen Stimme, mit jener, die sie im Verkehr mit dem Hausmeister zu verwenden pflegte. Ich werde Paul schreiben. Er wird dir Geld schicken. Du wirst nach Berlin fahren und dort bleiben. Ich kann dich nicht mehr erhalten. Du brauchst wirklich Beziehungen. Es ist Zeit, dass du dir dein Brot verdienst. Pack deine Koffer. Zum ersten Mal hatte Theodor Respekt vor seiner Mutter. Sie stand vor ihm, fahl, alt, größer als er, die Linke an der Hüfte, die Rechte noch ausgestreckt in der Luft und immer noch in den Korridor weisend, wo die Koffer Theodors waren. Die Hand schien so den Befehl verewigen zu wollen. Sie verwies ihrem Sohn das Haus. Es war kein Zweifel. Theodor fuhr nach Berlin. Er ging in Pauls Hotel und ließ sich anmelden. Paul bat ihn, in der Halle zu warten. Theodor betrachtete sich als beleidigt und wollte wieder weggehen. Gut, sagte er sich. Ganz gut. Ich werde hungern, obdachlos sein, verkommen meinetwegen. Aber er hatte nicht die Kraft, die Halle zu verlassen. Es war ein reiches Hotel. Dieser Kerl, dachte er, lässt mich nicht zu sich, damit ich nicht sehe, dass er eine Flucht von Zimmern bewohnt. Nun gut. Jedes Nun gut, das er vor sich hinflüsterte, bereitete ihm einen Trost, als hätte es irgendeinen Sinn, als drückte es irgendeine Gegenmaßnahme aus. Endlich kam Paul. Tadellos elegant, sagte Theodor, statt eines Grußes. Sie reichten einander die Fingerspitzen. Dann setzten sie sich schweigsam. Was trinkst du? fragte Paul aus Verlegenheit. Jedenfalls keinen Lindenblüten Tee. Whisky? Meinetwegen. Höre, Theodor, begann Paul. Du darfst mich, wenn du Lust hast, sobald wir von unserer Hochzeitsreise zurück sind, einmal im Monat besuchen. Du wirst dir einen bestimmten Tag wählen. Im Übrigen ist hier die Adresse meines Rechtsanwalts. Du beziehst ein halbes Jahr 500 Mark im Monat. Von morgen in sechs Wochen musst du eine Arbeit gefunden haben. Hier ist die Adresse meines Schneiders. Du kannst dir drei Anzüge machen lassen. Zu meiner Trauung kannst du kommen. Sie wird hier stattfinden, nicht in der Kirche. Dann trat eine lange Pause ein. Sie schlürften bei der Whisky-Soda. Dann erhob sich Theodor, reichte seinem Bruder und ein lockeres Bündelfinger und ging. Er ging sofort zum Rechtsanwalt. Ihr Bruder lässt sie bitten, sagte man ihm, Herrn Brandeis übermorgen früh zu besuchen. Herr Brandeis erwartet sie. Man zahlte ihm 500 Mark. Am nächsten Tag war Pauls Traum. Sie vollzog sich schnell, lautlos und geölt. Theodor hatte kaum Zeit gehabt, Pauls Frau zu sehen. Er sah Brandeis unter den fünf männlichen Gästen. Dieser Kerl kauft jetzt ganz Deutschland auf. In der Halle sah Theodor, wie Brandeis sich sofort von der Gruppe der anderen Gäste löste, davon ging mit einem leichten Schritt, den man seiner großen und wuchtigen Gestalt nicht zugetraut hätte. Ich möchte nicht mit ihm heimisch werden, sagte einer von den Gästen in Theodors Nähe zum anderen. Ja, eben ein Inflationsgewinner, erwiderte der Angesprochene. Den einen kannte Theodor. Es war Herr Enders. Der andere sah dem Herrn Enders wie ein Bruder ähnlich. Beide bestanden aus einer glatten, runden und harten Substanz und erinnerten an hölzerne, blank gehobelte und etwas mühelos angepinselte Kugeln. Sie sprachen so laut, dass man sie in der ganzen Halle hören konnte. Diese Leute, sagte Herr Enders und blieb an einer Säule stehen, als müsste er sich einen Stützpunkt für einen längeren und ermüdenden Vortrag vorbereiten. Die Leute sind von uns einem ebenso verschieden wie Seeräuber von ordentlichen Seeleuten. Das sind Piraten. Vollkommen recht, Herr Enders. Während unsere Väter ihr Vermögen mit ehrlichem Schweiß erwarben, kamen diese Leute gewissenlos und durch günstige Zufälle zu Geld. Das ist ein Unterschied. Und es ist besonders dieser Osten, der uns die, wie sie richtig sagen, Piraten des Geschäftslebens beschert. Moral in Sanity. Ich bin froh, dass wenigstens Herr Bernheim zu seinen Direktoren gehört. Eine Gewehr wenigstens. Eine einzige. Ich möchte trotzdem kein Geschäft mit ihm machen, sagte zu Herrn Enders, sein Doppelgänger. Hören Sie, meinte Herr Enders, der immer an alle Möglichkeiten dachte, Geschäfte machen ist etwas anderes. Wenn wir den Leuten aller Brandeis zeigen, was ein anständiger Kaufmann und was ein biederer Industrieller ist, so erziehen wir sie zur Ehrlichkeit. Und das ist ein gutes Werk. Die beiden entfernten sich. Theodor blieb hinter der Säule. Dieses Gespräch hatte ihn mit Selbstbewusstsein erfüllt und mit einer großen Dankbarkeit für Herrn Enders. Es war ihm so schwer gefallen, einen Dankbesuch bei Brandeis abzustatten. Nun, da er wusste, wie die gute Gesellschaft über den Mongolen dachte, schien Theodor das Auftreten gegenüber Brandeis leichter. Er ist keineswegs mein Wohltäter, dachte er. Es ist Deutschland, das ihm Wohltaten erwiesen hat. Also gerüstet begab sich Theodor am nächsten Tag zu Brandeis. Er ging nicht, wie es sein Bruder Paul einmal getan hatte, zu Fuß hinauf. Er stieg in den Lift. Aber hatte Brandeis Paul Bernheim sofort zu sich gebeten, so ließ er Theodor lange warten. Das Wartezimmer war weiß und kahl. Fachzeitschriften, die Theodor nicht interessierten, lagen auf dem Tisch. Theodor begann hin und hier zu rennen und wurde müde. Der Kerl versucht mich zu demütigen, dachte Theodor, aber ich werde es ihm heimzahlen. Immer noch ging er auf und ab in dem leeren Zimmer. Immer matter wurden seine Schritte. Seine schwachen Augen sahen nichts mehr als das verschwimmende und ölige Weiß der Wände. Er zog einen Spiegel aus der Tasche. Er betrachtete sein fahles, eingefallene Angesicht und war damit zufrieden. Er sah seiner Meinung nach vornehme, entschlossen und weise aus. Er schob die Unterlippe etwas vor, um das Gesicht zu einem energischen Profil zu verhelfen. Sein dünner Hals blähte sich. Er fuhr mit den Fingerspitzen noch einmal über den fahlblonden Haarscheitel. In diesem Augenblick rief man ihn zu Brandeis. Brandeis erhob sich so langsam, dass er erst stand, als Theodor hart am Schreibtisch angekommen war. Etwas hastig, weil er dessen Tiefe nicht richtig eingeschätzt hatte, fiel in den weichen Sessel. Brandeis ließ sich ebenso langsam niedersinken, wie er sich erhoben hatte. Er wartete. Theodor brachte kein Wort hervor. Es war still. Eine unsichtbare Uhr tickte. Brandeis hielt seine beiden schweren behaarten Hände auf der Tischplatte. Schließlich erhob sich Theodor. Ich muss Ihnen danken. Sie müssen gar nichts, sagte Brandeis, der sitzen geblieben war. Ihr Bruder überbrachte mir ihren Wunsch, mich zu besuchen. Ich begreife, dass es gar nicht Ihr Wunsch war. Aber er selbst hatte einen. Er meinte, Sie sollten bei mir eintreten. Bei Ihnen? sagte Theodor. Ich halte nicht genug davon. Ich glaube nicht, dass Sie sich dazu eignen. Außerdem glaube ich, ist Ihre politische Gesinnung störend. Äußerst störend. Ich bin konservativ und national. Wie man es versteht, sagte Brandeis sehr leise, meiner Ansicht nach bin ich konservativ und sie äußerst radikal. Es ist, glaube ich, nicht konservativ zu schreien, zu demonstrieren und Windjacken zu tragen. Es ist, sagen wir, nicht sehr salonfähig. Sie haben kein Recht, darüber zu urteilen. Ich habe nur die Pflicht, ihnen zu helfen, sagte Brandeis leise. Theodor setzte sich wieder. Er sah jetzt Brandeis ganz nahe. Sein Blick verlor sich in den breiten Gefilden des gelben Angesichts. Er musste zugeben, dass er selbst über Demonstrationen und Windjacken ähnlich dachte. Er erinnerte sich an Gustavs Familie. Es schoss ihm plötzlich durch den Kopf, dass es besser sein könnte, mit Brandeis vertraut zu werden. Das geht ohne weiteres, dachte er, und er beugte sich vor und sagte, ich habe zufällig gestern ein Gespräch über Sie gehört, Herr Brandeis. Und Sie wollen es mir berichten? Ja. Ich werde Sie enttäuschen, es interessiert mich nicht. Ich weiß, dass die Menschen, die vor 20 Jahren reich geworden sind, mich, weil ich erst seit einem Jahr reich bin, für einen Seeräuber halten. Und vielleicht, Brandeis lächelte, halten sie mich auch für gefährlich. Man fürchtet mich, schloss er plötzlich laut. Dann begann er wieder in seiner gewohnten Sanftheit. Ich glaube, Sie interessieren sich nicht genügend für Zeitungen, um ein Journalist werden zu können. Nun könnte ich sie zwar einem politisch rechtsgerichteten Blatt empfehlen, aber dort gibt es mehrere ihres gleichen. Dagegen sind sie vielleicht eine Akquisition für ein demokratisches Blatt, ein großes von altem Ruf, dessen Verleger mir verpflichtet sind. Ein demokratisches Blatt kann einen jungen Mann von ihrer rechtsradikalen Vergangenheit sehr gut brauchen. Um offen zu sein, bei den Juden können sie Karriere machen. Wollen sie? Theodor wollte Ja sagen, aber Brandeis wartete nicht. Sie werden mir schreiben. Er stand auf, stumm mit einer Verbeugung, die er sofort bereute, weil sie seiner Meinung nach zu tief ausgefallen war, verabschiedete sich Theodor. Dritter Teil Kapitel 17 Um sieben Uhr abends, zwei Stunden später als seine Angestellten verließ Nikolai Brandeis sein massives Bürohaus. Um diese Stunde schlossen die drei Warnhäuser, die ihm gehörten. Die 650 Beamten und Angestellten zogen schwarze Anzüge an, suchten ihre Abonnements hervor, ihre kleinen Mädchen und ihre vergrämten Frauen und begaben sich in die Theater, die Kinos und Konzerte zu ermäßigten Preisen, die Bürodiener und die Lohnkutscher betraten die Bierkneipen und führten die schmalen Gläser, gefüllt mit schäumender Urin-gelber Flüssigkeit an die langhaarigen Schnurrwerte. Um diese Stunde strömten die 5000 Arbeiter aus den Fabriken, deren Aktien Brandeis besaß, in die feuchten Seele voll von kaltem Pfeifenrauch, dumpfen Gestank der Bierfässer, säuerlichem Menschenschweiß, um Politik zu hören. Um diese Stunde gingen die Herren Sekretäre und Oberbeamten ins Casino zum Spielchen, in die Vorstandssitzung des Stahlhelms, in das Komitee vom Weißen Kreuz, in die Bezirksorganisationen des Reichsbanners, in den Wochenabend der Kreißzahl Stelle. Um diese Stunde legten die Chauffeure der 120 Last- und Wahnautomobile, die in Brandeisnamen durch Straßen und Städte fuhren, ihre Livreen ab, hängten sie an dünner Bügel in nummerierte Wandschränke, zogen ein billiges, praktisches Zivil an und genossen die Freiheit, die knappe Zwölf-Stunden-Maß an Länge und an Breite. Das war die Stunde, in der die Redakteure des Demokratischen Blattes, dessen heimliche Aktien Brandeis heimlich gehörten, den Abenddienst begannen, schmale, glänzende und ausgefranste Lüsterröckchen anzogen und auf die Glockenknöpfe des weißen Kautschuk drückten. Die Boten kamen auf Fahrrädern, mit Parlamentsberichten, mit Gerichtssaalberichten, mit Tagesneuigkeiten, Ilila kopiert auf billigem Holzpapier, mit politischen Korrespondenzen und in den ledergefütterten und stickigen Telefonzellen begannen die Apparate zu klingeln, aus Amsterdam und Rotterdam, aus Bukarest und Budapest, aus Kalkutta und Leningrad und der Leitartikler hatte sein Thema gefunden, wanderte auf und ab und predigte Sätze, denen eine Schreibmaschine das klappernde Echo gab. Alle diese Menschen glaubten frei zu sein. Kaum kannten sie den Mann, der ihnen Brot gab und Margarine, Kunstbutter und prima Tafelbutter. Sie hielten sich aufrecht und zitterten vor Kündigungen. Sie demonstrierten am Sonntag und verbargen pornografische Ansichtskarten vor ihren Frauen. Sie herrschten über ihre Kinder und bangten über eine Gehaltserhöhung. Sie redeten Leitartikel und zogen die Hüte vor dem Bürochef. Brandeis kannten sie nicht. Nikolai Brandeis, den Organisator, ja den Schöpfer eines neuen Mittelstandes, den Erhalter des Alten. Nikolai Brandeis, der den Organisationen der Mittelständler Rabatte verlieh, der an der Billigkeit der Waren reich wurde, der die Menschen kleidete und näherte, der ihnen kleine Kredite gab und niedliche Häuschen an den Rändern der Städte, der ihnen die Blumentöpfe bescherte und die zwitschernden Kanarienvögel und die Freiheit, die Freiheit, die zwölf Stunden maß an Länge und Breite. Nikolai Brandeis verließ mit seinem ersten Sekretär, dem Oberstmeister, um sieben Uhr abends das Büro. Am Abend vor dem Weggehen hatte Brandeis plötzlich zu reden begonnen. Der Oberst verstand zuerst sehr wenig. Ähnliche Augenblicke erlebte er, wenn ihm zufällig irgendein Buch in die Hand geriet. Dann verschwammen die Worte zuerst. Hierauf bemühte sich der Oberst, sie einzeln herauszustrahlen und noch einmal zu betrachten. Denn er wunderte sich, dass es möglich war, die Worte zu verstehen und nicht ihren Zusammenhang. Jetzt, da Brandeis sprach, überfiel ihn ein ganz unbestimmter Verdacht, dass es sich hier um das handelte, was er Philosophie zu nennen gewohnt war. Und erst spät begann er zu begreifen, aber nicht mit seinem alltäglichen Verstand, sondern mit der Hilfe von Nerven, von deren Existenz er früher niemals etwas geahnt hatte. Nun, fuhr Brandeis fort, bin ich sozusagen vor dem Ziel. Jeder andere an meiner Stelle würde so sprechen, aber ich, ich habe nicht ein einziges Leben hinter mir, sondern zwei oder vielleicht mehr. Und ich fühle seit einiger Zeit, dass ich wieder ein neues beginnen muss. Glauben Sie mir, dass ich müde bin? Müde nicht, weil ich zu viel gearbeitet habe, sondern weil ich ohne eine Gesinnung arbeite, ohne einen Ehrgeiz, ohne ein Ziel. Heute noch bin ich Verwalter der Macht, die sich in meinem Hause angesammelt hat, aber morgen schon bin ich ihr Gefangener. Haben Sie einmal darüber nachgedacht, warum ich so reich geworden bin? Sie halten mich für einen großen Kaufmann, nicht wahr? Sie ehren sich, Herr Oberst. Ich verdanke alles der Widerstandslosigkeit und der Ohnmacht der Menschen und deren Einrichtungen. Nichts in dieser Zeit wehrt sich gegen ihren Druck. Versuchen sie einen Thron zu erlangen und es wird sich ein Land finden, das sie zum König ausruft. Versuchen sie eine Revolution zu machen und sie werden das Proletariat finden, das sich erschießen lässt. Bemühen sie sich einen Krieg hervor zu rufen und sie werden die Völker sehen, die gegeneinander ausziehen. In einigen Wochen, in einigen Monaten, in einem Jahr vielleicht könnte es mir gelingen, die Industrie dieses Landes zu erobern. Ich bin dahinter gekommen, dass es nur die Namen sind, die noch ihren alten mächtigen Klang haben und den und jenen erschrecken. Sie hören von einem Herrn Generaldirektor, sie gehen zu ihm ins Zimmer und auf einmal bedauern sie alle ihre Vorbereitungen und kommen sich lächerlich vor. Sein Titel steht nur auf der Tafel an der Tür. Sie sind einmal in seinem Büro und dann sehen sie, dass die ganze Macht des Generaldirektors nur von vier Nägeln einer gläsernen Tafel an der Tür gehalten wird und die Tür und die Tafel und die Nägel kommen ihnen imposant vor im Vergleich mit der Persönlichkeit zu der sie gehören. Glauben Sie mir, der Generaldirektor gehört seiner Tafel, seiner Visitkarte, seiner Rolle, seiner Stellung, der Furcht, die er verbreitet, den Gehältern, er bewilligt, den Kündigungen, die er ausspricht, nicht umgekehrt. Von dieser Gefahr bin ich heute schon bedroht. Die Anzeichen meiner Macht werden anfangen, imposanter zu werden als ich. Ich werde nicht mehr den Launen folgen können, die meine einzige Freude sind. Ich kann den Herrn Bernheim anstellen, wenn es mir Freude macht, und zusehen, wie er wächst, mit der Chemie verschwägert wird, wie er sein großes Haus und einen Namen bekommt. Ich freue mich, wenn sein Bruder, ein Völkischer, in einer jüdischen Zeitung Artikel schreibt, aber morgen schon könnte die Zeitung mächtiger werden, als mir lieb ist, zum Beispiel meine Anonymität enthüllen. In der Stunde, in der man meinen Namen so ausspricht, wie man die Namen der populären Mächtigen nennt, bin ich ohnmächtig. Denn der Name schwillt an und bezieht Kraft von mir und braucht meine Kräfte, um zu tönen. Nichts mehr, als um zu tönen. Und dennoch, und deshalb spreche ich mit ihnen, reizt mich die Chemie, das einzig Unheimliche in dieser Klarheit, in der ich lebe. Es ist Gefahr vorhanden, dass ich mich ihr ausliefere. Und zum ersten Mal wäre ich einer Übermacht ausgeliefert. Alles andere war kleiner als ich. Dieser lächerliche Mittelstand, der meine Devise ist, der meine Warnhäuser füllt, die Beamtenorganisationen, denen ich Brot und Anzüge liefere, diese Häuser, die Bank mit den kleinen sicheren Krediten, meine Direktoren mit den 150.000 Mark Gehältern. Aber die Chemie ist ein Element. Ich könnte genauso ohnmächtig werden wie ihre Aktionäre, ihre Chemiker, ihre Generaldirektoren. Seitdem ich mit der Imperial Chemical Industry in Verbindung stehe, erschrecken mich die wunderbaren Phänomene in der Welt der Chemie. Alles ist hier wunderbar. Ich habe sonst keinen Respekt vor Zahlen. Hier zum ersten Mal erschrecken mich die 10.000 Arbeiter von höchst am Nein, die 11.000 der badischen Anilin, die 95 Fabriken der IG, die 108.000 Angestellten, die 143.000 der angegliederten Fabriken, die 600 Tonnen Fuss gehen, die jährlich erzeugt werden. Denken Sie, dass die Kunstseide, aus der die Strümpfe ihrer Tochter gemacht sind, mit dem Giftgas verwandt ist, mit dem der Krieg geführt wurde? Nitroglycerin ist beides. Welcher Name? Nitroglycerin. Halten Sie mich für einen Schwärmer, Herr Oberst? Sie haben Recht. Zum ersten Mal könnte man mich dafür halten. Es hat sich etwas geändert. Es ist etwas mit Nikolai Brandeis vorgegangen. Ich weiß nicht, ob wir noch viele Male unser Büro zusammen verlassen werden. Gute Nacht. Er hat mich nicht verstanden, dachte Brandeis. Ich habe ihm auch nicht alles gesagt. Ich könnte ganze Tage sprechen und es wäre das Wichtigste nicht gesagt. Fremde Kräfte überwältigen mich. Seitdem er dachte nicht weiter. Er kam oft bis zu dieser Grenze. Dann begann ein Reich, weit, unübersichtlich, unbekannt, keinem Gedanken erreichbar und keiner Vorstellung. Es war wie die Grenze der Welt, der Brandeis einmal er ging immer langsamer, je näher er seinem Hause kam. Ja, je näher er seinem Hause kam, desto langsamer ging er. Wie viele Male im Laufe des Tages vergaß er es. Unter den vielen Häusern, die er zusammen gekauft hatte, war es eines. Manchmal ging er in ein Hotel schlafen. Er liebte die fremden Hotelzimmer und ihre Gegenstände, die aller Welt gehörten, und die Tapeten, die der Zufall über die Wände geklebt hatte. Er brauchte nur ein Dach über dem Haupt. In seinem Haus umgab ihn der Reichtum wie eine Krankheit. Ein Gärtner, zwei Hunde, eine Garage, Dienstboten, eine knarrende Gittertür und knirschender Sand. Und das Fundament tief eingelassen in eine fremde Erde, ein verwurzelter Beton. Ein Zelt hätte er vielleicht gerne bewohnt. Vieles gehörte ihm, aber nichts besaß er. Viele gehorchten ihm, aber keinem befahl er. Vieles ergab sich ihm und nichts wurde sein Eigentum. Ihm war, als bestünden seine Häuser nur aus den Papieren und Plänen der Architekten, die Waren, die er kaufte und verkaufte, nur aus den Lieferscheinen und Handelsregistern, die Menschen, die für ihn arbeiteten, nur aus den Listen der Arbeitnehmer. Einmal hatte er drei Stückchen Feld besessen, ein kleines weiß und blau getünchtes Häuschen, ein paar Kühe und zwei Pferde, zehn Bücher und eine Flinte und einen Stock mit metallenen Knauf. Dies alles war verloren. Als hätte er seit jener Zeit nichts anderes gewonnen, lebte Nikolai Brandeis wie ein Enteigneter, zufrieden mit seiner Armut und von ihr beflügelt. ihm schien, dass es sein Schicksal war, eine Welt, die aus Besitz und Beton bestand, als ein Schatten zu durchstreifen, mit den unheimlichen Fähigkeiten eines Geistes Schätze zu häufen, mit den Händen achtlos Banknoten zu zählen, wie man mit den Füßen in herbstlichen Blättern raschelt, und überhaupt alles, Gegenstände, Wahn und Menschen, in Papier zu verwandeln, gar nichts festhalten und selbst nicht gehalten werden. Andere waren da, um zu gewinnen und lieb zu gewinnen, zu erben und zu halten, zu schätzen und zu genießen, zu kaufen und zu besitzen. Oder vielleicht war auch der Besitz der anderen nicht wirklich? Sie gaben sich nur keine Rechenschaft darüber. Sie glaubten zu halten und es zerrann. Sie glaubten zu genießen und es verschwann? Ihr Genuss wie ihr Gefühl zu besitzen waren Funktionen ihrer Fantasie? Es ist wahr, dachte Brandeis, was ich dem Oberst gesagt habe. Alles ist widerstandslos und zerfällt nur nach meinem Willen zu Formen wie Asche und Sand. Nur die Namen sind noch geblieben. Eine einzige reale Macht besteht, wächst, bringt Leben und Tod. Die Chemie soll ich mich ihr preisgeben? Zu Hause erwartete ihn Lydia. Länger als ein Jahr wartete sie auf ihn vergeblich. Zwar nahm er sie in sein Bett, umfing sie mit seinen Armen, seinem Geruch und seinem Blick, der in der Finsternis leuchtete, wenn sie die Augen aufschlug, in der ständigen, stets enttäuschten Hoffnung, seine geschlossenen Lieder zu sehen und endlich sein Angesicht in der Wolllust verloren. Niemals war es anders als am Tage. Ja, ihr schien, dass es klarer wurde in der Dunkelheit, dass sie vielleicht einmal in der Finsternis das Geheimnis dieses Mannes erraten würde, so wie man das Wesen der Geister nur Mitternacht erkennt. Sie lauerte vergeblich. Seine Augen schienen schon die Ferne zu sehen, in der er bald verschwinden wollte. So mächtig sein Körper war, so stark sein Schritt, der auch den Teppichen noch einen Widerhall entlockte und den sie hörte, wenn er anfing, den Kies im Garten zu malen, so unwirklich ferne und unerkannt blieb ihr Nikolai Brandeis. Manchmal verhüllte er mit dieser riesigen Hand ihre Brust. Eine große, starke Wärme floss von den Fingern in ihren Körper. Er sprach nicht. Schweig doch nicht so, bat sie in einer unbestimmten Hoffnung, dass sie ihn bewegen könnte, auf eine andere Art zu schweigen. Denn dass er einmal reden würde, reden wie jeder andere Mensch konnte sie niemals erwarten. Er machte sie glücklich und unglücklich zu gleicher Zeit, als wären Glück und Unglück, Seligkeit und Verzweiflung untrennbare Zwillinge. Sie wusste nicht mehr, ob er grausam war oder zärtlich und ob ihre eigene Liebe nicht Furcht oder Neugier war. Minutenlang hasste sie seine Fremdheit, sehnte sie sich nach der einfachen, verständlichen, menschlichen Ruheheit Grischers zurück. Immer wieder gab sie sich einen Aufschub, nachdem sie beschlossen hatte, Brandeis zu verlassen und den grünen Schwan wieder aufzusuchen. Wenn er sich in zwei Wochen nicht ändert, dachte sie, werde ich fliehen. Er änderte sich nicht und sie blieb. Ihre bescheidene Fantasie, gebildet an den bescheidenen Kenntnissen der Schriftsteller von den Seelen merkwürdiger Menschen, gebot ihr manchmal eines der kleinen Mittelchen, die in Romanen verschrieben werden. Sie begann, die lächerlichen Möglichkeiten zu erörtern. Vielleicht konnte sie ihn eifersüchtig machen? Aus den armseligen Erfahrungen ihres vergangenen Liebeslebens versuchte sie, Rezepte zusammenzustellen, Situationen zu komponieren, die kleinen Tricks einer jahrhundertealten literarischen Tradition wachzurufen, die das Leben so wunderbar fälscht. Aber sie sahen sein Gesicht und erkannte auf einmal, wie lächerlich ihre Bemühungen waren. Alle Gesetze wurden ungültig in seiner Nähe. Er schrie nicht einmal. Niemals erhob er seine Stimme so, dass man sie etwa hätte hören können, wenn man durch eine Tür von ihm getrennt war. Manchmal fühlte man seine Anwesenheit nicht, obwohl man ihn sah. Sein schwerer, großer Körper lastete auf ihr, ihre Zähne bissen seinen mächtigen Hals, ihre Finger zeichneten die steinernen Konturen seiner Schulterblätter nach. In ihren Haaren verlor sich der Atem seines Mundes. So lag sie eingehüllt in seiner Wucht und vergaß die Augenblicke, dass er kein Mann war wie andere. Aber plötzlich zwang sie die Sehnsucht, die Augen aufzuschlagen und verstohlen nach oben zu schielen und ihr Blick stahl erschrocken das Weiß seiner offenen Augen. Wohin blickte Brandeis? Was suchte er an der nächtlichen Wand über ihren Haaren? Konnte sein Auge die Wände durchbohren? Sah er den Horizont seiner Heimat? In diesen Minuten entbrannte ihn ihren kleiner, aber tödlicher Hass. Sie hätte ihn stechen mögen, um zu sehen, ob er sterblich war. Sie lebte gefangen im Haus. Er schickte ihr Schneider und Kaufleute, aber nicht einen einzigen Gast. Er wollte keine Menschen sehen. Die Menschen waren wie Häuser und Waren. Er handelte mit ihnen während des Tages in seinem Büro. Sie war jung, sie zählte ihre Jahre. 22. Sie warf ihm diese geringe Zahl vor, als wäre ihre Jugend seine Schuld. Einmal sei sie weinen. Er verstand. Aber er saß ungeschickt und mächtig vor dem kleinen Jammer einer kleinen Frau. Er fürchtete sich vor seinem eigenen Mitleid. Er hasste die Zärtlichkeiten, die der Trost befahl. Er war nicht im Stande, ein Elend zu messen an dem Menschen, die es im Augenblick empfand. Er konnte niemals verstehen, dass die geringen Ursachen, die einen Schmerz erzeugen, weder den Umfang noch die Tiefe des Schmerzes bestimmen. Er maß das Unglück Lydias Lydias dem absoluten Unglück der Welt. Er sah gleichgültig zu, wie sie weinte. Zum ersten Mal weinte sie vor einem gleichgültigen Mann. Es war die erste Demütigung, die sie zu erleiden sich einbildete. Ihr kleines Gehirn sah noch Rache. Sie begann Launen zu zeigen. Sie versuchte sich in der Ausübung einer engen Despotie. Sie überraschte Brandeis mit unerwarteten Wünschen. Sie wollte Menschen sehen. Er ging eines Abends mit ihr ins Theater. Schweigsam, nicht ohne Bitterkeit. Er hasste schon das Foyer. Er hatte Angst vor dem ersten Akt. Er erwartete das Spiel wie eine Katastrophe. Die Experimente der Regisseure aus den ersten Jahren nach dem Krieg waren milder geworden. Der Radikalismus der Dramaturgie begann Konzessionen an die Nerven des Publikums zu machen. Brandeis vertauschte die Angst gegen eine weit gefährlichere Langeweile. Ein paar Mal hatte er sich mit Lydia in den Logen der Theater gezeigt, auf einem Ball, in einem Konzert. Dann hatte er aufgehört, sich um die traditionellen gesellschaftlichen Veranstaltungen zu kümmern, die eine neue Zeit fortsetzte, ohne eine Gesellschaft. Es war ihm nur notwendig erschienen, sich in Abständen von einigen Monaten zu überzeugen, dass er für Vorgänge auf Podien und Bühnen jedes Interesse verloren hatte. An diesem Abend war seine Gleichgültigkeit so groß, dass er das Publikum zu betrachten anfing. Er stellte fest, dass ihm mehr Leute kannten, als er angenommen hatte. Seine Anonymität war gefährdet. Die Menschen halten es nicht aus, dachte er, ohne Heilige und Teufel zu leben. Sie haben gefunden, dass ich unheimlich bin. Ich habe es satt, diesen Dummköpfen als eine Art Dämon aus dem Osten zu erscheinen. Diese Rolle mögen die reichen Juden aus Kishinev, Odessa und Riga spielen, die nichts anderes wünschen, als in Berlin geboren zu sein. Wie er sie so sah, Gesicht an Gesicht, Physionomien, die aus Glatzen entstanden zu sein schienen, von Frisuren modelliert, als hätten diese nicht nur Haare, Barte und Bartlosigkeit herzustellen, sondern noch Nasen, Sternen und Münder, begann er zum ersten Mal zu begreifen, dass ihn eine einzige Leidenschaft getrieben hatte, Geld zu machen, eine einzige Leidenschaft, die stärker sein kann, als alle ihre Schwestern, die Verachtung. Man kann von ihr ergriffen werden, wie von der Liebe, vom Spiel und vom Hass. Man kann eine tödliche Verachtung fühlen. Es hatte dieser belichteten rein dicht gesäter Gesichter bedurft, damit Brandeis sich seiner Leidenschaft bewusst werde, ebenso wie man sich beim Anblick eines Menschen seiner Liebe bewusst werden kann. So viele, die er nicht kannte, grüßten ihn. Sie wussten, dass er sie nicht kannte, dennoch lächelten sie ihm zu, beschworen ihn, ihnen zu erwidern. Sie hatten die zudringliche Untertänigkeit der Leute, die für wohltätige und öffentliche Zwecke Geld sammeln. Sie strecken die Hände aus und haben Angst, man könnte sie mit Bettlern verwechseln. Da war die Pause. Sie gingen im Kreis in einem Wartezimmer auf glattgebohnertem Parkett und fürchteten auszugleiten. Zwischen der Unsicherheit ihrer Füße, die in den neuen Stiefeln mit allzu glatten Sohlen steckten, und dem Gefühl der Vornehmheit, dass sie vom Namen des Staatstheaters, von der Livree der Platzanweiser und von ihren eigenen Smokings bezogen, bestand noch ein leerer Raum, den ihre Körper vergeblich auszufüllen suchten. Die Leiber verschwanden zwischen den festlichen Gesichtern und den gleitenden Füßen. Wie ein kreisender Rahmen schwankten sie um das leer gebliebene, spiegelnde Oval der Parkettmitte, das niemand zu betreten wagte, aus Angst, allein zu sein. Brandeis erinnerte sich an jenen Sonntag, an dem er den politischen Umzug auf den Kurfürsten dann betrachtet hatte. Auch damals hatten sie die Mitte freigelassen. Mit denselben Gesichtern umschritten sie die Pause im Theater. Die Windjacken lagen in der Garderobe. Verwandelt waren nur die Arme. Sie schlenkerten nicht. Sie hingen wie schwarze Prothesen am Smoking. Von den Abendkleidern der Damen, welche die Schönheitspflege manifestieren, viel sagte ein bunter Widerschein auf die weißen Gesichter der Männer, das Farbenspiel eines gesellschaftlich gehobenen Geschlechtsverkehrs. Jeder fühlte, dass er einer Premiere beiwohnte. Jeder war froh, dass ihr auch der andere beiwohnte. Denn erst zusammen ergaben sie das bunte Bild für den Vorbericht des Theaterreferenten. Brandeis vermisste hier seinen jüngsten Direktor, Paul Bernheim und dessen Bruder Theodor. Das ganze bunte Bild wäre von Paul und seiner jungen Frau nach Brandeis Meinung noch heftiger belebt worden. Von anderen Bekannten war nur der Theaterkritiker des demokratischen Blattes zu sehen, das von Brandeis abhängig war. Aber der Kritiker kannte seinen Brotgeber kaum. Nur Handelsredakteure wissen Bescheid. Die Beschäftigung mit der Kunst macht die Menschen harmlos. Bernheim ging vielleicht gar nicht zu Premieren. Bernheims gesellschaftliche Stellung erlaubte es vielleicht gar nicht mehr. Ich werde ihn einladen, dachte Brandeis. Ich werde ihn mit Lydia bekannt machen. Hoffentlich verliebt er sich. Kapitel 18 Die junge Frau Bernheim war für zwei Wochen zu ihrem Onkel Anders gefahren. Eine kleine Familienfeier, nichts von Bedeutung. Paul Bernheim hatte sich mit einem eintägigen Besuch begnügt. Zum ersten Mal betrat er Brandeis Haus. Zum ersten Mal sah er die Frau, mit der Brandeis lebte. Er kam, erfüllt von den Gerüchten, die von der kaukasischen Fürstin verbreitet wurden, und an die er glaubte. Denn es ist in einer Zeit, in der die Wahrheiten selten werden, nichts so glaubhaft wie ein Gerücht. Und je billiger und abenteuerlicher es klingt, desto bereitwilliger empfängte es die Fantasie der romansüchtigen Menschen. Paul Bernheim gehörte zu den gläubigsten Empfängern romanhafter Gerüchte. Er sammelte sie, wie er Anekdoten sammelte, in einem ledergebundenen Büchlein mit Goldschnitt, in das er verborgen zu Schaum pflegte, bevor er zu erzählen begann. Sauber geschieden waren in seinem Gehirn die sogenannten Geschichten von der sogenannten Wirklichkeit. Aber es machte ihn glücklich, wenn eine Geschichte in die Wirklichkeit seiner Umgebung hineinspielte. Nach der Art der Europäer, die geografische Begriffe literatisch werten, hielt er den Osten für rätselhaft, den Westen für gewöhnlich. Und der Osten begann gleich hinter Katowicz und reichte bis zu Rabindranath Tagore. In diese Region platzierte er Brandeis. Etwas östlicher lag Lydia. Sie war nämlich eine Frau und nach Teckelis Erzählungen aus dem Kaukasus und wahrscheinlich fürstlichen Geblüts. Der Kaukasus alleine hätte schon genügt. Man liebt nicht die Frauen, man liebt die Welten, die sie repräsentieren. Obwohl Lydia ein europäisches Gesicht hatte und ebenso gut in Köln wie in Paris wie in London zur Welt gekommen sein konnte, in Wirklichkeit war sie aus Kiew, sah Paul Bernheim in ihr den kaukasischen Typ und da er noch keine Ahnung von ihrer Vergangenheit im grünen Schwan hatte, verlieh er ihr im stillen Prompt die Marke echte, distinguierte, köstlich fremde Dame. Seine Lust sich selbst seine Welt und Frauen Kennerschaft zu bestätigen trieb ihn zu frühen und flinken Formulierungen. Ja, während er die Frau für sich charakterisierte, hörte er sich schon laut von ihr erzählen und zu der Bewunderung, die er für den Kaukasus und dessen Kinder empfand, addierte er noch jene, die ihm selbst von seinen fiktiven Zuhörern gespendet wurde. Er war so glücklich über den Eintritt einer Geschichte in seine Wirklichkeit, dass er jene noch erweiterte und diese vernachlässigte. Er gehörte selbstverständlich zu den Männern, die sich mit einem Schlag verändern, wenn sie in die Nähe einer Frau kommen, an deren Eroberung ihnen einmal gelegen sein könnte. Ein echtes Exemplar der Gattung Gesellschaftsmänner, das er war, holte er seine alten Charmeurtugenden hervor und er begann Geschichten aus jenem Oxford zu erzählen, das niemals seine Wirkung auf Männer und Frauen verfehlte. Er war seit mehr als einem Jahr der erste fremde Mann, mit dem Lydia sprach. Sie verglich den massiven, schweigsamen Nikolai-Brandeis mit dem beräten und unaufhörlich bewegten Paul Bernheim. Es gab im Verlauf dieses Abends sogar ein paar Augenblicke, in denen zwischen ihr und Paul ein geheimes Einverständnis gegen Brandeis zu schweben schien. Als Paul fragte, Sie haben selten Gäste? antwortete sie sehr schnell, Niemals. So schnell, dass sie zu verstehen gab, dass sie diese Frage erwartet hatte. Brandeis sagte darauf leise Ich liebe keine Fremden. Und Sie gnädige Frau? fragte Bernheim. Darauf gab sie keine Antwort. Nikolai-Brandeis Augen waren unbeweglich mit offenen Liedern auf den Tisch gerichtet, aber sie umfingen auch die Wände, die im Schatten standen und die beiden Menschen neben ihm und ihr hartes wachsames Licht durchströmte den ganzen Raum. Wie es seine Art war, hielt er beide Ecken des Tisches mit seinen großen Händen fest, so als wollte er sich auf sie stützen, um sich zu erheben, aber manchmal schien es Paul, dass Brandeis im Begriff erwarten Tisch umzustoßen. Deutlich fühlte er auf einmal seinen Hass gegen Brandeis, als hätte es erst dieser Frau bedurft, um dem Verhältnis zwischen den beiden Männern eine Klarheit und einen Namen zu geben. Sein erstes Gefühl war Neid. Der fremde Mongole, sagte sich Paul und er verwendete dabei, ohne es zu wissen, die Terminologie seines Bruders Theodor, besitzt diesen jungen Körper jede Nacht, denn er betrachtete natürlich den Beischlaf als eine Bestätigung dafür, dass der Mann besaß und die Frau besessen wurde. Dieser Mann, dachte er weiter, den nichts anderes treibt als die Gier, Geld zu verdienen, behandelt die Frau nach östlichen Manieren und sperrt sie in seinem Harem ein. Harem Gewiss ist er eifersüchtig, wie sollte er auch in meiner Anwesenheit nicht eifersüchtig sein. Bis jetzt war es Paul Bernheim gelungen, den hartnäckig immer wieder auftauchenden Gedanken, dass er seinen Aufstieg Brandeis zu verdanken habe, hurtig zu verscheuchen. Er bekam 150.000 Mark jährlich Gehalt, dafür arbeitete er drei Stunden im Tag und repräsentierte. Seine Konferenzen mit Krankenkassen, mit Betriebsräten und Versicherungsgesellschaften betrachtete er ohnehin als seiner unwürdig. Er hegte gegen Brandeis den Verdacht, dass er absichtlich einen so gefährlichen Mann wie Paul Bernheim vom sogenannten Außendienst fernhielt und besonders vom Verkehr mit Banken. Während doch gerade die Banken sozusagen Pauls richtiges Fach waren. Es ärgerte ihn, dass Brandeis so schnell und sicher Theodor geholfen hatte. Er beneidete seinem Bruder beinahe um diese Stellung in der Redaktion. Denn er selbst, Paul, hatte sich doch zu einer direkten öffentlichen Wirkung berufen gefühlt. Und was hätte es Brandeis geschadet, Paul Bernheim zu einem der drei mächtigen Verlagsdirektoren zu machen. Er fürchtet mich, tröstete sich Paul, während in ihm selbst die Furcht vor Brandeis wach wurde, wie ein alter Schmerz. Sehr ferne und verschwommen tauchte die düstere Erinnerung an Nikita Besporotko auf. Noch gestand er es sich nicht ein. Aber schon suchte er nach einem schwachen Punkt im Leben seines Feindes. Seiner eigenen Schlauheit glaubte er diese Einladung in das Haus zu verdanken, die er selbst einen Einbruch nannte. Natürlich hatte Brandeis einen schwachen Punkt, diese Frau eben. Die Romanen, denen ein großer Geldmann vergeblich um die Liebe einer kleinen Frau wirbt, bis sie sich schließlich an einen gewandten Kenner der Frauenseelen verliert, hatten die psychologischen Fähigkeiten Bernheims gebildet. Schon glaubte er, die ganze Entwicklung der Dinge vorauszusehen. Auf diesem Gebiet, wenn auf keinem anderen, war er Brandeis gewachsen. Hier wollte er sich rächen. Da er aber sentimental genug war, sich moralische Deckung nicht rächen zu können, hielt er es für notwendig, Lydia zu lieben. Und also liebte er sie. Gleich am nächsten Tage wollte er mit beiden im Auto spazieren fahren. Er erwartete, dass Brandeis ablehnen werde. Aber Brandeis sagte zu. Am nächsten Tag ließ er sich allerdings entschuldigen. Er bat Bernheim, Lydia allein auszuführen. Sie fuhren mit der Geschwindigkeit von 70 Kilometern. Eine Schnelligkeit, die von allen modernen Schriftstellern, welche die Beziehungen zwischen den menschlichen Herzen und den Motoren studiert haben, für ähnliche Situationen vorgeschrieben ist. Paul, der seit seiner Heirat angefangen hatte, sich wieder mit der zeitgenössischen Literatur zu beschäftigen und sogar mit Schriftstellern zu verkehren, kannte sich vortrefflich in der Ausbeutung der Naturschönheiten mittels eines beschleunigten Tempos aus. Jeden zweiten Tag rase ich so durch die Welt dahin, sagte er zu Lydia. Das Automobil hat uns die Natur erst richtig sehen gelernt. Es ist herrlich, wie die Straße, die Bäume, die Häuser verschlungen werden. Mein Chauffeur ist ein Feigling. Über 55, 60 kommt er nicht hinaus. Ich aber denke, wer so schnell arbeitet, muss auch schnell genießen. Gefährdet sind wir den ganzen Tag, auch wenn wir ruhig im Büro sitzen. Aber glauben Sie mir, ich möchte die Gefahr gar nicht missen. Sie waren sicher im Krieg. Vier Jahre Kavallerie Sie reiten leidenschaftlich? Einmal, zweimal in der Woche. Wollen Sie mit mir ausreiten, gnädige Frau? Ich fürchte mich etwas. Doch nicht in meiner Gesellschaft. Wir geben Ihnen ein frommes Tier. In Lydia Markovnas Erinnerung erwachten die Fotografien aus einer Serie Die Dame zu Pferde, die auf Glanzpapier und blaugrün schimmernd in einer führenden Modezeitschrift erschienen war, neben einer anderen Serie Mutter und Kind und einer dritten Ehen in der Gesellschaft. Sie sah die diskreten Texte unter den Bildern. Frau Generaldirektor Blumenstein und Gräfin von Hanau-Lichtenstern zu Ross oder beim Morgenritt oder im Herrensattel Und alle Vorstellungen von Vornehmheit, die sich aus Mangel an lebendigem Material auf die Klischees der Fotografen in die Redaktionsstuben der illustrierten Zeitungen und in die Aufnahmeateliers der Filmgesellschaften gerettet zu haben schien, erwachten in dem Gehirn Lydia Markovnas und entzündeten in ihr einen gesellschaftlichen Ehrgeiz. Wo gäbe es die Tochter eines Uhrmachers aus Kiew, die solchen Lockungen nicht erlegen wäre? Denn ihr Vater war ein Uhrmacher gewesen. Sie selbst hatte sich schon in jungen Jahren berufen gefühlt, in eine höhere Klasse aufzusteigen und Gedichte von Pushkin, verbunden mit einem normalen schauspielerischen Talent, sollten ihr dazu verhelfen. In dem Sommer, in dem Nikolai Brandeis aus der Roten Armee desertierte, starb der Vater Lydias. Sie flüchtete. Sie geriet als Kellnerin in ein russisches Restaurant, wo sie die Trinkgelder zurückwies und infolgedessen, und weil die Fantasie der Besucher auffallender Beispiele für die Grausamkeit der Revolution bedurfte, in den Ruf einer Fürstin. Es war das Restaurant, in dem ein paar Emigranten, frühere Schauspieler, den grünen Schwan gründeten. Sie nahmen Lydia mit. So erfüllte sich auf Umwegen ihr Wunsch. Es war zwar nicht das Moskauer Akademietheater, dessen Mitglied sie wurde, aber immerhin ein Theater. Da alle ihre Kameraden paarweise lebten, sie allein und Grigory, der Kosak, einzeln schliefen, legte sie sich nach einigen Zögern zu diesem. Die Truppe ersparte die Miete für ein Hotelzimmer. Als sie Brandeis folgte, ahnte sie einen fantastischen Aufstieg, aber statt, wie sie gehofft hatte, mit Hilfe eines reichen und verliebten Mannes endlich in die erträumten Sphären einer großen Welt zu gelangen, wurde sie selbst das verliebte Mädchen eines schweigsamen und also gefährlichen, unverständlichen und ewig fernen Gebietes. Sie war eifersüchtig auf diese langen Tage, die Brandeis irgendwo verbrachte. Sie wusste nicht wo, denn er hatte ihr verboten, ihn während des Tages aufzusuchen. Sie überlegte, ob sie es wagen dürfte, sich bei Paul zu erkundigen. Hatte Brandeis noch andere Frauen? Sie träumte manchmal, dass er mehrere Frauen in mehreren Häusern ebenso eingeschlossen hielt wie sie. Würde er nicht eifersüchtig werden? Hoffentlich ist Herr Brandeis nicht eifersüchtig, sagte Paul plötzlich mit dem leisen, zaghaft probierenden Spott, mit dem die beruflichen Verführer von den abwesenden Rivalen zu sprechen pflegen. Nein, sagte sie, ich wäre es an seiner Stelle. Lydia war ihm dankbar. Die Frauen glauben einer Versicherung, die sie gerade brauchten. Seit Jahrhunderten verführt man sie mit Lügen und nicht mit Wahrheiten. Niemals hatte sie von Brandeis ein Kompliment gehört. Schnell fragte sie, und ihre Frau? Und bereute es sofort. Meine Frau, wiederholte Paul verwundert, als hätte er sie vollkommen vergessen. Sie müssen mit ihr zusammen kommen, sagte er. Sie beschloss Brandeis zu fragen, ob die Frau Bernheim hübsch, klein, zart, groß, blond oder schwarz sei. Sie war wie alle anderen erst dann beruhigt, wenn sie neben dem Mann, den sie kannte, auch etwas von der Frau erfuhr, die zu dem Mann gehörte oder wenigstens scheinbar gehörte. Sie fuhren langsam in die Stadt zurück, weil der Abend kühl wurde. Tanzen sie? fragte Paul, denn er dachte an die auffälligste Möglichkeit, dem Körper dieser Frau nahe zu kommen. Oh, sagte sie harmlos und ohne die Folgen abzuschätzen, seid dem grünen Schwan nicht mehr. Wieso grüner Schwan? Es ist ein Kabarett. Und? fragte Paul. Ich habe dort gespielt. Seine Überraschung war grenzenlos. Sie wäre kaum größer gewesen, wenn man ihm gesagt hätte, dass seine Frau nicht eine geborene Endos sei. Nichts bekümmert einen Menschen wie Bernheim mehr als die Erfahrung, dass er nicht mit einer Fürstin, sondern mit einer Schauspielerin im Wagen sitzt. Oh, sagte er, und wie er einmal auf dem Maskenball plötzlich die Fähigkeit verloren hatte, die intimen Berührungen an Fräulein Irmgard Endos fortzusetzen, so verlor er hier umgekehrt die andere Fähigkeit, distanziert zu bleiben. Mechanisch strengte sein Bein an das Knie seiner Begleiterin. Er vergaß zu sprechen. Er hielt an und ohne ein Wort zu sagen, versuchte er, den Arm um Lydia zu legen. Sie begriff, welchen Sinn seine Bewegung hatte und eine Sekunde später auch, aus welchen Ursachen sie kam. Sie fühlte die gleiche stumme, verzweifelte Scham wie damals, als Grischer sie Brandeis verkauft hatte. Aber heute gelang er nicht einmal ein Schrei mehr. Es war, als hätte ihr Herz schon die Gewohnheit, Beschämungen leise zu dulden. Es war kein neuer, erstmaliger Schimpf mehr, den sie erlitt, sondern ein wiederholter, die Erinnerung an jenen ersten. Nicht aus Verzweiflung, sondern eher aus einem instinktiven Bedürfnis, sich zu verteidigen, brach sie in ein leises Schlupzen aus. Die Tränen sind die einzige Waffe der Wehrlosen. Es dauerte ein paar lange Minuten, bevor Paul Bernheim begriff, dass er Lydia beleidigt hatte. Wie seine Mutter imstande war, in einem Staatsbeamten eine andere Qualität von ihr Gefühl zu vermuten, als etwa in einem Hauslehrer, so gestattete ihr Sohn Paul einer Schauspielerin nicht, sich ebenso beleidigt zu fühlen wie eine Fürstin aus dem Kaukasus oder gar eine geborene Endos aus dem Rheinland. Aber konnte der Zufall seiner Mutter gelegentlich nicht Recht geben, so zeugte seine Anschauung von seiner verschiedenen Klassenehre der Frauen von einer besonderen Ahnungslosigkeit, von jener, die er mit allen seinen Kollegen, den Verführern, teilen durfte. Denn nichts ist so unabhängig vom Stand, von der Klasse, von der Familie, von der Beschäftigung und von der Erziehung wie der Ehrbegriff der Frauen. Es sind die gleichen Gelegenheiten, bei denen sich Prinzessinnen wie Prostituierte beleidigt und geschmeichelt fühlen. In dem Augenblick, in dem Paul begriff, warum seine Begleiterin weinte, tat es ihm leid, denn er war gutmütig und er beklagte außerdem eine verpatzte Gelegenheit, wie man im Jargon der Männer aus dem gehobenen Stand zu sagen pflegt. Er hielt an. Ohne ihn anzusehen, das Gesicht gesenkt, verließ Lydia den Wagen. Sie ging geradeaus. Sie sah nicht auf den Weg. Er stieg ab und ging ihr nach. Er sagte etwas, aber sie hörte ihn nicht. Die Scham erfüllte sie mit einem betäubenden Brausen. Endlich sah er ein, dass nichts mehr zu retten war, und seine Sorge wandte sich wieder seinem Packard zu, den er mitten auf der Landstraße stehen gelassen hatte. Er kehrte um, lenkte langsam in einen Seitenweg und blieb mit dem erschütternden Gefühl zurück, eine Niederlage erlitten zu haben. Die Sentimentalität ist eine Schwester der Grobheit. Und nichts ist selbstverständlicher als die Tatsache, dass Paul Bernheim auf dem ganzen Heimweg verliebt und wehmütig an Lydia dachte. Sie erschien ihm begehrenswerter als früher, kostbarer in dem Grade, in dem sie ihm endgültig verloren war. Zu Hause fiel sein erster Blick auf die große Fotografie seiner Frau. Er fand Irmgard langweilig, spröde, grobknochig. Der Sport hatte seiner Meinung nach ihre Muskeln männlich gemacht, ihre Schultern um zwei Zentimeter zu viel geweitet, ihre Hände waren stark, groß und trocken. Lydia war zart, schmiegsam, und ihre Haut mochte eine gelblich getönte Glätte haben, ihre Brüste dunkelbraune Monde. Ein Schauder lief ihm über den Rücken. Lydia wartete lange auf Brandeis. Er kam spät, ging Mitternacht. Er sah ihre roten Augen, fragte nicht und ging wieder fort. Es war eine der Nächte, die er in einem gleichgültigen Hotelzimmer zu verschlafen gedachte. Alle Landstraßen der Welt sehen einander ähnlich. Alle Bürger der ganzen Welt sehen einander ähnlich. Die Söhne sehen ihren Vätern ähnlich. Und wer zu dieser Erkenntnis gelangt ist, könnte verzweifeln, an der Aussichtslosigkeit jemals irgendeine Veränderung zu erleben. Ja, so sehr sich die Moden ändern, die Staatsformen, der Stil und der Geschmack, so deutlich sind die alten, ewigen Gesetze in allen Formen zu erkennen. Die Gesetze, nach denen die Reichen Häuser bauen und die Armen hütten. Die Reichen Kleider tragen und die Armen lumpen. Und auch jene Gesetze, nach denen die Reichen wie die Armen lieben, geboren werden, krank werden und sterben, beten und hoffen, verzweifeln und verdorren. Wir gehen dazu über, das Haus des aufgestiegenen Paul Bernheim kennenzulernen. Und es ist nicht unwichtig, sich an das Haus seines Vaters zu erinnern. Der alte Bernheim hatte die Bäume und die Mauer umlegen lassen, und der Junge ließ eine Mauer errichten und in die jungfräuliche Erde seines Geländes alte, ausgewachsene Bäume einpflanzen. In seinem Garten standen keine Zwerge mehr. Aber die Fabrik, Grütze und Kompanie erzeugte auch keine Zwerge mehr, sondern aus dünnem, milchigem und hohlem Porzellan, weibliche Figuren von einem gewissen, stacheligen Charakter. Ihre Gliedmaßen erinnerten an die Form von Fichtennadeln. Ihre Brüste waren kleine Pyramiden, ihre Bäuchlein Parallelogramme, ihre Ellbogen Lanzenschäfte und ihre dreimal geknickten Knie gemahnten an die medizinischen Modelle, welche die Folgen der Rachitis anschaulich machten. Dieser Figuren, ein halbes Dutzend, sah man in Bernheims Vorzimmer. Sie gehörten zu den Geschenken des Herrn Karl Enders und zeugten von seinem modernen Geschmack, oder genauer, von der Mühe, die er sich gab, einen modernen Geschmack zu beweisen. Ohne Zweifel hätten ihm jene Zwerge aus Ton besser gefallen, die im Garten des alten Bernheimschen Hauses standen. Aber er wäre bereit gewesen, sie mitleidig zu verachten. Wenn Karl Enders in die Lage geriet, ein Bild zu kaufen, so achtete er darauf, dass es seinem Verstand und seinen Sinnen widerspreche. Dann war er sicher, ein modernes und wertvolles Kunstwerk gekauft zu haben. Eine lange Übung hatte ihn dazu gebracht, dass seine Wertschätzung automatisch anfing, wo ein Gegenstand sein Missfallen erregte, und dass er ein empörtes Misstrauen allem entgegenbrachte, was ihm gefiel. Dieser Methode verdankte er den Ruf, einen unfehlbaren Geschmack zu besitzen, und also fuhr er fort, seinem echten Geschmack zuwiderzuhandeln. Ihm verdankte Paul die Anlage seiner Villa, die Einrichtung und die Kunstgegenstände. Das Haus sah einem Schiff ohne Kiel ähnlich. Nur die Fenster, die lang waren und bis zum Boden reichten, sodass man sich in den Kiel als Türen hätte benutzen können, erinnerten den Betrachter, dass es ein Wohnhaus war. Im Übrigen war es weiß gestrichen und segelte im Stehen dahin. Ein halbrunder Vorsprung, in dessen Inneren man im Sommer das Frühstück einnehmen konnte, sogar sollte, schien von außen besehen Luxuskabinen zu enthalten. Über dem Vorsprung, das Dach, erinnerte an eine geräumige Kommandobrücke. Im ersten Stock waren die Wände tiefer und die Fenster zierlicher. Weite, steinerne, flache Ränder des Daches überschatteten sie. Darüber war nur noch der Dachboden, ein breites, niedrig gemauertes Rund mit vielen Breiten und kurzen Fenstern, die keinen anderen Zweck hatten, als unter Umständen hinausgesteckte Fahnen zu tragen. Der Park war weit. Die paar übersiedelten Bäume hielten sich in der Nähe des Hauses auf, wie aus Angst vor der kahlen Weite des Gartens. An Licht, Luft und Sonne, drei Elementen, die dem Herrn Enders, wie der modernen Architektur, heilig waren, schien das Haus Bernheims mehr zu enthalten als die Welt selbst, und man hatte oft den Eindruck, dass die Zimmer von einer Privatsonne erfüllt waren, wenn draußen der Himmel bewölkt und die Luft ein dichter Nebel war. Am liebsten hielt Paul sich vor dem Kamin auf. Dieser Ort, der einmal der natürliche Hauptbestandteil aller menschlichen Wohnungen war, der Höhlen wieder Hütten, ist heutzutage nur noch ein Symbol in den Behausungen des Wohlhabenden und eine Ablagerungsstätte der ganzen im Laufe des Tages angehäuften Sentimentalität. Paul Bernheims Kamin war von einer steinernen Pyramide überdeckt, auf deren breiten Rand ein Glas Wasser, ein Zigarettenetui, buntköpfige Streichhölzer und eine blaue Vase mit Gerani entstanden. Ein blankes Gitter aus Messing umgab das Feuer, ein Schachbrett aus weißen und schwarzen Steinen, mitten in die hölzende Diele eingebaut, erstreckte sich vom Kamin fast bis in die Mitte des Zimmers. Ein bunt geblümter Lehnstuhl hielt sich an der rechten Seite auf, ein gepolstertes Stühlchen ohne Lehne links. Ein stählernes Gestell, das einen Fotografenapparat ebenso tragen konnte wie Hüte, Regenschirme und Kleidungsstücke, ging überraschenderweise in einen grünen Lampenschirm über, in dessen dichtgefütterten Inneren eine elektrische Birne blühte. Paul machte die Tür zum Speisezimmer auf. Er liebte es, vom Feuer weg in das milde Licht des Speisezimmers zu schauen, wo weiße, breite Stühle mit leise federnden Sitzflächen aus geflochtenem Stroh einen runden, bräutlich verhüllten Tisch umgaben, der in der Mitte eine weiße Schüssel vollgelber Blümchen trug. Ein Gong in einem Rahmen aus Nickel konnte von jedem Unbefangenen für einen Rasierspiegel gehalten werden. Ein rechtzeitiger Blick nur auf den Klöppel mit dem dicken Knopf aus grauem Gummi beschützte vor Verwechslungen. Das ganze Haus war unheimlich neu und sauber. Paul Bärenheim sah zuerst auf jeden Stuhl, bevor er sich setzte, aus einer unbestimmten Angst vor der noch nicht getrockneten Politur. Es roch nach Lack, Öl und Terpentin, ein Geruch, den Irmgard jeden Morgen mit Fichtennadelduft zu bekämpfen befahl. Doch hüllte man zuerst die Bilder ein, damit sie von den Zerstäubern nicht getroffen würden. Nur im Schlafzimmer Irmgardz roch es nach Koldcreme, Lippenstift und Brennschere. Im breiten Bett gegenüber, das von Theatervorhängen umgeben war, hing das exklusive Bild des exklusiven Malers Hartmann, der es Herrn Enders für 50.000 Mark verkauft hatte. Herr Enders, der Maler, Schneider und Friseure nicht gerne bezahlte, weil er sie für öffentliche Einrichtungen hielt, für die man Gemeindesteuern zahlt, wie Straßenpflaster und Laternen, hatte dem Maler Hartmann vorläufig einen Scheck auf 10.000 gegeben, in der wagen Hoffnung, dass die Zeit den Rest des schuldigen Gelds vermindern würde. Nichts hielt seiner Ansicht nach der Zeit stand. Sie verzehrte Menschen, Gegenstände und Schulden. Den Maler Hartmann gefährdete sie besonders, denn er war, je älter er wurde, eine immer leichtere Beute der Frauen, die ihn an den Rand des Grabes zu bringen pflegten, um ihn dort zu verlassen. Herr Enders prophezeite dem Maler immer wieder einen Selbstmord, besonders seitdem er ihm 40.000 Mark schuldete. Die Aussicht auf den Selbstmord machte das Bild nur noch wertvoller. Irmgard konnte es vom Bett aus genau betrachten. Tagsüber hing es günstig den Fenstern gegenüber. Für die Nacht hatte Herr Enders eine besondere Vorrichtung getroffen, ein schmaler, leuchtender Rahmen aus mattem Glas entzündete sich auf einen Druck an dem Taster, der über dem Bett hing. So konnte Irmgard das Bild in den Schlaf hinübernehmen, einem vorgeträumten Traum. Paul Bernheim setzte sich vor den Kamin. Aber heute beruhigte ihn das Feuer nicht. Er war allein in seinem neuen, knisternden, lackierten Haus, in dem er nicht heimisch wurde. Weil er unaufhörlich die Übermacht des Herrn Enders fühlte und die der chemischen Industrie. Wo fühlte er sich denn wohl? Im Geschäft bedrohte ihn Brandeis und zu Hause Enders. Ach! Er hatte es sich zu leicht vorgestellt. Er hatte gedacht, dass er nach fünf Monaten ein angesehenes Mitglied der großen Industrie werden könnte. Aber ein industrieller Enders war noch vorsichtiger und tückischer als ein Finanzmann Brandeis. Paul hatte das sichere Gefühl, dass er vorläufig ein aufgespartes Werkzeug zwischen beiden war. Man sagte ihm nichts. Man ließ ihn in der Schublade liegen, einen Hammer, mit dem man gelegentlich ein paar Nägel einzuschlagen gedenkt. Das bittere Erlebnis mit Lydia war nicht der einzige Grund seiner Aufregung. Er, Direktor in Brandeis' Geschäft, hatte erst auf Umwegen erfahren müssen, dass Brandeis im Geheimen die Aktien der transleitanischen Aktiengesellschaft aufzukaufen begonnen hatte. Ferner, und auch das hatte er erlauscht, dass in Albanien sich eine Holzverwertungsgesellschaft unter der Ägide Brandeis gebildet hatte. Was wollte Brandeis in Albanien? Man sprach davon, dass er im Verein mit der italienischen Regierung die Eisenbahnstrecken in Albanien auszubauen gedenke und dass er das Material in Rom zu bestellen sich weigere. Die italienische Regierung aber wollte nur unter dieser Bedingung die Konzession für den Eisenbahnbau vermitteln. Allmählich erfuhr Paul Bernheim den Sinn der Reisen, die Brandeis jeden zweiten Monat unternahm. Er fuhr immer wieder nach dem Balkan, aber die Post wurde ihm nach Wien geschickt. Er ist langsam gefährlich geworden, dachte Bernheim. Als er seine stillen Aufkäufe begann, kannte ihn niemand. Man ließ ihn gewähren. Und wolllöstig, sagte er halblaut in das köstliche Kaminfeuer, aber er wird nicht durchkommen. Sie werden ihn nicht lassen. In diesem Augenblick knurrte das Telefon. Irmgard rief an, wie jeden Abend. Wie geht es? Wie geht es? Alles in Ordnung? Alles in Ordnung. Sag ein liebes Wort. Irmchen, brachte er mühsam hervor. Er konnte unmöglich Zärtlichkeiten telefonieren. Irmgard verlangte sie regelmäßig, aber in der gleichen Art, in der sie sich nach Dienstboten, Chauffeuren und Wäsche zu erkundigen liebte. »Weißt du?« »Ja.« »Onkel kauft mir ein Pferd.« »Bravo«, rief Paul mit einem Jubel, den er wie ein Würgen fühlte. »Er will dich sprechen.« »Er will dich sprechen.« »Hast du was Neues vom Brandeis?« »Was soll es denn sein?« »Trans- und Cis-AG schlägt in unser Fach. Kunstseide in den Sukzessionsstaaten.« »Möglich«, sagte Paul. »Erkundige dich. Irmgard kommt übermorgen.« Das war ein Wort, das Enders vertraulichen Telefongesprächen anzuhängen liebte, eine Art Telefonsiegel. Paul kehrte zum Kamin zurück. Er wusste genau, dass der Herr Enders jetzt zu Irmgard sagte, »Sei mir nicht böse, aber dein Mann ist ein reiner Tor.« Diese erahnten Worte vernahm Paul deutlicher als früher die Telefonierten. »Sollte er jetzt Brandeis aufsuchen?« »Wozu?« »Was würde er erfahren?« »Wenn Lydia aber erzählte.« »Wie blamabel.« »Der Ruf eines Gentlemans.« Dieses Wort leitete eine neue Kette von Assoziationen ein. Erinnerungen an die Träume vor der Heirat, Selbstständigkeit, Chemie, Beherrschung des Marktes, der Börsen, Geschäfte mit Amerika, Aeroplanfahrten, in zwei Tagen London, Paris, am dritten New York, ein Netz von Macht, gespannt über die ganze Welt, alle Aktien aller deutschen Zeitungen. Zuhause, Gesellschaft, Tennis, Reiten, Boxen. Nicht diese langweiligen Leute, die jetzt kamen, nicht diese Tornstunden des Morgens nach den Anweisungen des Radios, die Irmgard so liebte. Nein, er war nicht mächtig geworden. Niemand hatte Respekt. Da war sein Junggesellenleben schon vornehmer und freier gewesen. Relativ war Theodor schneller gewachsen. Paul ging zum Grammophonkasten, auch ein Geschenk des Herrn Enders, und legte die Platte von den fünf Brüdern King aus Wilmington ein. Der Gesang der weichen und tiefen Stimmen vertiefte die Traurigkeit Bernheims bis zu dem gewünschten Grade, in dem sie sich schon in Trost verwandelte. Er setzte sich an den Apparat, um die Kurbel immer wieder aufziehen zu können. Er konnte die Stille des Hauses nicht mehr ertragen. Die Neger mussten singen. Sie sangen die Verlorenheit einer ganzen Rasse und bezogen den fremden, verlorenen Mann in ihre eigene, wüste, heiße und schmerzliche Vergangenheit. Mit einem dankbaren und treuen Blick umfasste Paul das Grammophon, das einzige von den Geschenken Enders, das er liebte. Wie gut war sein Grammophon. 20 Jahre früher hatte man sich an ein Klavier setzen müssen. Jetzt brauchte man nur eine Kurbel zu drehen. Auch die Mittel des Trostes machten Fortschritte und die Technik verbannte durchaus nicht die Sentimentalität. Er ließ sich die Zeitungen bringen und schlug sie an den Stellen auf, wo die vermischten Nachrichten standen. Nicht ohne ein Schuldbewusstsein. Er sagte sich, dass es eines Kaufmannes unwürdig sei, nicht zuerst nach dem Börsenteil zu sehen. Aber es war stärker als er. Es zwang ihn, nach Kunstbesprechungen zu suchen, nach Theaterreferaten, nach Familientragödien. Der Tag brachte lauter Unglück. Also stand auch ein Aufsatz seines Bruders Theodor in der Zeitung. Ein Aufsatz über eine Ausstellung von Büchereinbänden. Aber auch über Deutschland, Europa, die gelbe Gefahr und Indien. Denn Theodor konnte keine Gelegenheit versäumen. Er musste immer eine Meinung äußern. Und eine Menge sinnloser, aber schlagender Formulierungen standen ihm zur Verfügung. Er hatte sie erlauscht, ihre akustischen Bestandteile aneinandergefügt, zerhackt, umgelegt und mit Tendenzen gefüttert, die aus dem völkischen Gedanken, aus dem Marxismus und von Sternen kamen. Paul machte sich die Mühe, aufzustehen, wieder an den Kamin zu gehen und die Zeitung ins Feuer zu werfen. Er gehörte zu den empfindlichen Menschen, die etwas aus der Welt zu schaffen glauben, wenn sie es aus ihrem Blickfeld räumen. Immer noch sangen die Neger. Das Feuer im Kaminer losch langsam. Paul Bernheim zündete kein Licht an. Er schlief im bunten Lehnstuhl ein, dessen große gelbe Blumen giftig die Finsternis durchbrachen. Kapitel 19 Theodor legte den Smoking an. Sein Angesicht strahlte ihm in festlicher Fahlheit aus dem Spiegel entgegen. Mit einer Taschenschere versuchte er nach einigen Härchen zu schnappen, die an verschiedenen Stellen seiner Ohrmuscheln wuchsen. Alle Sanftmut und Geduld, die ihm zur Verfügung standen, konnte er aufbringen, wenn es sich um sein Aussehen handelte. Noch einmal warf er einen Blick auf seine langen Hände, auf die er stolz war und aus deren Form er auf sein aristokratisches Wesen schloss. Jetzt schlüpfte er in den Rock, zog einen Klappen und drehte alle Lichter auf. Probebeleuchtung Er suchte nach dem Spiegelbild seines Profils, indem er die Spiegeltür des Kleiderkastens so drehte, dass sie in einem schiefen Winkel zum großen Wandspiegel stand. Dann nahm er die Brille ab und dachte einen Augenblick an gar nichts mehr, als wären seine Gedanken abgestorben aus Mangel an visueller Nahrung. Durch die geschlossene Tür des Nebenzimmers klang das Klappern einer Schreibmaschine. Eine Sekretärin war beschäftigt, einen Artikel Theodors abzuschreiben. Er lauschte dem hastigen Rhythmus der Tasten wie einer angenehmen Musik. Jetzt ist sie auf der dritten Seite, dort, wo ich von der Ohnmacht der Nächte in deutschen Großstädten spreche. Ohnmacht der Nächte ist gut, tadellos, großartig. Dann hatte die Sekretärin noch Briefe zu erledigen. Die Korrespondenz, sagte Theodor. Wenn die Post ihm viele Briefe brachte, fühlte er sich dem Mittelpunkt der Welt näher rücken. Wenn er eine Zuschrift auf einen seiner Artikel bekam, übergab er sie sofort der Redaktion, damit sie die Wirksamkeit ihres Mitarbeiters richtig einschätzen lerne. Außerdem zeigte er sie seinen Freunden und besonders jenen, die sich darüber ärgern konnten. Er bewarb sich, um Einladungen zu Festen, Ausstellungen, Konferenzen, in die Salonimitationen der Bankdirektoren, eines Generals, eines Ministers. Am nächsten Tag erzählte er von seinen Diskussionen. Er beabsichtige den Kerlen einen neuen Typus, eines jungen Deutschen, zu zeigen. Einen nüchternen, trotzdem patriotischen, aristokratisch erzogenen, trotzdem revolutionären, einen diplomatisch denkenden und dennoch freimütig redenden. Dabei zitterte er unaufhörlich, aus Angst zu viel gesagt zu haben. Mit ganz bestimmten Kerlen wollte er es sich nicht verderben, obwohl sie ihm nicht gefielen. Zu ihnen gehörten seine Verleger, die Herausgeber von Zeitschriften, ein Redakteur, der Theodors Artikel zu behandeln hatte. Schrieb dieser Redakteur einmal selber einen Artikel, so bekam er prompt einen telefonischen Anruf von Theodor. Gratuliere! Ausgezeichnet! Seinen Freunden sagte er dann, habt ihr den Artikel gelesen? Der schreibt ja ganz gut, der Kerl, aber naiv, naiv! Er sieht eben die Welt nicht. Jetzt erstarb das Klappern. Die Sekretärin klopfte. Obwohl Theodor es nicht für vornehm hielt, private Beziehungen zu einer Sekretärin herzustellen und er in ihr nur Personal sah, aber keine Frau, warf er doch noch zwei glättende Finger auf seine gescheitelten Haare, bevor er herein rief. Er setzte sich an den Tisch, um das Manuskript zu lesen. Die Sekretärin stand neben ihm. Er kam an die Stelle von der Ohnmacht der Nächte, warf schnell seinen Kopf zu ihr herum und sagte, »Gut, was?« Gleich darauf ärgerte er sich. Er konnte niemals die richtige Mitte finden, zwischen dem Verlangen einer Anerkennung zu hören und der Notwendigkeit, Personal in respektvoller Entfernung zu halten. Manchmal vergaß er sich so weit, der Sekretärin einen Artikel vorzulesen, der sehr aktuell war und den auf der Maschine abzuschreiben, sie keine Zeit mehr fand. Das arme Mädchen, das jeden Tag von acht bis vier Geschäftsbriefe schrieb, fühlte ihre Tätigkeit bei Theodor wie ein tägliches Bad in Witz und Esprit. Sie bewunderte ihn. Sie las die Bücher, die er zur Besprechung bekam, nach den Hinweisen, die seine Referate enthielten. Wenn Theodor ihre Bewunderung sah, verringerte er die Respektdistanz um einige Zentimeter durch die Frage, »Sind Sie schon müde?« »Gut, dann arbeiten wir heute weniger.« Er steckte das Manuskript in einen Umschlag und schrieb »Eilt« darauf, obwohl es gar nicht eilte. Er liebte den langsamen Dingen einen Stoß zu geben, damit sie sich hasteten. Was nicht eilte, war nicht wichtig. Tempo, Tempo. Aus Geringschätzung für den normalen Lauf der Stunden hielt er die Zeiger seiner Taschenuhr vorgeschoben. Er warf jetzt einen Blick auf sie. Und obwohl er noch eine Stunde Zeit hatte, sagte er, »So, jetzt habe ich keine Zeit mehr. Sie können gehen.« Die Sekretärin ging. Er setzte sich, drehte die Kurbel des Grammophons und ergab sich dem Gesang der Platte von den Brüdern King aus Wilmington. Die Musik der Neger brachte ihn in Stimmung. Er ging heute in Gesellschaft und er gedachte, es den Kerlen zu zeigen. Er ging heute zu keinem anderen als zu seinem Bruder Paul. Ja, im Hause Paul Bernheims erwartete man einen Gast aus Frankreich. Es war einer von den Schriftstellern, die nach dem Kriege anfingen, die Beziehungen zwischen den Völkern herzustellen. Literarische Friedenstauben. Die Steuern, die sie von ihren Honoraren dem Vaterland zahlten, verwendete der Kriegsminister für einen zukünftigen Krieg. Der Unterrichtsminister hingegen rüstete gleichzeitig die Schriftsteller mit Empfehlungen für die deutsche Botschaft in Paris aus. Verschiedene Verständigungskultur und Versöhnungsvereine luden die Autoren übersetzter Bücher ein, Vorträge zu halten. Die Schriftsteller kamen, hielten einen Vortrag, wurden in die Häuser eingeladen, bekamen Trüffeln und studierten mit Wohlwollen die Sitten und Gebräuche der früheren Feinde. Sie machten Notizen für spätere Artikelserien über deutsche Dichter, deutsche Generaldirektoren, deutsche Revolutionäre. Von deutschen Professoren der Romanistik, wie von Schutzengeln begleitet, gelangten sie in die Häuser der Wohlhabenden und der Reichen, der Gebildeten und europäisch Denkenden, der Industriellen, die in der Fabrik Giftgase erzeugten und zu Hause Kaiseling lasen. Der Gast war noch nicht vorhanden. Der Professor Hammerling war früher gekommen und glaubte, die lautlosen Vorwürfe zu vernehmen, die sich im Inneren Paul Bernheims vorbereiteten. Die Frage der Frau Ermgard, kennt er sich auch aus in Berlin, Herr Professor? Haben Sie ihm auch die Adresse richtig gesagt, Herr Professor? Hat er nicht zufällig die Einladungen verwechselt, Herr Professor? Empfand der Professor Hammerling bereits als Anklagen. Einer nach dem anderen kamen die Gäste. Die Beleuchtung der Zimmer schien immer stärker zu werden, von dem friedlichen Licht, das jeder vor sich hertrug wie eine Laterne. Sie nickten mit den Köpfen, überhörten die Namen der Vorgestellten und sahen geradeaus in deren Gesichter, nicht mit den Augen, sondern mit entblößten Zähnen. Man fühlte sich gehoben im Hause Paul Bernheims, das zu den modernsten der Stadt gehörte. Alles comme il faut, sagten die Leute, die für gesellschaftliche Dinge technische Ausdrücke in französischer Sprache gebrauchen, so wie man bei ärztlichen Konsilien Latein redet. Paul Bernheim lud comme il faut Leute aus allen Lagern ein. Es kam Herr von Malo, mit jungerlichen Einschlag, samt Gattin, ein Mann, der von den Deutsch-Nationalen zur Volkspartei übergegangen war, seitdem er in Berlin wohnte und seine schlesischen Güter verpachtet hatte. Der städtische Asphalt schien ihn immer liberaler zu machen. Das Ideal der Vornehmheit, das früher daran bestanden hatte, möglichst national zu sein, erforderte heute eine möglichst europäische Gesinnung. Auf Umwegen und so, dass es nur seine nächsten Angehörigen wussten, schickte Herr von Malo jedes Jahr zum Geburtstag des Kaisers seine untertänigsten Wünsche nach Doren. Aber es waren nicht die Manifestationen seiner Gesinnung, sondern eher die Gewohnheit an einen Ritus, eine religiöse Privatangelegenheit, so wie die Juden in Berlin, die längst von ihrem Glauben abgefallen sind, in einer verschämten Heimlichkeit den Heiligsten ihrer Feiertage immer noch feiern, Weihnachten dagegen öffentlich und aller Nachbarschaft sichtbar. Es kam der Herausgeber einer demokratischen Zeitung, der mit einem Radikalismus vor sieben Jahren angefangen hatte und nun ähnlich dem Herrn von Malo, nur vom entgegengesetzten Ende her, der Mitte zustrebte, seitdem er durch eine große Mitgift in die Lage gekommen war, ein kleineres Gut in der Mark Brandenburg zu kaufen und dank der Berührung mit dem märkischen Boden immer konservativere Ansichten zu gewinnen. Zwar sah man seiner Frau, die jeden dritten Monat Kleider aus Paris mitbrachte und Empfehlungen für die Modeschau bei Molinö austeilte, immer noch das gehobene, kommerzielle Milieu an, aus dem sie kamen. Aber man verzieh es ihr und hoffte, dass sie sich zu einer recht feudalen Gutsherrin entwickeln würde, in Anbetracht ihrer regelmäßigen Reitstunden im Tiergarten. Sie trug ein dunkelgrünes Kleid und braune Schminke wegen der olivfarbenen Haut. Frau Irmgard hatte fast das gleiche Modell im Blau, eine ähnliche Situation, die von einer gleichzeitig unternommenen Reise nach Paris kam. Das nächste Kleid lasse ich mir in Wien machen, dachte die Frau des Herausgebers. Sie sah Frau Irmgard an und er rieh erschrocken, dass diese das gleiche gedacht hatte. Sie hat aber doch zu dicke Arme, dachte die Frau des Herausgebers. Sie hat aber doch zu dünne Arme, dachte gleichzeitig Frau Irmgard. Es kam der bekannte Publizist Freitag mit seiner Frau, deren Kleider weit billiger waren als die Artikel ihres Mannes. Die Blicke der reicheren Damen trafen sich einträchtig in einer kurzen Sekunde und Frau Freitag war verdammt. In der Tat stammte ihr Kleid aus einer jener Ausverkäufe, die von den großen Häusern am Ende der Saison veranstaltet werden und bei denen man die Roben verkauft die von den Modellen ein paar Mal getragen sind. Die Züge der Frau Freitag waren hart, Runzeln um die Augen verrieten, dass sie keine Massage kannte. Sie war noch jung, kaum 36. Aber die ersten Jahre ihrer Ehe, in denen ihr Mann noch das gewesen war, was man einen kleinen Journalisten nennt, schienen erst jetzt ihre Andenken in das Gesicht einzeichnen zu wollen. Früher waren diese Jahre unschädlich gewesen, aber die Spuren des Kummers kamen allmählich, spät nach diesem, so wie eine Schwäche lange nach einer verrauschten Aufregung kommt. Immer noch musste Frau Freitag unsicher die Hand reichen. Sie hielt dabei den Ellbogen an die Hüfte. Und ihre Hand hatte etwas Verschämtes und rief sofort das Bild von einer anderen, in der Küche gereichten, eben an einer blauen Schürze abgetrocknen Hand wach. Es kam ein Major aus dem Reichswehrministerium in einem Zivil, das von Fischbeinstäbchen gehalten zu sein schien, und mit dem harten Gesicht eines Vogels, aber mit unbeweglichen Augen, die an schwarze kleine Schuhknöpfe erinnerten. Von links nach rechts trafen sich die Leute in der Mitte, bildeten Gruppen aus Verlegenheit. Aus den Gruppen lösten sich Einzelne, die plötzlich wie verloren in einer Wüste waren und das Bedürfnis empfanden, sich irgendwo anzulehnen. Schüchtern prüften ihre Arme die Solidität der Einrichtungsgegenstände. Eine große, festlich illuminierte, traurige Leblosigkeit schwebte in den Zimmern. Frau Irmgard nahm einen Gast nach dem anderen vor, Kommilfoh und wie es geschrieben steht. Sie war froh, wenn einer im letzten Moment die Abwesenheit seiner Frau entschuldigen musste, weil sich dann eine kleine Abwechslung des Themas ergab. Ach, das ist aber doch schade, dass ihre Gattin... Dieser Anfang erforderte keine Überlegung und war immer zutreffend. Der französische Pazifist kam schließlich, etwas geblendet von der tragischen Festlichkeit und immer noch nicht gewöhnt an die fremden Sitten eines fremden Volkes. Es hätte ihm keineswegs so fremd sein müssen, wäre er nicht mit der festen Absicht gekommen, darüber zu schreiben. Diese Absicht forderte wieder von ihm, Interessantes zu finden, auch wo nur Gewöhnliches vorhanden war. Als der Angehörige einer Nation, die alles, wessen sie bedarf, im eigenen Lande findet und es infolgedessen nicht verlässt, liebte Herr Antoine Charonot, in fremden Ländern das Außergewöhnliche zu suchen. Seine Reise hatte nun einmal einen literarischen Zweck und sie musste Material abwerfen, ob sie wollte oder nicht. Er hastete von einem Eindruck zum anderen und klassifizierte alle ebenso hastig. Seinen Schluss über das fremde Land zu schreiben, erzeugte von selbst und gleichsam bereits im Auftrag zukünftiger Leser einen romantischen Schleier um die Menschen und Gegenstände, die Herrn Charonot entgegenkamen und heftete an die Brust eines Jeden die Marke einer bestimmten repräsentativen Kategorie. Herr Charonot war selig, dass der Herr Professor Hammerling sich einen Freund Frankreichs genannt hatte. Für Herrn Charonot sah nun die Freunde Frankreichs genauso aus wie der Professor Hammerling, der jetzt in einer entfernten Ecke den Herrschaften von Malo und Freitag einen Vortrag über Frankreich hielt. Sie haben, meinte er von den Franzosen, den nüchternen, kleinen, praktischen Verstand, der uns so fehlt, uns, den Germanen, mit der Seele im ewigen Nebel. Ich liebe über alles den guten, fröhlichen Lebensgeschmack dieser heiteren Franzosen und wie sie essen, trinken und lieben. Paris bleibt der Mittelpunkt der Vernunft und des Vergnügens. Wir bleiben immer da, die Kinder des Nordens und unsere Heimat sind die sanften Schattierungen der Dämmerung. Sie brauchen uns nicht wie wir Sie, sagte Theodor, der eben eingetreten war. Mit einem Instinkt für ernste und problematische Diskussionen hatte er sich mechanisch und zugleich der Gruppe um Hammerling genähert. Alle sahen ihn an. Er fühlte mit Wonne seine eigene forsche Jugendlichkeit diesem würdigen Hammerling gegenüber. Er glaubte die Zuhörer ringsum, vor lauter Bewunderung tief atmend zu hören. Paris, so fuhr Theodor fort, hört auf, hat längst aufgehört, ein Mittelpunkt zu sein. Berlin wird es, ist es schon. Wir haben nicht davon gesprochen, sagte Hammerling ungehalten und gewichtig. Die Leichtigkeit der Franzosen ist eben in Paris zu Hause. In Berlin arbeitet man, in Deutschland arbeitet man. Der Herr Charonot war inzwischen der Gruppe nahegekommen. Er hatte die letzten Worte gehört und beschloss, sie genau wiederzugeben. So verständliche, eindringliche Mitteilungen gingen ihm ein. ihm, der seit Tagen ohne es zu wissen, das Auge und das Ohr seiner zukünftigen Leser geworden war. In Paris ist die Leichtigkeit zu Hause, in Deutschland die Arbeit. Welch eine glückliche Lösung. Jeder Krieg in Zukunft ausgeschlossen. Er saß bei Tisch neben Frau Irmgard. Alles komilfaut. Längst hatte sie sich vorgenommen, ihm das Haus und die Bilder zu zeigen. Sie überlegte, ob es schicklich sei, ihn in das Schlafzimmer zu führen, vor das große Gemälde von Hartmann. Sie begann zaghaft davon zu sprechen. Es ist leider in meinem Schlafzimmer, sagte sie. Herr Charonau maß sie mit einem Seitenblick, einem neuen Blick, der plötzlich über seinen Augen lag, wie man eine Brille anzieht. Er hatte sofort die Vorstellung von diesem Schlafzimmer, ganz genau, und es war vielleicht interessant zu wissen, wie man in dieser Gesellschaftsklasse schläft. Ein Herr von der französischen Botschaft hatte ihm gesagt, dass es nirgends so viele getrennte Schlafzimmer gäbe wie in Deutschland. Sollte man vielleicht ein Kapitel über Erotik einschalten? Mitten unter seinen Gästen war Paul Bernheim der fremdeste Gast. Er sah eine Frau nach der anderen an. Warum war Lydia nicht hier? Er liebte sie nicht. Er bestätigte es sich. Nein, er liebte sie nicht. Begehren fiel ihm ein. Es war das richtige Wort. Er begehrte sie. An ihr hatte er gelernt, dass er keineswegs unwiderstehlich war. Ungeschickt war er. Plump. Ein kindisches Verlangen diktierte ihm, sich auf den Boden zu werfen und mit den Füßen zu strampeln, wie der einst als Knabe, wenn er gerufen hatte, »Ich will aber doch. Ich will aber doch. Ich will Lydia. Ich will Lydia«, sagte er sich zehnmal, ohne den mechanischen und mächtigen Ablauf dieser kurzen Sätze aufhalten zu können. Jeder tat ihm weh. Er konnte genau den Weg eines jeden Wortes verfolgen. Es schien dem Herzen zu entspringen, dem Kreislauf des Blutes zu folgen, in das Gehirn zu steigen, hier eine Weile zu verharren und wieder zurück ins Herz zu kehren. »Ich will Lydia haben.« Welch eine Qual. Er wartete auf das Ende der Mahlzeit, als müsste sich dann etwas Entscheidendes ereignen, etwas Unmögliches. Man musste die endlose Zeit, die noch vor ihm lag, ein ganzes Leben durchklungen von einem unerfüllten Wunsch zerhacken, einteilen und am Ende eines jeden Teilchens irgendeine Entscheidung erwarten. Die also eingeteilte Trostlosigkeit war leichter zu ertragen als eine riesengroße, ungeteilte, umfassende. Und viele Enttäuschungen am Ende eines jeden Abschnitts waren besser als eine einzige Enttäuschung. Man erhob sich. In einer Sekunde fasste er den Entschluss, hinauszugehen. Um die zweite Ecke links war die Villa Brandeis. Es war, als hätte er ihre geografische Lage erst in diesem Augenblick erfahren und als käme ihm die wunderbare Nähe Lydias jetzt als eine letzte Rettung in den Sinn. Es war doch nicht möglich, einander so nahe zu sein und nicht zueinander zu gelangen. Er lief in die Straße. Er bog um zwei Ecken links. Vor der Villa Brandeis leuchteten die zwei sonnenhellen Augen eines Autos. Die Gartentür und die Haustür standen offen. Zwei Männer in Livreen, der Chauffeur und der Portier offenbar, trugen zwei große Koffer und verluden sie in den Wagen. Paul stand im Schatten. Er hörte Stimmen. Es wurde ihm heiß. Seine Hände wurden schwach. Er suchte nach einem der Gitterstäbe in seinem Rücken. Er hörte Lydias Stimme wie einen fernen Gesang. Aber er verstand nicht, was sie sprach. Ein paar Sekunden später trat Lydia aus dem Haus. Der Motor knatterte. Das Geräusch empfand Paul Bernheim als eine Beruhigung. Solange der Motor knattert, habe ich noch Zeit, fiel ihm ein. Das Geräusch milderte die unerträgliche Helligkeit der Scheinwerfer. Paul maß die kurze Entfernung zum Wagen. Er brauchte eine Sekunde, nicht mehr als eine Sekunde, um die Klinke der Wagentür zu fassen. Ein zweiter Paul Bernheim, ein Beweglicher, löste sich aus dem Stehenden, sprang zum Auto, stieg ein und fuhr weg. Das ereignete sich eben und war doch schon vor langen, langen Jahren vollbracht. Auf einmal war alles abgetan, und erlebt. Weit hinter Paul Bernheim lagen die Abenteuer, der Ehrgeiz, der gesellschaftliche Glanz, die Macht, die Liebe, die Welt. Es war, als täte, dächte, fühlte er alles jetzt nur noch einmal und zum Schein. Jemand hatte ihm diese Rolle zu spielen übertragen, weil er ihren Inhalt schon erlebt hatte und mit ihm so gut vertraut war. Plötzlich hörte das Knattern auf und gleichzeitig machte der Scheinwerfer eine Wendung und überflutete den stehenden Mann. Paul Bernheim senkte den Kopf. Es dauerte einen Augenblick. Lautlos glitt der Wagen davon. Paul ließ das Gitter los, das er bis jetzt gehalten hatte. Er wollte gehen. Es schien ihm, dass er hier zwanzig Jahre verlebt hatte. Die Tür der Villa war noch offen. Tröstliches, goldenes Licht drang zart aus dem Flur. Brandeis trat aus der Tür. Sein Blick fiel auf den Schatten am Gitter. Wer ist dort? fragte Brandeis. Ich, erwiderte Paul. Brandeis trat näher mit leichtem, lautlosen Schritt, der seine schwere, große Körperlichkeit so unwahrscheinlich machte. Es war, als ginge er auf fremden Füßen. Sie wollten zu uns? Nein, sagte Paul. Ich wollte zu ihr. Lydia Markow ist für immer weggefahren. Sie ist zurück zu ihrem Theater. In Genf sind sie jetzt. Sie können hinfahren. Nein, sagte Paul. Und er dachte, mein Vater wäre hingefahren. Mein Vater wäre hingefahren. Wir können uns gleich verabschieden, sagte Brandeis. Ich werde sie bis zu ihrem Haus begleiten. Das genügt. Ich fahre morgen und komme nicht mehr so bald. Ich habe nicht die Fähigkeit, lange auf einem Fleck zu bleiben. Ich bin eigentlich verpflichtet, mich bei ihnen zu entschuldigen. Ich dachte ein paar Mal daran, mich mit dem Element zu messen, in dessen Nähe sie durch ihre Heirat gekommen sind. Ich wollte sie mir aufheben. Ich hatte niemals einen übermäßigen Respekt vor ihnen, vor den Menschen im Allgemeinen nicht. Meine Meinung hat hier nichts zu tun, aber ich hätte es ihnen geschrieben, auf jeden Fall. Nun, da ich sie hier überrasche, sage ich es. Die Umstände sind für meinen Geschmack etwas zu Romanhaft. Ich nehme ihnen nichts übel, sagte Paul. Soeben vor fünf Minuten noch wäre ich tief beleidigt gewesen. Inzwischen aber bin ich alt geworden. Sehen Sie nur, Herr Brandeis, sehen Sie meine Haare. Sind Sie nicht schon weiß? Seit drei Minuten habe ich die Empfindung, dass ich mein Haus als junger Mann verlassen habe und dass ich als Kreis zurückkomme. Ich bin, scheint mir, weise genug geworden, um ihnen gestehen zu können, dass ich sie immer bewundert habe. Bewundert und auch gefürchtet. Und dennoch bin ich noch immer nicht weise genug, um auf die Frage verzichten zu können, die ich Ihnen jetzt stellen will. Warum haben Sie mich verachtet? Ich weiß nicht, erwiderte Brandeis. Sie waren ein Schwächling. Sie wären zum Beispiel nicht im Stande gewesen, einen Tag oder eine Stunde vor der endgültigen wirklichen Macht vielleicht alles zu verlassen, wie ich es jetzt mache. Denn es gehört keine Stärke dazu, etwas zu erobern. Alles ist morsch und ergibt sich Ihnen. Aber verlassen, verlassen, darauf kommt es an. Dennoch habe ich nicht das Gefühl, etwas Außerordentliches zu tun. Es treibt mich fort von hier, so wie es mich einst hierher getrieben hat. Es treibt mich fort und ich folge. Lassen Sie es sich gut gehen, Herr Paul Bernheim. Versuchen Sie. Jetzt wird es Ihnen vielleicht gelingen. Sie standen vor dem neuen Hause Bernheims. Alle Fenster erleuchtet. Paul glaubte, die Stimmen seiner Gäste zu hören. Er griff in die Tasche nach dem Schlüssel und während er ihn hervorholte, sagte er gleichgültig, als sagte er etwas, was sich auf die Tür beziehen sollte. Sagen Sie, Herr Brandeis, haben Sie Lydia weggeschickt? Nein. Sie ist gegangen. Ich schicke niemanden weg. Sie ist gegangen und vielleicht gehe ich deshalb auf. Ich weiß nicht, was mich aufhält. Ich weiß nicht, was mich davon treibt. Eine Sekunde blieb er still. Dann sagte Brandeis laut, Gute Nacht. Und ohne eine Antwort abzuwarten, verschwand er im Schatten der Bäume, die den Straßen ranzäumten. Kapitel 20 Ein paar Tage später verließ Nikolai Brandeis den Zug an einer jener Grenzstationen, die er oft passiert hatte, ohne mehr von ihnen gesehen zu haben, als die öde, grenzenlose Traurigkeit ihrer Rangierbahnhöfe, dem provisorischen, etappenmäßigen Aspekt ihrer hölzernen, braungetierten Baracken und die kollegiale Eintracht der verschiedenen uniformierten Zollwächter zweier Länder. Er blieb in der kleinen Stadt, die er vom Bahnhof nach einer halben Stunde Wanderung erreicht hatte, als brächte ihm erst dieser Aufenthalt und die endliche Verwirklichung einer oft verspürten flüchtigen Laune den Beweis seiner wiedergewonnenen Freiheit. Die stillen Einwohner der kleinen Stadt sahen sich nach ihm um. Sein Gesicht schien aus demselben Stoff gemacht zu sein, wie sein großer, rostbrauner Mantel. Und obwohl sein Hut, sein Anzug, seine Schuhe einen europäischen Schnitt hatten, wirkten sie doch wie Kleidungsstücke, die von den Söhnen eines fremden Volkes in einen unbekannten, unerreichbar fernen Land getragen werden. Langsam ging Brandeis durch die kleinen und schmalen Gassen, die noch kleiner und schmaler wurden, wenn er in ihnen erschien. Hinter ihm und vor ihm wehte die Weite. Noch wusste er nicht, wohin er gehen würde. Überall schien ihm die Erde gleich zu sein. In allen Städten aller Länder gebar sie mit unendlich geduldiger und schmerzlicher Güte die schwächlichen Paul Bernheims, die Gefangene ihrer törichten Wünsche wurden, die kläglich verworrenen Theodors, die im ewigen dichten Schatten der öffentlichen Pathetik lebten, die Gewalthaber, denen die Macht zur Ohnmacht wurde und die im Giftgas erstickten, das sie erzeugten, die Allerwelts Menschen, Allerweltsmenschen, die aus Budapest kamen und hinter dem Paravons saßen, die kleinen Mädchen, die geliebt sein wollten und ihre kleinen Herzchen verloren. Ohne mich, dachte Brandeis, wird die Welt ihren ewigen langweiligen Gang weitergehen. Paul Bernheim wird schließlich zur Chemie kommen. Herr Enders wird im nächsten Krieg das Vaterland retten, Theodor wird die Leitartikel des Blattes schreiben, dessen Aktien mir gehören. Ich werde fahren. Wohin? Die Häfen der ganzen Welt warten auf mich. Gegen sechs Uhr nachmittags stieg er wieder in den Zug. Um diese Stunde begannen die beinernen Stricknadeln der alten Frau Bernheim zu klappern und die Schreibmaschine im Hause den Hausarzt und bereitete sich vor, ihr Mann das traditionelle süße Geheimnis mitzuteilen. Einen Erben trug sie im Schoß. Herr Sandor Tekeli begab sich ins ungarische Restaurant in der Augsburger Straße. Die Chauffeure der brandeisischen Automobile vertauschten ihre Livrenen gegen billige Zivilanzüge. Die Beamten riefen ihre Mädchen an und holten die Theater Billets aus den Brieftaschen Billets zu ermäßigten Preisen. Die Abendredaktion begann. Die Redakteure zogen die Lüsterröckchen an und spitzten die roten Bleistifte. Und die Nachrichten stürmten klingelnd in die ledergepolsterten Telefonzellen aus Bukarest und Budapest, aus Amsterdam und Rotterdam, aus London und Bombay, aus Kairo und New York. Ihren alten, langweiligen Gang geht die Welt. Es war das letzte Mal, dass man Brandeis sah. Seit jenem Tag wusste niemand mehr, etwas von ihm zu berichten. Er stieg in den Zug und es wurde wieder ein neuer Nikolai Brandeis geboren. Und also beginnt hier ein neues Kapitel. Er hat her ein Leben a das ist es